Gesetz 1 Stelle nie den Meister in den Schatten Was heißt das? Ihre Vorgesetzten müssen sich Ihnen immer überlegen fühlen können. Wenn Sie sie beeindrucken wollen, dürfen Sie Ihre eigenen Talente nicht zu sehr zur Schau stellen. Sonst erreichen Sie das Gegenteil. Sie wecken Angst und Unsicherheit. Sorgen Sie dafür, dass die da oben brillanter erscheinen als Sie sind. Und Sie werden den Gipfel der Macht erklimmen. Jeder ist gelegentlich unsicher. Wenn man sich der Welt präsentiert und seine Talente zur Schau stellt, weckt man natürlich alle möglichen Arten von Ressentiments, Neid und andere Manifestationen von Unsicherheit. Das ist nicht anders zu erwarten. Aber Sie können nicht Ihr Leben lang auf die kleinkarierten Gefühle anderer Rücksicht nehmen. Mit denen, die über Ihnen stehen, müssen Sie jedoch anders umgehen. Wenn es um die Macht geht, ist der schlimmste Fehler von allen vielleicht, den Herrn und Meister in den Schatten zu stellen. Die, die in Ihrem Leben zu Rang und Namen kommen, sind wie Könige und Königinnen. Sie wollen sich in Ihrer Position sicher fühlen und an Intelligenz, Witz und Charme Ihrer Umgebung überlegen sein. Es ist ein tödlicher, aber weit verbreiteter Irrtum zu glauben, man könne die Zuneigung derer da oben dadurch gewinnen, dass man die eigenen Gaben und Begabungen zur Schau stellt und sich damit brüstet. Vielleicht heuchelt der Herr Wohlwollen, doch bei der allerersten Gelegenheit wird er Sie durch jemanden ersetzen, der weniger intelligent, weniger attraktiv, weniger bedrohlich für ihn ist. Dieses Gesetz erfordert die Beachtung zweier Regeln, die Sie sich merken müssen. Niemand verfügte über mehr angeborene Gaben als Astore Manfredi, Prinz von Faenza. Dieser charmanteste aller jungen Prinzen Italiens nahm seine Untergebenen einfach mit seiner Großzügigkeit und seinem wachen Geist für sich ein. Im Jahr 1500 belagerte Cesare Borgia Faenza. Als die Stadt sich ergab, erwarteten ihre Bürger vom grausamen Borgia das Schlimmste. Der jedoch beschloss, die Stadt zu schonen. Er besetzte einfach nur ihre Festung, richtete keinen ihrer Bürger hin und erlaubte Prinz Manfredi, zu dieser Zeit 18 Jahre alt, mit seinem Hof in völliger Freiheit dazubleiben. Ein paar Wochen später jedoch verschleppten Soldaten Astore Manfredi in ein römisches Gefängnis. Ein Jahr darauf wurde seine Leiche aus dem Tiber gefischt. Man hatte ihm einen Stein um den Hals gebunden. Borgia rechtfertigte die grausame Tat mit dem ziemlich weit hergeholten Vorwurf der Verschwörung und des Verrats. Das eigentliche Problem bestand jedoch darin, dass Borgia für seine Eitelkeit und Unsicherheit berüchtigt war. Der junge Mann stellte ihn in den Schatten, ohne dies überhaupt nur versucht zu haben. Angesichts von Manfredis natürlichen Gaben genügte die bloße Präsenz des Prinzen, dass Borgia weniger attraktiv und charismatisch erschien. Daraus ist eine schlichte Lehre zu ziehen. Wenn sie nicht anders können, als charmant und überlegen zu wirken, müssen sie lernen, solche Monster an Eitelkeit zu meiden. Oder sie müssen eine Möglichkeit finden, ihre guten Qualitäten zu unterdrücken, wenn sie sich in Gesellschaft eines Cesare Borgia befinden. Zweitens, bilden sie sich niemals ein, dass sie tun und lassen können, was sie wollen, bloß weil ihr Gebieter sie liebt. Ganze Bücher wurden über Favoriten geschrieben, die in Ungnade fielen, weil sie ihren Status als gesichert ansahen und weil sie es wagten, ihren Meister in den Schatten zu stellen. Merken sie sich Folgendes. Betrachten sie ihre Position niemals als gegeben und lassen sie sich nie eine ihnen gewährte Gunst zu Kopf steigen. Wenn sie die Gefahren kennen, die mit dem Übertrumpfen des Herrn und Meisters verbunden sind, können sie dieses Gesetz zu ihrem Vorteil anwenden. Vor allem müssen sie ihn umgarnen und aufs Podest heben. Offene Schmeichelei kann nützlich sein, hat aber ihre Grenzen. Sie ist zu direkt und leicht zu durchschauen, und das sieht in den Augen der anderen Höflinge nicht gut aus. Wenn sie beispielsweise intelligenter sind als ihr Gebieter, inszenieren sie das Gegenteil. Lassen sie ihn intelligenter erscheinen als sich selbst. Geben sie sich naiv. Lassen sie es so aussehen, als ob sie seinen Rat brauchen. Begehen sie harmlose Fehler, die ihnen auf lange Sicht nicht schaden, ihnen aber Gelegenheit geben, seine Hilfe zu erbitten. Die Mächtigen sind von solchen Ersuchen begeistert. Ein Meister, der ihnen nicht das Geschenk seiner Erfahrung zuteil werden lassen kann, wird stattdessen ihnen grollen und übel wollen. Wenn sie kreativere Einfälle haben als der über ihnen, schreiben sie so öffentlich wie nur möglich diese ihm zu. Stellen sie klar, dass ihr Rat nur das Echo seines Rats ist. Wenn sie ihren Herrn und Meister an Witz übertreffen, können sie ruhig den Hofnarren spielen, aber achten sie darauf, dass er im Vergleich dazu nicht kalt und grießgrämig wirkt. Fahren sie ihren Humor notfalls herunter und finden sie Mittel und Wege, wie er als Quelle des Vergnügens und guter Laune dastehen kann. Wenn sie von Natur aus umgänglicher und großzügiger sind als er, achten sie darauf, nicht die Wolke zu sein, die seine Ausstrahlung von den anderen abhält. Er muss als die Sonne erscheinen, um die sich alles andere dreht. Macht und Brillanz verströmen, das Zentrum der Aufmerksamkeit sein. Wenn sie in die Lage geraten, ihn unterhalten zu müssen, können sie seine Sympathie gewinnen, indem sie zeigen, wie begrenzt ihre Mittel sind. Jeder Versuch, ihn mit ihrer Großartigkeit zu beeindrucken, kann sich als fatal erweisen. In all diesen Fällen ist es keine Schwäche, die eigenen Stärken zu bemänteln, wenn das letzten Endes zur Macht führt. Wenn sie sich von anderen in den Schatten stellen lassen, behalten sie selbst die Kontrolle, statt zum Opfer ihrer Unsicherheiten zu werden. An dem Tag, da sie beschließen, ihren unterlegenen Status zu überwinden, wird sich das alles auszahlen. Wenn es ihnen gelingt, ihren Herrn in den Augen anderer noch strahlender aussehen zu lassen, dann sind sie ein Gottesgeschenk und werden umgehend befördert. Sie können nicht auf jeden Menschen Rücksicht nehmen, der ihnen begegnet, aber sie müssen selektiv unbarmherzig sein. Wenn der Stern desjenigen über ihnen am Sinken ist, müssen sie keine Angst davor haben, ihn in den Schatten zu stellen. Zeigen sie keine Gnade. Auch er hatte keine solchen Skrupel, als er kaltblütig den Gipfel der Macht erklomm. Loten sie seine Stärke aus. Wenn er schwach ist, beschleunigen sie diskret seinen Sturz. Übertreffen sie ihn in den entscheidenden Momenten an Charme, Witz und Leistung. Ist er schon sehr schwach und zum Sturz bereit, lassen sie der Natur ihren Lauf. Riskieren sie es nicht, einen lahmen Vorgesetzten in den Schatten zu stellen. Sie könnten boshaft oder grausam wirken. Doch wenn ihr Herr noch fest im Sattel sitzt, lassen sie sich Zeit und üben sie sich in Geduld, auch wenn sie wissen, dass sie besser sind. Es ist der natürliche Lauf der Dinge, dass die Macht letzten Endes schwächer wird und verblasst. Irgendwann, eines Tages, stürzt der über ihn. Und wenn sie ihr Spiel richtig betrieben haben, werden sie ihn überleben und brillanter als er erstrahlen. Gesetz 2 Vertraue deinen Freunden nie zu sehr. Bediene dich deiner Feinde. Was heißt das? Hüten sie sich vor Freunden. Sie werden von ihnen schneller verraten, als ihnen lieb ist. Denn der Neid nagt an ihnen. Und sie werden zu Spielverderbern, wenn nicht zu Tyrannen. Werben sie lieber einen früheren Feind an. Er wird sich loyaler verhalten als ein Freund. Denn er muss mehr beweisen. Wenn sie keine Feinde haben, finden sie Mittel und Wege, sich welche zu machen. Es ist nur natürlich, wenn sie sich in Zeiten der Not ihrer Freunde bedienen wollen. Das Leben ist hart und Freunde machen die Härte erträglicher. Abgesehen davon kennen sie sie. Warum auf einen Fremden vertrauen, wenn sie einen Freund zur Hand haben? Das Problem ist nur, dass sie oft ihre Freunde nicht so gut kennen, wie sie glauben. Freunde stimmen einander häufig zu, um Diskussionen aus dem Weg zu gehen. Sie verbergen ihre unangenehmen Eigenschaften, um sich nicht gegenseitig zu verletzen. Über die Späße des anderen lachen sie extra laut. Weil Ehrlichkeit kaum Freundschaften stärkt, wissen sie im Zweifelsfall nie, wie ein Freund tatsächlich empfindet. Freunde sagen, dass sie ihre Gedichte lieben, ihre Musik bewundern, auf ihren guten Geschmack neidisch sind. Vielleicht meinen sie es ehrlich, oft aber nicht. Wenn sie einen Freund oder eine Freundin anheuern, finden sie nach und nach Eigenschaften heraus, die er oder sie verborgen hatte. Paradoxerweise ist es gerade ihre Großzügigkeit, die alles aus dem Gleichgewicht bringt. Menschen wollen spüren, dass sie ihr Glück auch verdienen. Gunst geschenkt zu bekommen, kann bedrückend sein. Es bedeutet, dass man erwählt worden ist, weil man ein Freund ist, nicht notwendigerweise, weil man gebraucht wird. Es liegt eine gewisse Herablassung darin, Freunde für sich arbeiten zu lassen, und die quält sie im Stillen. Dass sie verletzt sind, wird nur allmählich herauskommen. Ein bisschen mehr Ehrlichkeit, aufblitzende Ressentiments und hier und da ein wenig Neid, und ehe sie es bemerken, ist die Freundschaft verblasst. Je mehr Gunst und Geschenke sie verteilen, um die Freundschaft wiederzubeleben, desto weniger Dankbarkeit ernten sie. Die Undankbarkeit hat eine lange, fest verwurzelte Geschichte. Ihre Macht hat sie über so viele Jahrhunderte hinweg dokumentiert, dass es wirklich erstaunlich ist, wie viele Menschen sie immer noch unterschätzen. Seien sie lieber auf der Hut. Wenn sie von einem Freund niemals Dankbarkeit erwarten, werden sie angenehm überrascht sein, falls er sich dann doch als dankbar erweist. Das Problem mit Freunden ist, dass sie unausweichlich ihre Macht einschränken. Der Freund ist kaum derjenige, der ihnen am besten helfen kann. Letzten Endes aber sind Können und Kompetenz viel wichtiger als freundschaftliche Gefühle. Alle Arbeitssituationen erfordern eine gewisse Distanz zwischen den Menschen. Man will etwas erreichen, nicht Freundschaften schließen. Freundlichkeit, echte oder falsche, vernebelt nur diese Tatsache. Der Schlüssel zur Macht liegt folglich in der Fähigkeit einzuschätzen, wer am besten in allen Situationen ihren Interessen dienen kann. Halten sie sich ihre Freunde um der Freundschaft willen, aber arbeiten sie mit den Kompetenten und den Könnern. Ihre Feinde hingegen sind eine unerschlossene Goldgrube, die sie auszubeuten lernen müssen. Als Talleyrand, Napoleons Außenminister, 1807 meinte, sein Chef würde Frankreich in den Ruin treiben und die Zeit wäre gekommen, sich gegen ihn zu wenden, wusste er, wie gefährlich es war, sich gegen den Kaiser zu verschwören. Er brauchte einen Partner, einen Verbündeten. Welchem Freund könnte er bei solch einem Vorhaben vertrauen? Er erwählte Joseph Fouché, Leiter der Geheimpolizei, seinen verhasstesten Feind, der ihn sogar schon einmal zu ermorden versucht hatte. Er wusste, dass ihr früherer Hass Gelegenheit für eine emotionale Versöhnung bot. Er wusste, dass Fouché nichts von ihm erwartete, sondern vielmehr zu beweisen versuchen würde, dass er Talleyrands Wahl wert war. Wer etwas zu beweisen hat, versetzt Berge für sie. Schließlich wusste er, dass die Beziehung zwischen Fouché und ihm auf wechselseitigem Eigeninteresse gründen würde und somit nicht von persönlichen Gefühlen getrübt wäre. Die Wahl erwies sich als perfekt. Die Verschwörer schafften es zwar nicht, Napoleon zu stürzen, doch die Verbindung von so mächtigen, aber unwahrscheinlichen Partnern führte dazu, dass nach und nach der Widerstand gegen den Kaiser wuchs. Und von da an hatten Talleyrand und Fouché eine fruchtbare Arbeitsbeziehung. Wann immer sie können, begraben sie das Kriegsbeil und ziehen sie Vorteil daraus, dass sie einen Feind in ihre Dienste nehmen. Wie Lincoln sagte, man vernichtet einen Feind, wenn man ihn zum Freund macht. Während des Vietnamkriegs versuchte eine Gruppe, 1971 vergeblich Henry Kissinger zu entführen. Zu den Verschwörern gehörten unter anderem die Berrigan-Brüder, bekannte Priester und Friedensaktivisten, vier weitere katholische Priester sowie vier Nonnen. Privat und ohne den Geheimdienst oder das Justizministerium zu informieren, arrangierte Kissinger an einem Samstagmorgen ein Treffen mit dreien der angeblichen Kidnapper. Er erklärte seinen Gästen, er würde bis Mitte 1972 den größten Teil der amerikanischen Soldaten aus Vietnam abgezogen haben. Und damit nahm er sie vollständig für sich ein. Sie schenkten ihm ein paar, entführt Kissinger ans Stecker. Einer von ihnen blieb über Jahre hinweg sein Freund und besuchte ihn häufig. Das war keine einmalige List. Mit jenen zusammenzuarbeiten, die nicht seiner Meinung waren, war Kissingers Strategie. Kollegen berichteten, dass er mit seinen Feinden besser zurechtzukommen schien als mit seinen Freunden. Ohne Feinde werden wir faul. Ein Feind im Nacken schärft unseren Verstand, hält uns wach und konzentriert. Manchmal ist es daher besser, Feinde als Feinde zu gebrauchen und sie nicht in Freunde oder Alliierte zu verwandeln. Mao Zetong betrachtete den Konflikt als Schlüsselelement seiner Machtstrategie. 1937 fielen die Japaner in China ein und unterbrachen damit den Bürgerkrieg zwischen Maos Kommunisten und ihren Feinden, den Nationalisten. Weil sie Angst hatten, dass die Japaner sie überrollen könnten, rieten einige kommunistische Führer, den Kampf gegen die Japaner, den Nationalisten zu überlassen und die Zeit zu nutzen, um wieder zu Kräften zu kommen. Mao stimmte dem nicht zu. Die Japaner könnten unmöglich ein so riesiges Land wie China besiegen und für lange Zeit besetzen. Bei ihrem Abzug wären die Kommunisten eingerostet, wenn sie sich ein paar Jahre lang aus allen Kämpfen heraushielten und folglich schlecht darauf vorbereitet, ihren Kampf gegen die Nationalisten wieder aufzunehmen. Gegen einen formidablen Feind wie die Japaner zu kämpfen, wäre hingegen das perfekte Training für den bunt zusammengewürfelten Armeehaufen der Kommunisten. Maos Plan wurde angenommen und er funktionierte. Als sich die Japaner schließlich zurückzogen, verfügten die Kommunisten über eine Kampferfahrung, die ihnen half, die Nationalisten zu besiegen. Ein paar Jahre später wollte ein japanischer Besucher sich bei Mao für den Überfall seines Landes auf China entschuldigen. Mao unterbrach ihn. Sollte nicht vielmehr ich ihnen danken? Ohne einen würdigen Gegner, erklärte er, könne ein Mensch oder eine Gruppe nicht stärker werden? Maos Strategie des konstanten Konflikts umfasste mehrere Schlüsselelemente. Erstens, vergewissern Sie sich, dass Sie auf lange Sicht siegreich sein werden. Nehmen Sie niemals den Kampf gegen jemanden auf, wenn Sie nicht sicher sind, dass Sie ihn schlagen können. Mao wusste, dass die Japaner irgendwann besiegt werden würden. Zweitens, wenn Sie keine offensichtlichen Feinde haben, müssen Sie von Zeit zu Zeit selbst für ein entsprechendes Ziel sorgen, vielleicht sogar einen Freund zu einem Feind machen. Mao wandte diese Taktik immer wieder in der Politik an. Drittens, bedienen Sie sich solcher Feinde, um Ihre Sache in der Öffentlichkeit deutlicher zu definieren. Stellen Sie sie sogar als Kampf des Guten gegen das Böse dar. Mao ermutigte China regelrecht zum Bruch mit der Sowjetunion und zur Opposition gegenüber den Vereinigten Staaten. Ohne klar umrissene Feinde, so glaubte er, hätte sein Volk das Gefühl dafür verloren, was der chinesische Kommunismus bedeutete. Ein scharf definiertes Feindbild ist ein viel stärkeres Argument für Ihre Seite als alle Worte. Regen Sie sich über die Gegenwart eines Feindes niemals auf und lassen Sie sich von ihr auch nicht entmutigen. Mit einem oder zwei erklärten Gegnern sind Sie viel besser dran, als wenn Sie nicht wissen, wer Ihre wahren Feinde sind. Machtmenschen begrüßen Konflikte. Sie bedienen sich Ihrer Feinde, um Ihren Ruhm zu mehren, dass Sie standfeste Krieger sind, auf die man sich in unsicheren Zeiten verlassen kann. Obwohl es im Allgemeinen am besten ist, Arbeit und Freundschaft nicht zu vermischen, gibt es Situationen, in denen ein Freund nützlicher sein kann als ein Feind. Ein Mensch an der Macht hat beispielsweise oft schmutzige Dinge zu erledigen, doch im Interesse des Erscheinungsbilds ist es in der Regel günstiger, wenn andere Menschen das für ihn tun. Freunde sind für solch einen Job oft am besten geeignet, denn dank Ihrer Zuneigung sind Sie bereit, Risiken einzugehen. Und sollten Ihre Pläne aus irgendeinem Grund fehlschlagen, kommt Ihnen der Freund als Sündenbock gelegen. Der Sturz des Favoriten ist ein Trick, den Könige und andere Herrscher häufig angewandt haben. Sie ließen den Fall Ihres engsten Freundes wegen eines Fehlers zu, weil die Öffentlichkeit nicht glauben würde, dass Sie vorsätzlich einen Freund zu diesem Zweck opfern würden. Wenn Sie diese Karte spielen, haben Sie den Freund natürlich für immer verloren. Für die Rolle des Sündenbocks eignet sich daher am besten jemand, der Ihnen nahe steht, aber nicht zu nahe. Schließlich hat man mit Freunden noch das Problem, dass die Grenzen und die Distanz, die die Arbeit erfordert, verwischt werden. Wenn jedoch beide Partner eines Arrangements die im Innewohnenden Gefahren erkennen, kann ein Freund der effektivere Partner sein. Doch dürfen Sie bei solch einer Unternehmung niemals die Wachsamkeit vernachlässigen. Achten Sie ständig auf Anzeichen emotionaler Turbulenzen wie beispielsweise Neid und Undankbarkeit. Nichts im Reich der Macht ist stabil und sogar der allerbeste Freund kann sich in den schlimmsten aller Feinde verwandeln. Gesetz 3 Halte deine Absichten stets geheim. Was heißt das? Verunsichern Sie die Leute und lassen Sie sie im Dunkeln tappen. Enthüllen Sie niemals den Zweck Ihres Handelns. Wenn die anderen keine Ahnung haben, was sie vorhaben, können Sie sich nicht auf die Verteidigung vorbereiten. Bringen Sie sie auf falsche Fährten, vernebeln Sie ihnen den Blick. Wenn die anderen ihre wahren Absichten erkennen, wird es zu spät sein. Teil 1 Locken Sie mit Ködern und Finden die Leute auf falsche Fährten. Wenn an irgendeinem Punkt Ihrer Täuschungsstrategie den anderen der leiseste Verdacht hinsichtlich Ihrer wahren Absichten kommt, ist schon alles verloren. Geben Sie ihnen keine Gelegenheit zu erahnen, was Sie vorhaben. Bringen Sie sie von der richtigen Spur ab, indem Sie mit Finden falsche Fährten legen. Heucheln Sie Aufrichtigkeit, senden Sie mehrdeutige Signale aus, bieten Sie ihnen in die irreführende Lustobjekte an. Unfähig, zwischen dem Echten und dem Falschen zu unterscheiden, können Sie Ihr eigentliches Ziel nicht ausmachen. Die meisten Menschen sind wie ein offenes Buch. Sie sagen, was sie denken, posauen bei jeder Gelegenheit ihre Meinung heraus und geben ständig ihre Pläne und Absichten preis. Das tun sie aus mehreren Gründen. Erstens ist es nun natürlich, dass man über seine Gedanken und Pläne sprechen will. Zweitens glauben viele, dass man mit Ehrlichkeit und Offenheit die Herzen der Menschen gewinnt und seinen guten Charakter offenbart. Sie geben sich Illusionen hin. Ehrlichkeit ist eine stumpfe Waffe, die mehr zerschlägt, als dass sie schneidet. Ihre Ehrlichkeit beleidigt wahrscheinlich die Leute. Viel klüger ist es, mit wohlgesetzten Worten den Leuten das zu sagen, was sie hören wollen und nicht die nackte, hässliche Wahrheit. Mehr noch, wenn sie sich unerschrocken offen geben, machen sie sich so berechenbar und vertraut, dass es fast unmöglich ist, sie zu respektieren oder zu fürchten. Macht wird aber nur dem zuteil, der solche Emotionen wecken kann. Wenn sie nach Macht streben, lassen sie die Ehrlichkeit beiseite und üben sie sich in der Kunst, ihre Absichten zu verbergen. Wenn sie das beherrschen, behalten sie immer die Oberhand. Dieser Strategie liegt ein schlichter Wesenszug des Menschen zugrunde. Instinktiv vertrauen wir immer der äußeren Erscheinung. Wir können nicht ständig die Realität dessen anzweifeln, was wir sehen und hören, ständig zu überlegen, ob hinter den Erscheinungen etwas anderes steckt, erschöpft und erschreckt uns. Das macht es relativ leicht, die eigenen Absichten zu verbergen. Präsentieren sie den Leuten ein Objekt, das sie scheinbar haben wollen, ein Ziel, das sie scheinbar erreichen wollen und sie werden dies für real nehmen. Bei der Verführung schicken sie widersprüchliche Signale aus, Leidenschaft und Gleichgültigkeit etwa und sie werden die anderen nicht nur auf eine falsche Fährte locken, sondern in ihnen das Verlangen wecken, sie zu besitzen. Bei der Strategie der falschen Fährte ist es oft am wirkungsvollsten, anscheinend eine Idee oder Sache zu unterstützen, die in Wirklichkeit ihren eigenen Plänen Konträr ist. Die meisten Menschen werden an einen Sinneswandel ihrerseits glauben, denn es ist sehr ungewöhnlich, dass jemand leichtfertig mit seinen Überzeugungen und Werten spielt. Dasselbe gilt für ein vorgetäuschtes Objekt der Begierde. Wenn sie vorgeben, etwas besitzen zu wollen, das sie überhaupt nicht interessiert, folgen ihre Feinde der falschen Fährte und verkalkulieren sich gründlich. Während des Spanischen Erbfolgekriegs wollte 1711 der Herzog von Marlborough, der englische Feldherr, eine entscheidende französische Festung zerstören, weil sie eine lebenswichtige Passage nach Frankreich hinein schützte. Doch wenn er das tat, wäre den Franzosen klar geworden, was er vorhatte, nämlich diesen Weg zu nehmen. Stattdessen nahm er daher die Festung ein und besetzte sie mit einigen seiner Truppen, sodass es aussah, als benötigte er sie für eigene Zwecke. Die Franzosen griffen die Festung an und der Herzog ließ sie wieder einnehmen. Nachdem die Franzosen sie zurückgewonnen hatten, zerstörten sie sie jedoch, weil sie glaubten, der Herzog hätte sie aus irgendeinem wichtigen Grund benötigt. Die zerstörte Festung machte den Weg frei und Marlborough konnte nach Frankreich einmarschieren. Bedienen sie sich dieser Taktik auf folgende Weise. Verbergen sie ihre Absichten nicht, indem sie sich verschlossen geben, das macht die Leute nur misstrauisch, sondern indem sie pausenlos von ihren Absichten und Zielen erzählen, allerdings nicht den Waren. Damit schlagen sie drei Fliegen auf einen Streich. Sie wirken freundlich, offen und vertrauenswürdig, sie verbergen ihre Absichten und sie schicken ihre Rivalen auf die zeitraubende Jagd nach dem falschen Köder. Eine weitere Methode, falsche Spuren zu legen, ist die geheuchelte Aufrichtigkeit. Nur allzu leicht kaufen die Leute ihnen das als Ehrlichkeit ab. Denken sie daran. Instinktiv vertrauen sie zuerst dem äußeren Erscheinungsbild und weil ihnen Ehrlichkeit etwas bedeutet und sie glauben wollen, dass die Menschen um sie herum ehrlich sind, werden sie kaum an ihnen zweifeln oder ihr Verhalten durchschauen. Wenn sie sich den Anschein geben, dass sie glauben, was sie sagen, gibt das ihren Worten großes Gewicht. So hat Iago Othello getäuscht und vernichtet. Da er tief bewegt war, da er offensichtlich aufrichtig um des Dämoners vermutete Untreue besorgt war, wie konnte Othello ihm misstrauen. Genauso hat auch der berühmte Trickbetrüger Yellowkit Weil gutgläubigen Trotteln das Fell über die Ohren gezogen. Er schien selbst so inbrünstig an den Köder zu glauben, den er ihnen zum Fraß vorwarf, ein Schwindelgeschäft, ein Wetttipp fürs Pferderennen, das an dessen Realität kaum zu zweifeln war. Es ist natürlich wichtig, in dieser Hinsicht nicht zu weit zu gehen. Aufrichtigkeit ist ein schwieriges Feld. Wenn man zu leidenschaftlich agiert, erweckt man Verdacht. Halten Sie Maß und bleiben Sie glaubwürdig, sonst wird Ihre Täuschung entlarvt. Damit Ihre geheuchelte Aufrichtigkeit Ihre wahren Absichten auch effektiv verschleiert, sollten Sie Ihren Glauben an Ehrlichkeit und Geradlinigkeit als wichtige gesellschaftliche Werte herausstellen. Machen Sie das so öffentlich wie möglich. Unterstreichen Sie diese Einstellung, indem Sie gelegentlich eine tief empfundene Überzeugung preisgeben. Natürlich nur eine, die ziemlich unwichtig ist. Napoleons Minister Talleyrand war ein Meister darin, Menschen ins Vertrauen zu ziehen, indem er ihnen ein offenes Geheimnis enthüllte. Dieses geheuchelte Vertrauen, ein Köder, rief dann bei der anderen Person echtes Vertrauen hervor. Denken Sie daran, die besten Täuscher setzen alles daran, ihre schurkischen Qualitäten zu bemänteln. Sie kultivieren die Aura der Ehrlichkeit auf dem einen Gebiet, um ihre Unehrlichkeit auf dem anderen zu verschleiern. Ehrlichkeit ist nur ein weiterer Köder in Ihrem Arsenal. Teil 2 Verhüllen Sie Ihr Vorgehen mit Nebelwänden Täuschung ist immer eine gute Strategie. Am besten aber funktioniert sie, wenn man die Aufmerksamkeit der Leute mit einer Nebelwand vom eigentlichen Zweck ablenkt. Ein unauffälliges Erscheinungsbild, wie das Pokerface, stellt oft eine perfekte Nebelwand dar. Die eigenen Intentionen werden hinter einem angenehmen Äußeren versteckt. Wenn Sie einen gutgläubigen Trottel auf ihm vertrauten Faden führen, wird er nicht merken, dass Sie ihn in die Falle leiten. Wenn Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Opfer erst einmal mit etwas Vertrautem gefesselt haben, werden Sie nicht bemerken, wie Sie hinter Ihrem Rücken getäuscht werden. Das beruht auf einer einfachen Tatsache. Menschen können sich immer nur auf eine Sache auf einmal konzentrieren. Es ist einfach zu schwierig für sie, sich vorzustellen, dass die unauffällige, harmlose Person, mit der Sie es zu tun haben, gleichzeitig noch etwas anderes im Schilde führt. Je grauer und gleichförmiger Ihre Nebelwand ist, desto besser verbirgt sie Ihre Absichten. Mit Täuschungsmanövern und falschen Pferden lenken Sie die Leute aktiv ab. Mit der Nebelwand aber lullen Sie Ihre Opfer ein, sodass Sie ihnen ins Netz gehen. Wegen Ihrer hypnotischen Kraft ist sie oft die beste Methode, die eigenen Ziele zu verbergen. Die einfachste Form der Nebelwand ist der Gesichtsausdruck. Hinter einer verbindlichen, aber undurchdringlichen Mine kann man alles mögliche an Ungemach aushacken, ohne entdeckt zu werden. Die mächtigsten Männer der Geschichte haben dies perfektioniert. Niemandem soll es gelungen sein, aus Franklin D. Roosevelt's Gesichtsausdruck etwas herauszulesen. Baron James Rothschild hat sein Leben lang seine wahren Gedanken hinter einem verbindlichen Lächeln und einem nichtssagenden Äußeren verborgen. Stendhal schrieb über Talleyrand, kein anderes Gesicht hatte so wenig von einem Barometer an sich. Henry Kissinger langweilte seine Gegner am Verhandlungstisch mit seiner monotonen Stimme, seinem unauffälligen Äußeren, seinen endlosen Detailaufzählungen zu Tode. Wenn sie dann glasige Augen hatten, schlug er mit ein paar kühnen Forderungen zu. In ihrer Unaufmerksamkeit überrumpelt, ließen sie sich leicht einschüchtern. Ein Pokerhandbuch erklärt das so. Beim guten Spieler handelt es sich nur selten um einen Schauspieler. Vielmehr übt er sich in einem unauffälligen Verhalten, das ausdeutbare Anzeichen minimiert, die Gegner frustriert und verwirrt und zugleich größere Konzentration erlaubt. Die Nebelwand ist eine sehr anpassungsfähige Methode. Sie lässt sich auf allen möglichen Ebenen praktizieren, wobei stets mit den psychologischen Prinzipien der Ablenkung und Irreführung gearbeitet wird. Eine der effektivsten Nebelwände ist die noble Geste. Die Menschen wollen glauben, dass noble Gesten echt sind, denn das gibt ihnen ein gutes Gefühl. Nur selten merken sie, wie trügerisch solche Gesten sein können. Der Kunsthändler Joseph DeVene stand einst vor einem schrecklichen Problem. Die Millionäre, die so viel für seine Gemälde bezahlt hatten, hatten keinen Platz mehr an den Wänden und da die Erbschaftssteuer immer höher kletterte, schien es unwahrscheinlich, dass sie noch weiterkaufen würden. Die Lösung war die National Gallery of Art in Washington, D.C., die DeVene 1937 ins Leben rief, indem er Andrew Mellon überredete, seine Sammlung dafür zu stiften. Die National Gallery war die perfekte Fassade für DeVene. Mit einer großen Geste sparten seine Klienten Steuern, bekamen an den Wänden Platz für Neuerwerbungen und reduzierten die Zahl der auf dem Markt angebotenen Gemälde, so dass der Aufwärtstrend bei den Preisen stabil blieb. Und bei all dem konnten sich die Spender noch den Anschein öffentlicher Wohltäter geben. Weitere wirkungsvolle Nebelwände sind Verhaltensmuster. Das heißt, dass man mit einer Reihe ähnlicher Aktion die Leute glauben macht, dass man auf dieselbe Weise fortfahren wird. Das Muster spielt mit der Psychologie des Antizipierens. Unser Verhalten folgt immer bestimmten Mustern, so meinen wir jedenfalls. 1878 gründete der Amerikaner Jay Gold, ein skrupelloser Großkapitalist, eine Firma, die das Monopol der Telegrafengesellschaft Western Union bedrohte. Die Direktoren der Western Union beschlossen, Golds Firma aufzukaufen. Sie mussten eine gewaltige Summe hinblättern, aber sie hatten sich, wie sie meinten, einen lästigen Wettbewerber vom Hals geschafft. Ein paar Monate später jedoch war Gold wieder da und beklagte sich, er sei unfair behandelt worden. Er gründete eine zweite Firma, die mit Western Union und ihrer Neuerwerbung konkurrieren würde. Wieder passierte dasselbe. Western Union kaufte sie auf, um sie kaltzustellen. Kurz darauf wiederholte sich das Muster zum dritten Mal. Doch jetzt ging Gold seinen Gegnern an die Kehle. Aus heiterem Himmel inszenierte er eine mörderische, feindliche Übernahme und es gelang ihm, Western Union vollständig unter seine Kontrolle zu bekommen. Er hatte ein Verhaltensmuster etabliert, das die Direktoren der Gesellschaft glauben ließ, sein Ziel wäre es, sich zu angemessenem Preis herauskaufen zu lassen. Nachdem sie ihn bezahlt hatten, entspannten sie sich und es ging ihnen nicht auf, dass er in Wirklichkeit um einen wesentlich höheren Einsatz spielte. Solche Muster entfalten ihre große Wirkung dadurch, dass sie die anderen dazu verleiten, das Gegenteil dessen zu erwarten, was sie eigentlich vorhaben. Eine weitere psychologische Schwäche, dank derer sich mit Nebelwänden arbeiten lässt, ist die Tendenz, die Erscheinung für die Wirklichkeit zu nehmen. Wenn jemand zur eigenen Gruppe zu gehören scheint, muss diese Zugehörigkeit real sein. Dieser Umstand macht das nahtlose Verschmelzen zu einem sehr wirkungsvollen Täuschungsmanöver. Der Trick ist simpel. Verschmelzen sie einfach mit den Leuten um sie herum. Je besser ihnen das gelingt, desto unverdächtiger werden sie. Während des Kalten Kriegs der 50er und 60er Jahre gab, wie wir heute wissen, eine Bande britischer Beamter Geheimnisse den Sowjetspreis. Jahrelang blieben sie unentdeckt, weil sie offensichtlich anständige Burschen waren, die richtigen Schulen besucht hatten und sich perfekt dem Netzwerk alter Kumpel einfügten. Das Verschmelzen ist die ideale Nebelwand für Spionage. Je besser es ihnen gelingt, desto besser können sie ihre Absichten verbergen. Denken sie daran. Es erfordert Geduld und Demut, seine brillanten Farben zu dämpfen, die Maske des Unverdächtigen zu tragen. Verzweifeln sie nicht daran, eine so langweilige Maske tragen zu müssen. Oft ist es gerade ihre Undurchsichtigkeit, die die Leute anziehen finden und sie als einen Menschen mit Macht dastehen lässt. Keine Nebelwand, kein Köder und auch kein anderes Ablenkungsmanöver kann ihre Absichten wirkungsvoll verbergen, wenn sie bereits als Betrüger bekannt sind. Je älter sie werden und je mehr Erfolg sie haben, desto schwieriger dürfte es für sie werden, ihre Listen zu verschleiern. Jeder weiß, dass sie mit Täuschungen arbeiten. Spielen sie stur weiter den Naiven, laufen sie Gefahr, als der übelste Heuchler dazustehen und ihr Aktionsradius wird erheblich eingeschränkt. In diesem Fall ist es besser, alles zuzugeben, um als der ehrliche Gauner oder besser noch, als der reuige Gauner zu erscheinen. Dann werden sie nicht nur ob ihrer Offenheit bewundert, sondern können auch, und das ist besonders großartig und merkwürdig, ihre Tricks fortsetzen. Als P. T. Barnum, der König der Schwindler, im 19. Jahrhundert älter wurde, fand er sich mit seinem Ruf als großer Täuscher ab. Einmal organisierte er in New Jersey eine Büffeljagd inklusive Indianern und ein paar herangeschafften Büffeln. Er hatte die Jagd als echt angekündigt, doch als sich herausstellte, dass sie komplett inszeniert war, reagierte das Publikum nicht etwa verärgert und verlangte sein Geld zurück, sondern war höchst amüsiert. Es wusste, dass Barnum immer zu Tricks griff. Das war das Geheimnis seines Erfolgs. Deshalb liebte man ihn. Barnum zog die Lehre aus diesem Vorfall, hörte auf, seine Täuschungen zu verschleiern und enthüllte sie sogar in seiner Autobiografie. Wie Kierkegaard schrieb, die Welt will betrogen sein. Auch wenn es klüger ist, mit einer langweiligen, vertrauten Szenerie von seinen Zielen abzulenken, so gibt es doch Momente, in denen die farbenprächtige, auffallende Geste die richtige Ablenkungstaktik darstellt. Die großen europäischen Quacksalber des 17. und 18. Jahrhunderts benutzten Komik und Unterhaltung, um ihr Publikum zu täuschen. Geblendet von der großen Show erkannten die Zuschauer nicht die wahren Absichten des Quacksalbers. Er selbst fuhr etwa in einer Nachtschwarzen Kutsche vor, gezogen von schwarzen Pferden. Possenreißer, Seiltänzer und andere begabte Unterhalter begleiteten ihn, um die Leute anzulocken, denen er seine Elixiere und Arzneien vorführen wollte. Der Quacksalber sorgte dafür, dass es so aussah, als ginge es bei dem Geschäft um Unterhaltung, doch das wahre Geschäft war der Verkauf von Elixieren und Arzneien. Show und Unterhaltung sind zweifellos gute Mittel, ihre Absichten zu verbergen. Aber sie lassen sich nicht endlos anwenden. Das Publikum wird ihrer irgendwann müde, langweilt sich und kapiert schließlich den Trick. Deshalb mussten die Quacksalber rasch weiterziehen, ehe es sich herumgesprochen hatte, dass die Arzneien nutzlos waren und die Showeinlagen bloße Tricks. Die Machtmenschen mit der langweiligen Fassade können dagegen ihre Täuschungen ein Leben lang am selben Ort einsetzen. Ihre Inszenierung verschleißt sich nicht und weckt selten Verdacht. Die farbenprächtige Nebelwand sollten Sie also vorsichtig und nur im richtigen Moment einsetzen. Gesetz 4 Sage immer weniger als nötig Was heißt das? Versuchen Sie nicht, Menschen mit vielen Worten zu beeindrucken. Je mehr Sie reden, desto durchschnittlicher und machtloser wirken Sie. Selbst wenn Sie nur Banales sagen, wirkt es origineller, wenn Sie es mit Andeutungen, offenem Schluss, kryptisch tun. Mächtige Menschen beeindrucken und schüchtern ein, indem Sie wenig sagen. Je mehr Sie reden, desto eher wird Ihnen eine Dummheit herausrutschen. Macht ist in vieler Hinsicht ein Spiel mit der äußeren Erscheinung. Und wenn Sie weniger als nötig sagen, wirken Sie unvermeidlich größer und mächtiger als Sie sind. Ihr Schweigen wirkt auf andere beunruhigend. Menschen sind Maschinen, die nach Interpretationen und Erklärungen verlangen. Sie müssen wissen, was Sie denken. Wenn Sie sorgfältig abwägen, was Sie preisgeben, können andere Ihre Absichten oder Ihre Ansichten nicht durchdringen. Mit kurzen Antworten und Stillschweigen treiben Sie sie in die Defensive. Und bereitwillig nehmen Sie die Rolle an. Nervös füllen Sie die Stille mit allen möglichen Kommentaren, die Ihnen Ihre Schwächen und wertvolle Informationen über Sie enthüllen. Nach einer Unterredung mit Ihnen haben Sie das Gefühl, als hätte man Sie ausgeraubt. Und Sie werden heimgehen und über jedes einzelne Wort von Ihnen nachdenken. Diese vermehrte Aufmerksamkeit, die Ihren knappen Kommentaren zuteil wird, verstärkt nur Ihre Macht. Weniger als nötig zu sagen, gilt nicht nur für Könige und Staatsmänner. In den meisten Lebensbereichen wirkt man umso scharfsinniger und unergründlicher, je weniger man sagt. Als junger Mann entdeckte der Künstler Andy Warhol, dass es in der Regel unmöglich ist, andere mit Worten dazu zu bringen, das zu tun, was man von ihnen will. Sie wenden sich gegen einen, unterminieren die eigenen Wünsche und gehorchen aus schierer Bockigkeit nicht. Einem Freund sagte er einmal, ich lernte, dass man wirklich mehr Macht hat, wenn man den Mund hält. Im späteren Leben bediente sich Warhol mit großem Erfolg dieser Strategie. Seine Interviews waren Exerzitien des Orakelns. Er sagte etwas Vages und Mehrdeutiges und der Interviewer drehte sich mit seinen Versuchen, die Bedeutung herauszufinden im Kreis, weil er glaubte, hinter diesen oft bedeutungslosen Phrasen müsste etwas Profundes stecken. Warhol sprach kaum über seine Arbeit. Das Interpretieren überließ er anderen. Angeblich erlernte er diese Technik vom Meister des Geheimnisvollen, Marcel Duchamp, einem anderen Künstler des 20. Jahrhunderts, dem schon früh aufging, dass die Leute umso mehr über seine Werke sprachen, je weniger er darüber erzählte. Und je mehr sie redeten, desto wertvoller wurden seine Werke. Indem sie wenig als nötig sagen, geben sie sich den Anschein von Größe und Macht. Je weniger sie reden, desto weniger riskieren sie auch, etwas Dummes, vielleicht Gefährliches zu äußern. 1825 bestieg ein neuer Zar, Nikolaus I., den russischen Thron. Unmittelbar darauf brach ein Aufstand aus, der von Liberalen angeführt wurde, welche verlangten, das Land zu modernisieren. Seine Industrien und seine staatlichen Strukturen müssten zum restlichen Europa aufschließen. Brutal schlug Nikolaus I. diese Rebellion nieder, den Dekabristenaufstand. Fünfte Anführer wurden zum Tode verurteilt. Am Tag der Hinrichtung stand einer von ihnen, Kondrati Rölejev, mit der Schlinge um den Hals unter dem Galgen. Die Falltür öffnete sich, doch der Strick riss und Rölejev stürzte zu Boden. Damals hielt man solche Vorkommnisse für ein Zeichen der Vorhersehung oder des göttlichen Willens. Und ein Mensch, der auf diese Weise der Hinrichtung entging, wurde in der Regel begnadigt. Als Rölejev übel zugerichtet und verdreckt wieder auf die Beine kam, glaubte er seinen Kopf gerettet. Und er rief der Menge zu, seht ihr, in Russland können sie gar nichts richtig machen, noch nicht einmal einen Strick drehen. Sofort eilte ein Bote mit der Nachricht von der fehlgeschlagenen Hinrichtung ins Winterpalais. Nikolaus I. war über diese unerwartete Wendung verärgert, unterzeichnete aber nichtsdestotrotz die Begnadigung. Doch dann fragte der Zar den Boten, hat Rölejev nach diesem Wunder irgendetwas gesagt? Majestät, antwortete der Bote. Er sagte, dass man in Russland dort nicht einmal wisse, wie man einen Strick dreht. In diesem Fall, erklärte der Zar, wollen wir ihm das Gegenteil beweisen. Er zerriss die Begnadigung. Am folgenden Tag wurde Rölejev erneut zum Galgen geführt. Diesmal riss der Strick nicht. Lernen Sie diese Lektion. Wenn die Worte erst einmal heraus sind, können Sie sie nicht wieder zurücknehmen. Also halten Sie sie unter Kontrolle. Seien Sie mit Sarkasmen besonders vorsichtig. Die momentane Befriedigung, die Sie mit Ihrem beißenden Worten entlangen, wiegt nicht den Preis auf, den Sie dafür zahlen müssen. Zu schweigen ist gelegentlich unklug. Schweigen kann Verdacht erwecken und Unsicherheit hervorrufen, vor allem bei Ihren Vorgesetzten. Ein vager oder mehrdeutiger Kommentar kann Interpretationen provozieren, mit denen Sie nicht gerechnet haben. Folglich sollten Sie nur mit Umsicht und in den richtigen Situationen schweigen und weniger als nötig sagen. Gelegentlich ist es klüger, den Hofnarren nachzuahmen, der den Dummen spielt, aber weiß, dass er schlauer ist als der König. Er redet und redet und unterhält die Leute und keiner hegt den Verdacht, dass er mehr ist als bloß ein Narr. Auch können Worte gelegentlich als eine Art Nebelwand bei Täuschungsstrategien dienen. Indem Sie Ihre Zuhörer mit Worten überschütten, können Sie sie ablenken und Ihre Aufmerksamkeit fesseln. Je mehr Sie reden, desto unverdächtiger werden Sie in Ihren Augen. Ihr Wortschwall wird nicht als List und Manipulation wahrgenommen, sondern als hilflos und naiv. Das ist die Umkehrung der Politik des Schweigens, wie Sie die Mächtigen anwenden. Indem Sie mehr reden und sich schwächer und weniger intelligent als in Wirklichkeit geben, können Sie die anderen umso leichter täuschen. Gesetz 5. Ohne einen guten Ruf geht nichts. Schütze ihn mit allen Mitteln. Was heißt das? Tadellose Reputation ist ein Eckpfeiler der Macht. Schon durch Ansehen können Sie einschüchtern und gewinnen. Schwindet es jedoch, sind Sie verwundbar und Sie werden von allen Seiten angegriffen. Machen Sie Ihren Ruf unanfechtbar. Achten Sie stets auf mögliche Attacken und vereiteln Sie sie rechtzeitig. Untergraben Sie gleichzeitig das Ansehen Ihrer Gegner, um sie zu vernichten. Sehen Sie gelassen zu, wie die Öffentlichkeit Sie richtet. Die Menschen um uns herum, sogar unsere engsten Freunde, werden bis zu einem gewissen Grad immer mysteriös und unergründlich bleiben. In ihrem Charakter gibt es dunkle Winkel, die sie niemals zu erkennen geben. Über die Unergründlichkeit anderer zu lange nachzudenken, wäre hinderlich, denn das würde es uns unmöglich machen, andere Menschen einzuschätzen. Also ignorieren wir diese Tatsache lieber und beurteilen die Menschen nach ihrem Äußeren, nach dem, was uns klar vor Augen liegt. Kleidung, Gesten, Worte, Taten. Lassen Sie sich niemals zu dem Irrglauben verleiten, dass die Menschen im Umgang miteinander ihr Urteil auf etwas anderes stützen würden als auf die äußere Erscheinung. Ein kleiner Ausrutscher, eine ungünstige oder zu plötzliche Veränderung Ihres Erscheinungsbilds kann sich als verheerend erweisen. Das ist der Grund für die überragende Bedeutung, die dem guten Ruf zukommt, den sie selbst erschaffen und erhalten müssen. Ein hohes Ansehen wird sie beim gefährlichen Spiel der Erscheinungsbilder schützen. Denn es lenkt den forschenden Blick der anderen von dem ab, was sie in Wirklichkeit sind. Und das gibt ihnen im gewissen Umfang die Kontrolle darüber, wie die Welt sie einschätzt, eine machtvolle, erstrebenswerte Position. Dem Ruf wohnt eine Kraft wie der Magie inne. Mit einem Streich seines Zauberstabs kann sich ihre Stärke verdoppeln. Doch er kann die Leute auch dazu bringen, vor ihnen zurückzuschrecken. Ob ein und dieselbe Tat als brillant oder abscheulich erscheint, kann einzig und allein vom Ruf des Täters abhängen. Am Hof des alten chinesischen Wei-Reichs lebte ein Mann namens Mi-Zu Sia, der in dem Ruf äußerster Kultiviertheit und Güte stand. Er wurde zum Favoriten des Herrschers. In Wei besagte ein Gesetz, wer heimlich in der Karosse des Herrschers fährt, dem sollen die Füße abgehackt werden. Als aber Mi-Zu Sias Mutter erkrankte, benutzte er die königliche Kutsche, um zu ihr zu eilen, wobei er vorgab, der Herrscher hätte ihm die Erlaubnis dazu gegeben. Als der Herrscher davon erfuhr, sagte er, wie pflichtbewusst ist doch Mi-Zu Sia. Um seiner Mutter willen vergaß er sogar, dass er ein Verbrechen beging, das ihm seine Füße kosten könnte. Ein andermal gingen die beiden in einem Obstgarten spazieren. Mi-Zu Sia nahm sich einem Pfirsich, den er nicht aufessen konnte, und er gab dem Herrscher die andere Hälfte. Jener bemerkte, du liebst mich so sehr, dass du sogar den Geschmack deines eigenen Speichels vergisst und mich den Rest des Pfirsichs essen lässt? Später jedoch streuten neidische Mithöflinge das Gerücht, Mi-Zu Sia sei in Wirklichkeit verschlagen und arrogant und schädigten mit Erfolg seinen Ruf. Der Herrscher sah ihn jetzt in einem neuen Licht. Dieser Bursch ist einmal in meiner Kutsche gefahren und tat so, als wäre es auf mein Geheiß, erzählte er den Höflingen verärgert. Und bei einer anderen Gelegenheit gab er mir einen halb aufgegessenen Pfirsich. Für dieselben Handlungen, die dem Herrscher gefallen hatten, solange er noch sein Favorit war, wurde Mi-Zu Sia nun bestraft. Das Schicksal seiner Füße hing einzig davon ab, wie gut sein Ruf war. Zunächst müssen sie daran arbeiten, ihren Ruf auf eine herausragende Qualität zu gründen, sei es Großzügigkeit oder Ehrlichkeit oder Schleue. Diese Qualität hebt sie aus der Masse und bringt andere Menschen dazu, über sie zu sprechen. Dann sorgen sie dafür, dass ihr Ruf so vielen Menschen wie möglich bekannt wird, allerdings subtil. Bauen sie nach und nach auf dem festen Fundament auf. Anschließend können sie zusehen, wie er sich wie ein Buschfeuer verbreitet. Ein solider Ruf steigert ihre Präsenz und unterstreicht ihre Stärken, ohne dass sie allzu viel Energie darauf verwenden müssen. Er kann auch eine Aura um sich schaffen, die Respekt erheischt, ja, sogar Furcht. Der deutsche General Erwin Rommel, der im Zweiten Weltkrieg in der nordafrikanischen Wüste kämpfte, war bekannt für seine Schleue und die Täuschungsmanöver, die seine Gegner in Angst und Schrecken versetzten. Selbst als seine Truppen geschwächt waren und die Briten fünfmal mehr Panzer besaßen als er, wurden noch ganze Städte evakuiert, wenn bekannt wurde, dass er sich näherte. Der Ruf eilt einem voraus, sagt man, und wenn er Respekt erheischt, ist ein Großteil ihrer Arbeit bereits getan, ehe sie die Bühne betreten oder auch nur ein einziges Wort sagen. Ihr Erfolg scheint von ihren vergangenen Triumphen vorherbestimmt. Der Erfolg von Henry Kissingers Shuttle-Diplomatie beruhte auf seinem Ruf, er könnte gut Differenzen ausbügeln. Keiner wollte als so unvernünftig erscheinen, dass selbst ein Kissinger sich nicht auf ihn zubewegen würde. Ein Friedensvertrag galt schon lange als fait accompli, sobald jemand Kissingers Namen in die Verhandlungen einbrachte. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Ruf einfach und klar ist, und gründen Sie ihn auf eine gediegene Qualität. Diese eine Qualität, Effizienz beispielsweise oder Verführungskunst, wird zu einer Art Visitenkarte, die Ihre Gegenwart ankündigt und anderen Ihren Bann schlägt. Haben Sie den Ruf der Ehrlichkeit, können Sie sich alle möglichen Täuschungsmanöver erlauben. Casanova bediente sich seines Rufs als großer Verführer, um sich den Weg zu seinen zukünftigen Eroberungen zu ebnen. Frauen, die von seinen Fähigkeiten gehört hatten, wurden überaus neugierig und wollten selbst herausfinden, was ihn als Liebhaber so erfolgreich machte. Möglicherweise aber hat Ihr guter Ruf bereits einige Schrammen abbekommen, sodass es Ihnen unmöglich ist, sich einen neuen aufzubauen. In solchen Fällen ist es klug, sich mit jemandem zusammenzutun, dessen Image Ihr eigenes Konter kariert, dessen guten Namen Sie nutzen können, um Ihren eigenen reinzuwaschen und aufzuwerten. Aus eigener Kraft den Ruf der beispielsweise Unehrlichkeit loszuwerden ist schwer. Doch ein Ausbund an Ehrlichkeit kann helfen. Als P.T. Barnum sich des Hofs entledigen wollte, er verbreite vulgäres Entertainment, holte er die Sängerin Jenny Lindt aus Europa. Sie hatte eine markllose, erstklassige Reputation und ihre Amerika-Tour, die Barnum unterstützte, verbesserte sein eigenes Image erheblich. Genauso standen die amerikanischen Großkapitalisten des 19. Jahrhunderts in dem Ruf, grausam und böswillig zu sein. Erst als die Kunst zu sammeln begannen und Namen wie Morgan oder Frick fortan mit Namen wie Da Vinci oder Rembrandt in Verbindung gebracht wurden, konnten Sie Ihr negatives Image nach und nach ablegen. Der gute Ruf ist ein Schatz, den man umsichtig aufbauen und pflegen muss. Vor allem, wenn Sie sich ihn erstmals erwerben, müssen Sie ihn aufs Strengste behüten und alle möglichen Attacken darauf antizipieren. Ist er erst einmal gefestigt, lassen Sie sich von den Verleumdungen Ihrer Feinde nicht verärgern oder in die Defensive drängen. Das zeigt Unsicherheit, kein Vertrauen in Ihre Reputation. Setzen Sie sich stattdessen aufs hohe Ross und lassen Sie nie den Eindruck aufkommen, Sie müssten sich verzweifelt verteidigen. Andererseits ist ein Angriff auf den Ruf eines anderen Mannes eine potente Waffe, vor allem wenn Sie weniger Macht haben als er. In solch einer Schlacht hat er mehr zu verlieren und Ihre eigene, ach so bescheidene Reputation bietet ihm nur ein kleines Ziel, wenn er zurückzufeuern versucht. Barnum hat zu Beginn seiner Karriere solche Methoden höchst effizient eingesetzt. Diese Strategie muss man aber mit Fingerspitzengefühl verfolgen. Sie dürfen nicht den Eindruck erwecken, kleinlichen Rachegelüsten nachzugeben. Wenn Sie den Ruf Ihres Feindes nicht clever ruinieren, werden Sie unvermeidlich Ihren eigenen schädigen. Thomas Edison, den man für jenen Erfinder hält, der die Elektrizität nutzbar machte, glaubte, elektrische Systeme würden nur dann funktionieren, wenn man sie auf Gleichstrom aufbaue. Als der serbische Wissenschaftler Nikola Tesla offenbar ein Wechselstromsystem zum Laufen gebracht hatte, tobte Edison. Er versuchte Teslas Ruf zu ruinieren, indem er die Öffentlichkeit glauben machen wollte, dass Wechselstromsysteme per se unsicher seien und Tesla unverantwortlich handele, wenn er sie befürworte. Zu diesem Zweck nahm er alle möglichen Haustiere und exekutierte sie mittels Wechselstrom. Als das noch nicht reichte, brachte er die Justizbehörden des Staates New York dazu, 1890 die erste Hinrichtung mittels Elektrizität vorzunehmen, und zwar mit Wechselstrom. Doch Edison hatte seine vorangegangenen Experimente alle mit kleinen Tieren gemacht. Der Strom war zu schwach. Der Mann wurde nur halb umgebracht. Die vielleicht grausamste staatlich angeordnete Exekution des Landes musste wiederholt werden, ein abscheuliches Schauspiel. Obwohl auf lange Sicht Edisons Name weiterstrahlte, hat damals sein eigener Ruf unter seiner Kampagne mehr gelitten als der Teslas. Er machte einen Rückzieher. Daraus lässt sich die einfache Lehre ziehen. Gehen Sie bei Attacken wie dieser niemals zu weit, denn dadurch lenken Sie mehr Aufmerksamkeit auf Ihre eigene Rachsucht als auf die Person, die Sie verleumden wollen. Ist Ihr eigener Ruf gefestigt, verwenden Sie subtilere Strategien, wie die Satire oder das Lächerlichmachen, um Ihren Opponenten zu schwächen, während Sie sich selbst als charmanten Schelm darstellen? Der mächtige Löwe spielt mit der Maus, die seinen Weg kreuzt. Alles andere würde seinen furchteinflößenden Ruf beschädigen. Eine Umkehrung dieses Gesetzes ist nicht möglich. Der Ruf ist entscheidend. Da gibt es keine Ausnahme. Vielleicht erwerben Sie sich, weil Sie sich nicht darum kümmern, was andere über Sie denken, den Ruf der Anmaßung und auch ganz. Doch auch das kann ein wertvolles Image sein. Oscar Wilde hat großen Nutzen daraus gezogen. Weil wir in Gesellschaft leben müssen und von den Meinungen anderer abhängen, gewinnen wir nichts dadurch, dass wir unseren Ruf vernachlässigen. Wenn es Ihnen egal ist, wie Sie wahrgenommen werden, lassen Sie zu, dass andere über Sie entscheiden. Seien Sie Herr Ihres Schicksals und auch Ihres Rufs. Gesetz 6 Mach um jeden Preis auf Dich aufmerksam Was heißt das? Alles wird nach seinem Äußeren beurteilt. Was man nicht sieht, zählt nicht. Sorgen Sie dafür, dass Sie niemals in der Menge verschwinden oder übersehen werden. Heben Sie sich ab. Fallen Sie um jeden Preis auf. Ziehen Sie die Aufmerksamkeit auf sich, indem Sie sich größer, interessanter und geheimnisvoller machen als die graue Masse. Teil 1 Schmücken Sie Ihren Namen mit Sensationen oder Skandalen. Schaffen Sie sich ein unvergessliches, ja sogar kontroverses Image, um die Aufmerksamkeit auf Ihre Person zu lenken. Buhlen Sie um den Skandal. Tun Sie alles, damit Sie hervorstechen und glänzender dastehen als Ihre Umgebung. Kümmern Sie sich nicht darum, was die Aufmerksamkeit auslöst. Jede Form der Beachtung wird Ihnen Macht bringen. Es ist besser, verleumdet und angegriffen, als übersehen zu werden. Heller zu leuchten als die anderen um Sie herum, ist eine Fertigkeit, die keinem angeboren ist. Sie müssen es lernen, die Aufmerksamkeit so zuverlässig auf sich zu lenken, wie ein Magnet Eisenspäne anzieht. Am Anfang Ihrer Karriere sollten Sie Ihren Namen und Ihren Ruf mit einem Merkmal, einem Image verknüpfen, das Sie von anderen Leuten unterscheidet. Dieses Image kann so etwas sein wie ein charakteristischer Kleidungsstil oder ein Persönlichkeitszug, der die Leute amüsiert und über den man spricht. Sobald das Image etabliert ist, sind Sie eine Erscheinung, haben Sie für Ihren Stern einen Platz am Himmel. Zu glauben, Ihre besondere Erscheinung dürfe nicht zum Widerspruch reizen und Kritik sei etwas Schlechtes, ist ein weit verbreiteter Irrtum. Nichts entspricht weniger der Wahrheit. Damit Sie keine Eintagspflege bleiben und Ihre Bekanntheit nicht von der anderer überlagert wird, muss es Ihnen egal sein, welche Art von Aufmerksamkeit Sie erregen. Letztlich wird jede Form zu Ihrem Vorteil sein. Barnum begrüßte, wie erwähnt, persönliche Angriffe und sah keine Notwendigkeit, sich zu verteidigen. Er pflegte bewusst sein Image als Hochstapler. Zum Hof Ludwig XIV. gehörten viele begabte Schriftsteller, Künstler, große Schönheiten, Männer und Frauen mit unbestreitbaren Talenten. Doch über keinen wurde so viel gesprochen wie über den einzigartigen Duc de Lausanne. Der Herzog war klein, fast zwergenhaft und neigte zu einem äußerst anmaßenden Benehmen. Er schlief mit der Mätresse des Königs und beschimpfte nicht nur andere Höflinge, sondern sogar den König selbst in aller Öffentlichkeit. Doch Ludwig war so entzückt von den Überspanntheiten des Herzogs, dass er es nicht ertog, wenn jener sich nicht am Hofe aufhielt. Es war ganz einfach. Der außergewöhnliche Charakter des Herzogs zog die Aufmerksamkeit an. Und sobald er die Leute in seinem Bann geschlagen hatte, wollten sie um keinen Preis mehr auf seine Gegenwart verzichten. Die Gesellschaft verlangt nach überlebensgroßen Figuren, nach Leuten, die sich vom allgemeinen Mittelmaß abheben. Haben sie deshalb keine Angst vor Qualitäten, die sie von anderen unterscheiden, und lenken sie die Aufmerksamkeit auf sich. Pflegen sie die Kontroverse, sogar den Skandal. Es ist besser angegriffen und sogar verleumdet, als ignoriert zu werden. Jedes Gewerbe wird von diesem Gesetz bestimmt, und alle Profis müssen auch ein wenig von einem Schausteller an sich haben. Der große Wissenschaftler Thomas Edison wusste, dass er, um Gelder aufzutreiben, um jeden Preis im Blickfeld der Öffentlichkeit bleiben musste. Fast ebenso wichtig wie die Erfindungen selbst war die Art und Weise, wie er sie der Öffentlichkeit präsentierte und Aufmerksamkeit erregte. Um seine Entdeckungen zur Elektrizität vorzustellen, erdachte Edison visuell faszinierende Experimente. Oder er sprach von künftigen Erfindungen, die zu seiner Zeit utopisch erschienen. Roboter oder Geräte, die Gedanken im Bild festhalten könnten. Und auf die er keinerlei Energie zu verschwenden gedachte, aber das hielt ihn im Gespräch. Er setzte alles daran, um mehr Aufmerksamkeit zu erlangen, als sein großer Rivale Nikola Tesla, der möglicherweise viel besser war als Edison, aber dessen Name weit weniger bekannt war. 1915 ging das Gerücht, Edison und Tesla sollten in jenem Jahr zusammen den Nobelpreis für Physik bekommen. Doch der Preis ging schließlich an zwei englische Physiker. Erst später stellte sich heraus, dass sich das Nobelpreiskomitee tatsächlich mit Edison in Verbindung gesetzt hatte. Doch der hat es abgelehnt, den Preis mit Tesla zu teilen. Zu jener Zeit war sein Ruhm weitaus gesicherter als der von Tesla. Und deshalb verzichtete er lieber auf die Ehre, als seinem Rivalen selbst die Aufmerksamkeit zuzugestehen, die ein geteilter Preis bewirkt hätte. Befinden Sie sich in einer untergeordneten Position, die Ihnen wenig Möglichkeit bietet, Aufmerksamkeit zu erregen, ist es ein wirkungsvoller Trick, die am stärksten im Rampenlicht stehende, berühmteste und mächtigste Person anzugreifen, die Sie finden können. Als Pietro Aretino, ein junger römischer Diener anfangs des 16. Jahrhunderts, als Dichterbeachtung finden wollte, veröffentlichte er eine Reihe von satirischen Gedichten, mit denen er den Papst und dessen Vorliebe für einen Elefanten lächerlich machte. Der Angriff rückte Aretino sofort ins Blickfeld der Öffentlichkeit. Jeder verleumderische Angriff auf einen Mächtigen hat denselben Effekt. Vergessen Sie aber nicht, dass Sie diese Taktik sparsam anwenden müssen, sobald Sie die öffentliche Aufmerksamkeit erlangt haben, denn dann kann sie sich verschleißen. Wenn Sie einmal im Rampenlicht stehen, müssen Sie beständig durch andere und wechselnde Methoden neue Aufmerksamkeit zu erlangen suchen. Tun Sie das nicht, langweilt sich das Publikum, nimmt sie als gegeben hin und wendet sich einem neuen Star zu. Das Spiel erfordert ständige Wachsamkeit und Kreativität. Pablo Picasso ließ nie zu, dass er im Hintergrund verschwand. Wenn sein Name zu sehr mit einem bestimmten Stil in Verbindung gebracht wurde, schockierte er sein Publikum absichtlich mit einer neuen Serie von Bildern, die allen Erwartungen widersprachen. Teil 2 Schaffen Sie eine Aura des Geheimnisvollen In einer Welt, die zunehmend banaler und vertrauter wird, erlangt das, was rätselhaft wirkt, sofort Aufmerksamkeit. Machen Sie niemals deutlich, was Sie tun oder vorhaben. Zeigen Sie nicht alle Ihre Karten. Ein Anflug von Geheimnis erhöht Ihre Präsenz und schafft zudem Erwartung. Jeder wird Sie beobachten, um zu sehen, was als nächstes passiert. Nutzen Sie das Geheimnis, um zu betören, zu verführen und sogar um zu ängstigen. Früher war die Welt voll mit Schrecklichem und Unbekanntem. Krankheiten, Katastrophen, launenhaften Despoten, dem Geheimnis des Todes an sich. Was wir nicht verstanden, wurde mit Mythen und Geistern in Verbindung gebracht. Im Lauf der Jahrhunderte ist es uns durch Wissenschaft und Logik gelungen, Licht in das Dunkel zu bringen. Was geheimnisvoll und verboten war, ist gewohnt und beruhigend geworden. Doch das Licht hat seinen Preis. In einer Welt, die immer banaler wird, der ihre Geheimnisse und Mythen entrissen wurden, sehnen wir uns insgeheim nach Rätseln, Menschen oder Dingen, die sich nicht sofort erklären, packen und konsumieren lassen. Das ist die Macht des Geheimnisvollen. Es lädt zur vielschichtigen Interpretation ein, entzündet unsere Fantasie, verführt uns zu dem Glauben, es würde etwas Wunderbares verbergen. Die Welt ist so bekannt und ihre Bewohner sind so berechenbar geworden, dass alles, was sich mit einem Geheimnis umgibt, nahezu zwangsläufig ins Rampenlicht rückt und unser Interesse findet. Glauben Sie nicht, dass Sie großartig und ehrfurchtgebetend sein müssen, um eine Aura des Geheimnisvollen zu schaffen. Ein Geheimnis, das nicht vordergründig und in Ihr ganz alltägliches Verhalten eingebunden ist, hat ein viel größeres Potenzial, Aufmerksamkeit zu wecken und zu fesseln. Vergessen Sie nicht, die meisten Menschen sind geradlinig. Können wie ein offenes Buch gelesen werden, geben sich wenig Mühe, ihre Worte oder ihr Image zu kontrollieren und sind unendlich berechenbar. Indem Sie sich einfach zurückhalten, schweigen, gelegentlich eine mehrdeutige Phrase murmeln, mit voller Absicht widersprüchlich erscheinen und auf sehr subtile Weise merkwürdig reagieren, werden Sie eine Aura des Geheimnisses hervorbringen. Die Menschen um Sie herum werden diese Aura vergrößern, indem sie beständig versuchen, sie zu interpretieren. Künstler wie Meister der Hochstapelei wissen um die entscheidende Verbindung, die zwischen dem Geheimnisvollen und dem Wecken von Aufmerksamkeit besteht. Graf Viktor Lustig, der große Aristokrat unter den Schwindlern, trieb dieses Spiel zur Perfektion. Immer tat er Dinge, die anders waren oder keinen Sinn zu ergeben schienen. Er pflegte beispielsweise vor dem besten Hotel am Platze, in einer Limousine mit einem japanischen Chauffeur vorzufahren. Niemand hatte je einen japanischen Chauffeur gesehen, also wirkte das exotisch und merkwürdig. Lustig kleidete sich sehr erlesen, fügte aber immer eine Kleinigkeit hinzu. Eine Medaille, eine Blume, ein Armband, die nicht ganz stimmig war, jedenfalls in konventioneller Hinsicht. Das wurde nicht als geschmacklos gewertet, sondern als merkwürdig und faszinierend. In den Hotels empfing er anscheinend stündlich Telegramme. Eines nach dem anderen brachte ihm sein japanischer Chauffeur und lustig öffnete sie mit äußerster Nonchalance. Natürlich waren sie gefälscht, es stand kein Wort auf dem Papier. Im Restaurant saß er allein am Tisch, las in einem dicken, bedeutsam wirkenden Buch, lächelte andere an und blieb doch für sich. Selbstverständlich brummte binnen weniger Tage das gesamte Hotel vor Neugier ob dieses seltsamen Mannes. Dank dieser Aufmerksamkeit konnte Lustig seine Opfer mit Leichtigkeit anlocken. Sie buhlten um sein Vertrauen und um seine Gesellschaft. Jeder wollte mit diesen geheimnisvollen Aristokraten gesehen werden. Und angesichts dieses verwirrenden Rätsels merken sie nicht einmal, dass sie betrogen wurden. Jede Aura von Geheimnis kann dem Mittelmäßigen als klug und tiefsinnig erscheinen lassen. Sie ließ Martha Hari, eine Frau von durchschnittlicher Erscheinung und Intelligenz, wie eine Göttin wirken, ihren Tanz als von den Himmeln inspiriert. Eine Aura von Geheimnis, die Künstler umgibt, macht ihre Arbeit sofort faszinierender. Marcel Duchamp wendete diesen Trick mit großem Erfolg an. Und er ist so einfach. Sagen Sie wenig über Ihre Arbeit, fügen Sie provokante und sogar widersprüchliche Kommentare hinzu und lehnen Sie sich dann zurück und überlassen Sie es den anderen, einen Sinn daraus zu machen. Ein geheimnisvoller Mensch versetzt andere in eine Art unterlegene Position, in die, ihn berechnen zu müssen. Ganz nach Wunsch kann er auch die Ängste hervorlocken, die das Ungewisse und Unbekannte umgeben. Alle großen Herrscher wussten, dass eine Aura von Geheimnis die Aufmerksamkeit auf einen selbst lenkt und andere einschüchtert. Mao Zedong zum Beispiel pflegte klug ein rätselhaftes Image. Er hatte keine Angst davor, inkonsistent oder widersprüchlich zu wirken. Im Gegenteil. Just die Widersprüchlichkeit seiner Worte und Handlungen führte dazu, dass er immer in der Hinterhand saß. Niemand, nicht einmal seine Frau, hatte jedes Gefühl, ihn verstehen zu können und dadurch erschien er überlebensgroß. Und das bedeutete auch, dass die Öffentlichkeit ihm beständig Aufmerksamkeit zollte und gespannt auf seinen nächsten Schachzug wartete. Wenn Ihre soziale Position es nicht erlaubt, dass Sie Ihre Handlungsweise komplett mit Geheimnis umgeben, müssen Sie zumindest lernen, weniger durchsichtig zu sein. Agieren Sie immer mal wieder auf eine Art und Weise, die dem Bild, das andere von Ihnen haben, nicht entspricht. Damit halten Sie Ihre Umgebung in der Defensive und erreichen die Form der Aufmerksamkeit, die Sie mächtig macht. Stellt man es richtig an, kann eine rätselhafte Erscheinung auch jene Aufmerksamkeit bewirken, die Ihren Feind in Panik versetzt. Im Zweiten Punischen Krieg, 219 bis 202 v. Chr., hinterließ der große karthagische Feldherr Hannibal bei seinem Marsch Richtung Rom eine Spur der Verwüstung. Hannibal war für seine Klugheit und Doppelzüngigkeit bekannt. Unter seiner Führung hatte das Heer Karthagos, obwohl zahlenmäßig unterlegen, die Römer ständig ausmanövriert. Doch einmal machten Hannibals Kundschaften einen schweren Fehler und führten sein Heer in ein Sumpfgebiet. Es stand mit dem Rücken zum Meer. Die Bergpässe, die ins Landesinnere führten, waren von römischen Soldaten besetzt und ihr Feldherr Fabius frohlockte. Endlich hatte er Hannibal in der Falle. Er postierte seine besten Leute dort und machte sich daran, einen Schlachtplan auszuarbeiten. Doch mitten in der Nacht erblickten die Wachen etwas Geheimnisvolles. Eine riesige Lichterprozession zog den Berg hinauf. Tausende und Abertausende von Lichtern. Wenn das Hannibals Heer war, dann hatte es sich plötzlich verhundertfacht. Die Wachen debattierten hitzig, was das bedeuten könnte. Verstärkung vom Meer her? Truppen, die sich in der Nähe versteckt hatten? Gespenster? Keine Erklärung machte Sinn. Dann brachen überall am Berg Feuer aus. Und ein schreckliches Geräusch, als würden eine Million Hörner geblasen, drang zu den Römern herauf. Dämonen, dachten sie. Die Wachen, die tapfersten und besten der römischen Armee flohen in Panik. Am nächsten Morgen war Hannibal aus dem Moor entkommen. Welchen Trick hatte er angewandt? Hatte er tatsächlich Dämonen beschworen? In Wirklichkeit hatte er befohlen, Reisigbündel an die Hörner der Tausenden von Ochsen zu binden, die seine Truppen als Lasttiere begleiteten. Die Reisigbündel wurden angezündet und es sah so aus, als wären das die Fackeln einer riesigen Armee, die den Berg hinauf zog. Als die Flammen die Köpfe der Ochsen erreichten, rasten die Tiere voller Panik in alle Richtungen, schrien wie verrückt und setzten überall den Berg in Brand. Der Schlüssel zum Erfolg dieser List waren nicht die Fackeln, nicht die Feuer oder auch der Lärm selbst, sondern es war die Tatsache, dass Hannibal ein Rätsel geschaffen hatte, das die Aufmerksamkeit der Wachen auf sich lenkte und sie allmählich zu Tode ängstigte. Oben auf dem Berg hatten sie keine Chance zu erkennen, worum es sich bei dem bizarren Anblick handelte. Hätten die Römer sich ihn erklären können, wären sie auf ihren Posten geblieben. Wenn sie in der Falle hocken, in die Ecke gedrängt sind oder sich sonst wie in der Defensive befinden, sollten sie einmal ein einfaches Experiment durchführen. Tun sie etwas, das nicht so leicht erklärt oder interpretiert werden kann. Wählen sie dafür eine einfache Aktion, aber führen sie sie so durch, dass ihr Gegner beunruhigt wird, weil sie viele mögliche Interpretationen zulässt und so ihre Absichten verschleiert werden. Seien sie nicht einfach unberechenbar, obwohl auch diese Taktik zum Erfolg führen kann, sondern erschaffen sie wie Hannibal etwas, das man nicht durchschauen kann. Ihr Wahnsinn darf scheinbar keine Methode, weder Sinn und Verstand nach irgendeiner Erklärung haben. Fangen sie das richtig an, werden sie Zittern und Beben hervorrufen und die Wachen werden davonrennen. Diese Taktik kann man als Hamlets simulierten Wahnsinn bezeichnen, denn in Shakespeare's Stück wendet Hamlet sie mit großem Erfolg an und versetzt seinen Stiefvater Claudius mit seinem mysteriösen Benehmen in Angst und Schrecken. Das Geheimnisvolle lässt ihre Truppen größer, ihre Macht furchteinflößender erscheinen. Wenn sie ihren Weg nach oben beginnen, müssen sie um jeden Preis Aufmerksamkeit erregen, doch sobald sie höher kommen, müssen sie sich beständig anpassen. Langweilen sie die Öffentlichkeit nie mit derselben Taktik. Eine geheimnisvolle Atmosphäre bewirkt Wunder für diejenigen, die eine Aura von Macht entwickeln und beachtet werden wollen, aber sie muss maßvoll und kontrolliert sein. Matahari ging mit ihren Märchen zu weit. Obwohl die Anschuldigung, sie sei eine Spionin, falsch war, handelte es sich dabei zu jener Zeit doch um eine verständliche Annahme, weil all ihre Lügen sie verdächtig und ruchlos erschienen ließen. Lassen sie nicht zu, dass sich ihre Aura von Geheimnis allmählich in ein Renommee für Betrug verwandelt. Das Geheimnis, das sie erschaffen, muss spielerisch wirken, nicht bedrohlich. Achten sie genau darauf, dass sie nicht zu weit gehen und stecken sie notfalls zurück. Es gibt Zeiten, in denen man das Rampenlicht meiden muss, in denen Skandal und Berüchtigtsein das Letzte sind, was sie gebrauchen können. Die Aufmerksamkeit, die sie erregen, darf nie die Reputation derer über ihn beleidigen oder angreifen, jedenfalls nicht, solange jene fest im Sattel sitzen. Im Vergleich mit ihnen würden sie nicht bloß armselig, sondern hoffnungslos schlecht aussehen. Zu merken, wann man den Rückzug antreten muss, ist eine Kunst. Lola Montes war eine der Großen in der Kunst, Aufmerksamkeit zu wecken. Sie kam aus einer irischen Mittelschichtfamilie und schaffte es, zu Geliebten von Franz Liszt und dann zum Adresse und politischen Beraterin des bayerischen Königs Ludwig aufzusteigen. Doch in späteren Jahren verlor sie ihren Sinn für Maß und Ziel. 1850 war in London eine Vorstellung von Shakespeare's Macbeth mit Charles John Keane in der Titelrolle angesetzt, dem größten Schauspieler seiner Zeit. Jeder, der in der englischen Gesellschaft etwas auf sich hielt, hatte sich angesagt. Es ging das Gerücht, dass sogar Königin Victoria und Prinz Albert kommen sollten. Damals war es üblich, dass jeder seinen Platz eingenommen haben musste, ehe die Königin erschien. Also kam das Publikum etwas früher und als die Königin ihre Loge betrat, erhoben sich protokollgemäß alle und applaudierten ihr. Nachdem das Königspaar sich verneigt hatte, nahmen alle wieder ihre Plätze ein und die Lichter gingen aus. Plötzlich richteten sich alle Blicke auf die Loge gegenüber von der Königin. Eine Frau trat aus dem Dunkel und setzte sich später als diese. Es war Lola Montes. Sie trug ein Brillantdiadem in den dunklen Haaren und auf ihren Schultern lag ein langer Pelzmantel. Ein erstauntes Wispern ging durch den Saal, als der Hämelin zu Boden fiel und ein tief ausgeschnittenes rotes Samtkleid sichtbar wurde. Mit einer Kopfdrehung konnte das Publikum erkennen, dass das Königspaar jeden Blick in Richtung von Lolas Loge vermied. Es folgte Victorias Beispiel und Lola Montes wurde für den Rest des Abends ignoriert. Nach diesem Auftritt wagte kein Mitglied der guten Gesellschaft mehr, sich mit ihr sehen zu lassen. All ihre magnetischen Anziehungskräfte hatten sich ins Gegenteil verwandelt. Die Leute flohen ihre Gegenwart. In England hatte sie keine Zukunft mehr. Gieren sie nie zu offensichtlich nach Aufmerksamkeit, denn das signalisiert Unsicherheit. Und Unsicherheit schadet ihrer Macht. Machen sie sich klar, dass es Situationen gibt, in denen es gegen ihre Interessen ist, im Mittelpunkt zu stehen. In Gegenwart eines Königs, einer Königin oder einer vergleichbaren Person sollten sie sich verneigen und in den Schatten zurückziehen, aber nie in Wettstreit treten. Gesetz 7 Lass andere für dich arbeiten, doch streiche immer die Anerkennung dafür ein. Was heißt das? Bedienen sie sich der Intelligenz des Know-hows und der Beinarbeit anderer, um ihre eigene Sache voranzubringen. Solch ein Beistand spart nicht nur Zeit und Energie, er gibt ihnen auch eine gottgleiche Aura der Effizienz und des Tempos. Ihre Helfer wird man irgendwann vergessen, an sie aber wird man sich erinnern. Nehmen sie nie selbst in die Hand, was andere für sie erledigen können. In der Welt der Macht herrscht die Dynamik des Dschungels. Die einen leben vom Jagen und Töten und dann gibt es auch noch zahlreiche Kreaturen, Hyänen, Geier, die vom Jagdglück anderer leben. Diese letzteren, weniger einfallsreichen Typen sind oft nicht in der Lage, die Leistungen zu erbringen, die zur Erlangung einer Machtposition nötig sind. Aber sie haben früh begriffen, dass sie nur lang genug warten müssen, dann finden sie immer ein anderes Tier, das die Arbeit für sie erledigt. Seien sie nicht naiv. Just in diesem Moment, da sie sich mit irgendeinem Projekt abplagen, kreisen über ihnen schon die Geier, die nach Wegen suchen, zu überleben und sich dazu ihrer Kreativität bedienen. Es hat keinen Zweck, sich darüber zu beklagen oder sich der Verbitterung hinzugeben. Schützen sie sich lieber und nehmen sie an diesem Spiel teil. Haben sie sich erst einmal eine Machtbasis geschaffen, können sie selbst ein Geier werden und viel Zeit und Energie sparen. Von den beiden Seiten dieses Spiels lässt sich die eine am besten am Beispiel des Entdeckers Vasco Nunez de Balboa illustrieren. Er war von der Idee besessen, das sagenhafte Goldland El Dorado zu finden. Nach zahllosen Entbehrungen und lebensgefährlichen Abenteuern fand Balboa Anfang des 16. Jahrhunderts Hinweise auf ein großes, wohlhabendes Reich südlich von Mexiko im heutigen Peru. Wenn er dieses Reich, das der Inka eroberte und seine Goldschätze an sich brächte, dann wäre er der neue Cortes. Das Problem war nur, dass schon kurz nach seiner Entdeckung die Kunde davon zu hunderten anderer Konquistadoren gelangte. Er hatte nicht begriffen, dass das Spiel zur Hälfte darin besteht, das Geheimnis zu wahren und die anderen sorgfältig im Auge zu behalten. Ein paar Jahre nachdem er das Inka-Reich lokalisiert hatte, sorgte ein Soldat seiner eigenen Armee, Francisco Pizarro, dafür, dass Balboa wegen Verrats hingerichtet wurde. So konnte sich Pizarro das nehmen, was Balboa so viele Jahre vergeblich zu finden versucht hatte. Die andere Seite des Spiels veranschaulicht der Maler Peter Paul Rubens, der sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere vor Aufträgen für Gemälde nicht mehr retten konnte. Er entwickelte ein System. In seinem großen Atelier beschäftigte er Dutzende von herausragenden Malern, von denen sich der eine auf Roben spezialisiert hatte, der nächste auf Hintergründe und so weiter. Wie am Fließband wurden zahllose Leinwände gleichzeitig bearbeitet. Wenn ein wichtiger Auftraggeber das Atelier besuchte, schickte Rubens seine angehörten Maler für diesen Tag weg. Unter den Augen des Auftraggebers arbeitete Rubens mit unglaublicher Energie und in unvorstellbarem Tempo. Wenn der Auftraggeber wieder ging, war er voller Ehrfurcht für diesen großartigen Mann, der so viele Meisterwerke in so kurzer Zeit malen konnte. Der Kern dieses Gesetzes lautet Lassen Sie andere die Arbeit tun und streichen Sie selbst den Ruhm dafür ein. Dann wirken Sie als von Gott gleicher Stärke und Macht erfüllt. Wenn es Ihnen wichtig ist, all die Arbeit selbst zu erledigen, werden Sie es nie weit bringen und das Schicksal der Balboas und Teslas dieser Welt erleiden. Suchen Sie Menschen, die über die kreativen Fähigkeiten verfügen, die Ihnen abgehen. Heuern Sie sie entweder an und schreiben Sie dann Ihren Namen über den der anderen oder suchen Sie nach Möglichkeiten, Ihnen Ihre Leistungen abzunehmen und sie zu eigenen zu machen. Dann wird deren Kreativität, Ihre eigene und der Welt erscheinen Sie als Genie. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, dieses Gesetz zu befolgen. Bei der müssen Sie sich nicht parasitär der Arbeit von Zeitgenossen bemächtigen. Bedienen Sie sich der Vergangenheit. Sie ist ein riesiger Speicher des Wissens und der Weisheit. Isaac Newton nannte das auf den Schultern von Giganten stehen. Damit meinte er, dass er seine Entdeckungen lediglich auf die Leistungen anderer gegründet habe. Seine Aura der Genialität verdankte er, wie er wusste, der pfiffigen Fähigkeit, aus den Erkenntnissen seiner Vorgänger in der Antike, im Mittelalter und in der Renaissance den größtmöglichen Nutzen zu ziehen. Shakespeare borgte sich, wie andere Autoren auch, Plots, Charaktere und sogar Dialoge von Plutarch, denn er wusste, dass es hinsichtlich subtiler Psychologie und gewitzter Wortspiele keiner mit Plutarch aufnehmen konnte. Wie viele spätere Schriftsteller haben sich ihrerseits bei Shakespeare bedient, ihn wiederum plagiiert? Wir alle wissen, dass nur wenige heutige Politiker sich ihre Reden selbst schreiben. Mit ihren eigenen Worten würden sie kaum eine Wählerstimme gewinnen. Ihre Eloquenz und ihren Witz, wie viel oder wie wenig es auch sein mag, verdanken sie ihren Redenschreibern. Andere machen die Arbeit, sie genießen das Ansehen. Das Schöne daran ist, dass dieses Machtmittel jedem zur Verfügung steht. Lernen sie, sich der Vergangenheit zu bedienen und sie erscheinen als Genie, selbst wenn sie bloß ein cleverer Plagiator sind. Schriftsteller, die die menschliche Natur ausgelotet haben, alte Meister der Strategie, Chronisten menschlicher Dummheit und Narretai, Könige und Königinnen, die mühsam erlernen mussten, die Last der Macht zu schultern, das Wissen all jener Menschen verstaubt immer mehr, doch es wartet nur darauf, dass sie kommen und sich auf die Schultern jener stellen. Deren Gewitztheiten können ihre Gewitztheit werden, deren Fähigkeiten ihre Fähigkeiten und von jenen kann zudem keiner mehr kommen und den Menschen erklären, wie wenig originell sie in Wirklichkeit sind. Sie können sich durchs Leben schlagen, Fehler um Fehler machen, Zeit und Energie verschwenden und versuchen, alle nötigen Erfahrungen selbst zu machen. Oder sie bedienen sich der Heerscharen der Vergangenheit. Bismarck hat einmal gesagt, nur Narren behaupten, aus Erfahrungen zu lernen. Er ziehe es vor, von der Erfahrung anderer zu profitieren. Hin und wieder ist es nicht klug, den Ruhm für das einzustreichen, was andere geleistet haben. Wenn sie ihre Macht noch nicht fest genug etabliert haben, ist es offensichtlich, dass sie andere Menschen aus dem Rampenlicht drängen. Um ein brillanter Ausbeuter von Talenten zu werden, muss ihre Position unerschütterlich sein oder man wird sie des Betrugs anklagen. Vergewissern sie sich, dass es ihren Zwecken dient, wenn sie anderen den ihnen gebührenden Anteil am Ruhm lassen. Vor allem kommt es darauf an, nicht zu habgierig zu sein, wenn sie noch einen Herrn über sich haben. Der historisch bedeutsame Besuch des US-Präsidenten Richard Nixon in der Volksrepublik China war ursprünglich seine Idee. Doch ohne das diplomatische Geschick eines Henry Kissinger wäre es vielleicht nie dazu gekommen. Und schon gar nicht hätte die Reise ohne Kissingers Fähigkeiten zu einem Erfolg werden können. Doch als es darum ging, den Ruhm dafür einzuheimsen, überließ Kissinger klug Nixon den Löwenanteil. Er wusste, dass die Wahrheit später herauskommen würde und war umsichtig genug, seine eigene Position nicht kurzfristig dadurch zu gefährden, dass er sich ins Rampenlicht drängelte. Kissinger beherrschte das Spiel meisterhaft. Er heimste den Ruhm für die Leistungen jener ein, die ihm unterstanden, während er zugleich großzügig seinem Vorgesetzten die Ehre für das überließ, was er selbst getan hatte. So funktioniert das Spiel. Gesetz 8 Lass die anderen zu dir kommen. Ködere sie, wenn es nötig ist. Was heißt das? Wenn sie Menschen zum Handeln zwingen, behalten sie die Kontrolle. Es ist immer besser, wenn sie ihren Gegner zu sich kommen lassen und damit seine eigenen Pläne durchkreuzen. Locken sie ihn mit fabelhaften Versprechungen und greifen sie ihn dann an. Behalten sie das Heft in der Hand. Wie oft ist dieses Szenario in der Geschichte schon durchgespielt worden? Ein aggressiver Führer beginnt mit einer Reihe von mutigen Schritten, die ihn an die Macht bringen. Nach und nach erreicht jedoch seine Macht einen Höhepunkt und bald darauf wendet sich alles gegen ihn. Seine zahllosen Feinde verbünden sich. Bei den Versuchen, sich an der Macht zu halten, erschöpft er sich, indem er mal in diese, mal in jene Richtung zieht und unvermeidlicherweise kommt es zum Zusammenbruch. Der Grund für dieses immer gleiche Muster ist, dass die aggressive Person kaum alles zugleich unter Kontrolle haben kann. Sie kann nicht weiter als ein paar Züge voraussehen, erkennt nicht die Konsequenzen dieses mutigen Schrittes oder jenes. Weil sie ständig gezwungen ist, auf die Züge ihrer sich rasch mehrenden Feinde und auf die unvorhergesehenen Folgen der eigenen überalten Aktionen zu reagieren, wendet sich ihre aggressive Energie schließlich gegen sie selbst. Wenn es um Macht geht, müssen sie sich stets fragen, welchen Sinn macht es, wenn ich mal hierhin, mal dorthin eile, wenn ich versuche, Probleme zu lösen und meine Feinde zu besiegen und doch niemals das Gefühl habe, alles unter Kontrolle zu haben. Warum muss ich stets auf den Lauf der Dinge reagieren, statt ihn zu dirigieren? Die Antwort ist einfach. Sie haben eine falsche Vorstellung von der Macht. Sie haben aggressives Handeln mit effektivem Handeln verwechselt. Denn meistens besteht effektives Handeln darin, sich im Hintergrund zu halten, die Ruhe zu bewahren und andere frustriert in die Fallen gehen zu lassen, die sie für sie aufgestellt haben. Spielen Sie um die Macht auf lange Sicht, nicht um den schnellen Sieg. Denken Sie daran. Das Wesen der Macht besteht in der Fähigkeit, die Initiative zu ergreifen, andere auf ihre Züge reagieren zu lassen, ihre Gegner und die anderen Menschen um sie herum in der Defensive zu halten. Wenn Sie andere Menschen zu sich kommen lassen, sind Sie derjenige, der die Situation kontrolliert. Und wer die Kontrolle hat, hat die Macht. Zwei Dinge sind nötig, damit Sie in diese Position gelangen. Sie selbst müssen lernen, Ihre Gefühle zu beherrschen und sich niemals von Zorn beeinflussen zu lassen. Gleichzeitig müssen Sie jedoch mit der den Menschen angeborenen Neigung spielen, zornig zu reagieren, wenn man sie bedrängt und quält. Langfristig betrachtet ist die Fähigkeit, andere zu sich kommen zu lassen, eine wesentlich machtvollere Waffe als jedes aggressive Mittel. Wir alle verfügen nur über bestimmte Energien und zum einen bestimmten Zeitpunkt erreichen diese Energien einen Spitzenwert. Wenn Sie den anderen zu sich kommen lassen, verschleißt er sich, denn er verschwendet Energie auf seinen Weg. 1905 führten Russland und Japan Krieg gegeneinander. Die Japaner hatten erst vor kurzem begonnen, ihre Kriegsschiffe zu modernisieren. Die russische Flotte war überlegen. Doch der japanische Marschall Togo Hayashiro streute gezielt falsche Informationen, die die Russen dazu verführten, ihre Häfen an der Ostsee zu verlassen. Er machte sie glauben, sie könnten die japanische Flotte mit einem einzigen Überraschungsangriff auslöschen. Die russischen Schiffe konnten Japan nicht auf direkten Weg erreichen. Durch die Straße von Gibraltar und dann den Suezkanal in den Indischen Ozean, weil beide von den Engländern kontrolliert wurden und Großbritannien war mit Japan verbündet. Sie mussten das Kap der guten Hoffnung an der Südspitze Afrikas umschiffen, was ihre Reise um über 6000 Meilen verlängerte. Als sie das Kap hinter sich hatten, streuten die Japaner ein weiteres falsches Gerücht, dass sie auf dem Weg zu einem Gegenangriff wären. Also blieben die Russen den ganzen Weg bis nach Japan in Kampfbereitschaft. Als sie endlich ankamen, waren die Matrosen nervös, überarbeitet und erschöpft, während die Japaner gelassen abgewartet hatten. Obwohl die Kräfte ungleich verteilt waren und die Japaner wenig Erfahrung in moderner Seekriegsführung hatten, besiegten sie die russische Flotte. Wenn sie ihren Gegner zu sich kommen lassen, bietet das wie im Fall der Japaner und Russen den zusätzlichen Vorteil, dass er auf ihrem Territorium operieren muss. Wenn er sich auf feindlichem Boden bewegt, macht ihn das nervös. Oft handelt er übereilt und begeht Fehler. Auch im Falle von Verhandlungen oder Konferenzen ist es immer klug, die anderen auf ihr Territorium oder auf eines ihrer Wahl zu locken. Sie können sich orientieren, während den anderen alles fremd ist und sie subtil in die Defensive gedrängt werden. Manipulation ist ein gefährliches Spiel. Wenn jemand den Verdacht hegt, er werde manipuliert, wird es immer schwerer, ihn zu kontrollieren. Wenn sie jedoch ihren Gegner zu sich kommen lassen, erzeugen sie die Illusion, dass er die Situation unter Kontrolle hat. Er spürt die Fäden nicht, die ihn lenken. Alles kommt darauf an, wie süß ihr Köder schmeckt. Ist ihre Falle attraktiv genug, werden die sich überschlagenen Gefühle und Gelüste ihrer Feinde sie für die Realität blind machen. Je gieriger sie werden, desto besser können sie sie an der Nase herumführen. Daniel Drew, ein bekannter amerikanischer Großkapitalist des 19. Jahrhunderts, beherrschte das Spiel an der Börse meisterhaft. Wenn er wollte, dass bestimmte Wertpapiere geh- oder verkauft würden, um den Kurs zu drücken oder in die Höhe zu treiben, wählte er kaum den direkten Weg. Einer seiner Tricks bestand darin, durch einen exklusiven Club in der Nähe der Wall Street zu hasten, als habe er es eilig, an die Börse zu gelangen. Dabei zog er sein allseits bekanntes, großes, rotes Taschentuch, um sich den Schweiß von der Stirn zu wischen. Aus dem Taschentuch fiel ein Notizzettel heraus, was er nicht zu bemerken schien. Die Clubmitglieder wollten natürlich wissen, was Drew im Schilde führte und stürzten sich auf das Papier, auf dem wie immer ein Insider-Tipp stand. Die Neuigkeit machte die Runde und die Clubmitglieder kauften bzw. verkauften die fraglichen Wertpapiere in Scharen und spielten damit Drew direkt in die Hände. Wenn man andere Leute dazu kriegen kann, sich ihr eigenes Grab zu schaufeln, warum sollte man sich dann selbst die Mühe machen? Taschendiebe beherrschen das bis zur Perfektion. Für sie kommt es vor allem darauf an, zu wissen, in welcher Tasche sich das Portemonnaie befindet. Erfahrene Taschendiebe positionieren sich auf Bahnhöfen und an anderen öffentlichen Orten in der Nähe eines nicht zu übersehenden Schildes Vorsicht, Taschendiebe! Wenn Passanten das Schild erblicken, greifen sie meistens nach ihrem Portemonnaie, um sicherzustellen, dass es noch da ist. Für einen Taschendieb ist das, als bekäme er es auf einem Präsentierteller gereicht. Es soll sogar Taschendiebe geben, die ihre eigenen Vorsicht-Taschendieberschilder aufhängen, um zum Erfolg zu kommen. Wenn sie die Leute dazu bringen, zu ihnen zu kommen, ist es manchmal besser, sie wissen zu lassen, dass sie sie zum Handeln zwingen. Statt zu täuschen, manipulieren sie ganz offen. Psychologisch zeitig das profunde Folgen. Wer andere zu sich kommen lassen kann, hat offensichtlich Macht und erheischt Respekt. Filippo Brunelleschi, der große Renaissance-Künstler und Baumeister, praktizierte die Kunst, andere zur Demonstration seiner eigenen Macht zu sich kommen zu lassen, mit großem Erfolg. Einer seiner wichtigsten und ruhmreichsten Aufträge bestand darin, dem Dom Santa Maria del Fiore in Florenz die berühmte Kuppel aufzusetzen. Als die Stadtväter jedoch noch einen zweiten Mann einheuerten, Lorenzo Ghiberti, der mit Brunelleschi zusammenarbeiten sollte, grübelte der große Künstler im Stillen. Er wusste, dass Ghiberti den Auftrag nur seinen guten Verbindungen verdankte und nichts leisten, aber die Hälfte des Ruhms einstreichen würde. Als die Bauarbeiten an einem kritischen Punkt angelangt waren, brach bei Brunelleschi plötzlich eine rätselhafte Krankheit aus. Er musste die Arbeit niederlegen, wies die Stadtväter aber darauf hin, dass der von ihnen berufene Ghiberti das Werk sicherlich allein vollenden könnte. Bald stellte sich jedoch heraus, dass Ghiberti nichts zu Wege brachte und sie kamen, um Brunelleschi zu beschwören. Er ignorierte sie und bestand darauf, dass Ghiberti das Projekt beenden solle, bis die Stadtväter schließlich bemerkten, was sein Problem war. Sie feuerten Ghiberti. Wundersamerweise erholte sich Brunelleschi die Binnentagen. Er musste keinen Wutanfall inszenieren oder sich zum Narren machen. Er praktizierte einfach die Kunst, die anderen auf sich zukommen zu lassen. Wenn sie bei einer Gelegenheit darauf bestehen, es sei eine Frage der Ehre, dass die anderen zu ihnen kommen und wenn sie damit Erfolg haben, dann werden die anderen dies auch weiter tun, selbst wenn sie es gar nicht mehr darauf anlegen. Obwohl es in der Regel klüger ist, wenn andere ihre Kräfte auf der Jagd nach ihnen erschöpfen, gibt es entgegengesetzt gelagerte Fälle, bei denen ein überraschender und aggressiver Schlag den Feind so demoralisiert, dass seine Energien schwinden. Statt andere zu sich kommen zu lassen, gehen sie zu ihnen, erzwingen eine Entscheidung und übernehmen die Führung. Ein Überraschungsangriff kann eine fürchterliche Waffe sein, denn er zwingt die andere Person dazu, zu reagieren, ohne Zeit zum Nachdenken oder Planen zu haben. Wenn sie keine Zeit zum Nachdenken haben, schätzen Menschen Situationen falsch ein und sie werden in die Defensive gedrängt. Diese Taktik ist die Umkehrung des Köderns und Wartens, erfüllt aber dieselbe Funktion. Sie zwingen ihren Feind dazu, auf ihre Bedingungen einzugehen. Männer wie Cesare, Borgia und Napoleon haben sich des Tempus bedient, um andere einzuschüchtern und zu kontrollieren. Ein rascher, nicht vorhersehbarer Zug schüchtert ein und demoralisiert. Ihre Taktik müssen sie je nach den Gegebenheiten wählen. Wenn die Zeit zu ihren Gunsten arbeitet und sie wissen, dass sie und ihre Feinde zumindest gleich stark sind, dann zehren sie deren Kräfte auf, indem sie sie dazu bringen, zu ihnen zu kommen. Wenn die Zeit gegen sie arbeitet, die Feinde sind schwächer und wenn sie abwarten, könnten sie wieder zu Kräften kommen, dann geben sie ihnen diese Chance nicht. Schlagen sie rasch zu und die anderen haben keine Ausweichmöglichkeit. Wie der Boxer Joe Lewis es ausgedrückt hat. Er kann weglaufen, aber er kann sich nicht verstecken. Gesetz 9 Taten zählen, nicht Argumente. Was heißt das? Jeder Triumph, den sie mit Argumenten errungen haben, ist in Wirklichkeit ein Pyrus Sieg. Der Zorn, den sie damit auf sich ziehen, ist stärker und hält länger vor als jede kurzfristige Meinungsänderung. Viel wirkungsvoller ist es, ohne viel Worte andere durch Taten zu überzeugen. Erklären sie nichts. Schaffen sie Fakten. Im Reich der Macht müssen sie lernen, ihre Züge nach deren langfristigen Auswirkungen auf andere Menschen zu beurteilen. Wenn sie mit Argumenten ihren Standpunkt beweisen oder einen Sieg erringen wollen, stehen sie vor dem Problem, sich niemals sicher sein zu können, wie sich das letztendlich auf die Menschen, mit denen sie diskutieren, auswirkt. Äußerlich stimmen sie ihnen möglicherweise höflich zu, innerlich aber lehnen sie sie ab. Vielleicht beleidigt sie sogar etwas, das sie unbedacht äußern. Worte haben die perfide Eigenschaft, dass sie je nach Gefühlslage interpretiert werden. Selbst das beste Argument hat niemals eine solide Grundlage, denn wir alle haben gelernt, dem schwer fassbaren Wesen der Wörter zu misstrauen. Und Tage, nachdem wir einem anderen Recht gegeben haben, kehren wir oft aus schierer Gewohnheit zu unserer alten Überzeugung zurück. Begreifen Sie, Worte gibt es im Dutzend billiger. Jeder weiß, dass wir im Eifer des Wortgefechts alles Mögliche sagen, um unsere Ansicht zu untermauern. Wir zitieren die Bibel oder berufen uns auf nicht verifizierbare Statistiken. Wer lässt sich von so einem Sack heißer Luft überzeugen? Taten und Demonstrationen überzeugen da viel machtvoller. Sie sind einfach da, vor unseren Augen. Wir können sie sehen. Sir Christopher Wren war die englische Variante des Renaissance-Menschen. Er beherrschte Mathematik, Astronomie, Physik und Physiologie. In seiner überaus langen Karriere als der am meisten gefeierte Architekt Englands befahlen ihm seine Auftraggeber des Öfteren, ungeeignete Änderungen an seinen Plänen vorzunehmen. Nicht ein einziges Mal diskutierte er oder wies einen von ihnen zurück. Er verfügte über andere Möglichkeiten, seinen Standpunkt zu beweisen. 1688 entwarf Wren ein prächtiges Rathaus für Westminster. Der Bürgermeister war jedoch nicht zufrieden. Vielmehr hatte er Angst. Er befürchtete, sagte er zu Wren, dass der zweite Stock nicht sicher sei, dass er in sein Büro im ersten Stock herabstürzen könne. Er verlangte, dass Wren zwei Steinsäulen als zusätzliche Stützen vorsah. Als leidenschaftlicher Baumeister wusste Wren, dass diese beiden Säulen genauso überflüssig waren wie die Ängste des Bürgermeisters gegenstandslos. Dennoch baute er sie und der Bürgermeister war dankbar. Erst Jahre später stellten Arbeiter auf einem hohen Gerüst fest, dass die Säulen kurz unterhalb der Decke endeten. Es waren Attrappen. Doch beide Männer hatten bekommen, was sie wollten. Der Bürgermeister musste sich keine Sorgen machen und Wren wusste, die Nachwelt würde erkennen, dass ein ursprünglicher Plan funktionierte und die Säulen überflüssig waren. Die Richtigkeit der eigenen Überzeugungen zu demonstrieren bietet den Vorteil, dass ihre Opponenten nicht in die Defensive geraten und sich so leichter überzeugen lassen. Wenn sie am eigenen Leib erfahren, was sie meinen, ist das unendlich viel machtvoller als jedes Argument. Einst unterbrach ein Zwischenrufer Nikita Khrushchev, als dieser gerade in einer Rede die Verbrechen Stalins anprangerte. Sie waren doch ein Kollege von Stalin, schrie der Zwischenrufer. Warum haben Sie ihn nicht aufgehalten? Khrushchev konnte offensichtlich nicht erkennen, wer der Zwischenrufer war und bellte zurück, wer hat das gesagt? Keine Hand erhob sich. Niemand zuckte auch nur mit einem Muskel. Nach ein paar Sekunden angespannten Stille sagte Khrushchev schließlich mit ruhiger Stimme, jetzt wissen Sie, warum ich ihn nicht aufgehalten habe. Anstatt zu argumentieren, dass vor Stalin einfach jeder Angst hatte, weil man wusste, dass das leiseste Anzeichen von Rebellion den sicheren Tod bedeutete, ließ er die Zuhörer spüren, wie es Stalin gegenüber gewesen sein muss. Er ließ sie die Paranoia erfahren, die Angst, das Wort zu ergreifen, die Furcht vor einer Konfrontation mit dem Führer, der in diesem Falle Khrushchev war. Die Demonstration ging durch Mark und Bein. Kein weiteres Argument war nötig. Noch mehr Überzeugungskraft als die Tat hat das Symbol. Eine Fahne, ein Mythos, ein Monument, das an ein emotionsgeladenes Ereignis erinnert, von einem Symbol geht so viel Macht aus, dass jeder es ohne ein weiteres Wort versteht. Als Henry Kissinger 1975 in zähen Verhandlungen mit den Israelis über die Rückgabe des von ihnen 1967 besetzten Sinai steckte, brach er eine frustrierende Sitzung plötzlich ab und entschloss sich zu einer Besichtigungstour. Er besuchte die Ruinen der antiken Festung Masada, wo, wie alle Israelis wissen, mehrere hundert Juden im Jahre 73 nach Christus lieber Massenselbstmord begingen, als sich den römischen Truppen zu ergeben, die sie belagerten. Die Israelis begriffen unmittelbar, was Kissinger ihnen mit seinem Ausflug sagen wollte. Indirekt klagte er sie an, mit dem Feuer des Massenselbstmords zu spielen. Obwohl der Besuch an sich ihre Einstellung nicht änderte, brachte er sie doch eindringlicher als jede offene Warnung dazu, ihre Situation zu überdenken. Symbole wie dieses zeichnen sich durch eine große emotionale Bedeutungskraft aus. Wenn Sie nach der Macht greifen oder Sie sich zu bewahren suchen, dann halten Sie immer nach dem indirekten Weg Ausschau und überlegen Sie gut, ob und wann Sie in die Schlacht ziehen. Wenn es langfristig keine Rolle spielt, ob die andere Person Ihnen zustimmt oder wenn Sie mit der Zeit aufgrund eigener Erfahrung herausfinden wird, was Sie gemeint haben, dann halten Sie sich am besten nicht mit einer Demonstration auf. Sparen Sie Ihre Energie und gehen Sie einfach weg. Verbalen Argumenten kommt im Reich der Macht jedoch eine entscheidende Funktion zu. Abzulenken und die Spuren zu verbergen, wenn man eine List verfolgt oder bei einer Lüge ertappt wird. In solchen Fällen ist es zu Ihrem Vorteil, wenn Sie mit all der Überzeugungskraft argumentieren, derer Sie fähig sind. Verwickeln Sie die andere Person in eine Diskussion, um von ihrer Täuschungstaktik abzulenken. Will man Sie einer Lüge überführen, werden Sie umso weniger als Lügner dastehen, je emotionaler und selbstsicherer Sie reagieren. Diese Technik hat schon vielen Hochstaplern geholfen, die Fassade zu wahren. Graf Victor Lustig, ein Schwindler par excellence, hatte einmal Dutzenden von Tölpeln einen getürkten Kasten verkauft, mit dem man, wie er behauptete, Geld kopieren könnte. Wenn Sie entdeckten, dass sie hereingelegt worden waren, gingen die Betrogenen meist nicht zur Polizei, um sich nicht der öffentlichen Blamage auszusetzen. Ein gewisser Sheriff Richards aus Ramson County, Oklahoma, wollte jedoch nicht akzeptieren, dass er um 10.000 Dollar betrogen worden war. Er machte Lustig ausfindig, der in einem Hotel in Chicago residierte. Eines Morgens hörte Lustig ein Klopfen an der Tür. Als er öffnete, blickte er in einen Gewehrlauf. Was ist das Problem? fragte er ruhig. Du Hundesohn, schrie der Sheriff, ich bring dich um, du hast mich mit deinem Scheißkasten betrogen. Lustig täuschte Verwirrung vor. Wollen Sie sagen, dass er nicht funktioniert? gab er zurück. Du weißt, dass er nicht funktioniert, antwortete der Sheriff. Aber das ist unmöglich, sagte Lustig. Von der Konstruktion her ist es ausgeschlossen, dass das Gerät nicht funktioniert. Haben Sie es richtig bedient? Ich habe genau das gemacht, was Sie mir gesagt haben, erklärte der Sheriff. Nein, da müssen Sie etwas falsch gemacht haben, entgegnete Lustig. Die Diskussion drehte sich im Kreis. Doch der Gewehrlauf senkte sich nach und nach. Dann startete Lustig die zweite Phase der Argumentationstaktik. Er überschüttete den anderen mit einem ganzen Schwall technischen Kauderwelsch über die Funktionsweise des Kastens, was den Sheriff völlig verwirrte. Er schien sich seiner Sache nicht mehr so sicher und argumentierte weniger nachdrücklich. Passen Sie auf, sagte Lustig. Ich gebe Ihnen auf der Stelle Ihr Geld zurück. Ich gebe Ihnen auch eine schriftliche Anleitung mit, wie man das Gerät bedient. Und ich werde mit nach Oklahoma kommen, um sicherzustellen, dass es korrekt arbeitet. Auf diese Weise haben Sie nichts zu verlieren. Zögernd stimmte der Sheriff zu. Um ihn völlig ruhig zu stellen, überreichte ihm Lustig 100-100-Dollar-Noten und sagte ihm, er solle sich entspannen und sich ein schönes Wochenende in Chicago machen. Schließlich ging der Sheriff. Etwas verwirrt, aber beruhigt. Während der nächsten Tage studierte Lustig jeden Morgen aufmerksam die Zeitung. Schließlich fand er, was er suchte. Eine kurze Meldung über Sheriff Richards Verhaftung, Prozess und Verurteilung wegen Verbreitung von Falschgeld. Lustig hat er den Streit gewonnen und der Sheriff belästigte ihn nie wieder. Gesetz 10 Ansteckungsgefahr Meide Unglückliche und Glücklose Was heißt das? Man kann an den Leiden anderer sterben. Seelenzustände sind so ansteckend wie Infektionskrankheiten. Sie glauben vielleicht, einen Ertrinkenden retten zu müssen, doch in Wahrheit beschwören sie nur ihren eigenen Untergang herauf. Die Glücklosen ziehen das Unglück an und sie werden es auch über sie bringen. Suchen sie stattdessen die Gesellschaft der Glücklichen. Jene Unglücklichen, die durch Umstände zu Fall gebracht wurden, die außerhalb ihrer Kontrolle lagen, verdienen all unsere Hilfe und unser Mitgefühl. Aber es gibt andere, denen Pech und Unglück nicht in die Wiege gelegt wurden, sondern es durch ihr zerstörerisches Handeln und ihren destabilisierenden Effekt auf andere selbst heraufbeschwören. Es wäre großartig, wenn wir ihnen aufhelfen und ihre Verhaltensmuster ändern könnten. Doch in den weitaus meisten Fällen werden wir selbst diese Muster übernehmen und uns verändern. Dafür gibt es einen einfachen Grund. Menschen reagieren extrem empfänglich auf die Stimmungen, Emotionen und sogar die Denkweisen derer, mit denen sie ihre Zeit verbringen. Die Unheil bei Unglücklichen und Instabilen sind besonders ansteckend, denn ihre Charaktere und Emotionen sind sehr intensiv. Häufig präsentieren sie sich selbst als Opfer und es ist anfangs schwer, ihr Unglück als selbstinduziert zu erkennen. Ehe sie die wahre Natur ihrer Probleme erkannt haben, sind sie schon von ihnen infiziert. Merken sie sich. Beim Spiel um die Macht sind die Menschen, mit denen sie sich umgeben, von entscheidender Bedeutung. Lassen sie sich auf den Umgang mit infektiösen Typen ein, so besteht das Risiko, dass sie viel wertvolle Zeit und Energie benötigen, um sich wieder zu befreien. Und sie werden auch aufgrund einer Art sippenhaft in den Augen anderer leiden. Unterschätzen sie nie die Gefahren der Ansteckung. Es gibt viele unterschiedliche infektiöse Typen, vor denen sie sich in Acht nehmen müssen. Einer der heimtückischsten Typen aber ist der, der unter chronischer Unzufriedenheit leidet. Bei Cassius, dem Verschwörer gegen Julius Caesar, resultierte die Unzufriedenheit aus tiefem Neid. Er konnte die Gegenwart von jemandem mit größeren Talenten einfach nicht ertragen. Caesar, der wohl die unendliche Verbittertheit des Mannes spürte, überging ihn bei der Vergabe des Postens als erster Prätor und setzte stattdessen Brutus ein. Cassius grübelte und grübelte. Sein Hass auf Caesar wurde krankhaft. Brutus, der überzeugte Republikaner war, lehnte Caesars Diktatur ab. Hätte er die Geduld aufgebracht zu warten, wäre er nach Caesars Tod zum ersten Mann im Staat geworden und hätte die Übel, die Caesar verursacht hatte, wieder gut machen können. Doch Cassius infizierte Brutus mit seinem Hass, lag ihm tagtäglich in den Ohren mit Geschichten über Caesars Untaten und gewann ihn schließlich für die Verschwörung. Das war der Beginn einer großen Tragödie. Ungeheuer viel Leid hätte verhindert werden können, wenn Brutus gelernt hätte, die Macht der Ansteckung zu fürchten. Bei Ansteckung gibt es nur einen Ausweg, Quarantäne. Doch zu dem Zeitpunkt, da sie das Problem erkennen, ist es häufig zu spät. Eine Lola Montez überwältigt sie mit ihrer starken Persönlichkeit. Cassius fasziniert sie, ob seiner vertrauensvollen Art und der Intensität seiner Gefühle. Doch wie können sie sich vor solch heimtückischen Viren schützen? Die Antwort lautet, beurteilen sie Menschen nach den Auswirkungen, die sie auf ihre Umgebung haben und nicht nach den Gründen, die sie für ihre Probleme anführen. Infektiöse Typen können sie an dem Unglück erkennen, dass sie auf sich ziehen, an ihrer turbulenten Vergangenheit, an der langen Reihe ihrer schiefgegangenen Beziehungen, an ihrem wechselhaften Berufsleben und an ihrem starken Charakter, der einen mitreißt und einem den Verstand nimmt. Seien sie vorgewarnt bei diesen Anzeichen für einen infektiösen Typ. Lernen sie die Unzufriedenheit in seinen Augen zu erkennen. Und am allerwichtigsten haben sie kein Mitleid. Verstricken sie sich nicht, indem sie zu helfen versuchen. Der infektiöse Typ wird sich nicht ändern, aber sie werden aus dem Gleichgewicht gebracht. Die Kehrseite bei der Ansteckung ist ebenso wichtig und wahrscheinlich leichter zu verstehen. Es gibt Menschen, die mit ihrer Fröhlichkeit, ihrem natürlichen Schwung und ihrer Intelligenz das Glück anziehen. Sie sind eine Quelle der Freude. Pflegen sie den Umgang mit ihnen, um an den Reichtümern teilzuhaben, die sie auf sich ziehen. Nutzen sie die positiven Seiten der emotionalen Osmose zu ihrem Vorteil. Wenn sie beispielsweise von Natur aus geizig sind, können sie eine gewisse Grenze nie überschreiten. Nur großzügige Geister erlangen Größe. Suchen sie in diesem Fall den Umgang mit den großzügigen und sie werden sie anstecken, ihren Geiz und ihre Begrenzheit aufbrechen. Streben sie zu den Fröhlichen, wenn sie schwermütig sind. Zwingen sie sich, sich mit den Geselligen anzufreunden, wenn sie zum Einzelgängertum neigen. Schließen sie sich nie jenen an, die dasselbe Manko wie sie haben. Sie werden alles, was niederhält, verstärken. Schaffen sie einzig Verbindungen zu positiven Eigenschaften. Machen sie sich das zur Lebensregel und sie werden mehr davon profitieren, als von allen Therapien dieser Welt. Dieses Gesetz lässt keine Umkehrung zu. Es ist überall und immer anzuwenden. Durch den Umgang mit jenen, die sie mit ihrem Elend anstecken, können sie nichts gewinnen. Einzig der Umgang mit Glücklichen verschafft ihnen Macht und Glück. Der Verstoß gegen dieses Gesetz geschieht auf ihre eigene Gefahr. Gesetz 11 Mache Menschen von dir abhängig Was heißt das? Um unabhängig bleiben zu können, müssen sie immer gefragt sein und überall gebraucht werden. Je mehr man sich auf sie verlässt, desto mehr Freiheit genießen sie. Richten sie es so ein, dass Glück und Wohlstand anderer von ihnen abhängen. Dann haben sie nichts zu fürchten. Bringen sie den anderen niemals so viel bei, dass sie ohne sie zurechtkommen. Äußerste Macht besteht darin, andere Menschen dazu zu bringen, das zu tun, was sie wollen. Wenn ihnen das gelingt, ohne dass sie Menschen dazu zwingen oder sie verletzen müssen, wenn sie bereitwillig gewähren, was sie wünschen, dann ist ihre Macht unangreifbar. Am besten gelangt man in diese Position, wenn man ein Abhängigkeitsverhältnis schafft. Der Herr benötigt ihre Dienste. Er ist schwach oder ohne sie zum Handeln unfähig. Sie haben ihre mit seinen Aufgaben so eng vermischt, dass es ihnen große Schwierigkeiten brächte, wenn er sie fortschickte. Zumindest würde es ihnen viel Zeit kosten, einen anderen so auszubilden, dass er sie ersetzen könnte. Ist eine solche Beziehung erst einmal etabliert, haben sie die Oberhand, den Hebel, um den Herrn so agieren zu lassen, wie sie wünschen. Das ist die klassische Position des Mannes hinter dem Thron, des königlichen Dieners, der in Wirklichkeit den König kontrolliert. Seien sie nicht so dumm wie viele, die irrtümlich annehmen, die äußerste Macht bestünde in der Unabhängigkeit. Macht involviert immer eine Beziehung zwischen Menschen. Stets brauchen sie andere als Alliierte oder als Unterpfand oder auch als schwachen Herrscher, der ihnen als Fassade dient. Wer wirklich unabhängig sein will, muss in einer Hütte im Wald leben. Er hätte die Freiheit, zu kommen und zu gehen, wie es ihm beliebt, aber er hätte keine Macht. Bestenfalls können sie sich erhoffen, andere von sich so abhängig zu machen, dass sie sich eine Art umgekehrte Unabhängigkeit erfreuen. Dass die anderen sie brauchen, gibt ihnen Freiheit. König Ludwig XI. 1423 bis 1483, der den französischen Absolutismus begründete, hatte eine Schwäche für die Astrologie. Er hielt sich einen Hofastrologen, den er bewunderte. Bis der Mann eines Tages vorhersagte, eine der Hofdamen würde binnen acht Tagen sterben. Als sich die Prophezeiung bewahrheitete, erschrak Ludwig, weil er glaubte, dass entweder der Mann die Frau getötet hatte, um seine seerischen Fähigkeiten zu beweisen, oder dass er in seiner Kunst so versiert war, dass er für Ludwig eine Bedrohung darstellte. Auf jeden Fall musste der Mann getötet werden. Eines Abends beorderte Ludwig den Astrologen in sein Zimmer, das weit oben im Schloss lag. Vor seinem Eintreffen gab der König seinem Diener den Befehl, auf sein Zeichen hin, den Astrologen zu ergreifen und ihn aus dem Fenster zu werfen, das sich viele, viele Meter über dem Boden befand. Bald darauf trat der Astrologe ein, doch ehe er das Zeichen gab, stellte ihm Ludwig eine letzte Frage. Du behauptest, du verstündest etwas von Astrologie und wüsstest um das Schicksal anderer. Also, sage mir, was dein Schicksal sein wird, um wie lang du zu leben hast. Ich werde genau drei Tage vor Ihrer Majestät sterben, antwortete der Astrologe. Das Zeichen des Königs wurde nie gegeben. Das Leben des Mannes war gerettet. Der König stellte sich nicht nur die Zeit seines Lebens vor den Astrologen, er verwöhnte ihn auch mit Geschenken und ließ ihn von den besten Ärzten des Hofes behandeln. Der Astrologe überlebte Ludwig um mehrere Jahre, womit er seine Unfähigkeit als Seher zugleich aber seine Meisterschaft im Spiel um die Macht bewies. Das ist das Modell. Machen Sie andere von sich abhängig. Sich ihrer zu entledigen, könnte dann ein Unglück, vielleicht sogar den Tod bedeuten und Ihr Herr wagt es nicht, das Schicksal herauszufordern und dies auszuprobieren. Es gibt mehrere Wege, in solch eine Position zu gelangen. Vor allem aber kommt es darauf an, Talente und kreative Fähigkeiten zu entwickeln, die sich einfach nicht ersetzen lassen. Während der Renaissance hing der Erfolg eines fähigen Malers hauptsächlich davon ab, dass er den richtigen Patron fand. Michelangelo verstand das besser als alle anderen. Sein Patron war Papst Julius II. Doch er und der Papst zerstritten sich wegen des Baus eines Marmorgrabs für den Papst und Michelangelo verließ Rom voll Verachtung. Zum Erstaunen des päpstlichen Umfelds unterließ es der Papst nicht nur, ihn förmlich zu entlassen, er ließ ihn sogar suchen und bedrängte ihn, doch bei ihm zu bleiben. Michelangelo, das wusste der Papst, könnte einen anderen Patron finden, er aber würde niemals einen anderen Michelangelo finden. Sie müssen nicht das Talent eines Michelangelo haben, sie müssen jedoch eine Fähigkeit entwickeln, die sie von der Menge abhebt. Sie müssen ihre Situation so einrichten, dass sie sich jederzeit einem anderen Herrn oder Patron zuwenden können. Dass ihr Herr aber nicht so leicht einen anderen Diener mit ihrem spezifischen Talent finden kann. Und wenn sie in Wirklichkeit gar nicht so unverzichtbar sind, dann müssen sie alles so aussehen lassen, als sei dem so. Die Aura speziellen Wissens und besonderer Fähigkeiten gibt ihnen Freiraum, ihre Vorgesetzten dahingehend zu täuschen, dass sie glauben, sie würden ohne sie nicht zurechtkommen. Eine tatsächliche Abhängigkeit ihres Herren von ihnen jedoch macht ihn ihnen gegenüber verwundbarer als die vorgetäuschte taktische Variante und es liegt immer in ihrer Macht, ihre Fähigkeiten unentbehrlich zu machen. Sein Schicksal mit dem eines anderen zu verflechten bedeutet, ranken sie sich wie ein kletternder Efeu um die Quelle der Macht. Dann wäre es ein schwerer Schock, wenn man sie wegschnitte. Und sie müssen sich nicht unbedingt um den obersten Herren wenden, eine andere Person tut es auch, solange er oder sie ein unverzichtbarer Glied der Kette darstellt. Eines Tages betraten düsteren Blicks ein paar Angestellte das Büro von Harry Cohn, Präsident von Columbia Pictures. Man schrieb das Jahr 1951. Die von einem Komitee des US-Kongresses angezettelte Jagd auf Kommunisten in Hollywood war auf ihrem Höhepunkt. Die Angestellten überbrachten eine schlechte Nachricht. Einer ihrer Mitarbeiter, der Drehbuchautor John Howard Lawson, war als Kommunist bloß gestellt worden. Man müsste sich seiner sofort entledigen oder würde den Zorn des Komitees auf sich ziehen. Harry Cohn war alles andere als ein in der Wolle gefärbter Liberaler. Zeit seines Lebens blieb er ein stockkonservativer Republikaner. Sein Lieblingspolitiker war Benito Mussolini. Er hat ihn einmal besucht und noch immer hing ein gerahmtes Foto von ihm an seiner Wand. Wenn Cohn jemanden hasste, nannte er ihn einen kommunistischen Bastard. Doch zum Erstaunen seiner Angestellten sagte Cohn, er würde Lawson nicht feuern. Doch er hielt nicht etwa zu ihm, weil er ein guter Drehbuchautor war, davon gab es viel in Hollywood. Er hielt zu ihm, weil es da eine Kette von Abhängigkeiten gab. Lawson war der Autor von Humphrey Bogart und Bogart war der Star von Columbia. Wäre Cohn Lawson angegangen, hätte er eine ungeheuer profitable Beziehung ruiniert. Das war weit mehr wert als die negative Publizität, die er sich zuzog, weil er sich dem Komitee widersetzte. Henry Kissinger überlebte manch einen Adalas in Nixons weißem Haus nicht etwa, weil er der beste Diplomat war, den Nixon finden konnte. Gut verhandeln konnten andere auch oder weil die beiden Männer so gut miteinander ausgekommen wären. Sie taten es nicht. Sie standen weder für dieselbe Politik noch für dieselben Überzeugungen. Kissinger überlebte, weil er sich so sehr in so zahlreichen Bereichen der politischen Struktur festgesetzt hatte, dass seine Ablösung in ein Chaos geführt hätte. Michelangelos Macht war intensiv. Sie hing von einer einzigen Qualität ab, der des Künstlers. Kissingers Macht war extensiv. Er brachte sich in so viele Bereiche und Aspekte des Regierens ein, dass seine Involviertheit zu seinem Trumpf wurde. Zudem schafft er sich dadurch viele Verbündete. Wenn es ihnen gelingt, sich solch eine Position zu erarbeiten, dann ist es gefährlich, sich ihrer zu entledigen. Alle möglichen Interdependenzen könnten sich plötzlich auftun. Allerdings gewährt die intensive Form der Macht mehr Freiheit als die extensive. Denn wer über erstere verfügt, dessen Sicherheit hängt nicht von einem bestimmten Herrn oder einer bestimmten Machtposition ab. Um andere von sich abhängig zu machen, können sie sich noch einer weiteren Taktik bedienen. Wenn sie die Geheimnisse dieser anderen kennen, wenn sie Informationen besitzen, die diese nicht ans Licht der Öffentlichkeit gebracht haben wollen, dann verknüpfen sie deren Schicksal fest mit dem ihren. Sie werden unangreifbar. Über Jahrhunderte hinweg erfreuten sich die für die Geheimpolizei zuständigen Minister dieser Position. Sie konnten Könige küren oder vernichten oder, wie im Falle von J. Edgar Hoover, auch einem Präsidenten. Doch diese Position ist so von Unsicherheit und Paranoia geprägt, dass die Macht, die sie gewährt, sich beinahe selbst aufhebt. Niemals kann man sich einen Augenblick der Ruhe gönnen und wozu soll Macht gut sein, wenn sie ihnen keinen Frieden bringt? Eine letzte Warnung. Glauben Sie nicht, dass die Abhängigkeit Ihres Herrn von Ihnen diesen dazu bringt, sie zu lieben. Vielmehr wird er sie verachten und fürchten. Doch wie schon Machiavelli sagte, es ist besser, man wird gefürchtet, als geliebt. Die Furcht können Sie kontrollieren, die Liebe niemals. Von so subtilen und wechselvollen Gefühlen wie Liebe oder Freundschaft abhängig zu sein, würde nur Ihre Sicherheit gefährden. Gründen Sie die Abhängigkeit anderer von Ihnen also besser auf die Angst vor den Konsequenzen Ihres Verlustes als auf die Zuneigung zu Ihrer Gesellschaft. Andere von sich abhängig zu machen, bringt immer den Nachteil mit sich, dass Sie in gewisser Hinsicht auch von Ihnen abhängig sind. Doch wenn Sie versuchen, über diesen Punkt hinaus zu gelangen, bedeutet das, Sie müssen die über sich loswerden. Es bedeutet, allein zu sein, von niemandem abhängig. Das ist der monopolistische Drang eines J.P. Morgan oder John D. Rockefeller, alle Wettbewerber aus dem Feld zu schlagen, vollständig die Kontrolle zu übernehmen. Wenn Sie sich eine marktbeherrschende Stellung verschaffen können, umso besser. Doch solche Unabhängigkeit hat ihren Preis. Sie sind gezwungen, sich zu isolieren. Monopole wenden sich oft gegen sich selbst und zerstören sich unter dem inneren Druck. Sie stoßen auch auf schärfste Ablehnung und ihre Feinde verbünden sich im Kampf gegen sie. Der Drang zur vollständigen Kontrolle ist oft ruinös. Wechselseitiger Abhängigkeit ist die Regel. Unabhängigkeit eine seltene und oft fatale Ausnahme. Begeben Sie sich lieber in eine Position wechselseitiger Abhängigkeit und befolgen Sie dieses entscheidende Gesetz, statt sich nach seiner Umkehrung zu richten. Dann müssen Sie nicht den unerträglichen Druck ertragen, an der Spitze zu stehen, und der über ihnen wird im Grunde zu ihrem Sklaven, denn er ist von ihnen abhängig. Gesetz 12 Entwaffne deine Opfer mit gezielter Ehrlichkeit und Großzügigkeit Was heißt das? Ein einziger aufrichtiger Schachzug kann Dutzende von Teutestricks verbergen. Offenherzige Gesten der Ehrlichkeit und Großzügigkeit lullen selbst die misstrauischsten Menschen ein. Sobald ihre gezielte Aufrichtigkeit ein Loch in deren Panzer geschlagen hat, können sie sie nach Gutdünken hintergehen und manipulieren. Ein Geschenk zur rechten Zeit, ein trojanisches Pferd, kann demselben Zweck dienen. Das Wesen des Betrugs ist Ablenkung. Wenn Sie die Leute ablenken, die Sie betrügen wollen, gewinnen Sie Raum und Zeit für Aktionen, die jene nicht bemerken. Eine freundliche, großzügige oder ehrliche Geste ist häufig die stärkste Form der Ablenkung, weil sie den Menschen ihr Misstrauen nimmt. Sie macht sie zu Kindern, die gierig jede Zuwendung aufnehmen. Im alten China nannte man das geben, bevor man nimmt. Die Gabe macht es dem anderen schwer, das Nehmen zu erkennen. Sie ist ein Kniff mit unendlich praktischen Nutzen. Jemandem offenkundig etwas wegzunehmen, ist selbst für Mächtige gefährlich. Das Opfer wird auf Rache sinnen. Genauso gefährlich ist es, einfach darum zu bitten, egal wie höflich Sie das auch tun. Solange der andere sich keinen Vorteil davon verspricht, kann er Ihnen Ihr Begehren übel nehmen. Lernen Sie zu geben, bevor Sie nehmen. Das bereitet den Boden, nimmt einem künftigen Begehren die Schärfe oder bewirkt einfach eine Ablenkung. Dabei kann Ihre Gabe in verschiedener Form daherkommen. Als tatsächliches Geschenk, als großzügige Geste, als freundlicher Gefallen, als ehrliches Eingeständnis oder was immer gerade nötig ist. Am besten setzen Sie die gezielte Ehrlichkeit gleich bei der ersten Begegnung ein. Wir alle sind Gewohnheitstiere und unser erster Eindruck hält sich am längsten. Wenn jemand von Anfang an glaubt, Sie seien ehrlich, dauert es lange, bis er vom Gegenteil überzeugt ist. Das gibt Ihnen Spielraum. Ehrlichkeit ist eine sehr gute Möglichkeit, die Wachsamen zu entwaffnen, aber nicht die einzige. Jede noble, scheinbar selbstlose Handlung dient diesem Zweck. Mit am besten vielleicht ist die Großzügigkeit. Wenige Menschen können einem Geschenk widerstehen, selbst wenn es von ihrem schlimmsten Feind kommt. Deshalb ist es häufig der perfekte Weg, andere zu entwaffnen. Ein Geschenk lockt das Kind in uns hervor, das auf der Stelle seine Schutzschilde fallen lässt. Obwohl wir die Handlungen anderer oft in einem sehr zynischen Licht betrachten, erkennen wir selten das machiavellistische Element bei einem Geschenk, bleiben uns die tieferliegenden Motive verborgen. Ein Geschenk ist das perfekte Objekt, um eine Täuschung darin zu verstecken. Vor über 3000 Jahren überquerten die alten Griechen das Meer, um die schöne Helena zurückzuholen, die ihnen Paris geraubt hatte, und um dessen Vaterstadt Troja zu zerstören. Die Belagerung dauerte zehn Jahre, und viele Helden starben, doch keine der beiden Seiten war einem Sieg nahe. Eines Tages versammelte der Seher Kalschers die Griechen. Hört auf, gegen diese Mauern anzurennen, erklärte er. Ihr müsst einen anderen Weg finden, einen Trick. Mit Kraft allein können wir Troja nicht einnehmen. Wir brauchen eine schlaue Kriegslist. Der listenreiche griechische Held Odysseus schlug vor, ein riesiges hölzernes Pferd zu bauen, Krieger darin zu verstecken und es den Trojanern als Geschenk darzubieten. Neoptolemos, der Sohn des Achilleus, wies den Vorschlag angeh wieder zurück. Das sei unmännlich. Lieber sollten noch Tausende auf dem Schlachtfeld sterben, als dass der Sieg durch Täuschung errungen würde. Doch die übrigen Griechen, die sich zwischen weiteren zehn Jahren Männlichkeit, Ehre und Tod auf der einen und einem schnellen Sieg auf der anderen Seite entscheiden mussten, zogen das Pferd vor, das prompt gebaut wurde. Die List funktionierte und Troja wurde zerstört. Ein einziges Geschenk brachte den Griechen mehr ein als zehn Jahre Kampf. Gezielte Milde sollte gleichfalls zu ihrem Täuschungsarsenal gehören. Seit vielen Jahren hatten die Römer die Stadt Valérie vergeblich belagert. Als der Feldherr Camillus vor der Stadt lag, sah er eines Tages einen Mann, der mit einigen Kindern zu ihm kam. Der Mann war ein Lehrer und die Kinder stammten, wie sich herausstellte, aus den edelsten und reichsten Familien von Valérie. Unter dem Vorwand, er wolle mit ihnen spazieren gehen, hatte der Lehrer sie direkt zu den Römern geführt, um sie als Geiseln anzubieten und, sichtbar Camillus, dem Feind der Stadt, einzuschmeicheln. Doch Camillus nahm die Kinder nicht als Geiseln. Er fesselte die Hände des Lehrers auf dem Rücken und gab jedem Kind eine Route, damit sie ihn zurück in die Stadt peitschten. Die Geste zeigte sofort Wirkung bei den Bewohnern von Valérie. Die Weigerung von Camillus, aus dieser Situation Vorteile zu ziehen, ließ ihren Widerstand zusammenbrechen und sie ergaben sich. Camillus hatte das richtig vorhergesehen. Aber er hatte sowieso nichts zu verlieren. Die Sache mit den Geiseln hätte den Krieg nicht beendet, zumindest nicht sofort. Indem er die Situation umkehrte, verdiente er sich das Vertrauen und den Respekt seiner Gegner und entwaffnete sie. Gezielte Milde kann den hartnäckigsten Widersacher zermürben. Zielt man direkt aufs Herz, erlarmt der Wille, sich zu wehren. Merken Sie sich. Wenn Sie sich die Emotionen der Menschen zunutze machen, können wohl kalkulierte freundliche Gesten einen Capone in ein leichtgläubiges Kind verwandeln. Doch wie bei jedem emotionalen Vorgehen muss die Taktik mit Vorsicht angewandt werden. Wenn die Leute Sie durchschauen, entwickeln Sie statt Dankbarkeit und Wärme vehementen Hass und tiefes Misstrauen. Spielen Sie nicht mit dem Feuer, solange Ihre Geste nicht aufrichtig und herzlich wirkt. Wenn Sie für Betrügereien bekannt sind, kann keine noch so große Ehrlichkeit, Großzügigkeit oder Milde die Leute hinters Licht führen. Dann wird Ihre Aufmerksamkeit geradezu darauf gelenkt. Wenn die anderen Sie als Betrüger betrachten, weckt Ihre plötzliche Ehrlichkeit nur Verdacht. In solchen Fällen ist es besser, den Schurken zu spielen. Beim größten Schwindel seiner Laufbahn verkaufte Graf Lustig den Eiffelturm, einem ahnungslosen Industriellen, der glaubte, die Regierung wolle den Stahlkoloss verschrotten und meistbietend versteigern. Das Geld, eine ziemlich hohe Summe, sollte der Industrielle lustig aushändigen, der erfolgreich einen Regierungsvertreter gemimt hatte. Im letzten Moment schöpfte das Opfer jedoch Verdacht. Irgendetwas an Lustig fiel ihm auf. Während eines Treffens, bei dem eigentlich die Geldübergabe stattfinden sollte, spürte Lustig das plötzliche Misstrauen. Lustig beugte sich herüber zu dem Industriellen und erzählte im Flüsterton, wie niedrig sein Gehalt sei, wie schwierig seine finanzielle Situation und so weiter. Nach ein paar Minuten kam der Industrielle zu dem Schluss, Lustig fordere ein Bestechungsgeld. Der Mann entspannte sich. Jetzt konnte er Lustig trauen. Alle Beamten waren bestechlich, also musste Lustig echt sein. Er rückte das Geld heraus. Indem er den Unehrlichen spielte, erschien lustig als der wahre Jakob. In diesem Fall hätte gezielte Ehrlichkeit das Gegenteil bewirkt. Je älter der französische Diplomat Talleyrand wurde, umso weiter verbreitete sich sein Ruf als meisterhafter Lügner und Betrüger. Beim Wiener Kongress 1814 bis 1815 pflegte er immer wieder fabelhafte Geschichten zu erzählen und Bemerkungen zu machen, die nicht stimmen konnten. Die anderen wussten, dass er log. Talleyrands Unehrlichkeiten dienten nur einem einzigen Zweck. Sie sollten verschleiern, wann er die anderen tatsächlich hinterging. Eines Tages erklärte er beispielsweise mit scheinbarer Aufrichtigkeit unter Freunden. Beim Geschäft sollte man seine Karten aufdecken. Keiner traute seinen Ohren. Ein Mann, der sich nie und nimmer im Leben in die Karten hatte sehen lassen, erzählte anderen, sie sollten ihre Karten zeigen. Taktiken wie diese machten es unmöglich, zwischen Talleyrands echten und seinen vorgeblichen Betrügereien zu unterscheiden. In dem er seine Reputation als Lügner ausbaute, bewahrte er sich die Möglichkeit zu betrügen. Wenn es um Macht geht, ist nichts in Stein gemeißelt. Ein offengelegter Betrug kann gelegentlich ihre Spuren verwischen und ihnen sogar Bewunderung für ihre ehrliche Unehrlichkeit einbringen. Gesetz 13 Brauchst du Hilfe? Appelliere an den Eigennutz. Was heißt das? Wenn Sie einen Verbündeten um Hilfe angehen, erinnern Sie nicht daran, dass Sie ihm einst Unterstützung zukommen ließen oder Gutes taten. Er wird eine Möglichkeit finden, sie zu überhören. Zeigen Sie ihm stattdessen, dass es auch ihm nützt, wenn er Ihnen beisteht, und streichen Sie das groß heraus. Er wird begeistert mitmachen, wenn er glaubt, davon zu profitieren. Beim Streben nach Macht werden Sie immer wieder in die Lage kommen, mächtiger um Hilfe bitten zu müssen. Um Hilfe zu bitten, ist eine Kunst. Sie hängt von ihrer Fähigkeit ab, sich in den anderen hineinzuversetzen und ihre und seine Bedürfnisse nicht zu verwechseln. Den meisten Menschen gelingt das nicht, weil sie zu tief in ihre eigenen Wünsche und Hoffnungen verstrickt sind. Sie gehen von der Annahme aus, dass die Leute, an die sie sich wenden, ein selbstloses Interesse haben, ihnen zu helfen. Sie reden mit diesen Leuten, als seien ihre Bedürfnisse für die Adressaten von Bedeutung, obwohl es wahrscheinlich kaum etwas gibt, das diese weniger interessiert. Manchmal beziehen sie sich auf ein großes Ganzes, einen wichtigen Fall, hehre Gefühle wie Liebe und Dankbarkeit. Sie zielen auf das Gesamtbild, wenn einfache, alltägliche Fakten viel wirkungsvoller wären. Sie erkennen nicht, dass selbst der Mächtigste in seine eigenen Bedürfnisse verstrickt ist und dass er, solange man nicht an seine Eigeninteressen appelliert, einen Bittsteller als hoffnungslosen Fall, bestenfalls als Zeitverschwendung betrachtet. Im 16. Jahrhundert versuchten portugiesische Missionare über Jahrzehnte hinweg, die Japaner zum Katholizismus zu bekehren. Zu jener Zeit hatte Portugal das Monopol im Handel zwischen Japan und Europa. Die Missionare hatten zwar einige Erfolge, aber zur herrschenden Elite drangen sie kaum vor. Mehr noch, zu Beginn des 17. Jahrhunderts hatte ihr Bekehrungseifer dazu geführt, dass der japanische Herrscher Ieyasu ihnen feindlich gesinnt war. Als in größerer Zahl Holländer nach Japan kamen, betrachtete Ieyasu das als Erleichterung. Er brauchte Europäer wegen ihres Wissens um Feuerwaffen und Seefahrt. Und den Holländern ging es ausschließlich um Handel, nicht um Religion. Ieyasu zögerte nicht, die Portugiesen aus dem Weg zu räumen. Von diesem Zeitpunkt an pflegte er nur noch den Handel mit den praktisch denkenden Holländern. Zwischen der japanischen und der holländischen Kultur lagen Welten. Doch beide hatten ein zeitloses und ubiquitäres Anliegen, Eigennutz. Jeder Mensch, mit dem sie es zu tun haben, ist wie eine andere Kultur, wie ein fremdes Land mit einer Vergangenheit, die nichts mit der ihren gemein hat. Und doch können sie die Unterschiede zwischen sich und dem anderen überbrücken, indem sie an sein Eigeninteresse appellieren. Tun sie das ganz offen. Sie haben wertvolles Wissen einzubringen. Sie werden seine Thron mit Gold füllen. Sie werden sein Leben verlängern und ihn glücklicher machen. Das ist die Sprache, die jeder spricht und versteht. Der entscheidende Punkt bei diesem Prozess ist, die Psyche des Anderen zu verstehen. Ist er eitel? Sorgt er sich um seine Reputation oder seinen gesellschaftlichen Ruf? Hat er Feinde, bei deren Überwindung sie ihm helfen können? Zählen wir ihm einfach nur Geld und Macht? Als die Mongolen im 13. Jahrhundert in China einfielen, drohten sie eine über 2000 Jahre alte, blühende Kultur zu zerstören. Für sie war China nur ein Land, das keine Weiden für ihre Pferde bot. Und so wollten sie nach dem Motto, es ist besser, die Chinesen zu vernichten und Gras wachsen zu lassen, die Städte dem Erdboden gleich machen. Gerettet wurde China von keinem Soldaten, keinem Feldherrn und auch keinem König, sondern von einem Mann namens Yelu, Hu Zai. Auch er war ein Fremder, doch er hatte die Überlegenheit der chinesischen Kultur erkannt. Er schaffte es, zum Berater des Mongolenherrschers aufzusteigen und ihn davon zu überzeugen, dass ihn das Land ungeheure Reichtümer bringen würde, wenn er, statt es zu zerstören, einfach die gesamte Bevölkerung mit einer Kopfsteuer belegte. Der Khan erkannte die Klugheit dieses Rats und befolgte ihn. Als der Khan die Stadt Kaifeng nach einer langen Belagerung eroberte und die Einwohner niedermetzeln lassen wollte, wie er das auch in anderen Städten getan hatte, die sich ihm widersetzt hatten, erklärte ihm Hu Zai, dass sich die besten Handwerker und Techniker Chinas nach Kaifeng geflüchtet hätten und es besser wäre, wenn er deren Können ausbeutete. Kaifeng blieb verschont. Nie zuvor hatte der Khan eine solche Milde walten lassen. Allerdings war es in Wirklichkeit keine Milde. Hu Zai kannte seinen Khan. Er war ein barbarischer Bauer, der sich keinen Deut um Kultur scherte oder überhaupt um etwas anderes als die Kriegsführung und handfeste Ergebnisse. Hu Zai beschloss, an die einzige Emotion zu appellieren, die solch einen Mann bewegen konnte. Gier. Eigennutz ist der Hebel, um Leute in Bewegung zu setzen. Sobald sie ihnen aufzeigen, wie sie ihren Bedürfnissen dienen oder ihr Anliegen vorantreiben können, wird ihr Widerstand ihrer Bitte gegenüber wie mit Zauberhand weggewischt sein. Bei jedem Schritt auf ihrem Weg zur Macht müssen sie trainieren, sich in den anderen hineinzuversetzen, seine Bedürfnisse und Interessen zu erkennen und die Mauer aus ihren eigenen Gefühlen loszuwerden, die die Wahrheit verdeckt. Wenn sie diese Kunst beherrschen, sind ihrem Erfolg keine Grenzen gesetzt. Manche Menschen stufen einen Appell an ihren Eigennutz als schändlich und schmutzig ein. Sie wollen tatsächlich lieber Wohltätigkeit, Gnade und Gerechtigkeit walten lassen, damit sie sich ihnen überlegen fühlen können. Wenn sie solche Menschen um Hilfe bitten, müssen sie deren Macht und Position herausstreichen. Die Wohltäter sind stark genug, um von ihnen nichts anderes zu benötigen, als die Möglichkeit, sich überlegen zu fühlen. Das ist der Wein, der sie berauscht. Sie reißen sich darum, ihr Projekt zu unterstützen, sie wichtigen Leuten vorzustellen, vorausgesetzt natürlich, all dies geschieht vor den Augen der Öffentlichkeit und dient einem guten Zweck. Je mehr Öffentlichkeit, desto besser. Nicht jeder kann also durch blanken Eigennutz motiviert werden. Manche werden davon abgestoßen, weil sie sich nicht den Anschein geben wollen, mit so etwas behaftet zu sein. Diese Leute brauchen Gelegenheiten, ihr gutes Herz herauszustellen. Seien sie nicht schüchtern. Geben sie ihnen diese Gelegenheit. Sie nutzen sie nicht aus, wenn sie sie um Hilfe bitten. Es ist ihnen wirklich ein Vergnügen, zu geben und dabei gesehen zu werden. Sie müssen die Unterschiede bei den Mächtigen erkennen und herausfinden, wie sie funktionieren. Appellieren sie nicht an ihre Wohltätigkeit, wenn sie vor Gier triefen. Appellieren sie nicht an ihre Gier, wenn sie sich als wohltätig und nobel darstellen. Gesetz 14 Gib dich wie ein Freund, aber handle wie ein Spion. Was heißt das? Den Gegner genau zu kennen ist überaus wichtig. Sammeln sie mithilfe von Agenten entscheidende Informationen. Dann sind sie ihm immer einen Schritt voraus. Noch besser, spielen sie selbst den Spion. Nutzen sie unverfängliche Begegnungen zum Auskundschaften. Bringen sie mit indirekten Fragen die Leute dazu, ihre Absichten und ihre Schwächen preiszugeben. Ein geschickter Spion kann aus so gut wie allen Situationen Vorteile ziehen. Geht es um Macht, muss ihr Ziel sein, zukünftige Ereignisse ein Stück weit zu beeinflussen. Damit stehen sie vor dem Problem, dass andere ihnen nicht alle ihre Gedanken, Gefühle und Pläne mitteilen. Indem sie umsichtig darauf achten, was sie sagen, verbergen sie oft den entscheidenden Teil ihres Charakters, ihre Schwächen, Obsessionen und tieferen Beweggründe. Folglich können sie die Schachzüge der anderen nicht voraussehen und tappen konstant im Dunkeln. Der Trick besteht darin, sie irgendwie auszukundschaften, ihre Geheimnisse und verborgenen Intentionen herauszufinden, ohne dass sie merken, worauf sie aus sind. Das ist nicht so schwierig, wie sie vielleicht denken. Mit einer freundlichen Fassade können sie heimlich Informationen sowohl über Freunde als auch über Feinde sammeln. Lassen sie andere Horoskope lesen oder die Tarotkarten befragen. Sie haben konkretere Mittel, die Zukunft vorherzusehen. Bei der Spionage bedient man sich am häufigsten anderer Menschen, wie es Devene tat. Diese Methode ist einfach und effizient, aber riskant. Mit Sicherheit werden sie an Informationen gelangen, doch über die Menschen, die die Arbeit für sie tun, haben sie wenig Kontrolle. Besser ist es, selbst der Spion zu sein, sich als Freund zu geben, während sie heimlich Informationen sammeln. Der französische Politiker Talleyrand war in dieser Kunst äußerst bewandert. Er verfügte über eine verblüffende Fähigkeit, in höflichen Gesprächen anderen Menschen Geheimnisse zu entlocken. Einer seiner Zeitgenossen, Baron de Vitrol, schrieb, Witz und Takt prägten seine Konversation. Er verstand es, seine Gedanken oder seine wahren Absichten hinter einem Schleier von versteckten Andeutungen zu verbergen, hinter Worten, die ein wenig mehr implizieren, als sie ausdrücken. Nur wenn es unbedingt nötig war, brachte er sich auch persönlich ein. Entscheidend ist in diesem Fall Talleyrands Fähigkeit, sich selbst in der Konversation zurückzuhalten und andere endlos über sich selbst sprechen zu lassen, so dass sie unvermeidlicherweise dabei ihre Absichten und Pläne enthüllen. Sein ganzes Leben lang sagte man von Talleyrand, er sei ein großartiger Gesprächspartner. In Wirklichkeit sagte er jedoch recht wenig. Niemals sprach er über seine eigenen Gedanken. Er ließ andere, die ihren Preis geben. Für ausländische Diplomaten organisierte er nette gesellschaftliche Ereignisse, bei denen er ihre Worte sorgfältig prüfte, ihnen Vertrauliches entlockte und Informationen sammelte, die für seine Arbeit als französischer Außenminister von großem Wert waren. Beim Wiener Kongress 1814 bis 1815 bediente er sich auch noch anderer Spionage-Methoden. Hin und wieder platzte er mit etwas heraus, das ein Geheimnis zu sein schien. In Wirklichkeit hatte er es sich nur ausgedacht. Und dann beobachtete er die Reaktionen seiner Zuhörer. Einem Kreis von Diplomaten berichtete er beispielsweise, ein zuverlässiger Informant hätte ihm enthüllt, dass der russische Zar plane, seinen obersten General wegen Verrats verhaften zu lassen. Indem er die Reaktionen der Diplomaten auf diese erfundene Geschichte analysierte, fand er heraus, welche sich über eine Schwächung der russischen Armee am meisten freuen würden, vielleicht weil ihre Regierung Pläne bezüglich Russlands hatten. Baron von Stetten hat es so ausgedrückt. Schenken Sie gesellschaftlichen Ereignissen und harmlosen Begegnungen besondere Beachtung. Bei solchen Gelegenheiten lässt die Wachsamkeit der Menschen nach. Wenn Sie sich selbst zurückhalten, können Sie sie dazu bringen, Ihnen Dinge zu offenbaren. Das Brillant an diesem Manöver ist, dass Sie Ihr Interesse an Ihnen für Freundschaft halten und Sie nicht nur etwas in Erfahrung bringen, sondern sich auch noch Verbündete machen. Dennoch müssen Sie diese Strategie mit Vorsicht verfolgen. Wenn die anderen den Verdacht hegen, dass sie unter dem Vorwand der Konversation versuchen, Ihnen Geheimnisse zu entlocken, werden Sie sie strikt meiden. Legen Sie die Emphase auf das freundschaftliche Geplauder, nicht auf die für Sie interessanten Gesprächsgegenstände. Ihre Suche nach wertvollen Informationen darf nicht zu offensichtlich sein. Sonst werden Ihre sondierenden Fragen mehr über Sie selbst und Ihre Absichten verraten, als über die Dinge, die Sie herauszufinden hoffen. Laroche Foucault beschrieb einmal einen Spionagetrick, den auszuprobieren sich lohnt. Aufrechtigkeit findet sich nur bei sehr wenigen Menschen und sie ist oft die klügste List. Man gibt sich aufrichtig, um die Vertraulichkeiten und Geheimnisse des anderen hervorzulocken. Anders ausgedrückt, wenn Sie so tun, als würden Sie dem anderen Ihr Herz ausschütten, bringen Sie ihn leichter dazu, seine eigenen Geheimnisse preiszugeben. Legen Sie ein falsches Geständnis ab und Sie werden ein echtes erhalten. Einen weiteren Trick hat der Philosoph Arthur Schopenhauer herausgefunden. Wenn Sie Menschen, mit denen Sie sich unterhalten, vehement widersprechen, irritieren Sie sie und regen Sie so sehr auf, dass Sie ein Stück weit die Kontrolle über das verlieren, was Sie sagen. Da Sie emotional reagieren, werden Sie alle möglichen Wahrheiten über sich selbst preisgeben. Wahrheiten, die Sie später gegen Sie verwenden können. Eine weitere Methode des indirekten Spionierens besteht darin, die anderen zu testen, ihnen kleine Fallen zu stellen, die sie darzubringen, etwas von sich zu offenbaren. Schossrau II., ein für seine Cleverness bekannter persischer König des 7. Jahrhunderts, kannte viele Mittel und Wege, andere Menschen zu durchschauen, ohne Verdacht zu erwecken. Wenn er beispielsweise bemerkte, dass zwei Höflinge sich besonders eng angefreundet hatten, nahm er einen von ihnen beiseite und sagte ihm, er besitze Informationen, dass es sich bei dem anderen um einen Verräter handele und er würde bald getötet. Dann versicherte der König diesem Höfling, dass er ihm mehr als allen anderen vertraue und dass er diese Informationen geheim halten müsse. Dann beobachtete er die beiden Männer ganz genau. Wenn er bemerkte, dass das Verhalten des zweiten Höflings ihm gegenüber sich nicht veränderte, schloss er daraus, dass der Erste das Geheimnis gewahrt hatte. Dann förderte er ihn nach Kräften und bekannte ihm gegenüber später, ich wollte deinen Freund töten lassen, weil ich über gewisse Informationen verfügte. Als ich aber der Sache nachging, fand ich heraus, dass sie nicht stimmten. Wenn jedoch der zweite Höfling den König zu meiden begann, sich nervös und distanziert verhielt, wusste Schossrau, dass das Geheimnis nicht gewahrt worden war. Dann ließ er den zweiten Höfling wissen, dass das Ganze nur ein Test gewesen war, er ihm aber nicht länger vertrauen könne, obwohl er nichts falsch gemacht hatte. Er wurde vom Hof verbannt. Der erste Höfling aber, der das Geheimnis verraten hatte, wurde des Landes verwiesen. Diese Art von Spionage, die keine Fakten, sondern nur den Charakter einer Person zutage fördert, mag manchen seltsam erscheinen. Sie ist jedoch oft die beste Möglichkeit, Probleme zu lösen, ehe sie entstehen. Indem sie Leute mit solchen Tests in Versuchung führen, erfahren sie etwas über deren Loyalität, Ehrlichkeit und so weiter. Und solches Wissen ist in vielen Fällen am wertvollsten. Damit gewappnet können sie vorhersehen, wie die fraglichen Personen sich in der Zukunft verhalten werden. Im Spiel um die Macht kommt der Information entscheidende Bedeutung zu. Doch genau so, wie sie andere Menschen ausspionieren, müssen sie darauf vorbereitet sein, dass diese sie ausspionieren. Eine der potentesten Waffen im Kampf um die Informiertheit ist daher die Herausgabe falscher Informationen. Winston Churchill meinte dazu, die Wahrheit ist ein so kostbares Gut, dass sie immer von einer Leibwache aus Lügen geschützt werden sollte. Mit solch einer Leibwache müssen sie sich umgeben, damit niemand bis zu ihrer Wahrheit vordringen kann. Indem sie Informationen ihrer Wahl verbreiten, kontrollieren sie das Spiel. 1944 eskalierten plötzlich die nationalsozialistischen Raketenangriffe auf London. Über 2000 V1-Flugbomben fielen auf die Stadt. 5000 Menschen wurden dabei getötet, noch viel mehr verwundet. Irgendwie verpassten die Deutschen aber immer wieder ihre Ziele. Raketenbomben, die für die Tower Bridge oder den Piccadilly Circus gedacht waren, fielen auf die weniger stark bevölkerten Vorstädte. Das lag daran, dass sich die Deutschen bei der Berechnung der Flugrouten auf Geheimagenten verließen, die sie in England platziert hatten. Sie wussten nicht, dass diese Agenten enttarnt worden waren und an ihrer Stelle von den Engländern kontrollierte Agenten ihnen subtil gefälschte Informationen zukommen ließen. Immer weiter weg von ihren eigentlichen Zielen schlugen die Raketen ein. Gegen Ende der Bombardierung fielen sie auf Kuhweiden draußen im Land. Indem sie Menschen mit falschen Informationen versorgen, verhelfen sie sich zu einem gewaltigen Vorteil. Das Spionieren verleiht ihnen ein drittes Auge und zugleich verbirgt die Desinformation sie vor den Augen der Feinde. Ein Zyklop trifft sein Ziel nie. Gesetz 15 Vernichte deine Feinde vollständig Was heißt das? Seit Moses war allen großen Führungspersönlichkeiten klar, dass ein gefährlicher Feind ganz zerstört werden muss. Solange auch nur ein schwacher Funke glimmt, kann jederzeit wieder Feuer ausbrechen. Auf halben Wege aufzuhören bringt größere Verluste als die totale Auslöschung. Der Feind erholt sich wieder und wird Rache nehmen. Vernichten sie ihn, nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Die Geschichte Chinas bietet eine Fülle von Beispielen für Feinde, die am Leben gelassen worden waren und zurückkehrten, um die Nachsichtigen zu jagen. Vernichte den Feind ist daher ein strategisches Grundgesetz von Sun Tzu, der im 4. Jahrhundert vor Christus die Kunst des Krieges schrieb. Die Idee dahinter ist einfach. Ihre Feinde wollen ihnen Böses. Nichts wünschen sie sich mehr, als sie zu eliminieren. Wenn sie daher aus Milde oder aus Hoffnung auf Wiederversöhnung den Kampf gegen sie nur zur Hälfte oder zu drei Vierteln führen, fördern sie damit bloß ihre Entschlossenheit und Verbitterung. Eines Tages werden sie Rache nehmen. Im Moment mögen sie sich vielleicht friedfertig geben, aber nur, weil sie sie besiegt haben. Sie haben keine andere Wahl und müssen sich gedulden, bis ihre Zeit gekommen ist. Die Lösung? Kennen sie keine Gnade. Vernichten sie ihre Feinde so vollständig, wie jene das mit ihnen tun würden. Frieden und Sicherheit vor ihren Feinden finden sie letztlich nur, wenn diese verschwunden sind. Mao Zedong kannte sich in der chinesischen Geschichte gut aus und las Sun Tzu mit Hingabe. Er wusste, wie wichtig dieses Gesetz ist. 1934 floh der Kommunistenführer mit rund 75.000 schlecht ausgerüsteten Soldaten in die Ödenberge im westlichen China, um Chiang Kai-sheks viel größere Armee zu entkommen. Das Unternehmen sollte als langer Marsch in die Geschichte eingehen. Chiang war entschlossen, die Kommunisten bis auf den letzten Mann zu eliminieren. Und ein paar Jahre später hatte Mao nur noch weniger als 10.000 Soldaten übrig. Als 1937 jedoch Japan China überfiel, rechnete Chiang sich aus, dass die Kommunisten keine Bedrohung mehr darstellten. Er entschied sich dafür, die Jagd sein zu lassen und sich auf die Japaner zu konzentrieren. Zehn Jahre später hatten sich die Kommunisten genügend erholt, um Chiangs Armee in die Flucht schlagen zu können. Chiang hatte die alte Regel vom Vernichten des Feindes vergessen. Mao nicht. Chiang wurde so lange gejagt, bis er sich mit seiner ganzen Armee auf die Insel Taiwan flüchtete. Und bis zum heutigen Tag hat sich daran im Prinzip nichts geändert. Die Weisheit hinter der Regel, vernichte den Feind, ist so alt wie die Bibel. Als Erste hat sich vielleicht Moses befolgt, der sie von Gott selbst lernte, als der das Rote Meer für die Israeliten teilte und dann das Wasser über die ihnen folgenden Ägypter zurückfluten ließ, sodass nicht ein einziger von ihnen übrig blieb. Als Moses vom Berg Sinai mit den Zehn Geboten zurückkehrte und seine Leute um das goldene Kalb tanzen sah, ließ er samt und sonders alle erschlagen, die sich versündigt hatten. Und kurz vor seinem Tod befahl er seinen Anhängern, die nun endlich in das gelobte Land kommen sollten, die besiegten Stämme Kanaans allesamt zu vernichten, kein Bündnis mit ihnen einzugehen und keine Gnade mit ihnen zu zeigen. Der totale Sieg ist eine der Grundlagen der modernen Kriegsführung. Als Dogma wurde diese Erkenntnis erstmals von Karl von Clausewitz formuliert, dem berühmten Kriegshistoriker und Theoretiker. In seiner Analyse der Feldzüge Napoleons schrieb Clausewitz, der die Vernichtung der feindlichen Streitkraft als Haupthandlung bezeichnet, Der Grund dafür ist, dass nach einem Krieg verhandelt und das Territorium aufgeteilt wird. Wenn Sie nur einen Teilsieg errungen haben, werden Sie unweigerlich bei den Verhandlungen das verlieren, was Sie durch den Krieg gewonnen hatten. Die Lösung ist einfach. Lassen Sie Ihren Feinden keine Optionen. Löschen Sie sie aus. Dann gehört Ihr Territorium Ihnen. Das Ziel des Machtstrebens besteht darin, Ihre Feinde vollständig zu kontrollieren, sie zu zwingen, Ihrem Willen zu gehorchen. Sie können es sich nicht erlauben, auf halbem Wege Halt zu machen. Wenn die Feinde keine Optionen haben, sind Sie gezwungen, Ihrem Befehl zu gehorchen. Dieses Gesetz hat auch weit jenseits des Schlachtfeldes Gültigkeit. Verhandlungen sind heimtückische Schlangen, die Ihnen Ihre Beute Stück um Stück wegfressen. Verhandeln Sie also mit Ihren Feinden nicht. Lassen Sie ihnen keine Hoffnung, keinen Spielraum. Sie werden vernichtet. Basta. Bedenken Sie, auf Ihrem Weg zur Macht werden Sie Ihre Wahlen aufscheuchen und sich Feinde machen. Menschen werden darunter sein, die Sie nicht besiegen können, die Ihre Feinde bleiben werden, was immer Sie tun. Doch welche Wunden Sie Ihnen auch immer absichtlich oder unfreiwillig zufügen, nehmen Sie Ihren Hass nicht persönlich. Erkennen Sie ihn an, dass es keine Aussicht auf Frieden zwischen Ihnen gibt, vor allem, solange Sie an der Macht sind. Wenn Sie sie weiter um sich dulden, werden Sie so gewiss, wie auf die Nacht der Tag folgt, auf Rache sinnen. Abzuwarten, bis Sie Ihre Karten aufdecken, wäre einfach dumm. Seien Sie realistisch. Solange Sie solche Feinde haben, sind Sie niemals sicher. Ziehen Sie die Lehre aus der Geschichte und denken Sie an die Weisheit von Moses und Mao. Machen Sie nie auf halbem Wege Halt. Dieses Gesetz darf kaum missachtet werden. Doch ab und an ist es besser, wenn man dafür sorgt, falls das möglich ist, dass die Feinde sich selbst vernichten, statt ihnen mit eigener Hand Leid zuzufügen. Ein guter General weiß beispielsweise, dass die Soldaten einer in die Enge getriebenen Armee nur noch wilder kämpfen. Also ist es manchmal angebracht, ihnen ein Schlupfloch zu lassen, ein Fluchtweg. Auf dem Rückzug verzehren sie ihre Kräfte und plötzlich werden sie durch die Flucht vielleicht mehr demoralisiert als durch eine Niederlage auf dem Schlachtfeld. Hängen Ihre Gegner in den Seilen, dann können Sie sie, aber nur, wenn sie sich nicht mehr erholen können, möglicherweise zappeln lassen, bis sie sich selbst aufknüpfen. Machen Sie sie zum Werkzeug ihrer eigenen Vernichtung. Das Resultat ist dasselbe, aber sie fühlen sich wesentlich besser. Schließlich kommt es gelegentlich vor, dass auch gründlich vernichtete Feinde noch jahrelang auf Rache sind. Der Versailler Vertrag von 1919 brachte beispielsweise die Deutschen in diese Lage. Einige meinen, dass es langfristig besser ist, in solchen Fällen mehr Nachsicht zu üben. Das Problem ist nur, dass ihre Nachsichtigkeit ein Risiko beinhaltet. Sie kann den Gegner ermutigen, der wie immer Rachegelüste hegt, jetzt aber mehr Handlungsspielraum hat. Fast immer ist es klüger, Feinde zu zerschlagen. Und wenn sie dann, Jahre später, Rachepläne schmieden, sollten sie sich keine Blöße geben, sondern sie abermals vernichten. Gesetz 16 Glänze durch Abwesenheit, um Respekt und Ansehen zu erhöhen Was heißt das? Jedes Überangebot senkt den Preis. Je mehr man von ihnen hört und sieht, desto alltäglicher werden sie. Wenn sie in einer Gruppe fest etabliert sind, wird bei ihrer zeitweiligen Abwesenheit mehr über sie gesprochen und ihnen mehr Bewunderung entgegengebracht. Lernen sie, wann sie gehen müssen. Steigern sie ihren Wert durch Seltenheit. Welten hängen ab von Abwesenheit und Gegenwart. Eine starke Präsenz wird ihnen Macht verleihen und die Aufmerksamkeit auf sie lenken. Sie strahlen heller als die anderen um sie herum. Doch irgendwann kommt unausweichlich der Punkt, wo zu viel Gegenwart zum gegenteiligen Effekt führt. Je mehr man von ihnen sieht und hört, desto mehr fällt ihr Wert. Sie werden etwas Gewohntes. Egal wie sehr sie sich bemühen, anders zu sein, ganz langsam, ohne dass sie erkennen warum, werden die Leute sie immer weniger respektieren. Sie müssen lernen, sich zurückzuziehen, ehe die anderen sie unbewusst verdrängen. Das ist wie bei einem Versteckspiel. Die Richtigkeit dieses Gesetzes kann man am leichtesten auf dem Gebiet der Liebe und Verführung erkennen. Am Anfang einer Beziehung stimuliert die Gegenwart des oder der Geliebten ihre Fantasie und umgibt ihn oder sie mit einer Art Aura. Aber diese Aura verblasst, wenn sie zu viel wissen. Ihre Fantasie hat keinen Raum mehr, sich zu entfalten. Der oder die Geliebte wird zur Person wie jede andere. Zu einer Person, deren Gegenwart man als gegeben hinnimmt. Aus diesem Grund gab die französische Kortisane Ninon de Lancelot im 17. Jahrhundert den Rat, sich der geliebten Person immer wieder räumlich zu entziehen. Liebe stirbt niemals am Hunger, schrieb sie, sondern oft an der Übersättigung. In dem Moment, da sie zulassen, dass man sie wie alle anderen behandelt, ist es zu spät. Sie werden verschluckt und verdaut. Um das zu verhindern, müssen sie dafür sorgen, dass die andere Person einen Heißhunger auf ihre Gegenwart bekommt. Erzwingen sie ihren Respekt, indem sie mit der Möglichkeit drohen, dass sie sie für immer verlieren wird. Schaffen sie ein Schema von Gegenwart und Abwesenheit. Wenn sie gestorben sind, ändert sich ihr Bild. Sofort werden sie mit einer Aura von Respekt umgeben sein. Die Leute werden sich daran erinnern, wie sie sie kritisiert und mit ihnen gestritten haben und das voller Schuldgefühle bereuen. Sie vermissen eine Gegenwart, die nie wieder möglich ist. Doch sie müssen nicht warten, bis sie tot sind. Indem sie sich eine Zeit lang völlig zurückziehen, schaffen sie eine Art Tod vor dem Tode. Wenn sie dann zurückkommen, ist es so, als kehrten sie von den Toten zurück. Ein Hauch von Auferstehung haftet ihnen an und die Leute werden ob ihrer Rückkehr erleichtert sein. Auch Napoleon kannte das Gesetz von Abwesenheit und Gegenwart. Er erklärte, Wenn ich mich oft im Theater sehen lasse, werden die Leute immer weniger Notiz von mir nehmen. Heute, in einer Welt, die aufgrund der Masse von Bildern geradezu in einer Flut von Präsenz untergeht, ist das Spiel mit dem Zurückziehen noch wirkungsvoller. Wir wissen kaum noch, wann ein Rückzug angesagt ist und nichts scheint mehr privat. Daher flößen uns Menschen, die aus freien Stücken verschwinden können, Ehrfurcht ein. Die Romanautoren J.D. Salinger und Thomas Pynchon schufen sich gerade zu Kultgemeinden, weil sie wussten, wann sie zu verschwinden hatten. Eine andere, alltäglichere Seite dieses Gesetzes und eine, die seine Gültigkeit noch deutlicher macht, ist das Gesetz der Seltenheit im Bereich der Wirtschaft. Ziehen Sie etwas vom Markt zurück, steigen Sie auf der Stelle dessen Wert. Im 17. Jahrhundert wollten die herrschenden Schichten in Holland durchsetzen, dass man die Tulpe nicht einfach als schöne Blume betrachtete, sondern als Statussymbol. Indem sie dafür sorgten, dass die Blume selten, ja fast unerreichbar war, lösten sie das aus, was später als Tulpenrausch bezeichnet wurde. Eine einzelne Blume war damals mehr wert als ihr Gewicht in Gold. Im 20. Jahrhundert legte es der Kunsthändler Joseph Duvin auf ähnliche Weise darauf an, dass die Bilder, die er anbot, so selten und so rar wie möglich waren. Um die Preise oben und ihr Prestige hochzuhalten, kaufte er ganze Sammlungen und deponierte sie im Keller. Die Bilder, die er anbot, waren nicht bloß Bilder. Sie wurden zu Liebhaberobjekten, deren Wert aufgrund ihrer Seltenheit stieg. Bilder für 50.000 Dollar, das ist einfach, sagte er einst. Doch Bilder für eine Viertelmillion Dollar, dafür muss man etwas tun. Wenden Sie das Gesetz der Seltenheit auf Ihr eigenes Metier an. Machen Sie das, was Sie der Welt zu bieten haben, selten und schwer zu finden, und Sie werden seinen Wert auf der Stelle steigern. Es gibt immer den Zeitpunkt, in dem die Mächtigen ihren Zenit überschritten haben. Wir sind ihrer müde geworden und haben den Respekt vor ihnen verloren. Sie erscheinen uns nicht mehr anders als der Rest der Menschheit. Was de facto heißt, dass wir sie als schlechte ansehen. Denn wir vergleichen unweigerlich unser gegenwärtiges Bild von ihnen mit unserem früheren. Es ist eine Kunst zu wissen, wann man sich zurückziehen muss. Wenn sie es richtig anstellen, werden sie den Respekt, den sie verloren haben, wiedererlangen und ihre Macht bewahren. Der bedeutendste Herrscher des 16. Jahrhunderts war Kaiser Karl V. aus dem Hause Habsburg. Er gebot über ein Imperium, das zeitweilig den Großteil von Europa und der neuen Welt umfasste. Doch 1557, auf dem Höhepunkt seiner Macht, zog er sich in das Kloster Juste zurück. Ganz Europa war von diesem Rückzug fasziniert. Leute, die ihn vorher gehasst und gefürchtet hatten, bezeichneten ihn plötzlich als groß und er wurde für sie immer mehr zum Heiligen. Ein Beispiel aus jüngerer Zeit ist die Filmschauspielerin Greta Garbo. Die größte Bewunderung wurde ihr nach ihrem Rückzug 1941 entgegengebracht. Für viele kam dieser Abschied zu früh. Sie war erst Mitte 30. Doch sie zog es vor, ihn nach ihren Bedingungen zu gestalten, statt zu warten, bis das Publikum ihrer müde geworden war. Wenn sie zu leicht erreichbar sind, wird sich die Aura von Macht, die sie um sich geschaffen haben, abnutzen. Drehen sie den Spieß um, steigern sie den Wert ihrer Gegenwart, indem sie sich schwer erreichbar machen. Dieses Gesetz gilt erst, wenn bereits ein bestimmtes Niveau der Macht erreicht ist. Die Notwendigkeit, sich zurückzuziehen, besteht erst dann, wenn sie ihre Präsenz fest etabliert haben. Gehen sie zu früh, wird das nicht den Respekt ihnen gegenüber vergrößern, sondern sie werden einfach vergessen. Wenn sie die Bühne der Welt erstmals betreten, müssen sie sich ein Image schaffen, das wiedererkennbar, reproduzierbar und überall sichtbar ist. Ehe sie diesen Status erreicht haben, ist Abwesenheit gefährlich. Statt die Flammen anzufachen, wird sie sie ersticken. Bei der Liebe und der Verführung ist das ähnlich. Abwesenheit ist erst dann effektiv, wenn sie die andere Person mit ihrem Image umgarnt haben, wenn er oder sie sie überall erkennt. Der oder die Geliebte muss durch alles und jedes an ihre Gegenwart erinnert werden, damit er oder sie, wenn sie es dann vorziehen, abwesend zu sein, immer an sie denken wird, ihr Bild immer vor Augen haben wird. Denken sie daran. Machen sie sich am Anfang nicht rar, sondern omnipräsent. Nur das, was gesehen, geschätzt und geliebt wird, wird vermisst, wenn es abwesend ist. Gesetz 17 Versetze andere in ständige Angst. Kultiviere die Aura der Unberechenbarkeit. Was heißt das? Menschen sind Gewohnheitstiere. Sie haben das unstillbare Bedürfnis, im Verhalten anderer Vertrautes zu erkennen. Wenn sie vorhersehbar handeln, gibt das anderen ein gewisses Maß von Kontrolle. Wenden sie das Blatt. Agieren sie bewusst unberechenbar. Verhaltensweisen, hinter denen man keinen Sinn und Zweck erkennen kann, verunsichern den Gegner. Er setzt dann seine ganze Kraft daran, sich auf ihre Schachzüge einen Reim zu machen. Im Extremfall kann diese Strategie zu blankem Terror führen. Nichts erschreckt uns mehr als das Unerwartete und das Unvorhersehbare. Deswegen haben wir vor Erdbeben und Wirbelstürmen so viel Angst. Wir wissen nicht, wann sie zuschlagen. Ist es passiert, warten wir voll Angst auf das nächste Mal. Unberechenbares menschliches Verhalten hat, wenn auch in geringerem Maße, denselben Effekt auf uns. Tiere folgen festgelegten Verhaltensmustern und deswegen können wir sie jagen und töten. Nur der Mensch verfügt über die Fähigkeit, bewusst sein Verhalten zu ändern, zu improvisieren und von den ausgetretenen Pfaden abzuweichen. Doch die meisten Menschen machen sich nicht klar, dass sie diese Fähigkeit haben. Sie verbleiben im Alltagstrott, geben sich der animalischen Natur hin, die sie immer wieder dieselben Zwangshandlungen wiederholen lässt. Das tun sie, weil es wenig Anstrengung kostet und weil sie irrtümlicherweise annehmen, dass auch sie in Ruhe gelassen werden, wenn sie andere nicht aufscheuchen. Merken sie sich. Eine Person an der Macht flößt den Menschen um sie herum absichtlich ein gewisses Maß an Furcht ein, um die Initiative zu behalten. Manchmal müssen sie ohne Vorwarnung zuschlagen, den anderen Schauer über den Rücken jagen, wenn sie es am wenigsten erwarten. Dieses Mittels haben sich die Mächtigen seit Jahrhunderten bedient. Filippo Maria Visconti, Herzog von Mailand im 15. Jahrhundert, tat bewusst das Gegenteil dessen, was jeder von ihm erwartete. Beispielsweise ließ er plötzlich einem Höfling seine ganze Aufmerksamkeit zukommen und, wenn der Mann dann erwartete, in ein höheres Amt befördert zu werden, strafte er ihn genauso plötzlich mit größter Missachtung. Verwirrt wandte sich der Mann vielleicht vom Hof ab, aber dann rief der Herzog ihn überraschenderweise zurück und behandelte ihn wieder gut. Abermals verwirrt fragte sich der Höfling, ob er seine Erwartung, befördert zu werden, zu offensichtlich zur Schau gestellt hatte, was vielleicht den Herzog beleidigt hatte und tat daraufhin so, als wäre er an solch eine Ehre nicht mehr interessiert. Dann rügte ihn der Herzog wegen seines mangelnden Ehrgeizes und schickte ihn fort. Dabei ist es ganz einfach, mit so einem Filippo umzugehen. Nehmen Sie nie an, dass Sie wissen, was er will. Versuchen Sie nicht zu erraten, was ihm gefallen wird. Bringen Sie niemals Ihren Willen ein. Beugen Sie sich einfach seinem Willen. Dann warten Sie ab, was passiert. Inmitten all der Konfusionen und Unsicherheit, die er hervorrief, regierte der Herzog überlegen, unhinterfragt und in Frieden. Die Unberechenbarkeit ist oft die Taktik des Meisters, doch auch der Untergebene kann sie sehr wirkungsvoll einsetzen. Wenn sie sich unterlegen oder in die Ecke gedrängt fühlen, machen sie eine Reihe von unvorhersehbaren Zügen. Ihre Feinde werden dadurch so verwirrt, dass sie einen Rückzieher machen oder taktische Fehler begehen. Während des amerikanischen Bürgerkriegs ärgerte General Stonewall Jackson 1862 mit 4600 Soldaten der Konföderierten im Shenandoah Valley, eine wesentlich größere Streitmacht der Union. Nicht weit entfernt marschierten 90.000 Soldaten der Union unter dem Befehl von General George Brinton McClellan von Washington, D.C. nach Süden, um Richmond in Virginia, die Hauptstadt der Konföderierten, zu belagern. Im Verlauf des mehrere Wochen dauernden Feldzugs führte Jackson seine Soldaten wiederholt aus dem Shenandoah Valley heraus und dann wieder in das Tal zurück. Das ergab keinen Sinn. Bereitete er sich darauf vor, Richmond verteidigen zu helfen? Wollte er auf Washington marschieren, da die Stadt nach McClellans Abzug ungeschützt war? Wollte er sich nach Norden wenden, um dort Unheil anzurichten? Warum marschierte seine kleine Streitmacht im Kreis? Aufgrund von Jacksons unerklärlichem Verhalten zögerten die Generäle der Union, den Marsch auf Richmond fortzusetzen. Denn sie wollten erst herausfinden, was Jackson vorhatte. In der Zwischenzeit aber konnten die Südstaaten Verstärkung in die Stadt bringen. Aus einer Schlacht, bei der die Konföderierten hätten vernichtet werden können, war eine Patz-Situation geworden. Jackson warnte seine Taktik immer wieder an, wenn er sich mit einer zahlenmäßig überlegenen Streitmacht konfrontiert sah. Führe, wenn möglich, den Feind immer in die Irre. Überrasche ihn. Gib ihm Rätsel auf, sagte er. Diese Taktik bringt immer den Sieg ein. Und eine kleine Armee kann so eine viel größere zerschlagen. Dieses Gesetz gilt nicht nur im Krieg, sondern auch im Alltag. Die Menschen versuchen ständig, die Motive hinter ihren Handlungen herauszufinden und ihre Berechenbarkeit gegen sie zu wenden. Machen sie einen völlig unerklärlichen Zug und sie zwingen sie in die Defensive. Weil die anderen sie nicht verstehen, werden sie nervös. Und in dieser Lage können sie sie leicht einschüchtern. Pablo Picasso bemerkte einmal, die beste Berechnung ist gar keine Berechnung. Wenn man erst einmal ein bestimmtes Maß an Anerkennung erlangt hat, gehen andere im Allgemeinen davon aus, dass man das, was man tut, aus intelligentem Grund tut. Also wäre es wirklich närrisch, die eigenen Schritte zu gründlich im Voraus zu planen. Besser ist es, man verhält sich kapriziös. Eine Zeit lang arbeitete Picasso mit dem Kunsthändler Paul Rosenberg zusammen. Zunächst ließ er ihm ziemlich viel Spielraum beim Verkauf seiner Bilder. Dann erklärte er ihm eines Tages ohne ersichtlichen Anlass, dass er ihm keine Werke mehr überlassen würde. Picasso erklärte später, die nächsten 48 Stunden versuchte Rosenberg herauszufinden, warum. Hielt ich etwas für einen anderen Kunsthändler zurück? Ich arbeitete und schlief einfach weiter, während Rosenberg seine Zeit mit Grübeln verbrachte. Nach zwei Tagen war er wieder da und sagte sichtlich ängstlich und nervös, »Wie dem auch sei, mein guter Freund, Sie werden mich doch nicht fallen lassen, wenn ich Ihnen so viel mehr, er nannte eine wesentlich höhere Summe, für jenige Melde anbiete als das, was ich Ihnen bislang dafür bezahlt habe, oder?« Unberechenbarkeit ist nicht nur eine Einschüchterungswaffe. Wenn Sie Ihre Verhaltensmuster von Tag zu Tag ändern, erregen Sie Aufsehen und wecken Interesse. Die Leute sprechen über Sie, unterstellen Ihnen Motive und liefern Erklärungen, die nichts mit der Wahrheit zu tun haben, dank derer Sie aber ständig an Sie denken. Je kapriziöser Sie sich geben, desto mehr Respekt werden Sie letztlich erheischen. Nur definitiv Subordinierte verhalten sich berechenbar. Manchmal kann Berechenbarkeit zu Ihren Gunsten arbeiten. Indem Sie ein Verhaltensmuster schaffen, das den anderen vertraut ist und mit dem Sie gut leben können, lullen Sie sie ein und Sie bereiten sich auf das vor, was Ihren vorweggenommenen Vorstellungen über Sie entspricht. Das können Sie auf verschiedene Weise ausnutzen. Erstens errichten Sie so eine Nebelwand, eine bequeme Fassade für Ihre Täuschungsmanöver. Zweitens erlaubt es Ihnen, sich bei Gelegenheiten völlig anders zu verhalten als vom Muster vorgegeben, was Ihren Gegner so aus dem Gleichgewicht bringt, dass er zu Boden stürzt, ohne dass Sie ihm auch nur einen Schlag versetzt haben. 1974 boxten Muhammad Ali und George Foreman um die Weltmeisterschaft im Schwergewicht. Alle glaubten vorher zu wissen, wie das ausgehen würde. Der große George Foreman würde versuchen, ein K.O.-Treffer zu landen, während Ali um ihn herumtänzeln würde, um ihn zu zermürben. Das war Alis Art zu kämpfen, sein Verhaltensmuster, und er hatte es in über zehn Jahren niemals geändert. Bei diesem Kampf schien das jedoch ein Vorteil für Foreman zu sein. Seine Schlagkraft war verheerend, und wenn er lang genug wartete, müsste Ali früher oder später attackieren. Ali, ein Meisterstratege, hatte jedoch andere Pläne. In Pressekonferenzen vor dem großen Kampf verkündete er, er werde seinen Kampfstil ändern und einen Schlagabtausch mit Foreman nicht scheuen. Niemand, am allerwenigsten Foreman, glaubte das auch nur eine Sekunde lang. Dieser Plan wäre Selbstmord, soweit es Ali betraf. Er spielte wohl wie üblich den Spaßvogel. Kurz vor dem Kampf lockerte Alis Trainer die Seile am Ring, was in der Regel ein Trainer dann tut, wenn sein Boxer einen harten Schlagabtausch plant. Doch keiner nahm das für bare Münze. Zum Erstaunen aller tat Ali genau das, was er angekündigt hatte. Während Foreman darauf wartete, dass Ali um ihn herumtänzeln würde, ging dieser ihn direkt mit harten Schlägen an. Damit brachte er die Taktik seines Gegners vollkommen durcheinander. Foreman kam in Bedrängnis und zermürbte sich schließlich selbst, aber nicht, indem er Ali hinterherjagte, sondern indem er wie wild Schläge austeilte und dabei immer mehr Gegenschläge einstecken musste. Schließlich landete Ali eine furchtbare Rechte, mit der er Foreman K.O. schlug. Die Leute gehen so sehr davon aus, dass ein anderer sich so verhält, wie er es schon immer getan hat, dass noch nicht einmal Alis Ankündigung einer veränderten Strategie ausreichte, um daran etwas zu ändern. Foreman ging in die Falle. Eine Falle, die man ihm vorhergesagt hatte. Noch eine Warnung. Unberechenbarkeit kann manchmal gegen sie arbeiten, vor allem wenn sie in einer untergeordneten Position sind. Bisweilen ist es besser, die Menschen um sie herum in Sicherheit zu wiegen, statt sie aufzuscheuchen. Zu viel Unberechenbarkeit kann als Zeichen der Unentschlossenheit gedeutet werden oder sogar als Hinweis auf ein ernsteres psychisches Problem. Verhaltensmuster sind etwas sehr Machtvolles. Und wenn sie sie durchbrechen, versetzen sie die Menschen in Schrecken. Ein so machtvolles Mittel dürfen sie nur umsichtig einsetzen. Gesetz 18 Baue zu deinem Schutz keine Festung. Isolation ist gefährlich. Was heißt das? Die Welt ist böse und Feinde lauern überall. Jeder muss sich schützen. Eine Festung scheint da am sichersten. Doch Isolation bringt mehr Gefahren, als sie fernhält. Sie schottet sie von wichtigen Informationen ab, exponiert sie und macht sie zum leichten Ziel. Mischen sie sich lieber unter die Leute. Suchen sie sich Bundesgenossen. Das Rodel schützt vor Feinden. Machiavelli weist nach, dass eine Festung militärisch betrachtet immer ein Fehler ist. Sie wird zum Symbol für die Isolation der Macht und ist ein leichtes Ziel für die Feinde des Erbauers. Die Festung soll schützen, doch in Wahrheit schneidet sie die Hilfe ab und engt die Flexibilität ein. Sie mag uneinnehmbar erscheinen, doch sobald sie sich darin verschanzen, weiß jeder, wo sie sich befinden. Und eine Belagerung muss noch gar nicht erfolgreich sein, um die Festung schon in ein Gefängnis zu verwandeln. Ihre räumliche Enge und Beschränktheit macht Festungen zudem extrem anfällig für die Pest und andere Infektionskrankheiten. Strategisch gesehen bewirkt die Isolation in einer Festung keinen Schutz, sondern mehr Probleme, als sie löst. Weil die Menschen von Natur aus gesellig sind, hängt Macht von der sozialen Interaktion und Zirkulation ab. Um Macht auszuüben, müssen sie sich ins Zentrum der Dinge stellen. Alles sollte sich um sie drehen und sie sollten alles im Blick haben, was drumherum geschieht und alle beobachten, die sich gegen sie verschwören könnten. Die Gefahr beginnt meistens, wenn jemand sich bedroht fühlt. Dann neigt er dazu, sich zurückzuziehen und die Reihen zu schließen, Sicherheit in einer Art Festung zu suchen. Doch damit muss er sich auf die Informationen durch einen immer kleiner werdenden Kreis von Leuten verlassen und verliert den Sinn für die Ereignisse draußen. Er verliert seine Manövrierfähigkeit, wird zu leichten Beute und seine Isolation macht ihn paranoid. Im Krieg, wie bei vielen Strategiespielen, folgen auf Isolation meist Niederlage und Tod. Wenn sie sich unsicher und gefährdet fühlen, müssen sie das Bedürfnis, sich zu verkriechen, niederkämpfen und stattdessen noch erreichbarer werden, alte Bundesgenossen aufsuchen und neue gewinnen, sich in immer mehr und andere Kreise drängen. Das war der Trick der Mächtigen schon vor vielen Jahrhunderten. Der römische Staatsmann Cicero gehörte von Haus aus zum niederen Adel und hatte, ohne einen Zugang zu jenen Aristokraten, die die Stadt beherrschten, wenig Chancen, an die Macht zu kommen. Doch das gelang ihm vorzüglich. Er fand heraus, wer Einfluss hatte und welche Verbindungen diese Leute unterhielten. Er war überall anzutreffen, kannte jeden und hatte solch ein riesiges Netz an Verbindungen geknüpft, dass ein Feind an der einen Stelle leicht durch einen Verbündeten anderswo ausgeglichen wurde. Der französische Staatsmann Talleyrand betrieb dieses Spiel auf dieselbe Weise. Obwohl er aus einer der ältesten Adelsfamilien des Landes stammte, legte er doch immer Wert darauf, die Verbindung zur Straße nicht zu verlieren. So wusste er, was in Paris passierte und konnte Stimmungen und Probleme vorhersehen. Er hatte sogar einen gewissen Spaß daran, mit zwielichtigen Kriminellen zu verkehren, die ihm unschätzbare Informationen zukommen ließen. Talleyrand überlebte nicht nur jede Krise und jeden Machtwechsel, das Ende des Direktoriums, den Sturz Napoleons, die Abdankung Ludwigs des 18., sondern ging auch noch gestärkt daraus hervor, weil er sich nie in einem kleinen Kreis abschottete, sondern immer die Verbindung zu den neuen Machthabern suchte. Dieses Gesetz gilt vor allem für Könige und Königinnen und alle ganz oben an der Spitze der Macht. In dem Moment, da sie den Kontakt zu ihrem Volk verlieren und sich isolieren, liegt Rebellion in der Luft. Glauben sie nie, sie stünden weit genug oben, dass sie es sich leisten können, sich auch nur gegen die niedrigsten Ränge abzuschotten. Indem sie sich in eine Festung zurückziehen, machen sie sich zur leichten Beute für ihre konspirierenden Untertanen, die ihre Isolation als Beleidigung und Anlass zum Aufstand betrachten. Da Menschen so gesellig sind, hat das zur Folge, dass die soziale Kunst, uns anderen angenehm zu machen, nur durch ständigen Austausch mit ihnen praktiziert werden kann. Je mehr Kontakt sie mit anderem pflegen, umso anziehender und umgänglicher wirken sie. Isolation hingegen lässt sie versprüden und führt nur zu mehr Isolation, da die Leute anfangen, sie zu meiden. 1545 beschloss Herzog Cosimo I. von Medici, seinen Namen durch die Stiftung von Fresken im Chor der Kirche San Lorenzo in Florenz unsterblich zu machen. Viele große Maler kamen dafür in Frage und Cosimos Wahl fiel schließlich auf Giacoppo da Pontormo. Dieser war bereits im fortgeschrittenen Alter und er wollte die Fresken zu seinem Hauptwerk und Vermächtnis machen. Als erstes ließ Pontormo den Chor mit Wänden und Vorhängen abtrennen. Niemand sollte Zeuge bei der Erschaffung seines Meisterwerks werden oder seine Ideen stehlen. Michelangelo selbst wollte er damit übertreffen. Nachdem einige junge Leute von Neugier getrieben in den Chor eingebrochen waren, verstärkte Pontormo seine Abschottungen noch. Er malte den Chor mit biblischen Szenen aus, der Schöpfung, Adam und Eva, der Archinoa und so weiter. Oben auf der mittleren Wand stellte er Jesus Christus als Weltenrichter dar. Insgesamt arbeitete Pontormo elf Jahre im Chor, den er kaum verließ. Weil er immer mehr menschenscheu entwickelte und Angst hatte, dass seine Ideen gestohlen werden könnten. Er starb, ehe er sein Werk vollenden konnte und alle Fresken wurden zerstört. Doch es existiert eine Beschreibung von Vasari, dem großen Künstlerbiografen der Renaissance. Er war ein Freund von Pontormo und hatte die Bilder kurz nach dessen Tod gesehen. Ihnen fehlte jegliche Proportion. Die Szenen rieben sich aneinander, die Figuren bildeten ein verwirrendes Nebeneinander. Pontormo war so sehr mit den Details beschäftigt, dass er den Blick für die Gesamtkomposition verlor. Vasari beschließt seine Beschreibung mit der Feststellung, er würde, führe er fort, verrückt werden und sich in den Bildern verheddern, genau wie das nach elf Jahren bei Pontormo und allen, die sie sahen, wohl der Fall war. Statt zur Krönung seines Schaffens wurden die Fresken zu Pontormos Tiefpunkt. Die Fresken sind die bildliche Darstellung dessen, was Isolation im menschlichen Geist anrichtet. Der Verlust der Proportionen, eine Besessenheit für das Detail und die Unfähigkeit, das Ganze im Blick zu behalten, eine Art extravagante Hässlichkeit, die sich der Kommunikation verweigert. Ohne Zweifel ist Isolation für die Kunst ebenso tödlich wie für die sozialen Kompetenzen. Shakespeare ist der berühmteste Dichter aller Zeiten, weil er seine Stücke für das breite Publikum schrieb, sich den Massen öffnete, sein Werk allen unabhängig von Bildung und Geschmack zugänglich machte. Künstler, die sich in einer Festung einigeln, verlieren den Sinn für die Proportionen und ihr Werk spricht nur noch einen kleinen Kreis an. Solche Kunst bleibt in der Nische und hat keine Macht. Da Macht etwas von Menschen Geschaffenes ist, wächst sie unweigerlich durch den Kontakt zu anderen Menschen. Statt sich in einer geistigen Festung zu verbarrikadieren, sollten sie die Welt folgendermaßen betrachten. Sie ist ein riesiges Versailles, wo jeder Raum mit dem anderen in Verbindung steht. Sie müssen durchlässig sein, zwischen verschiedenen Kreisen wechseln, mit den unterschiedlichsten Typen verkehren. Diese Art der Mobilität und des gesellschaftlichen Kontakts wird sie vor Verschwören schützen, weil sie nichts vor ihnen verheimlichen können, und vor Feinden, weil sie sie nicht von ihren Bundesgenossen isolieren können. Sie sind immer in Bewegung, verkehren in den vielen Räumen des Palasts, bleiben nie an einer Stelle. Kein Jäger kann ein derart bewegliches Wesen ins Visier nehmen. Es ist kaum je richtig und vorteilhaft, die Isolation zu wählen. Wenn Sie Ihr Ohr nicht auf das richten, was auf der Straße passiert, können Sie sich nicht schützen. Das Einzige, was der ständige Kontakt mit anderen Menschen nicht ermöglicht, ist Denken. Der starke soziale Druck zur Konformität und die mangelnde Distanz zu anderen Leuten können Sie daran hindern, die Ereignisse um Sie herum klar zu durchdenken. In diesem Fall kann Ihnen eine zeitweilige Isolation helfen, die Perspektive wiederzugewinnen. Viele wesentlichen Gedanken entstanden im Gefängnis, wo nichts außer Denken möglich war. Machiavelli konnte der Fürst erst schreiben, als er sich weit weg von den politischen Intrigen in Florenz im Exil befand und isoliert auf dem Land lebte. Doch die Gefahr besteht, dass diese Form der Isolation alle möglichen merkwürdigen und verdrehten Ideen erzeugt. Sie mögen den Überblick über das Große und Ganze erlangen, aber Sie können das Gefühl für Ihre eigene Kleinheit und Begrenztheit verlieren. Zudem wird es, je isolierter Sie sind, immer schwieriger, aus der Isolation wieder auszubrechen. Ohne dass Sie es merken, versinken Sie darin wie in Treibsand. Wenn Sie Zeit zum Denken brauchten, sollten Sie Isolation nur als letzte Möglichkeit in Betracht ziehen und sie nur in kleinen Dosen anwenden. Stellen Sie sicher, dass Ihnen der Weg zurück in die Gesellschaft offen bleibt. Gesetz 19 Mache dir klar, mit wem du es zu tun hast. Kränke nicht die Falschen. Was heißt das? Menschen sind immer verschieden und sie dürfen nie davon ausgehen, dass alle auf ihre Strategien gleich reagieren. Bestimmte Typen werden für den Rest Ihres Lebens Rachegelüste hegen, wenn sie sie täuschen oder austricksen. Sie sind Wölfe im Schafspelz. Wählen Sie Ihre Opfer mit Bedacht. Täuschen oder kränken Sie nie die falsche Person. Gegner, Trottel, Opfer Eine einleitende Typologie Auf Ihrem Weg an die Macht werden Sie vielen Arten von Gegnern, Trotteln und Opfern begegnen. Die höchste Kunst der Machtausübung besteht darin, die Wölfe von den Schafen unterscheiden zu können, die Füchse von den Hasen, die Falken von den Geiern. Wenn Sie das gut beherrschen, werden Sie Erfolg haben, ohne andere zu sehr unter Druck setzen zu müssen. Wenn Sie aber blind mit allen umgehen, die Ihren Weg kreuzen, wird Ihr Leben ein ständiges Jammerteil sein, wenn Sie überhaupt sehr lange leben. Es kommt entscheidend darauf an, die verschiedenen Menschentypen zu erkennen und dementsprechend zu handeln. Im Anschluss folgen die fünf gefährlichsten und schwierigsten Haupttypen des Dschungels, wie sie von Meistern der Macht in der Vergangenheit herausgearbeitet wurden. Der Arrogante und Stolze Obwohl er ihn anfangs vielleicht nicht offenbart, lässt sein überempfindlicher Stolz diesen Menschen sehr gefährlich werden. Jede als solche wahrgenommene Kränkung führt zu einem Rachefeldzug voller Gewalt. Sie mögen sich denken, ich habe doch nur das und das gesagt bei der Party, wo alle sowieso betrunken waren. Darauf kommt es nicht an. Hinter der Überreaktion Ihres Gegners steht keinerlei gesunder Menschenverstand, also verschwenden Sie nicht Ihre Zeit damit, sich einen Reim auf ihn zu machen. Wenn Sie im Umgang mit einer anderen Person einen hochsensiblen und überaktiven Stolz spüren, fliehen Sie deren Gesellschaft. Was immer Sie sich von ihr erhoffen, sie ist es nicht wert. Diese Art Mensch ist zwar mit dem stolzen und arroganten Typ verwandt, aber viel weniger gewalttätig und schwerer auszumachen. Das Ego einer solchen Person ist fragil, ihr Selbstwertgefühl schwach ausgeprägt, und wenn sie sich getäuscht oder angegriffen fühlt, steigt der Schmerz in ihr hoch. Ein solcher Mensch wird Sie mit winzigen Bissen attackieren, so dass es lang dauert, bis Sie es bemerken. Wenn Sie herausfinden, dass Sie einen solchen Menschen getäuscht oder verletzt haben, meiden Sie ihn für lange Zeit. Bleiben Sie nicht in seiner Nähe, sonst knabbert er an ihn, bis Sie tot sind. Der Misstrauische Eine weitere Variante der beiden Typen oben. Ein kleiner Stalin. In anderen Menschen sieht er, was er sehen will. In der Regel das Schlechteste. Und er bildet sich ein, dass alle hinter ihm her sind. Der Misstrauische ist allerdings der am wenigsten gefährliche von diesen dreien. Da er von sich aus nicht im Gleichgewicht ist, lässt er sich leicht täuschen, wie auch Stalin ständig genarrt wurde. Sie können mit seinem misstrauischen Wesen spielen, um ihn dazu zu bringen, sich gegen andere zu wenden. Doch wenn Sie selbst zum Gegenstand seines Misstrauens werden, passen Sie auf. Die Schlange mit dem langen Gedächtnis Wenn dieser Typ verletzt oder getäuscht wird, wird er nach außen keinen Zorn zeigen. Er wird abwägen und abwarten. Wenn er dann in der Position ist, das Blatt wenden zu können, wird er mit kaltblütiger Verruchtheit Rache üben. So einen Menschen erkennen Sie an seinem Kalkül und seiner Gerissenheit in allen Lebenslagen. In der Regel ist er kalt und leidenschaftslos. Seien Sie bei solch einer Schlange doppelt vorsichtig. Und wenn Sie sie irgendwie verletzt haben, müssen Sie sie entweder völlig vernichten oder zumindest außer Reichweite bringen. Ja, da hüpft Ihnen das Herz vor Freude, wenn Sie so ein verlockendes Opfer finden. Doch so ein Mensch ist schwerer zu täuschen, als Sie denken. Auf eine List hereinzufallen, setzt meist Intelligenz und Fantasie voraus. Ein Gespür für den Nutzen, den man vielleicht aus einer Situation ziehen kann. Der Simpel aber nimmt den Köder nicht an, weil er ihn gar nicht erkennt. So ahnungslos ist er. Das Gefährliche an diesem Menschen ist nicht, dass er sie verletzen will oder Rache sucht, sondern dass sie einfach bloß ihre Zeit, Energie, Ressourcen oder auch ihren Seelenfrieden an ihn verschwenden, wenn sie versuchen, ihn hinters Licht zu führen. Unterziehen Sie ihn erst einmal einem Test, mit einem Witz, einer Anekdote. Wenn er absolut prosaisch darauf reagiert, haben Sie es mit genau so einem Typen zu tun. Weitermachen auf eigene Gefahr. Menschen richtig einzuschätzen und herauszufinden, mit wem man es zu tun hat, das ist mit die wichtigste Fähigkeit bei der Mehrung und Wahrung von Macht. Ohne dieses Können sind Sie blind. Sie werden nicht nur die falschen Menschen verletzen, sondern sich auch die falschen Typen zum Ziel ihrer Aktionen wählen und Sie werden glauben, dass Sie Leuten schmeicheln, wenn Sie sie in Wirklichkeit beleidigen. Loten Sie erst die Zielperson oder den möglichen Gegner aus, ehe Sie den ersten Schritt machen. Sonst verschwenden Sie Zeit und begehen Fehler. Studieren Sie die Schwächen der anderen, die Schwachpunkte Ihrer Panzerung, das Verteilungsmuster, sowohl Ihres Stolzes als auch Ihrer Unsicherheit. Erforschen Sie alle Winkel und Ecken Ihrer Persönlichkeit, ehe Sie überhaupt entscheiden, ob Sie sich mit ihnen abgeben oder nicht. Noch zwei Warnungen. Erstens, verlassen Sie sich nie auf Ihre Instinkte, wenn Sie Gegner abschätzen und ausloten. Sie begehen den größten Fehler, wenn Sie sich auf so ungenaue Indikatoren stützen. Nichts kann das Sammeln konkreter Informationen ersetzen. Studieren Sie Ihren Gegner und spionieren Sie ihn aus, egal wie lange das dauert. Auf lange Sicht wird sich das auszahlen. Vertrauen Sie zweitens niemals der äußeren Erscheinung. Wer das Herz einer Schlange hat, wird sich nach außen freundlich geben, um es zu verbergen. Wer sich äußerlich als Großmaul gibt, ist innerlich oft ein Feigling. Lernen Sie, die äußere Erscheinung zu durchschauen und auch ihr Gegenteil. Vertrauen Sie niemals der Version, die andere Menschen von sich selbst zeichnen. Sie ist äußerst unzuverlässig. Könnte es irgendeinen Vorteil bringen, von anderen Menschen nichts zu wissen? Lernen Sie, die Löwen von den Lämmern zu unterscheiden. Wenn nicht, bezahlen Sie es teuer. Befolgen Sie dieses Gesetz in vollem Umfang. Eine Umkehrung gibt es nicht. Machen Sie sich nicht die Mühe, nach einer zu suchen. Gesetz 20 Scheue Bindungen, wo immer es geht Was heißt das? Nur Narren ergreifen immer gleich Partei. Legen Sie sich auf keine Seite oder Sache fest. Vertrauen Sie nur sich selbst. Indem Sie Ihre Unabhängigkeit bewahren, machen Sie sich zum Herrn über andere. So können Sie Menschen gegeneinander ausspielen und Sie zu Ihren Gefolgsleuten machen. Teil 1 Erhören Sie niemanden, doch lassen Sie sich von allen umwerben. Glauben die Leute, Sie würden Sie in irgendeiner Weise besitzen, werden Sie alle Macht über Sie verlieren. Wenn Sie Ihre Zuneigung nicht verschenken, werden die anderen umso härter kämpfen, sie zu erringen. Üben Sie Zurückhaltung und die Aufmerksamkeit und enttäuschten Hoffnungen der anderen bringen Ihnen Macht. Spielen Sie die jungfräuliche Königin. Machen Sie Hoffnung, doch befriedigen Sie sie nie. Da Macht zu einem großen Teil von der äußeren Erscheinung abhängt, müssen Sie Tricks erlernen, mit denen Sie Ihre Attraktivität erhöhen können. Die Weigerung, sich an eine Person oder Gruppe zu binden, gehört dazu. Wenn Sie sich selbst zurückhalten, beschwören Sie damit keine Verärgerung herauf, sondern erheischen eine bestimmte Art von Respekt. Sie wirken mächtig, weil Sie sich dem Zugriff entziehen, statt sich einer Gruppe oder Beziehung hinzugeben, wie es die meisten Menschen tun. Mit der Zeit wächst diese Aura der Macht noch. Da Ihr Ruf der Unabhängigkeit zunimmt, werden immer mehr Menschen Sie begehren, die eine Person sein wollen, an die Sie sich binden. Das Begehren aber ist wie ein Virus. Wenn wir sehen, dass jemand von anderen Menschen begehrt wird, neigen wir dazu, diese Person gleichfalls begehrenswehr zu finden. In dem Moment, da Sie eine Bindung eingehen, ist der Zauber verflogen. Sie sind bloß noch wie alle anderen. Mit allen möglichen hinterlistigen Methoden werden Leute versuchen, Sie zu einer Bindung zu überreden. Sie machen Ihnen Geschenke und überschütten Sie mit Ihrer Gunst und das alles nur, um Sie in die Pflicht zu nehmen. Ermutigen Sie Ihre Aufmerksamkeit, stimulieren Sie Ihr Interesse, aber binden Sie sich um keinen Preis an Sie. Akzeptieren Sie die Geschenke und die Nettigkeiten, wenn Sie das wollen, aber bleiben Sie innerlich immer auf Distanz. Sie können es sich nicht erlauben, aus Versehen sich plötzlich jemandem verpflichtet zu fühlen. Doch denken Sie daran, Ziel ist nicht, andere Leute vor den Kopf zu stoßen oder den Eindruck zu erwecken, dass sie der Bindung unfähig seien. Natürlich müssen Sie sich gelegentlich auch Ihre Aufmerksamkeit hingeben, aber niemals zu sehr. Der griechische Krieger und Staatsmann Alkibeadis beherrschte dieses Spiel perfekt. Alkibeadis war es, der die große athenische Armada angeregt und dann geführt hatte, die 414 v. Chr. in Sizilien einfiel. Als missgünstige Athener zu Hause ihn niedermachen wollten, indem sie ihn frei erfundener Missetaten anklagten, lief er zum Feind über, zu den Spartanern, statt sich einem Prozess zu Hause zu stellen. Nachdem dann die Athener bei Syrakus besiegt worden waren, verließ er Sparta und ging zu den Persern, obwohl Spartas Macht nun wuchs. Jetzt aber umwarben sowohl Athener als auch Spartaner Alkibeadis, weil er Einfluss bei den Persern hatte. Und die Perser überhäuften ihn mit Ehren, weil er Macht über die Athener, wie die Spartaner hatte. Jeder Seite machte er Versprechungen, aber er bannt sich an keine und am Ende hielt er alle Fäden in der Hand. Wenn Sie nach Macht und Einfluss streben, probieren Sie es mit Alkibeadis Taktik. Positionieren Sie sich in der Mitte zwischen konkurrierenden Mächten. Verführen Sie die eine Seite mit dem Versprechen, ihr zu helfen, die andere Seite, die Ihren Feind immer übertreffen will, wird Sie gleichfalls umwerben. Wenn so beide Seiten um Ihre Aufmerksamkeit buhlen, werden Sie sogleich als Personen von großem Einfluss und von großer Begehrlichkeit erscheinen. Mehr Macht fällt Ihnen zu, als wenn Sie sich vorstellern eine Seite gebunden hätten. Um diese Strategie zu perfektionieren, müssen Sie sich innerlich von allen emotionalen Verwicklungen freimachen und die Menschen um sich nur als Schachfiguren auf Ihrem Weg an die Spitze betrachten. Sie können es sich nicht erlauben, sich zum Lakaien in irgendeiner Sache zu machen. Während der amerikanischen Präsidentschaftswahlen von 1968 rief Henry Kissinger Richard Nixons Beraterstab an. Kissinger war mit Nelson Rockefeller verbandelt gewesen, der sich erfolglos als Präsidentschaftskandidat der Republikaner beworben hatte. Jetzt bot Kissinger dem Lager von Nixon an, mit wertvollen Insider-Informationen zu dienen, die die Friedensverhandlungen für Vietnam betrafen, die damals gerade in Paris stattfanden. Er hatte einen Mann im Verhandlungsteam, der ihn ständig über die jüngsten Entwicklungen informierte. Froh und glücklich nahm Nixons Stab das Angebot an. Gleichzeitig wandte sich Kissinger jedoch auch an den Kandidaten der Demokraten, Hubert Humphrey, und bot seine Hilfe an. Humphreys Leute baten ihn um Insider-Informationen über Nixon und Kissinger lieferte sie. Sehen Sie, sagte Kissinger zu Humphreys Leuten, ich hasse Nixon seit Jahren. In Wahrheit interessierte er sich für keine Seite. Was er wirklich wollte, bekam er. Die Zusage für einen hochrangigen Kabinettsposten, sowohl von Nixon als auch von Humphrey. Wer immer die Wahl gewinnen würde, Kissingers Karriere war gesichert. Der Sieger hieß, wie man weiß, Nixon. Und pflichtschuldigst trat Kissinger seinen Kabinettsposten an. Doch selbst dann war er umsichtig genug, sich nie zu sehr als der Gefolgsmann Nixons zu geben. Als Nixon 1972 wiedergewählt wurde, wurden Männer gefeuert, die viel loyaler gewesen waren als Kissinger. Kissinger war auch der einzige von Nixons hochrangigen Regierungsmitgliedern, der Watergate überlebte und auch noch unter den nächsten Präsidenten, Gerald Ford, diente. Indem er ein wenig auf Distanz ging, konnte er es sich in turbulenten Zeiten gut gehen lassen. Wer sich dieser Strategie bedient, wird oft ein seltsames Phänomen beobachten. Menschen, die eilfertigst anderen ihre Unterstützung zukommen lassen, verdienen sich dabei nur wenig Respekt, weil ihre Hilfe so leicht zu haben ist, während jene, die sich zurückhalten, sich oft von Bittstellern um Lager ziehen. Ihre Reserviertheit ist ein Ausdruck von Macht und jeder will sie auf seiner Seite haben. Als Picasso nach Jahren der Armut zum weltweit erfolgreichsten Maler geworden war, band er sich nicht an diesen oder jenen Kunsthändler, obwohl sie ihn nun von allen Seiten mit attraktiven Angeboten und großartigen Versprechungen bestürmten. Stattdessen schien er kein Interesse an ihren Diensten zu haben. Diese Methode stachelte sie an und während sie um ihn kämpften, stieg sein Preis nur noch. Als Henry Kissinger in seiner Funktion als US-Außenminister eine Entspannung mit der Sowjetunion anstrebte, lockte er nicht mit Konzessionen oder versöhnlichen Gesten, sondern hofierte stattdessen China. Das machte die Sowjets wütend und erschreckte sie zugleich. Sie waren bereits politisch isoliert und fürchteten eine weitere Isolation, wenn die Vereinigten Staaten und China zusammengingen. Kissingers Schachzug brachte sie an den Verhandlungstisch. Eine Parallele zu dieser Strategie findet sich auch in der Verführungskunst. Wenn du eine Frau verführen willst, rät Stendal, mache zunächst ihrer Schwester den Hof. Halten sie sich zurück, dann kommen die Menschen zu ihnen. Dann betrachten die anderen es als Herausforderung, ihre Zuneigung zu gewinnen. Solange sie die Hoffnungen der anderen stimulieren, bleiben sie der Magnet ihrer Aufmerksamkeit und ihres Begehrens. Teil 2 Ergreifen sie niemals Partei. Halten sie sich aus Kämpfen heraus. Lassen sie sich nicht von anderen Leuten in deren Kleinkriege und Kabeleien hereinziehen. Geben sie sich interessiert und verständnisvoll. Doch finden sie einen Weg, neutral zu bleiben. Bleiben sie außen vor, während die anderen kämpfen. Schauen sie zu und warten sie ab. Wenn die Kämpfer erschöpft sind, sind sie reif zum Pflücken. Sie können es sich gar zur Angewohnheit machen, andere zu Streitigkeiten zu animieren, um dann ihre Vermittlung anzubieten und als Schiedsrichter ihre Macht mehren. Um das Spiel um die Macht zu gewinnen, müssen sie ihre Gefühle beherrschen. Doch selbst wenn sie diese Selbstkontrolle meistern, können sie noch immer nicht die emotionalen Dispositionen der Menschen um sie herum kontrollieren. Und das stellt eine große Gefahr dar. Die meisten Menschen operieren in einem Strudel der Gefühle. Ständig reagieren sie, beschwören Geplänkel und Konflikte herauf. Ihre Selbstbeherrschung und Autonomie stört und verärgert sie. Die anderen werden versuchen, sie in den Strudel hineinzuziehen, sie anflehen, in ihren endlosen Kämpfen für die eine Seite Partei zu ergreifen oder Frieden für sie zu stiften. Wenn sie diesem ständigen emotionalen Druck erliegen, werden sie Schritt um Schritt feststellen, dass ihr Denken und ihre Zeit von den Problemen der anderen in Anspruch genommen werden. Was auch immer an Leidenschaft und Mitgefühl ihnen zu eigen ist, lassen sie sich davon nicht mit hineinziehen. Dieses Spiel können sie niemals gewinnen. Die Konflikte können sich nur vervielfachen. Andererseits können sie auch nicht vollständig im Abseits bleiben. Das würde eine unnötige Beleidigung darstellen. Um das Spiel zu meistern, müssen sie sich an den Problemen anderer Leute interessiert geben, manchmal sogar zum Schein ihrer Partei ergreifen. Doch während sie nach außen Hilfsbereitschaft andeuten, müssen sie innerlich ihre Kraft und ihren Seelenfrieden bewahren, indem sie auf jedes emotionale Engagement verzichten. Wie sehr andere auch versuchen, sie mit Beschlag zu belegen, sorgen sie dafür, dass ihr Interesse an den Affären und Geplänkeln stets ein Oberflächliches bleibt. Hören sie mit Sympathie bekundeter Miene zu, spielen sie gelegentlich sogar den Charmeur, halten sie innerlich jedoch sowohl die freundlichen Könige als auch die perfiden Bourgeois auf Armslänge. Indem sie keine Bindung eingehen und so ihre Autonomie wahren, behalten sie die Initiative. Ihre Spielzüge bleiben ihrem eigenen Willen unterworfen und werden nicht zu Defensivreaktionen auf das Hin- und Hergezerre der Menschen um sie herum. Die Waffen zögerlich zu ergreifen, kann selbst eine Waffe sein. Vor allem, wenn sie die anderen sich derweil in Kämpfen erschöpfen lassen und dann aus ihrer Schwäche einen Vorteil ziehen. Im alten China fiel das Reich Qin einst ins Reich Xing ein. Juan, der Herrscher einer nahegelegenen Provinz, meinte, er müsse Xing schnell zu Hilfe eilen. Doch sein Berater empfahl, ihm abzuwarten. Xing fällt noch nicht, sagte er, und Qin ist noch nicht erschöpft. Solange Qin noch nicht erschöpft ist, können wir keinen großen Einfluss ausüben. Mehr noch, einem Land in Gefahr geholfen zu haben, bringt nicht so viel ein, wie ein ruiniertes Land wiederzubeleben. Der Herrscher hörte auf seinen Berater und, wie dieser vorhergesagt hatte, strich Juan später den Ruhm dafür ein, Xing vom Rande des Abgrunds gerettet zu haben. Und zugleich konnte er das erschöpfte Qin erobern. Er hielt sich aus den Kämpfen heraus, bis die darin verwickelten Kräfte sich gegenseitig ausgezehrt hatten und an diesem Punkt konnte er ungefährdet intervenieren. Genau diesen Vorteil gewinnen sie, wenn sie sich aus Raufereien heraushalten. Sie gewinnen Zeit, sich so zu positionieren, dass sie den größtmöglichen Nutzen aus der Situation ziehen können, wenn eine Seite zu verlieren beginnt. Dieses Spiel können sie auch noch einen Schritt weiter treiben, indem sie in einem Konflikt beiden Seiten Unterstützung zusagen, während sie so manövrieren, dass derjenige, der als Sieger aus dem Streit hervorgeht, sie sind. Genau das tat Castruccio Castracani, der Herrscher der italienischen Stadt Lucca im 14. Jahrhundert, als er ein Auge auf die Stadt Pistoia geworfen hatte. Eine Belagerung hätte zu viel Geld und zu viele Leben gekostet, aber Castruccio wusste, dass es in Pistoia zwei rivalisierende Fraktionen gab, die Schwarzen und die Weißen, die einander hassten. Er verhandelte mit den Schwarzen und versprach, ihnen gegen die Weißen zu helfen. Ohne deren Wissen versprach er dann den Weißen, ihnen gegen die Schwarzen zu helfen. Und Castruccio hielt seine Versprechen. Er schickte eine Streitmacht zu dem Stadttor, das die Schwarzen kontrollierten, und die Wachen ließen sie natürlich mit Freuden ein. Gleichzeitig marschierte eine weitere Streitmacht von Lucca durch ein von den Weißen kontrolliertes Tor in die Stadt. Die beiden Streitkräfte vereinten sich im Zentrum, besetzten die Stadt, töteten die Anführer beider Fraktionen, beendeten den Bürgerkrieg und gewannen Pistoia für Castruccio. Indem sie ihrer Autonomie waren, halten sie sich Optionen offen, wenn andere aufeinander losschlagen. Sie können den Vermittler spielen, den Friedensmakler, während sie in Wirklichkeit ihre eigenen Interessen waren. Sie können der einen Seite Unterstützung zusagen und dann muss die andere vielleicht mit einem besseren Angebot um sie werben. Oder sie können wie Castruccio für beide Seiten Partei ergreifen und dann die Antagonisten gegeneinander ausspielen. Wenn ein Konflikt ausbricht, ist man oft versucht, für die stärkere Seite Partei zu ergreifen oder für diejenige, die einem in einer Allianz die größeren Vorteile zu bieten scheint. Doch das ist riskant. Zum einen ist es oft schwer vorherzusehen, welche Seite auf lange Sicht die Oberhand behalten wird. Doch selbst wenn ihnen dies gelingt und sie sich mit der stärkeren Seite verbünden, werden sie von dieser, wenn sie den Sieg erst einmal errungen hat, vielleicht verschlungen oder aus Bequemlichkeit einfach vergessen. Paktieren sie dagegen mit der schwächeren Seite, sind sie andererseits zum Untergang verurteilt. Befleißigen sie sich der Hinhaltetaktik und warten sie ab. Dann können sie nicht verlieren. Während der französischen Juli-Revolution von 1830 saß nach dreitägigen Kämpfen der nun schon ältere Staatsmann Talleyrand in Paris am Fenster und lauschte dem Glockengeläut, das das Ende der Kämpfe verkündete. Er wandte sich einem Mitarbeiter zu und sagte, »Ah, die Glocken. Wir siegen.« »Wer ist wir, Mon Prince?« fragte der Mitarbeiter. Talleyrand bedeutete dem Mann zu schweigen. »Kein Wort. Ich werde Ihnen morgen sagen, wer wir sind.« Er wusste nur zu gut, dass bloß Narren blind in eine Situation hineinrennen, dass man seinen Spielraum verliert, wenn man sich zu schnell bindet. Die Menschen respektieren Sie dann auch weniger. Vielleicht binden Sie sich, fürchten Sie, morgen an eine andere Sache, weil Sie sich so schnell dieser verschrieben haben. Das Glück ist wankelmütig und oft wechselt es die Seiten. Die Bindung an eine Seite nimmt Ihnen den Vorteil der Zeit und den Luxus des Wartens. Lassen Sie andere sich in diese Gruppe oder jene vernarren, verlieren Sie aber nicht den Kopf, übereilen Sie nichts. Schließlich gibt es auch noch Situationen, in denen Sie am besten allen Einschein der Hilfsbereitschaft abschütteln und stattdessen Ihre Unabhängigkeit und Ihre Selbstsicherheit herausposaunen. Die aristokratische Pose der Unabhängigkeit ist vor allem für jene wichtig, die sich Respekt verschaffen müssen. George Washington erkannte das, als er versuchte, die junge amerikanische Republik auf ein festes Fundament zu stellen. Als Präsident widerstand Washington der Versuchung, sich mit Frankreich oder England zu verbünden, obwohl diesbezüglich Druck auf ihn ausgeübt wurde. Er wollte, dass sein Land sich den Respekt der Welt durch seine Unabhängigkeit verdiente. Obwohl kurzfristig ein Bündnis mit Frankreich hilfreich gewesen wäre, wusste er, dass es auf lange Sicht viel effektiver war, die Unabhängigkeit der Nation zu festigen. Europa sollte die Vereinigten Staaten als gleichberechtigte Macht anerkennen. Denken Sie daran. Energie und Zeit haben Sie nur in begrenztem Umfang. Jeder Moment, den Sie auf die Angelegenheiten anderer verschwenden, mindert Ihre Stärke. Sie fürchten vielleicht, dass die Menschen Sie als herzlos verdammen. Wenn Sie jedoch Ihre Unabhängigkeit bewahren und Ihre Selbstsicherheit festigen, wird Ihnen das am Ende mehr Respekt verschaffen und Sie in eine Machtposition bringen, in der Sie frei entscheiden können, anderen auf Ihre eigene Initiative hin zu helfen. Beide Teile dieses Gesetzes kehren sich gegen Sie, wenn Sie es zu weit treiben. Das Spiel, das hier vorgeschlagen wird, ist heikel und schwierig. Wenn Sie zu viele Parteien gegeneinander ausspielen, werden Sie das Manöver durchschauen und sich gegen Sie zusammenschließen. Wenn Sie die wachsende Zahl Ihrer Freier zu lange warten lassen, werden Sie kein Begehren, sondern Misstrauen wecken. Die anderen werden das Interesse verlieren. Daher kann es letztendlich lohnen, sich einer Seite zuzuneigen und sei es nur um des Anscheins willen, um zu beweisen, dass Sie bindungsfähig sind. Doch auch in diesem Fall ist entscheidend, dass Sie Ihre innere Unabhängigkeit bewahren. Hüten Sie sich davor, emotional in etwas hineingezogen zu werden. Behalten Sie sich die unausgesprochene Option vor, jederzeit auszusteigen und Ihre Freiheit zurückzuverlangen, wenn die Seite, der Sie sich verschrieben haben, vor dem Zusammenbruch steht. Die Freunde, die Sie während der Balz gewonnen haben, bieten Ihnen genügend neue Heimaten, wenn Sie das sinkende Schiff verlassen. Gesetz 21 Spiele den Deppen, um Deppen zu überlisten. Gib dich dümmer als dein Opfer. Was heißt das? Niemand fühlt sich wohl, wenn sein Gegenüber intelligenter ist. Geben Sie Ihren Opfern das Gefühl, sie seien klug, und zwar klüger als Sie. Wenn die anderen davon überzeugt sind, werden Sie keinen Verdacht schöpfen, dass Sie vielleicht niedere Absichten verfolgen. Der Eindruck, dass ein anderer intelligenter ist als wir, ist uns fast unerträglich. In der Regel versuchen wir das auf verschiedene Weise zu rechtfertigen. Er hat sein Wissen nur aus Büchern, ich aber kenne das wirkliche Leben. Ihre Eltern konnten ihr eine gute Ausbildung bezahlen. Wenn meine Eltern auch so viel Geld gehabt hätten, wäre ich ebenfalls so privilegiert gewesen. Der ist gar nicht so klug, wie er glaubt. Und nicht zuletzt, auf Ihrem Gebiet kennt sie sich ja vielleicht besser aus als ich. Aber darüber hinaus ist sie alles andere als klug. Jenseits der Physik war sogar Einstein ein Blödmann. Da die Intelligenz für die Eitelkeit der Menschen eine so große Rolle spielt, kommt es entscheidend darauf an, die Verstandeskraft eines anderen nie unbeabsichtigt in Frage zu stellen oder gar zu beleidigen. Das ist ein unverzeihlicher Fehler. Wenn Sie diese Regel jedoch eisern befolgen, eröffnen sich Ihnen unzählige Möglichkeiten der Täuschung. Geben Sie unterschwellig anderen Menschen zu verstehen, dass Sie intelligenter sind als Sie selbst oder dass Sie gar ein bisschen schwachsinnig sind und Sie können sie nach Strich und Faden einwickeln. Das Gefühl intellektueller Überlegenheit, das Sie Ihnen vermitteln, entwaffnet Sie, weil es Ihr Misstrauen einlullt. 1865 wollte der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck, dass Österreich eine Konvention unterzeichnete, die überwiegend den Interessen Preußens und kaum denen Österreichs entsprach. Und dafür musste er eine Strategie entwerfen, um von den Österreichern die Zustimmung zu bekommen. Der österreichische Unterhändler, Graf Blome, war ein leidenschaftlicher Kartenspieler. Besonders gern spielte er Kains. Und man hatte ihn häufiger sagen hören, er könne den Charakter eines Mannes daran erkennen, wie dieser Kains spiele. Bismarck wusste das. Am Abend vor dem Verhandlungsbeginn lud Bismarck mit Unschuldsmine Blome zu einer Partie Kains ein. Später schrieb der Preuße, Damals habe ich zum letzten Mal in meinem Leben Kains gespielt. Obwohl ich sonst gar nicht mehr spiele, schon lange nicht mehr, spielte ich so leichtsinnig drauf los, dass sich die anderen nicht genug verwundern konnten. Ich verlor damals ein paar hundert Thaler. Aber ich machte, Graf Blome, damit irrig. Er hielt mich für waghalsig und gab nach. Bismarck gab sich nicht nur waghalsig, sondern machte sich auch zum Narren, sagte Lächerliches und zappelte herum, als hätte er zu viel Energie. Aufgrund all dessen hatte Blome das Gefühl, an wichtige Informationen gelangt zu sein. Er wusste, dass Bismarck aggressiv war. Der Preuße hatte sich bereits jenen Ruf erworben und seine Art und Weise des Spielens bestätigte das. Und aggressive Männer, das wusste Blome, handeln unbesonnen und übereilt. Als der Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung näher rückte, wähnte sich Blome im Vorteil. Ein unvorsichtiger Narr wie Bismarck glaubte er, sei zu einem kaltblütigen, berechnenden Enttäuschungsmanöver gar nicht in der Lage. Und so überflog er den Vertrag bloß, ehe er ihn unterschrieb. Er hatte sozusagen das Kleingedruckte nicht gelesen. Kaum war die Tinte trocken, sagte ihm ein fröhlicher Bismarck ins Gesicht, er hätte nie geglaubt, ein österreichischer Diplomat würde dieses Dokument unterschreiben. Intelligenz ist die wichtigste Eigenschaft, die Sie herunterspielen müssen. Aber dabei muss es nicht bleiben. Guter Geschmack und Kultiviertheit folgen auf der Eitelkeitsskala gleich danach. Geben Sie anderen Menschen das Gefühl, dass sie kultivierter sind als Sie. Dann nehmen Sie die Schilde herunter. Generell gilt, machen Sie die Menschen glauben, dass sie klüger und kultivierter sind als Sie selbst. Dann dulden die anderen Sie um sich, weil sie sich in ihrer Gegenwart besser fühlen. Und je länger Sie anderen nahe sind, desto mehr Gelegenheiten finden Sie, Sie hinters Licht zu führen. Ihre wahre Intelligenz preiszugeben, zahlt sich selten aus. Sie sollten sich angewöhnen, sie immer herunterzuspielen. Sollten andere unabsichtlich die Wahrheit herausfinden, dass sie de facto viel klüger sind, als sie wirken, werden Sie sie bewundern, weil Sie so diskret sind, statt von Ihrer Brillanz viel Aufhebens zu machen. Zu Beginn Ihrer Karriere dürfen Sie sich allerdings nicht zu dumm stellen. Vermitteln Sie Ihren Vorgesetzten vielleicht lieber auf subtile Weise, dass Sie klüger sind als Ihre Konkurrenten. Wenn Sie die Karriereleiter höher hinauf gelangen, sollten Sie mit Ihrer Brillanz dann ein wenig hinter dem Berg halten. Es gibt jedoch eine Situation, in der sich das genaue Gegenteil auszahlt. Wenn Sie ein Täuschungsmanöver hinter einem Feuerwerk von Intelligenz verbergen können. Mit der Klugheit ist es genauso wie fast mit allen anderen Dingen. Es kommt auf das Erscheinungsbild an. Wenn Sie über Wissen und Autorität verfügen, werden die Menschen glauben, was Sie sagen. Das kann sehr nützlich sein, wenn Sie sich aus einer Klemme befreien müssen. Der Kunsthändler Joseph de Veyn besuchte einmal eine Soiree im Hause eines New Yorker Industriemagnaten, dem er kürzlich für viel Geld einen Dürer verkauft hatte. Unter den Gästen befand sich ein französischer Kunstkritiker, der extrem gebildet und selbstbewusst wirkte. Weil die Tochter des Industriellen den Mann beeindrucken wollte, zeigte sie ihm den Dürer, der noch nicht aufgehängt worden war. Der Kritiker betrachtete das Werk eine ganze Weile und sagte schließlich, wissen Sie, ich glaube nicht, dass dieser Dürer echt ist. Er folgte der jungen Dame, die das eilends ihrem Vater berichtete und hörte dann zu, wie der höchst beunruhigte Industrielle sich hilfesuchend an de Veyn wandte. Doch der lachte bloß. Sehr amüsant, sagte er. Stellen Sie sich vor, junger Mann, mindestens 20 weitere Kunstexperten hier und in Europa sind reingefallen und haben das Gemälde für nicht echt erklärt. Und jetzt kommen Sie und machen denselben Fehler. Duveins vor Selbstvertrauen strotzender Tonfall und seine Aura der Autorität schüchterten den Franzosen ein, der sich für seinen Fehler entschuldigte. Duvein wusste, dass der Kunstmarkt von Fälschungen überschwemmt wurde und viele Gemälde fälschlicherweise alten Meistern zugeschrieben wurden. Er gab sein Bestes, um das Echte vom Unechten zu unterscheiden, aber im Eifer des Verkaufsgefechts überreizte er die Authentizität eines Werks oft. Ihm kam es darauf an, dass der Käufer glaubte, einen Dürer gekauft zu haben und Duvein selbst überzeugte alle mit seiner Aura der untadeligen Autorität von seinem Expertenwissen. Wenn nötig, ist es also wichtig, den Professor spielen zu können. Aber niemals dürfen Sie solche Attitüde um Ihrer selbst Willen zur Schau stellen. Gesetz 22 Ergebe dich zum Schein, verwandle Schwäche in Stärke Was heißt das? Kämpfen Sie nie um der Ehre willen, wenn Sie der Schwächere sind. Ergeben Sie sich lieber. Das gibt Ihnen Zeit, sich zu erholen, den Sieger zu piesacken und zu quälen, zu warten, bis er Schwäche zeigt. Geben Sie ihm nicht die Befriedigung, sie im Kampf besiegt zu haben. Kapitulieren Sie vorher. Indem Sie die andere Wange hinhalten, machen Sie ihn wütend und unsicher. Verwandeln Sie die Kapitulation in ein Machtinstrument. Was uns im Reich der Macht oft in Schwierigkeiten bringt, ist unsere eigene Überreaktion auf die Schachzüge unserer Feinde und Rivalen. Jene Überreaktion schafft Probleme, die wir hätten vermeiden können, wenn wir vernünftiger gehandelt hätten. Außerdem fällt unser Ungestüm auf uns zurück, denn der Gegner wird dann ebenfalls eine Überreaktion zeigen. Unsere erste instinkthafte Reaktion besteht immer darin, Aggression mit einer anderen Aggression zu vergelten. Doch wenn Sie das nächste Mal jemand in die Enge treibt und Sie feststellen, dass Sie so zu reagieren beginnen, versuchen Sie einmal Folgendes. Leisten Sie keinen Widerstand. Kämpfen Sie nicht, sondern ergeben Sie sich. Halten Sie auch die andere Wange hin. Verneigen Sie sich. Sie werden feststellen, dass dies oft das Verhalten der anderen neutralisiert. Sie erwarten, ja wollen, dass Sie mit Gewalt reagieren und wenn Ihr Widerstand ausbleibt, sind Sie verwirrt und vernachlässigen die Verteidigung. Indem Sie sich ergeben, kontrollieren Sie in Wirklichkeit die Situation, weil Ihre Kapitulation Teil des umfassenderen Plans ist, Sie einzulullen und glauben zu machen, dass Sie sie besiegt haben. Das ist der Kern der Kapitulationstaktik. Innerlich bleiben Sie standhaft, nach außen hin beugen Sie sich. Weil Ihre Feinde keinen Grund mehr haben, um Ihnen zu zürnen, sind Sie oft orientierungslos. Und es ist unwahrscheinlich, dass Sie mit mehr Gewalt reagieren, weil Sie ja eben nicht mit Gewalt reagiert haben. Stattdessen gewinnen Sie Zeit und Spielraum, Ihre Gegenzüge zu planen, mit denen Sie die anderen schließlich niedermachen. In der Schlacht der Intelligenz gegen die Brutalität und Aggression ist die Kapitulationstaktik eine überlegene Waffe. Allerdings brauchen Sie jede Menge Selbstbeherrschung. Wer sich echt ergibt, verliert die Freiheit und die Erniedrigung, besiegt worden zu sein, zerstört ihn vielleicht am Boden. Sie müssen stets daran denken, dass Sie sich nur zum Schein ergeben, wie ein Tier, das sich totstellt, um seine Haut zu retten. Wie gesagt, kann es besser sein, sich zu ergeben, statt zu kämpfen. Angesichts eines noch mächtigeren Gegners und einer todsicheren Niederlage ist es oft auch besser, sich zu ergeben, statt wegzulaufen. Das Weglaufen rettet Ihre Haut zwar für den Moment, doch irgendwann wird der Verfolger Sie einholen. Wenn Sie sich stattdessen ergeben, haben Sie die Gelegenheit, Ihren Feind zu umgarnen und mit Ihren Fängen aus der Nähe zuzuschlagen. Die Macht ist ständig in Fluss. Und weil das Spiel um Sie ein ständiger Kampf mit fließenden Fronten ist, werden sich die an der Macht so gut wie immer irgendwann auf dem absteigenden Ast wiederfinden. Wenn Sie vorübergehend geschwächt sind, ist die Kapitulationstaktik das perfekte Mittel, irgendwann wieder nach oben zu kommen. Sie verbirgt Ihre Ambitionen, Sie lehrt Sie Geduld und Selbstbeherrschung, entscheidende Faktoren bei diesem Spiel und Sie bringt Sie in die bestmögliche Position, aus einem möglichen Ausrutscher Ihres Gegners Vorteil zu ziehen. Wenn Sie weglaufen oder Widerstand leisten, können Sie auf lange Sicht nicht gewinnen. Wenn Sie sich ergeben, werden Sie nahezu mit Sicherheit eines Tages der Sieger sein. Der Zweck der Kapitulation ist, Ihre Haut zu retten, bis Sie später in die Lage kommen, Ihre Ansprüche wieder geltend zu machen. Man ergibt sich nicht, um zum Märtyrer zu werden, doch es gibt Situationen, in denen der Feind kein Mitleid zu zeigen bereit ist und das Märtyrertum den einzigen Ausweg darstellt. Hinzu kommt, falls Sie bereit sind zu sterben, dass andere möglicherweise aus Ihrem Beispiel die Lehre ziehen und Macht erlangen. Doch das Märtyrertum, die Umkehrung der freiwilligen Kapitulation, ist eine vertrackte, ungenaue Strategie und ihr wohnt genauso viel Gewalt inne wie der Aggression, die bekämpft werden soll. Für jeden berühmten Märtyrer finden sich tausend andere, die keine Religion begründet und keine Revolution ausgelöst haben. Das Märtyrertum mag gelegentlich ein gewisses Maß an Macht verleihen, doch das ist unvorhersehbar. Und was noch wichtiger ist, Sie sind dann gar nicht mehr da, um sich an dieser Macht zu erfreuen. Außerdem haftet Märtyrern etwas Selbstsüchtiges und Arrogantes an, als würden Sie ihre Nachfolger spüren lassen, dass sie weniger bedeutend sind als der ruhmreiche Märtyrer. Wenn die Macht sie verlässt, ignorieren Sie am besten die Umkehrung dieses Gesetzes. Lassen Sie andere die Märtyrer spielen. Irgendwann schwingt das Pendel auch einmal wieder in die andere Richtung und Sie sollten am Leben bleiben, um diesen Moment zu erleben. Gesetz 23 Konzentriere Deine Kräfte Was heißt das? Schonen Sie Ihre Energien, indem Sie sie auf den entscheidenden Punkt bündeln. Sie gewinnen mehr, wenn Sie in einer ergiebigen Mine tief schürfen, als wenn Sie von einem dürftigen Tagebau zum nächsten eilen. Intensives Arbeiten ist immer besser als extensives. Wenn Sie nach Macht streben, wenn Sie nach oben kommen wollen, dann suchen Sie sich den entscheidenden Patron. Die fette Kuh, die Ihnen noch lange Milch geben wird. Die Welt wird von immer größerer Zersplitterung geplagt. Innerhalb von Ländern, politischen Gruppen, Familien, sogar Individuen. Wir leben in einem Zustand totaler Zerstreuung und Zerfledderung, sind kaum in der Lage, unseren Verstand in eine Richtung zu lenken, ehe wir schon wieder in tausend andere gezogen werden. Konflikte sind in der modernen Welt zahlreicher als je zuvor und Konflikte sind zu einem integralen Bestandteil unseres Lebens geworden. Die Lösung besteht in einer Art des Rückzugs nach innen, in die Vergangenheit zu konzentrierteren Formen des Denkens und Handelns. Schopenhauer schrieb, der Verstand ist keine extensive, sondern eine intensive Größe. Napoleon wusste, dass es sich lohnt, die eigenen Kräfte auf den schwächsten Punkt des Feindes zu konzentrieren. Hierin lag der Grund für seinen Erfolg auf dem Schlachtfeld. Doch auch die Kraft seines Willens und seines Verstandes modellierte er nach diesem Modell. Zielstrebig, einen einzigen Zweck zu verfolgen, sich vollkommen auf das Ziel zu konzentrieren und diese Qualitäten gegen Menschen zu wenden, die nicht so fokussiert handeln, die sich der Zerstreuung hingeben, solche Pfeile werden jedes Mal den Weg zum Opfer finden und den Feind überwältigen. Casanova schrieb seinen Erfolg der Fähigkeit zu, sich auf ein einziges Opfer zu konzentrieren und es so lange zu bestürmen, bis es sich ergab. Er konnte sich der Frau, die er begehrte, vollständig ausliefern und das machte ihn so außerordentlich verführerisch. Während der Wochen oder Monate, die eine solche Frau in seinem Umfeld verbrachte, dachte er nichts anderes. Als er in den berüchtigten Bleikammern des Dogenpalastes in Venedig gefangen war, aus diesem Gefängnis war noch niemand entkommen, konzentrierte er sich Tag für Tag auf nichts anderes als seine Flucht. Und als man ihn in eine andere Zelle verlegte und damit Monate des heimlichen Grabens umsonst gewesen waren, ließ er sich nicht entmutigen. Hartnäckig verfolgte er sein Ziel und schließlich gelang ihm die Flucht. Er habe immer daran geglaubt, schrieb er später, dass ein Mann, wenn er sich etwas in den Kopf setzt und sich einzig mit dessen Durchführung beschäftigt, Erfolg haben muss, auch wenn die Schwierigkeiten noch so groß seien. Solch ein Mann werde zum Großvisier oder Papst. Konzentrieren Sie sich auf ein einziges Ziel, ein einziges Opfer und unterwerfen Sie es sich. In der Welt der Macht brauchen Sie ständig die Hilfe anderer Menschen, in der Regel solche, die mächtiger sind als Sie. Nur ein Narr wechselt flatterhaft von einer Person zur nächsten, weil er glaubt, dass eine breite Basis ihm das Überleben besser sichert. Aus dem Gesetz der Konzentration folgt zwingend, dass sie viel Energie sparen und mehr Macht erlangen können, indem sie sich an eine einzige geeignete Quelle der Macht heften. Der Wissenschaftler Nikola Tesla ruinierte sein Leben, weil er glaubte, er könne sich irgendwie seine Unabhängigkeit bewahren, wenn er sich nicht einem einzelnen Herren verpflichtete. Er wies sogar JP Morgan zurück, der ihm einen bestens dotierten Vertrag anbot. Letztlich bedeutete Teslas Unabhängigkeit, dass er sich nicht an einen einzelnen Patron wenden konnte, sondern ständig um ein ganzes Dutzend von ihnen herumschawenzeln musste. Gegen Ende seines Lebens sah er seinen Fehler ein. Letztlich existiert Macht immer in konzentrierter Form. Bei jeder Organisation muss unvermeidlicherweise eine kleine Gruppe die Fäden in der Hand halten. Und oft sind es nicht diejenigen mit den hochtrabenden Titeln. Im Spiel um die Macht furchtelt nur der Narrwild herum, ohne sein Ziel zu fixieren. Sie müssen herausfinden, wer das Ganze lenkt, wer hinter den Kulissen der wahre Regisseur ist. Im frühen 17. Jahrhundert stellte Richelieu zu Beginn seines Aufstiegs in der französischen Politik fest, dass nicht König Ludwig XIII. die Entscheidungen traf, sondern dessen Mutter. Und so heftete er sich an ihre Fersen und katapultierte sich durch die Ränge der Höflinge hinauf bis ganz nach oben. Es reicht einmal auf eine Ölquelle zu stoßen. Ihr Reichtum und ihre Macht werden für den Rest ihres Lebens gesichert sein. In der Konzentration lauern auch Gefahren und es gibt Momente, da die Zerstreuung die geeignetere Taktik ist. Mao Zitong und die Kommunisten, die mit den Nationalisten um die Vormacht in China kämpften, verwickelten jene in einen Krieg, der sich an mehreren Fronten hinschleppte. Sabotage und Überfälle aus dem Hinterhalt waren ihre Hauptwaffen. Für die schwächere Seite ist es oft klüger, sich zu verteilen. Das ist sogar ein Grundprinzip der Guerillakriegsführung. Wenn sie gegen eine stärkere Armee kämpfen, geben sie nur ein umso leichteres Ziel ab, je stärker sie ihre Kräfte bündeln. Verteilen sie sie lieber in der Landschaft und frustrieren sie ihren Feind mit der Undefinierbarkeit ihrer Präsenz. Sich an eine einzige Quelle der Macht anzuhängen, beschwört eine Hauptgefahr herauf. Wenn diese Person stirbt, verschwindet oder in Ungnade fällt, sind sie der Leidtragende. Das passierte Cesare Borgia, der seine Macht von seinem Vater verliehen bekam, Papst Alexander VI. Der Papst hatte Cesare seine Armeen gegeben und ihm aufgetragen, in seinem Namen Kriege zu führen. Als er plötzlich starb, vielleicht wurde er vergiftet, war Cesare so gut wie tot. Im Lauf der Jahre hatte er sich viel zu viele Feinde gemacht und jetzt stand er ohne die Protektion seines Vaters da. In Situationen, da sie Schutz brauchen, ist es daher oft klüger, sich an mehrere Machtquellen zu halten. Dieses Verhalten empfiehlt sich besonders für Perioden des Umsturzes oder gewaltsamen Wandels oder im Angesicht zahlreicher Feinde. Je mehr Patronen und Herren sie dienen, desto geringer ist das Risiko für sie, wenn einem davon die Macht entgleitet. Zudem gibt ihnen das Gelegenheit, die verschiedenen Personen gegeneinander auszuspielen. Doch auch wenn sie sich auf eine einzige Machtquelle konzentrieren, müssen sie noch immer Vorsicht walten lassen und sich auf den Tag vorbereiten, da ihr Herr und Meister ihnen nicht länger helfen kann. Zu einseitig ein Ziel zu verfolgen, kann sie schließlich zu einem unerträglichen Langweiler machen, vor allem wenn es um Kunst geht. Der Renaissance-Maler Paolo Cello war vom Studium der Perspektive so besessen, dass seine Werke leblos und gekünstelt wirkten. Leonardo da Vinci hingegen interessierte sich für alles, Architektur, Malerei, Kriegsführung, Bildhauerei, Mechanik. Vieles zugleich anzugehen, war die Quelle seiner Macht. Doch solche Genies sind selten und wir anderen sind besser dran, wenn wir das intensive Vorgehen wählen. Gesetz 24 Spiele den perfekten Höfling Was heißt das? In der Welt des perfekten Höflings dreht sich alles um Macht und politisches Geschick. Er beherrscht die Kunst des indirekten Vorgehens. Er schmeichelt, er weist seinem Herrn und Meister die Ehre und beansprucht Macht über andere nur auf beiläufigste, eleganteste Weise. Beachten sie alle Regeln dieser Kunst, dann sind ihrem Aufstieg bei Hofe keine Grenzen gesetzt. Es liegt im Wesen der menschlichen Natur begründet, dass sich um die Macht eine höfische Struktur ausbildet. In der Vergangenheit versammelte sich der Hof um den Herrscher und er hatte viele Funktionen. Er diente nicht nur dem Amüsement des Herrschers, sondern bot auch Möglichkeiten, die Hierarchie von Königtum, Adel und oberen Gesellschaftsschichten zu festigen und zugleich die Adligen in ihrer nachgeordneten Position und in der Nähe des Herrschers zu halten, damit er ein Auge auf sie haben konnte. Der Hof dient der Macht auf vielerlei Weise. Vor allem aber glorifiziert er den Herrscher und stellt ihm einen Mikrokosmos zur Verfügung, der alles daran setzen muss, ihm zu gefallen. Ein Höfling zu sein war gefährlich. Im 19. Jahrhundert besuchte ein arabischer Reisender den Hof von Darfur im heutigen Sudan. Er berichtete, dass die Höflinge dort alles nachmachen mussten, was der Sultan tat. Wenn er sich verletzte, mussten sie dieselbe Verletzung erleiden. Wenn er während der Jagd vom Pferd fiel, mussten auch sie fallen. Solch eine Mimikrie lässt sich an allen möglichen Höfen der Welt beobachten. Mehr Sorgen bereitete jedoch die Gefahr, dem Herrscher nicht zu gefallen. Ein falscher Schritt bedeutete Tod oder Exil. Für die Höflinge war es ein Drahtseilakt, Gefallen zu finden, aber nicht zu viel, zu gehorchen, sich aber irgendwie von den anderen Höflingen zu unterscheiden, während sie sich zugleich niemals so sehr unterscheiden durften, dass der Herrscher unsicher wurde. Seit jeher verstehen es große Höflinge, Menschen zu manipulieren. Sie sorgen dafür, dass der König sich königlicher fühlt und alle anderen ihre Macht fürchten. Sie sind Magier der äußeren Erscheinung, denn sie wissen, dass bei Hofe alles danach beurteilt wird, wie es wirkt. Meisterhöflinge sind großzügig und höflich. Ihre Aggressionen sind verschleiert und wirken nur indirekt. Sie sind Meister der Konversation, sagen niemals mehr als unbedingt nötig, wissen aber aus einem Kompliment oder einer versteckten Beleidigung den größtmöglichen Nutzen zu ziehen. Fröhlichkeit ziehen sie magnetisch an. Die Menschen wollen um sie sein, weil sie wissen, wie man unterhält, doch sie katzbuckeln niemals und erniedrigen sich nicht. Ein großer Höfling wird zum Favoriten des Königs und erfreut sich der Segnungen dieser Position. Am Ende ist er oft mächtiger als der Herrscher, denn er beherrscht die Hexenkunst immer mehr Einfluss anzuhäufen. Viele Menschen betrachten heute das Hofleben als Relikt der Vergangenheit, als historische Kuriosität. Laut Machiavelli argumentieren sie, als ob sich der Himmel, die Sonne, die Elemente, die Menschen in Bewegung, in Gestalt und Wirksamkeit von dem, was sie seit Alters her waren, unterscheiden würden. Es gibt zwar vielleicht keine Sonnenkönige mehr, doch da sind immer noch viele Menschen, die glauben, die Sonne drehe sich um sie. Der königliche Hof ist zwar mehr oder weniger verschwunden oder hat zumindest viel von seiner Macht verloren, doch Höfe und Höflinge gibt es noch immer, weil es noch immer Macht gibt. Man fordert zwar keinen Höfling mehr auf, vom Pferd zu fallen, doch die Gesetze, die die höfische Kultur regeln, sind so zeitlos wie die Gesetze der Macht. Von den großen Höflingen der Vergangenheit und Gegenwart können sie also viel lernen. Das delikate Spiel des Hofes eine Napoleon. Als die beiden Männer sich kennenlernten, sagte Napoleon nebenbei, er werde den Minister bei Gelegenheit zum Essen besuchen. Talleyrand besaß ein Haus in Hauteuil vor den Toren von Paris. Er entgegnete, er sei entzückt und da das Haus in der Nähe des Bois de Boulogne läge, könne man sich dann den Nachmittag mit Schießen vertreiben. Die Jagd sei ihm lieber, meinte daraufhin der General und fragte, ob es Wildschweine im Bois de Boulogne gäbe. Napoleon stammte aus Corsica, wo die Wildschweinjagd Nationalsport war. Indem er sich erkundigte, ob es in einem Pariser Park Wildschweine gab, erwies er sich noch immer als Provinzler, ja, als eine Art Bauerntrottel. Talleyrand lachte jedoch nicht, aber er konnte der Versuchung nicht widerstehen, sich einen Spaß mit dem Mann zu erlauben, der jetzt politisch sein Herr war, wenn auch nicht von Blut und Adel her, denn Talleyrand stammte aus einer alten Aristokratenfamilie. Auf Napoleons Frage antwortete er daher einfach, es gäbe nur sehr wenige, aber der General sei sicher in der Lage, sie aufzuspüren. Es wurde vereinbart, dass sich Napoleon am nächsten Tag um sieben Uhr morgens zu Talleyrands Haus begeben und den Vormittag dort verbringen würde. Die Wildschweinjagd sollte am Nachmittag stattfinden. Den ganzen Vormittag hindurch sprach der aufgeregte General von nichts anderem als der Wildschweinjagd. Inzwischen hatte Talleyrand seinen Dienern heimlich Anweisungen gegeben, auf dem Markt zwei sehr große schwarze Schweine zu kaufen und sie in den weitläufigen Park zu bringen. Nach dem Mittagessen begaben sich die Jäger mit ihren Hunden in den Bois de Boulogne. Auf ein heimliches Zeichen von Talleyrand hin ließen die Diener eines der Schweine los. Ich sehe ein Wildschwein, rief Napoleon voll Freude und sprang auf sein Pferd, um ihn nachzujagen. Talleyrand hielt sich im Hintergrund. Es bedurfte eines halbstündigen Ritts durch den Park, ehe das Wildschwein schließlich zur Strecke gebracht werden konnte. Im Moment des Triumphes trat jedoch einer von Napoleons Adjutanten zu ihm, der wusste, dass es sich bei dem Tier unmöglich um ein Wildschwein handeln konnte und fürchtete, dass der General sich lächerlich machen würde, wenn die Geschichte an die Öffentlichkeit drang. Napoleon habe natürlich bemerkt, dass das ein Haus und kein Wildschwein sei. Napoleon raste vor Wut und galoppierte auf der Stelle zu Talleyrands Haus. Auf dem Weg jedoch ging ihm auf, dass er sich nur zur Zielscheibe weiteren Spots machen würde, wenn er jetzt Talleyrand gegenüber explodierte und dass dieser ihn nur noch mehr lächerlich machen konnte. Besser war es, zum bösen Spiel gute Miene zu machen. Dennoch konnte er seine Verärgerung nicht ganz verbergen. Talleyrand beschloss, das aufgebrachte Ego des Generals zu besänftigen. Er sagte Napoleon, er solle noch nicht nach Paris zurückkehren, sie sollten noch einmal im Park auf die Jagd gehen. Es gäbe dort viele Kaninchen und die Jagd auf sie wäre ein Lieblingsvergnügen Ludwig des Sechzehnten gewesen. Talleyrand bot Napoleon sogar ein paar Gewehre an, die einst Ludwig gehört hatten. Mit viel Schmeicheleien und Umschwänzeleien konnte er Napoleon noch einmal zur Jagd überreden. Am späten Nachmittag zog man in den Park. Auf dem Weg sagte Napoleon zu Talleyrand, er sei nicht Ludwig der Sechzehnte und er würde sicher kein einziges Kaninchen treffen. Doch an diesem Tag wimmelte der Park nur so von Kaninchen. Napoleon schoss mindestens 50 davon und seine Stimmung wechselte von Verärgerung zu Befriedigung. Am Ende dieser wilden Knallerei kam jedoch abermals der Adjutant auf ihn zu und flüsterte ihm ins Ohr, er wäre sich mittlerweile ziemlich sicher, dass auch die Kaninchen keine wilden seien. Er glaube, der Schurke Talleyrand habe sich einen weiteren Streich erlaubt. Der Adjutant hatte recht, Talleyrand hatte wirklich seine Diener abermals auf den Markt geschickt, wo sie Dutzende von Kaninchen gekauft hatten, die sie dann im Bois de Boulogne freiließen. Napoleon bestieg sein Pferd und kehrte umgehend nach Paris zurück. Später drohte er Talleyrand und warnte ihn, keiner Menschenseele zu sagen, was passiert war. Würde er, Napoleon, zum Gelächter von Paris, würde Talleyrand bitter dafür bezahlen müssen. Napoleon brauchte Monate, bis er Talleyrand wieder vertrauen konnte. Und so ganz hatte ihm diese Erniedrigung nie vergeben. Gesetz 25 Erschaffe dich neu Was heißt das? Akzeptieren sie nicht die Rolle, die die Gesellschaft ihnen aufzwingt. Erschaffen sie sich neu, indem sie sich einer Identitätszimmern, Aufmerksamkeit erregt, die das Publikum nie langweilt. Bestimmen sie ihr Image selbst, statt anderes definieren zu lassen. Sorgen sie für Dramatik in ihrem öffentlichen Auftreten und Wirken. Sie erscheinen überlebens groß und ihre Macht mehrt sich. Die Persönlichkeit, mit der sie scheinbar geboren wurden, ist nicht notwendigerweise das, was sie sind. Jenseits der ererbten Charakteristika haben ihre Eltern, ihre Freunde und andere Bezugspersonen dazu beigetragen, ihren Charakter zu formen. Die Mächtigen sehen sich vor die prometheische Aufgabe gestellt, die Kontrolle über diesen Prozess zu erlangen, anderen die Möglichkeit zu versagen, sie zu formen und einzugrenzen. Schaffen sie sich einen neuen Charakter, den der Macht. An sich selbst zu arbeiten, wie mit Ton, muss eine ihrer größten und vergnüglichsten Lebensaufgaben werden. Im Grunde werden sie dadurch zu einem Künstler, einem Künstler, der sich selbst erschafft. Der erste Schritt auf dem Weg zur Selbsterschaffung ist die Selbstbeobachtung. Machen sie sich bewusst, dass sie ein Schauspieler sind, bestimmen sie ihr Erscheinungsbild und kontrollieren sie ihre Gefühle. Diderot sagte, wer immer aufrichtig ist, ist ein schlechter Schauspieler. Menschen, die in Gesellschaft immer das Herz auf der Zunge tragen, sind langweilig. Dass sie es ernst meinen, steht außer Frage. Es ist aber schwer, sie ernst zu nehmen. Wer öffentlich heult, mag vorübergehend Sympathie erwecken, doch die kann leicht in Irritation und Verachtung ob ihrer Selbstbezogenheit umschlagen. Wir fühlen, dass die anderen mit ihrem Geheul Aufmerksamkeit erregen wollen, und ein böswilliger Teil von uns versagt ihnen diese Befriedigung. Gute Schauspieler haben sich besser unter Kontrolle. Sie spielen Ernst und Aufrichtigkeit, sie können zu Tränen rühren und Leidenschaften wecken, ohne diese Gefühle zu empfinden. Sie externalisieren Emotionen in einer Form, die andere verstehen. Das Aufgehen des Schauspielers in seiner Rolle ist im wirklichen Leben ein fataler Fehler. Kein Herrscher oder Führer könnte seinen Part wohl ausfüllen, wenn alle Gefühle, die er zeigt, echt sein müssten. Lernen sie also, sich selbst zu beherrschen. Übernehmen sie die Plastizität des Schauspielers, der sein Gesicht je nach verlangter Emotion modelliert. Der zweite Schritt auf dem Weg zur Selbsterschaffung ist das Kreieren eines denkwürdigen Charakters, der Aufmerksamkeit erheischt und die anderen Akteure auf der Bühne überragt. Das war das Spiel, das Abraham Lincoln betrieb. Einen einfach gestrickten, ehrlichen Mann vom Land, so wusste er, hatte Amerika als Präsident noch nie gehabt. Aber man würde ihn voll Freude wählen. Obwohl viele dieser Qualitäten ihm von Natur aus zu eigen waren, übertrieb er sie spielerisch. Mit Hut, Anzug, Bart. Kein Präsident vor ihm hatte jemals einen Bart getragen. Lincoln war auch der erste Präsident, der Fotos zur Verbreitung seines Images einsetzte. Der einfache Mann vom Lande wurde zur Ikone. Zu einem guten Schauspiel gehört jedoch mehr als nur ein interessantes Äußeres oder ein einziger herausragender Moment. Dramatik entwickelt sich in der Zeit. Sie ist ein sich entfaltendes Ereignis. Rhythmus und Timing sind von entscheidender Bedeutung. Und eines der wichtigsten Elemente zur Entfaltung einer dramatischen Wirkung ist die Spannung. Houdini beispielsweise brauchte manchmal für seine Entfesslungsakte nur Sekunden, doch er dehnte sie zu Minuten aus, um dem Publikum Schweißperlen auf die Stirn zu treiben. Um das Publikum zu fesseln, müssen sie die Ereignisse sich langsam entfalten lassen und sie dann nach einem von ihnen vorgegebenen Tempo und Muster beschleunigen. Große Herrscher wie Napoleon oder Mao Zedong haben mit ihrem theatralischen Timing immer wieder ihr Publikum überrascht und unterhalten. Mit guter Schauspielerei kann man nicht nur eine Menge Sünden verbergen, sondern auch den Feind täuschen und verwirren. Während des Zweiten Weltkriegs arbeitete Bertolt Brecht als Drehbuchautor in Hollywood. Nach dem Krieg wurde er wegen angeblicher Sympathien für die Kommunisten vor den Kongressausschuss für unamerikanische Umtriebe zitiert. Andere, gleichfalls vorgeladene Autoren planten, mit entschiedenem Auftreten die Unrechtmäßigkeit des Verfahrens zu demonstrieren. Brecht war klüger. Er spielte mit dem Ausschuss wie auf einer Geige, schmeichelte seinen Mitgliedern und verhöhnte sie zugleich. Sorgfältig studierte er seine Antworten ein und er bediente sich auch einiger Ausschussvorsitzende ebenfalls gern Zigarren rauchte. Und tatsächlich gelang es ihm, den Ausschuss mit wohlbedachten, mehrdeutigen, witzigen und doppelbödigen Antworten hinters Licht zu führen. Statt eine wütende, von Herzen kommende Tirade zu halten, umgarnte er die Ausschussmitglieder mit einer bühnenreifen Inszenierung und sie ließen ihn ungeschoren davonkommen. Denken Sie aber daran, dass zu viel des Guten auch kontraproduktiv sein kann. Es läuft auf dasselbe hinaus, wie zu viel Energie darauf zu verschwenden, Aufmerksamkeit zu erregen. Der Schauspieler Richard Burton entdeckte zu Anfang seiner Karriere, dass er die Aufmerksamkeit von den anderen Schauspielern ablenken und auf sich ziehen konnte, indem er völlig still auf der Bühne stand. Eindeutig kommt es weniger darauf an, was sie tun, als vielmehr wie sie es tun. Anmut und eine bezwingende Ruhe bringen auf der sozialen Bühne viel mehr ein, als wenn sie ihren Part übertreiben und zu sehr in Bewegung sind. Schließlich üben sie viele Rollen ein, seien sie, was immer der Augenblick erfordert. Passen sie ihre Maske der Situation an, proteisch müssen ihre Gesichter sein, die sie aufsetzen. Bismarck beherrschte dieses Spiel perfekt. Gegenüber einem Liberalen war er ein Liberaler, gegenüber einem Falken war er ein Falke. Er war nicht zu fassen und wer nicht Eine Umkehrung dieses wichtigen Gesetzes kann es wirklich nicht geben. Schlechtes Theater ist schlechtes Theater. Selbst nur natürlich zu wirken ist eine Kunst. Schauspielkunst. Schlechte Schauspielerei führt nur zu Peinlichkeiten. Treten sie aber auch nicht zu dramatisch auf. Das wäre auch nur wieder schlechtes Theater, denn es verstößt gegen die jahrhunderte alte Bühnenregel, niemals eine Rolle zu überziehen. Für dieses Gesetz 26 Mache dir nicht die Finger schmutzig. Was heißt das? Geben sie sich so zivilisiert und effizient wie möglich. Keine Fehler und keine Missetaten dürfen ihre weiße Weste beflecken. Verschaffen sie sich ein makelloses Erscheinungsbild, indem sie andere zu Handlangern und Sündenböcken machen, hinter denen sie ihre eigenen Machenschaften verstecken können. Teil 1 Halte deine Fehler geheim. Mache einen Sündenbock dafür verantwortlich. Ruf und Reputation hängen mehr davon ab, was wir verbergen, als davon, was wir preisgeben. Fehler macht jeder, doch die wirklich cleveren vermeiden sie und stellen sicher, dass ein anderer dafür gerade stehen muss. Für solche Fälle müssen sie immer einen geeigneten Sündenbock in greifbarer Nähe haben. Sich irgendwelcher Sündenböcke zu bedienen, ist so alt wie die Zivilisation selbst und Beispiele dafür finden sich in sämtlichen Weltkulturen. Hinter solchen Opfern steckt die Vorstellung, Schuld und Sühne auf etwas anderes zu übertragen, ein Objekt, ein Tier oder einem Menschen, das oder der dann verbannt, getötet oder vernichtet wurde. Die Hebräer nahmen einen Ziegenbock, daher der Ausdruck Sündenbock, auf dessen Kopf der Priester beide Hände legte, während er die Sünden der Kinder Israel bekannte. Nachdem auf diese Weise die Sünden übertragen worden waren, wurde das Tier weggeführt und in die Wüste gejagt. Bei den Athenern oder den Azteken diente ein Mensch als Sündenbock und dabei handelte es sich oft um eine Person, die einzig zu diesem Zwecke hochgepäppelt worden war. Da man glaubte, Hunger und Seuchen würden den Menschen von den Göttern als Strafe für ihre Sünden auferlegt, litten die Menschen nicht nur unter dem Hunger oder der Krankheit selbst, sondern auch unter Schuldgefühlen. Davon befreiten sie sich, indem sie diese Schuld auf eine unschuldige Person übertrugen, deren Tod die göttlichen Mächte besänftigten und das Böse aus ihrer Mitte verbannen sollte. Es ist eine ausgesprochen menschliche Reaktion, nach einem Fehler oder einem Verbrechen nicht in sich zu gehen, sondern sich in der Außenwelt Kulturrevolution sich als entsetzlicher Fehler erwies, entschuldigte er sich keineswegs beim chinesischen Volk. Stattdessen opferte er wie Cao Cao lange vor ihm Sündenböcke, unter anderem auch seinem persönlichen Sekretär, das hochrangige Parteimitglied Chen Po Ta. Immer wieder hat die Geschichte gezeigt, dass es Sinn macht, einen nahestehenden zum Sündenbock zu machen. Das ist als der Sturz des Favoriten bekannt. Die meisten Könige hatten bei Hofe einen persönlichen Favoriten, einen Mann, den sie manchmal ohne ersichtlichen Grund auserwählt und mit Aufmerksamkeit und Vergünstigungen überschüttet hatten. Doch dieser Hoffavorit konnte als bequemer Sündenbock dienen, falls die Reputation des Königs einmal bedroht war. Die Öffentlichkeit pflegte bereitwillig an die Schuld des Sündenbocks zu glauben. Warum sollte der König seinen Favoriten opfern, wenn dieser nicht wirklich schuldig war? Und die anderen Höflinge, die den Favoriten sowieso nicht leiden konnten, bejubelten dessen Sturz nur. Gleichzeitig konnte der König sich eines Mannes entledigen, der in der Regel mittlerweile zu viel über ihn wusste, vielleicht zu arrogant geworden war, ja, ihn selbst etwa gar ein bisschen verachtete. Jemanden zum Sündenbock zu machen, der ihnen nahe steht, hat denselben Wert wie der Sturz des Favoriten. Sie verlieren vielleicht einen Freund und Helfer, doch auf nicht gegen sie wenden wird. Außerdem können sie immer einen neuen Favoriten finden, der seine Stellung einnimmt. Teil 2 Bediene dich eines Handlangers In der Fabel bedient sich der Affe der Pfote seines Freundes, des Katers, und lässt sich die Kastanien aus dem Feuer holen, sodass er bekommt, was er will, ohne sich zu verbrennen. Wenn Unangenehmes oder Unpopuläres getan werden muss, ist es viel zu riskant, das selbst zu erledigen. Sie brauchen einen Handlanger, jemanden, der die schmutzige, gefährliche Arbeit für sie erledigt. Er beschafft, was sie brauchen, bestraft die, die sie bestrafen wollen, und bei all dem merken die Menschen nicht, dass sie eigentlich dafür verantwortlich sind. Machen sie einen anderen zum Vollstrecker oder zum Überbringer der schlechten Nachricht, bringen sie nur Freude und frohe Botschaften. Vielleicht meinen sie, dass ein Zeichen der Macht sein. In Wirklichkeit ist das Gegenteil der Fall. Das impliziert Schwäche. Warum arbeiten sie so viel? Vielleicht sind sie inkompetent und müssen sich einfach mehr anstrengen, um Schritt halten zu können. Vielleicht sind sie einer von den Menschen, die nicht wissen, wie man etwas delegiert und die sich deshalb mit allem und jedem abgeben. Die wahrhaft Mächtigen wirken niemals in Eile oder überlastet. Während andere sich die Finger blutig arbeiten, lassen sie es sich gut gehen. Sie wissen, wie man die richtigen Leute dazu bringt, sich abzurackern, während sie ihre eigene Energie sparen und dem Feuer nicht zu nahe kommen. Vielleicht glauben sie aber auch, dass sie Macht gewinnen und Furcht einflößen, wenn sie die Drecksarbeit selbst erledigen und sich direkt an hässlichen Taten beteiligen. In Wirklichkeit erzeugen sie damit den Eindruck, selbst hässlich zu sein und ihre übergeordnete Position zu missbrauchen. Die wirklich Mächtigen machen sich nie die Finger schmutzig. Nur das Gute umgibt sie und das Einzige, was sie verkünden, sind glanzvolle Triumphe. Natürlich wird es oft nötig sein, dass sie mehr in etwas hineinstecken oder etwas hässliches aber Notwendiges vollbringen. Doch sie dürfen nie als der Urheber solche Aktionen dastehen. Suchen sie sich Handlanger. Lernen sie die Kunst, solche Menschen zu finden, zu gebrauchen und auch wieder rechtzeitig loszuwerden, wenn sie ihre Handlanger-Dienste geleistet haben. Am einfachsten, aber effektivsten lassen sich Handlanger einsetzen, wenn es darum geht, ihrem Primäropfer gezielt Informationen zukommen zu lassen. Falsche oder gezielt gestreute Informationen sind ein machtvolles Werkzeug, vor allem, wenn man sie von einem Gimpel verbreiten lässt, dem niemand misstraut. Wie sie merken werden, ist es ganz einfach, das Unschuldslamm zu spielen und nicht als Quelle der Information in Erscheinung zu treten. Der Psychotherapeut Milton H. Erickson hatte es unter seinen Patienten oft mit Ehepaaren zu tun, bei denen die Frau eine Therapie wünschte, der Mann diese aber grundsätzlich ablehnte. Statt seine Energie darauf zu verschwenden, mit dem Mann direkt zu verhandeln, nahm Erickson die Frau in Einzeltherapie und in deren Verlauf warf er gelegentlich Interpretationen des Verhaltens ihres Gatten ein, von denen er wusste, dass sie den Ehemann wütend machten, wenn sie ihm zu Ohren kamen. Und natürlich erzählte die Ehefrau ihrem Mann, was der Doktor gesagt hatte. Nach ein paar Wochen war der Mann so aufgebracht, dass er darauf bestand, die Frau zu den Sitzungen zu begleiten und dem Doktor seine Meinung zu sagen. Schließlich gibt es auch noch Fälle, bei denen es ihnen viel Macht einbringt, wenn sie sich bewusst selbst als Handlanger anbieten. Das ist der Trick des perfekten Höflings. Symbolisch steht dafür Sir Walter Raleigh, der einst seinen eigenen Mantel über eine Matschpfütze legte, damit Königin Elisabeth nicht ihre Schuhe überschmutzte. Als Instrument, das den Herrn oder einen Gleichgestellten vor Uneinnehmlichkeiten oder Gefahr schützt, verschaffen sie sich immensen Respekt, was sich früher oder später auszahlt. Und denken sie daran, wenn sie die Hilfestellung nicht großspurig, sondern Sündenböcke oder Handlange einsetzen, müssen sie extrem vorsichtig und sensibel vorgehen. Sie sind wie Schirme, hinter denen sie vor der Öffentlichkeit verbergen können, dass sie selbst in irgendwelche schmutzigen Dinge verwickelt sind. Doch wenn sich der Vorhang hebt und sie als Manipulator dastehen, der Puppenspieler, dann kehrt sich die gesamte Dynamik um. Überall sieht man dann ihre Hand am Werk und sie bekommen sogar noch vor Fehlschläge die Schuld, mit denen sie gar nichts zu tun hatten. Wenn die Wahrheit erst einmal ans Licht gelangt ist, geraten ihnen die Ereignisse lawinenartig außer Kontrolle. Seien sie besonders vorsichtig, wenn sie sich in einer Situation mit weitreichenden Konsequenzen eines Sündenbocks oder Handlangers bedienen. Zu viel des Guten und es geht schief. Oft ist es klüger, sich solcher Gimpel bei weniger verfänglichen Unternehmungen zu bedienen, bei denen Fehler oder Fehleinschätzungen nicht so viel Schaden heraufbeschwören. Schließlich gibt es Situationen, da es von Vorteil ist, die eigene Involviertheit nicht zu verbergen, sondern die Verantwortung für einen Fehler zu übernehmen. Wenn sie an der Macht sind und ihre Position gesichert ist, sollten sie gelegentlich den Büßer spielen. Bitten sie mit bekümmertem Blick diejenigen um Vergebung, die schwächer sind. Das ist die Masche des Königs, der viel Aufhebens darum macht, wie sehr er sich zum Wohle des Volkes aufopfert. Genau so kann es gelegentlich angebracht sein, selbst als die Strafen der Instanz aufzutreten, um bei den Untergebenen Furcht und Schrecken zu wecken. Statt sich eines Handlangers zu bedienen, müssen sie dann als Drohgebärde ihre eigene starke Hand einbringen. Doch spielen sie diese Karte nur selten aus. Tun sie es zu oft, verwandelt sich Furcht in Verachtung und Hass. Ehe sie es sich versehen, nähren solche Emotionen eine lebhafte Opposition, die sie eines Tages niedermachen wird. Gewöhnen sie sich besser an, sich eines Handlangers zu bedienen. Es ist viel sicherer. Gesetz 27 Befriedige das menschliche Bedürfnis an etwas zu glauben und fördere einen Kult um deine Person. Was heißt das? Menschen haben das unstillbare Verlangen an eine Sache zu glauben. Machen sie sich zum Objekt dieser Sehnsucht und bieten sie ihnen etwas. Einen neuen Glauben. Wählen sie vage aber äußerst verheißungsvolle Worte. Stellen sie Begeisterung über Rationalität und Logik. Bieten sie ihren Anhängern Rituale. Bitten sie sie Opfer zu bringen. In einer Zeit ohne Religion und hehre Ziele wird ihr neues Glaubenssystem ihnen ungeahnte Macht einbringen. Wenn sie nach Möglichkeiten suchen und das werden sie sicherlich wie sie aus der geringsten Anstrengung die größtmögliche Macht gewinnen können, werden sie irgendwann auf die Sekten gleicher Anhängerschaft stoßen, die zu den Effizientesten gehört. Eine große Scham Menschen um sich herum zu haben eröffnet viele Gelegenheiten für Täuschungsmanöver. Ihre Anhänger verehren sie ja nicht nur, sie werden sie auch vor ihren Feinden verteidigen und auch noch freiwillig die Aufgabe übernehmen, andere für ihre eben flüge gewordene kleine Sekte zu gewinnen. Solch eine Macht hebt sie in eine andere Sphäre. Sie brauchen keine Drohungen und keine Ausflüchte mehr, um anderen ihren Willen aufzuzwingen. Sie werden bewundert und können einfach nichts falsch machen. Eine solche Anhängerschaft um sich zu scharen, halten sie vielleicht für eine ungeheure Aufgabe, doch im Grunde ist es ganz einfach. Als Menschen haben wir alle das tief verwurzelte Bedürfnis an etwas, irgendetwas zu glauben. Wir sind sozusagen von Natur aus leichtgläubig. Längere Phasen des Zweifelns ertragen wir einfach nicht. Genauso wenig wie das Gefühl der Leere, das uns immer dann befällt, wenn nichts da ist, an das wir glauben könnten. Hält uns dann jemand eine neue gute Sache, ein Elixier, das Versprechen schnellen Reichtums oder zumindest den neuesten Techno-Trend oder die neueste Kunstrichtung als Köder vor die Nase, dann springen wir aus dem Wasser, als könnten wir gar nicht schnell genug an den Angelhaken kommen. Betrachten Sie sich die Geschichte. Die Chroniken der neuen Trends und Kulte, die eine Massenanhängerschaft fanden, könnten allein eine ganze Bibliothek füllen. Nach ein paar Jahrhunderten, Jahrzehnten, Jahren, Jahrmonaten, wirken sie im Allgemeinen nur noch lächerlich. Doch zu ihrer Zeit waren sie so attraktiv, so transzendent, so göttlich. Da wir immer danach gieren, an etwas zu glauben, basteln wir uns aus jedem Mist heilige und Glaubensinhalte. Es wäre doch schade, diese Leichtgläubigkeit an Nutzloses zu verschenken. Machen sie sich selbst zum Objekt der Verehrung, scharen sie jünger um sich, werden sie selbst zum Kult. Mit ein Grund für die Schaffung einer Anhängerschaft ist der Umstand, dass eine Gruppe meist leichter zu täuschen ist als ein Individuum und dass sie ihnen zugleich viel mehr Macht verleihen kann. Dem wohnt jedoch eine Gefahr inne. Wenn die Gruppe sie irgendwann durchschaut, haben sie es nicht nur mit einem Genas für zu tun, sondern mit einer wütenden Menge, die sie genauso begeistert in Stücke reißen wird, unausweichlich klar wurde, dass ihre Elixiere nicht halfen und ihre Ideen nur heiße Luft waren. Wenn sie zu langsam waren, bezahlten sie mit ihrem Leben. Wenn sie mit der Menge spielen, spielen sie mit dem Feuer und sie müssen ständig darauf achten, ob irgendwo Zweifel aufblitzt, ob Feinde nahen, die die Menge gegen sie wenden können. Wenn sie mit den Emotionen der Masse spielen, müssen sie wissen, wie sie sich anpassen, wie sie sich spontan auf alle Stimmungen und Sehnsüchte einlassen können, die die Gruppe produzieren wird. Setzen sie Spione ein, behalten sie den Überblick und lassen sie die Koffer gepackt. Aus diesem Grund werden sie sich die Menschen lieber gelegentlich einzeln vornehmen. Sie von ihrem normalen Milieu zu isolieren kann denselben Effekt haben, wie sie in eine Gruppe zu stecken. Sie sind für Einflüsterungen empfänglicher und lassen sich leichter einschüchtern. Suchen sie sich den richtigen Trottel als Opfer und wenn er sie schließlich durchschaut, können sie ihm wahrscheinlich leichter entkommen als einer Menge. Gesetz 28 Packe Aufgaben mutig an. Was heißt das? Wenn sie sich einer Sache unsicher sind, lassen sie die Finger davon. Zweifeln und Zögern würde die Durchführung behindern. Angst ist gefährlich. Ergreifen sie lieber beherzte Initiative. Von Wagemut verursachte Fehler lassen sich durch noch mehr Wagemut korrigieren. Alle bewundern den Tapferen. Niemand verehrt den Feigling. Die meisten Menschen sind ängstlich. Wir wollen Spannungen und Konflikte vermeiden und wir wollen von allen geliebt werden. Wir überlegen uns zwar vielleicht ein beherztes Vorgehen, doch wir setzen das kaum in die Tat um. Wir fürchten die Konsequenzen, was andere von uns denken mögen, die Feindsieligkeiten, die wir heraufbeschwören, wenn wir über das für uns gewöhnlich Zustehende hinausgehen. Unsere Ängstlichkeit verkleiden wir wahrnehmen. Tapferkeit hingegen ist nach außen gerichtet und die Menschen gehen oft leichter damit um, denn sie ist weniger selbstbewusst und zugleich weniger unterdrückt. Am deutlichsten erkennt man das bei der Verführung. Alle großen Verführer verdanken ihre Erfolge der Unverschämtheit. Casanovas Kühnheit manifestierte sich nicht darin, dass er mutig an die begehrte Frau herantrat oder sich mit kühnen Worten bei ihr einschmeichelte. Sie bestand in seiner Fähigkeit, sich ihr vollständig auszuliefern und sie glauben zu machen, dass er alles für sie tun würde, sogar sein Leben riskieren, was er in der Tat gelegentlich machte. Die Frau, auf die er sein Auge geworfen hatte, verstand, dass er nichts vor ihr zurückhielt. Das war unendlich viel schmeichelhafter als alle Komplimente. Und an keinem Punkt der Verführung ließ er zögern oder Zweifeln erkennen, weil er so einfach nicht empfand. Das Schöne am Verführt Werden ist unter anderem, dass wir uns vorübergehend wie verschlungen fühlen, zeitweise außerhalb unserer Selbst und fern der üblichen Zweifel, die unser normales Leben durchziehen. In dem Moment, wo der Verführer zögert, ist der Charme verflogen. Denn wir werden des Prozesses gewahr, sehen die bewusste Anstrengung, lebendig. Nichts an ihr ist ungeschickt oder peinlich. Und so bewundern wir die Tapferen und genießen ihre Gegenwart, weil ihr Selbstvertrauen uns ansteckt und uns aus unserem Schneckenhaus und unseren Reflektionen nach außen zieht. Kühnheit müssen sie üben und sie müssen lernen noch kühner zu werden. Passende Gelegenheiten finden sie reichlich. Ein guter Ausgangspunkt sind meist Verhandlungen, vor allem solche Diskussionen, bei denen sie aufgefordert werden, ihren Preis zu nennen. Wie oft verkaufen wir uns zu billig, indem wir zu wenig verlangen? Als Christoph Kolumbus den Vorschlag machte, der spanische Hof sollte seine Reise nach Amerika finanzieren, verband er das mit der irrwitzigen kühnen Forderung, den Titel Großadmiral des Ozeans zu erhalten. Der Hof stimmte zu. Er bekam den Preis, den er verlangt hatte. Er wollte mit Respekt behandelt werden und so geschah es. Auch Henry Kissinger wusste, dass sich bei Verhandlungen kühne Forderungen mehr auszahlen, statt zu Beginn Stück um Stück kleine Konzessionen zu machen und zu hoffen, den anderen auf halben Weg zu treffen. Setzen Sie einen hohen Preis fest und dann erhöhen Sie ihn noch einmal. Merken Sie sich. Tapferkeit ist nichts Natürliches und Ängstlichkeit auch nicht. Letztere ist eine Haltung, die man sich aus dem Wunsch zugelegt hat, Konflikten aus dem Weg zu gehen. Wenn die Ängstlichkeit von ihnen Besitz ergriffen hat, dann rotten sie sie aus. Ihre Furcht von den Konsequenzen eines mutigen Schritts stehen in keinem Verhältnis zur Realität und die Konsequenzen der Ängstlichkeit sind in der Tat noch schlimmer. Sie verkaufen sich unter Wert und sie schaffen einen sich selbst erfüllenden Zyklus von Zweifel und Niederlagen. Denken Sie daran, ein durch Wagemut hervorgerufenes Problem lässt sich verbergen, ja, durch mehr Wagemut sogar reparieren. Kühnheit darf nie die Strategie hinter all ihren Aktionen sein. Sie ist ein taktisches Instrument, das Sie im richtigen Moment einsetzen müssen. Planen und schauen Sie voraus und machen Sie den mutigen Schritt zu dem finalen Element, das Ihnen den Erfolg bringt. Anders ausgedrückt, da Tapferkeit ein erlerntes Verhalten ist, können Sie auch lernen, sie zu kontrollieren und auch belieben einzusetzen. Nur mit Kühnheit gewappnet durchs ganze Leben zu gehen, wäre genauso langweilig wie fatal. Sie würden zu viele Menschen vor den Kopf stoßen, wie es jene beweisen, die ihren Mut nicht unter Kontrolle haben. Eine solche Person war Lola Montez. Ihr Wagemut brachte ihr Triumphe und ließ sie sogar den König von Bayern verführen. Doch da sie ihren Mut nie zügeln konnte, führte er auch zu ihrem Untergang. In Bayern, in England, wo immer sie auftauchte. Sie überschritt die Grenze zwischen Kühnheit und dem Anschein von Grausamkeit, ja Verrücktheit. Ivan den Schrecklichen ereilte dasselbe Schicksal. Als die Macht der Kühnheit ihm den Erfolg brachte, blieb er ihr verhaftet, bis hin zu dem Punkt, da sie zu einem lebenslangen Muster der Gewalt und des Sadismus entartete. Er hatte die Fähigkeit verloren, zu unterscheiden, wann Mut angemessen war und wann nicht. Ängstlichkeit hat im Reich der Macht keinen Platz. Sie können jedoch oft davon profitieren, wenn sie sie vortäuschen. Dann allerdings ist es gar keine Ängstlichkeit mehr, sondern eine Offensivwaffe. Sie lullen die Menschen mit ihrer zur Schau getragenen Schüchternheit ein, nur um später umso leichter kühn auf sie einschlagen zu können. Gesetz 29 Plane alles bis zum Ende Was heißt das? Das Ziel ist das Entscheidende. Planen Sie den ganzen Weg dorthin. Berücksichtigen Sie alle möglichen Folgen, Hindernisse und Schicksalsschläge, die ihre harte Arbeit zunichte machen oder anderen die Ehre dafür eintragen könnten. Wenn Sie alles bis zum Schluss planen, können Sie nicht von Zufällen überrascht werden. Dann wissen Sie, wann Sie aufhören müssen. Helfen Sie dem Glück nach. Bestimmen Sie die Zukunft mit, indem Sie weit vorausdenken. Nach der Vorstellung der alten Griechen hatten die Götter genaue Kenntnis der Zukunft. Sie sahen bis ins kleinste Detail alles kommen. Die Menschen hingegen waren Opfer des Schicksals, waren in ihrer Zeit und ihren Gefühlen gefangen und konnten nicht über die unmittelbaren Gefahren hinaussehen. Helden wie Odysseus, der über den Augenblick hinaus mehrere Schritte im Voraus planen konnte, schienen dem Schicksal zu spotten und sich in ihrer Fähigkeit, die Zukunft zu determinieren, den Göttern zu nähern. Der Vergleich ist noch immer gültig. Diejenigen von uns, die weiter vorausdenken und geduldig ihren Plan reifen lassen, scheinen von gottgleicher Macht erfüllt. Da die meisten Menschen zu sehr im Augenblick gefangen sind, um diese Art von Vorausschau entwickeln zu können, ist die Fähigkeit, unmittelbare Gefahren wie unmittelbare Freuden ignorieren zu können, gleichbedeutend mit Macht. Es ist die Macht, die angeborene menschliche Tendenz, auf die Dinge direkt zu reagieren, zu überwinden und sich stattdessen zu trainieren, einen Schritt zurück zu treten, sich vorzustellen, wie über die unmittelbare Vision hinaus das große ganze Gestalt annimmt. Die meisten Menschen denken, dass sie sich der Zukunft bewusst sind, dass sie vorausdenken und planen. In der Regel irren sie. In Wirklichkeit erliegen sie ihren Gelüsten, ihrer Wunschvorstellung von der Zukunft. Ihre Pläne sind vage und gründen eher auf Fantasie als auf Realität. Sie glauben vielleicht, dass sie alles bis zu Ende durchdacht haben, doch in Wirklichkeit konzentrieren sie sich bloß auf das Happy End und lassen sich von der Stärke ihrer Gefühle in die Irre führen. Die entfernten Gefahren, die irgendwo im Hintergrund lauern, wenn wir die Gestalt annehmen sehen können, wie viel Fehler können wir dann vermeiden? Wie viele Pläne mögen wir sofort aufgeben, wenn uns klar würde, dass wir eine kleine Gefahr meiden, nur um in eine viel größere hinein zu geraten. Ein Gut Teil der Macht resultiert nicht aus dem, was sie tun, sondern aus dem, was sie nicht tun. Die überstürzten närrischen Aktionen, die sie lieber sein lassen, ehe sie sie in Schwierigkeiten bringen. Planen sie jedes Detail, ehe sie verhandeln und lassen sie sich nicht von vagen Plänen in die Irre führen. Wird das unbeabsichtigte möglich aus. Also lassen sie sich nicht von dem Happy End einlullen, das ihnen im Geiste vielleicht vorschwebt. Erst das Ende entscheidet darüber, wer den Ruhm, das Geld, den Preis bekommt. Ihre Schlussfolgerungen müssen kristall klar sein und sie müssen sie ständig vor Augen haben. Sie müssen auch herausfinden, wie sie die Geier abwehren können, die über ihnen kreisen und die sich ihren Anteil ihrer Leistung holen wollen. Und sie müssen die möglichen Krisen antizipieren, die sie in die Versuchung bringen könnten, zu improvisieren. Bismarck umschiffte diese Gefahren, indem er bis zum Ende plante, indem er durch jede Krise hindurch seinen Kurs beibehielt und niemals andere den Ruhm für etwas einstreichen ließ. Als er sein erklärtes Ziel erreicht hatte, zog er sich wie eine Schildkröte in den Panzer zurück. Diese Art von Selbstbeherrschung ist göttlich. Wenn sie mehrere Schritte voraussehen und alle ihre Züge bis zum Ende planen, werden sie nicht länger von Emotionen in Versuchen geführt oder von der Lust am Improvisieren. Ihre Klarheit befreit sie von der Angst und der Unbestimmtheit, die der Hauptgrund sind, warum es so viel nicht gelingt, ihre Pläne erfolgreich zum Abschluss zu bringen. Haben sie das Ende fest im Blick und dulden sie keine Abweichung. Für Strategen ist es eine Selbstverständlichkeit, dass ein Plan auch Alternativen berücksichtigen und ein bestimmtes Maß an Flexibilität haben muss. Das liegt auf der Hand. Ein zu rigider Plan legt ihnen Fesseln an, sind dann unfähig auf plötzliche Wendungen des Schicksals zu reagieren. Wenn sie die Zukunft ausgelotet und sich für ein bestimmtes Ziel entschieden haben, müssen sie auch Alternativen einbauen und offen für neue Wege sein, die sie zu dem selben Ziel führen. Die meisten Menschen verlieren jedoch nicht, weil sie zu viel oder zu starr planen, sondern weil ihre Pläne zu unbestimmt bleiben und sie die Tendenz haben, je nach Umständen ständig zu improvisieren. Über eine mögliche Umkehrung dieses Gesetzes nachzudenken, hat also nicht viel Zweck, denn sich zu weigern, weit in die Zukunft zu blicken und bis zum Ende zu planen, kann nichts Gutes verheißen. Wenn sie klar denken und weit genug vorausblicken, werden sie erkennen, dass die Zukunft ungewiss ist und dass sie für Anpassungen offen bleiben müssen. Doch um genau das tun zu können, brauchen sie ein klares Ziel und ganz leicht aussehen. Was heißt das? Was sie leisten, muss selbstverständlich und mühelos wirken. Verbergen sie, wie viel Plackerei, wie viel Erfahrung und wie viele clevere Tricks dahinter stecken. Wenn sie loslegen, tun sie es unangestrengt, als könnten sie noch viel mehr leisten. Widerstehen sie der Versuchung zu enthüllen, wie hart sie arbeiten. Das wirft nur Fragen auf. Bringen sie niemandem ihre Tricks bei, sonst werden sie gegen sie verwandt. Die ersten Vorstellungen von Macht entwickelte die Menschheit anhand primitiver Naturerlebnisse. Ein Blitz am Himmel, eine plötzliche Flut, das Ungestüm eines wilden Tieres. Solche Kräfte erfordern kein Nachdenken, keine Vorausplanung, sie erschrecken uns einfach mit ihrer plötzlichen Erscheinung, ihrer Großartigkeit, ihrer Macht überleben und Tod. Und dies ist die Art von Macht, die wir immer noch zu imitieren versuchen. Dank Wissenschaft und Technik konnten wir die erhabenen Kräfte der Natur nachahmen, doch es fehlt etwas. Unsere Maschinen sind laut und grobschlechtig, sie lassen die Anstrengung erkennen. Selbst die besten Schöpfungen der Technologie ändern nichts an unserer Bewunderung für die Dinge, die sich ganz leicht und unangestrengt bewegen. wir in der Gegenwart eines Wesens empfinden, das weniger reflektiert als wir, aber über größere natürliche Anmut verfügt. Wir können zu diesem Zustand nicht zurückkehren. Doch wenn wir den Anschein dieser Art von Leichtigkeit erwecken können, rufen wir bei den anderen jene primitive Bewunderung hervor, die die Natur schon immer in den Menschen erweckt hat. Der Renaissance-Maler Vasari, zugleich ein großer Kunstkritiker, Gesetzen der Perspektive geradezu besessen war. Es war einfach zu offensichtlich, wie viel Mühen Ocello darauf verwandte, die Perspektive in seinen Bildern zu verbessern. Sie wirkten angestrengt und gekünstelt, überfrachtet von dem Bemühen um die Effekte. Dieselbe Reaktion erleben wir bei Schauspielern, die zu viel Anstrengung in ihr Spiel legen. Wir sehen sie schuften und das zerstört die Illusion. Wir fühlen uns irritiert. Bei gelassen und anmutig agierenden Schauspielern hingegen können wir uns entspannen. Sie erzeugen die Illusion, dass sie nicht agieren, sondern einfach natürlich und sie selbst sind, selbst wenn alles, was sie tun, Arbeit und Fleiß erfordert. Talleyrand wandte dieses Konzept auf sein tägliches Leben an, und das erweiterte erheblich die Aura der Macht, die ihn umgab. Besonders fleißig war er nie, also ließ er andere die Arbeit für sich tun, das Spionieren, das Recherchieren, die detaillierten Analysen. Da ihm genügend Arbeitskraft zur Verfügung stand, schien er selbst niemals angestrengt. Wenn ihm Spione berichteten, dass ein bestimmtes Ereignis bevorstand, sprach er darüber bei gesellschaftlichen Anlässen, als spürte er es nahen. Folglich schrieben ihm die Menschen hellseherische Fähigkeiten zu. Seine eigenen markigen Sprüche und geistreichen Bemerkungen schienen eine Situation immer perfekt zusammenzufassen. Doch sie gründeten auf Nachforschungen und fleißigem Nachdenken. Bei den Regierungsmitgliedern und auch bei Napoleon selbst hinterließ Hallerand den Eindruck immenser Macht. Und diese Wirkung beruhte einzig und allein auf der offensichtlichen Leichtigkeit, mit denen er seine Kunststücke vollbrachte. Es gibt noch einen weiteren Grund, ihre Tricks und Schliche zu verbergen. Wenn Sie solche Informationen herauslassen, geben Sie anderen etwas an die Hand, das Sie gegen sie verwenden können. Sie verlieren den Vorteil des Stillschweigens. Wir neigen dazu, die ganze Welt wissen zu lassen, was wir vollbracht haben. Es schmeichelt unsere Eitelkeit, wenn unsere harte Arbeit und unsere Cleverness beklatscht werden. Und wir wollen vielleicht sogar Mitgefühl für die vielen Stunden, die es gebraucht hat, bis wir dieses Maß an Kunstfertigkeit erlangten. Widerstehen Sie dem Je mehr Geheimnis Ihr Tun und Handeln umgibt, desto Ehrfurchtgebietender wirkt Ihre Macht. Sie scheinen der Einzige zu sein, der das fertigbringt, was sie tun. Und der Anschein, über eine exklusive Gabe zu verfügen, verleiht große Macht. Wenn sie ihre Leistungen mit Anmut und Leichtigkeit erbringen, glauben die Menschen schließlich, dass sie noch mehr vollbringen können, wenn sie nur wollen. Das ruft nicht nur Bewunderung hervor, sondern auch ein bisschen Furcht. Ihre Kräfte bleiben unangetastet. Niemand wagt, sie auszuloten. Das Geheimnis, mit dem sie ihr Handeln umgeben, sollte etwas heiter Ungezwungenes haben. Wenn sie ihr Werk mit zu viel Eifer verbergen, ruft das einen unangenehmen, fast paranoiden Eindruck hervor. Sie nehmen das Spiel zu ernst. Odini achtete sorgfältig darauf, dass das Verbergen seiner Tricks selbst ein Spiel war. Teil der Show. Zeigen sie ihr Werk nicht, ehe es vollendet ist. Doch wenn sie es zu angestrengt verstecken, enden sie wie der Maler Pontormo, der in den letzten Jahren seines Lebens seine Fresken vor allen anderen verbarg und letzten Endes an ihnen verrückt wurde, bewahren sie sich immer einen guten Schuss Selbstironie. Bei bestimmten Gelegenheiten kann es sich lohnen, die inneren Mechanismen eines Projekts preiszugeben. Das hängt von den Umständen der Zeit und vom Geschmack des Publikums ab. P.T. Barnum erkannte, dass sein Publikum danach verlangte, in seiner Show mit einbezogen demokratischen Gesinnung der Amerikaner entsprach, Leute zu demaskieren, die die Quellen ihrer Macht vor den Massen geheim hielten. Auch der Humor und die Ehrlichkeit des Schaustellers gefielen dem Publikum. Barnum trieb dies ins Extrem, als er auf dem Höhepunkt seiner Karriere seine eigenen Tricks und Schwindeleien in seiner populären Autobiografie veröffentlichte. Solange eine teilweise Enthüllung von Tricks und Techniken sorgfältig geplant wird und nicht das Resultat eines unkontrollierten Selbstdarstellungsdrangs ist, kann dies eine äußerst kluge Strategie sein. Das Publikum hegt die Illusion einbezogen zu werden und überlegen zu sein, selbst wenn der größte Teil dessen, was sie tun, ihm immer noch verborgen bleibt. Gesetz 31 Lass andere mit den Karten spielen, die du austeilst. Was heißt das? Die besten Täuschungsmanöver sind die, bei denen der Gegner scheinbar eine Wahl hat, ihr Opfer glaubt, es hielte das Heft in der Hand. In Wirklichkeit ist es ihre Marionette. Räumen sie anderen nur Wahlmöglichkeiten ein, bei denen jede Entscheidung für sie günstig ausfällt. Zwingen sie sie das kleinere von zwei Übeln zu wählen, die beide ihren Zwecken dienen. Bringen sie andere in eine Zwickmühle, Wohin sie sich auch wenden, sie gehen in die Falle. Mit Begriffen wie Freiheit, Optionen und Wahl assoziieren wir in der Regel ein Spektrum von Möglichkeiten, das weit über das hinausgeht, welches die Realität für uns bereithält. Bei näherer Betrachtung tendieren unsere Wahlmöglichkeiten dazu, auf dem Markt, bei Wahlen, im Berufsleben rasch an erhebliche Grenzen zu stoßen. Oft geht es nur darum, sich zwischen A und B entscheiden zu können, wobei der Rest des Alphabetes ausgeblendet bleibt. Doch solange auch nur ein Hauch der Wahlfreiheit bleibt, kümmern wir uns kaum um die fehlenden Optionen. Wir wählen lieber und reden uns dabei ein, dass das Spiel fair sei, dass wir unsere Freiheit haben. Wir denken lieber nicht darüber nach, wie weit oder tief unsere Freiheit zu wählen eigentlich reicht. Diese mangelnde Bereitschaft, das tatsächliche Spektrum von Wahlmöglichkeiten auszuloten, rührt aus der Tatsache her, dass zu viel Freiheit uns Angst macht. Die unendlichen Möglichkeiten klingen zwar äußerst vielversprechend, eine tatsächlich unendlich große Zahl von Möglichkeiten für die richtige Wahl vernebeln. Dass das Spektrum der Optionen begrenzt ist, kommt uns gelegen. Den Schlauen und Gerissenen eröffnet das ungeahnte Gelegenheiten für Täuschungsmanöver. Denn Menschen, die sich zwischen Alternativen entscheiden können, wollen kaum glauben, dass sie manipuliert oder getäuscht werden. Sie sehen einfach nicht, dass sie ihnen eine kleine Menge freien Willens zugestehen und im Austausch dafür ihnen in viel machtvollerem Umfang ihren eigenen Willen aufzwingen. Ihrem Opfer ein kleines Auswahlspektrum zu lassen, sollte also immer Teil ihrer Täuschungsstrategie sein. Es gibt ein Sprichwort. Wenn du den Vogel dazu bringst, freiwillig in den Käfig zu klettern, wird er nur umso schöner singen. Merken sie sich. Im Kampf mit ihren Rivalen wird es oft unumgänglich sein, dass sie verletzen. Und wenn sie eindeutig der Urheber ihrer Pein sind, dann müssen sie einen Gegenangriff erwarten. Machen sie sich auf Rache gefasst. Wenn die anderen jedoch selbst die Verursache ihres eigenen Elends zu sein scheinen, werden sie sich still und leise ergeben. Als Ivan der Schreckliche sich aus Moskau auf sein Dorf zurückzog, stimmten die Bürger, die ihn zurückkehr überreden wollten, seiner Forderung nach absoluter Macht zu. In den folgenden Jahren zürnten sie ihm nicht wegen des Terrors, mit dem er das Land überzog, denn schließlich hatten sie ihm diese Macht selbst verliehen. Aus diesem Grund ist es immer gut, wenn sie ihren Opfern erlauben, das Gift selbst zu wählen und ihre Rolle als Beschaffer desselben so weit wie möglich geheim zu halten. Die Optionen zu kontrollieren hat einen Hauptzweck, die eigene Rolle als Agent der Macht zu verschleiern. Diese Taktik empfiehlt sich also am ehesten für die, deren Macht noch fragil ist und die noch nicht allzu viel Verdacht, Wut oder Rachegelüste auf sich ziehen dürfen. Doch auch im Allgemeinen ist es nur selten klug, die Macht zu direkt und gewaltsam auszuüben, wie sicher oder stark sie auch immer sein mögen. Eleganter und oft effizienter ist es, den Menschen die Illusion der Wahlmöglichkeit zu geben. Andererseits schränkt man auch oft die eigenen Möglichkeiten ein, wenn man die Optionen anderer Menschen beschränkt. In bestimmten Situationen ist es von Vorteil, wenn ihre Rivalen viel Spielraum haben. Während sie ihr Tun und Treiben beobachten, bekommen sie reichlich Gelegenheit, sie auszuspionieren, Informationen zu sammeln James Rothschild, einer der berühmtesten Bankiers des 19. Jahrhunderts, mochte diese Methode besonders. Wenn er die Schachzüge seiner Gegner zu kontrollieren versuchte, so meinte er, verlöre er die Chance, ihre Strategie zu studieren und einen effizienteren Gegenkurs zu planen. Je mehr Freiheit er ihnen kurzfristig erlaubte, desto entschiedener konnte er langfristig gegen sie vorgehen. Gesetz 32 Spiele mit den Träumen der Menschen Was heißt das? Die Wahrheit ist oft unangenehm und hässlich. Berufen sie sich nie auf die Realität, sonst handeln sie sich Ärger ein, weil Desillusionierung schmerzt. Das Leben ist so hart, dass Menschen die Träume herauf beschwören und romantische Gefühle wecken können, wie Oasen in der Wüste sind. Alle scharen sich um sie. Wenn sie die Fantasie der Massen beflügeln, können sie viel Macht daraus gewinnen. Fantasie allein funktioniert nicht. Sie braucht immer den Hintergrund des Prosaischen, des Gewohnten. Die Last der Realität ist es, die die Fantasie Wurzeln schlagen und Blüten treiben lässt. Im Venedig des 16. Jahrhunderts bestand Realität aus wirtschaftlichem Niedergang und Prestigeverlust. Die dementsprechende Fantasie versprach eine plötzliche Rückkehr zu vergangenem Ruhm mithilfe der Wunder der Alchemie. Während es in der Wirklichkeit immer schlimmer wurde, machten es sich die Venezianer in einer Traumwelt gemütlich, in der ihre Stadt über Nacht wieder zu sagenhaftem Reichtum und grenzenloser Macht gelangte, in der Staub zu Gold wurde. Wer aus einer niederschmetternden Realität eine Fantasie hervorzaubern kann, dem eröffnen sich ungeahnte Möglichkeiten der Macht. Wenn Sie nach einer Fantasie suchen, die sich der Massen bemächtigen kann, achten Sie auf die banalen Wahrheiten, die schwer auf uns allen lasten. Lassen Sie sich von den schillernden Porträts, die die Menschen von sich und ihrem Leben zeichnen, nicht irritieren. Suchen und finden Sie, was die anderen wirklich fesselt. Wenn Sie das gefunden haben, haben Sie den magischen Schlüssel, der Ihnen große Macht an die Hand gibt. Doch denken Sie daran, der Schlüssel zur Fantasie ist die Ferne. Die Ferne hat etwas Verführerisches und vielversprechendes. Sie erscheint einfach und problemlos. Was Sie anzubieten haben, sollte es bedrückend wirkt. Aus der Ferne lockt das Versprechen und es weicht zurück, wenn der Trottel sich nähert. Beschreiben Sie die Fantasie nie zu genau. Halten Sie sie vage. Lassen Sie ihr Opfer nah genug herankommen, um in Versuchung zu geraten, doch halten Sie es genügend auf Abstand, dass es weiterhin davon träumt und sich danach verzehrt. Mit den Fantasien der Massen zu arbeiten verleiht Macht. Es lauert aber auch Gefahr darin. Zur Fantasie gehört in der Regel ein spielerisches Element. Die Öffentlichkeit bemerkt halbwegs, dass sie genast führt wird, doch sie träumt den Traum weiter, den sie lässt sich gern unterhalten und genießt die vorübergehende Ablenkung vom Alltags Dasein, die sie ihr bieten. Also treiben sie es nie zu ernst, kommen sie nie dem Punkt zu nahe, wo man tatsächlich von ihnen erwartet, Ergebnisse zu präsentieren. Dieser Punkt könnte für sie extrem gefährlich werden. Begehen sie nie den Fehler zu glauben, dass eine Fantasie immer fantastisch sein muss. Natürlich steht sie im Kontrast zur Realität, doch die Realität kann selbst gelegentlich so theatralisch und durchstilisiert sein, dass sich in der Fantasie die Sehnsucht nach dem Einfachen ausdrückt. Das Image, das Abraham Lincoln sich selbst gab, war beispielsweise das des bodenständigen, bärtigen Anwalts vom Land und damit wurde er zum Präsidenten des einfachen Mannes. P.T. Barnum brillierte einmal mit einer erfolgreichen Nummer, in der ein Zwerg namens Tom Thump berühmte Führer der Vergangenheit wie beispielsweise Napoleon imitierte und dabei auf verrückte Weise verspottete. Die Show gefiel allen, bis hinauf zu Königin Victoria, denn sie sprach die Fantasie der Zeit an. Genug der aufgeblasenen Herrscher der Geschichte, der gewöhnliche Mann weiß es besser. Tom Thump drehte das vertraute Muster der Fantasie um, nachdem das Fremde und Unbekannte zum Ideal wird. Dennoch befolgte der Auftritt das Gesetz, denn unterschwellig wurde die Fantasie vermittelt, dass der einfache Mann keine Probleme hat und glücklicher ist als die Mächtigen und die Reichen. Sowohl Lincoln als auch Tom Thump spielten den einfachen Mann, doch sie warten sorgsam die Distanz. Sollten sie selbst mit solchen Fantasien spielen, müssen sie vorsichtig die Distanz kultivieren und dürfen die gespielte, gewöhnliche Person nicht zuvertraut erscheinen lassen, sonst taugt sie nicht zur Projektion von Fantasien. Gesetz 33 Für jeden gibt es die passende Daumenschraube. Was heißt das? Jeder hat eine Schwäche, eine Lücke im Festungswall. Bei dieser Schwachstelle handelt es sich in der Regel um eine Unsicherheit, ein nicht zu beherrschendes Gefühl oder ein nicht zu stillendes Bedürfnis. Es kann auch ein kleines heimliches Laster sein. Haben sie diesen Punkt erst einmal gefunden, verfügen sie über eine Daumenschraube, die sie zu ihrem Vorteil nutzen können. Die Daumenschraube finden, eine strategische Handlungsanweisung. Wir alle leisten Widerstand. Wir leben in einem Panzer, mit dem wir uns vor Veränderungen und vor Übergriffen unserer Freunde und Feinde schützen. Nichts mögen wir lieber als in Ruhe gelassen zu werden und unsere Angelegenheiten so zu regeln, wie wir das wollen. Ständig gegen solche Widerstände anzurennen, kostet eine Menge Energie. Mit zum Wichtigsten, was Sie über Menschen wissen müssen, gehört daher, dass Sie alle eine Schwäche haben, irgendeinen Teil in Ihrem psychischen Panzer, der keinen Widerstand leistet, sondern sich Ihrem Willen beugt, wenn Sie die Stelle finden und dagegen drücken. Bei einigen Menschen liegen diese Schwächen frei zu Tage, andere halten sie versteckt. Letztere sind aber meist besonders leicht zu knacken, wenn man den Schwachpunkt in Ihrem Panzer findet. Sollten Sie diese Strategie verfolgen wollen, merken Sie sich die folgenden Prinzipien. Achte auf Gesten und unbewusste Signale. Sigmund Freud sagte, wer Augen hat zu sehen und Ohren zu hören, überzeugt sich, dass die Sterblichen kein Geheimnis verbergen können. Wessen Lippen schweigen, der schwätzt mit den Fingerspitzen. Aus allen Poren sich durch nebensächliche Gesten und so dahingesagte Worte. Denken Sie daran, da wir alle versuchen, unsere Schwächen zu verbergen, lässt sich anhand unseres bewussten Verhaltens kaum etwas erkennen. Was bei den kleinen Dingen außerhalb unserer bewussten Kontrolle durchsickert, das ist es, was sie finden müssen. Finde das hilflose Kind Die meisten Schwachpunkte bilden sich in der Kindheit aus, noch ehe das Selbst zur kompensatorischen Selbstverteidigung greift. Vielleicht wurde das Kind in gewisser Hinsicht verwöhnt und verhätschelt, vielleicht wurde auch ein bestimmtes emotionales Bedürfnis nicht befriedigt, wenn es dann heranwächst, wird die Verzertelung oder das Defizit vielleicht verschüttet, verschwindet aber nie ganz. Etwas über die Kindheit zu wissen, gibt ihnen einen wichtigen Schlüssel zu den Schwachstellen einer Person an die Hand. Ein sicheres Anzeichen für solch eine Schwachstelle ist, wenn eine Person sich auf einmal kindisch verhält, wenn dieser Punkt berührt wird. Achten sie daher auf Verhaltensweisen, die eigentlich schon längst abgelegt sein müssten. Wenn ihren Opfern oder Gegnern in der Kindheit etwas Wichtiges fehlte, elterliche Zuwendung beispielsweise, dann geben sie ihnen das, beziehungsweise einen Ersatz dafür. Wenn sie ein heimliches Laster, eine bestimmte Vorliebe für etwas erkennen lassen, dann verwöhnen sie sie damit. In beiden Fällen werden sie ihnen nicht widerstehen können. Suche nach Gegensätzen Hinter einem offenen Wesenszug verbirgt sich oft das Gegenteil. Wer sich an die Brust schlägt, ist oft ein großer Feigling. Hinter einem prüden Äußeren steckt oft eine laszive Seele. Die Ängstlichen gelüstert es oft nach Abenteuern, die Schüchternen verzehren sich nach Aufmerksamkeit. Schauen sie hinter die Kulissen, dann werden sie meist feststellen, dass die Schwachstellen der Menschen genau das Gegenteil der Qualitäten sind, die sie ihnen darbieten. Manchmal müssen sie nicht die Schwachstelle einer Person suchen, sondern eine Person, die die Schwachstelle ist. Bei den heutigen Versionen des Hofes gibt es oft jemanden hinter den Kulissen, der viel Macht hat, von erheblichem Einfluss auf die Person ist, die oberflächlich betrachtet an der Spitze steht. Dieser Drahtzieher hinter den Kulissen ist oft das schwache Glied der ganzen Gruppe. Gewinnen sie seine Gunst und sie können indirekt den König beeinflussen. Auch wenn eine Gruppe von Menschen offensichtlich eines Willens ist, wenn sie beispielsweise bei einem Angriff von Außen die Reihen fest schließt, um den Eindringling abzuwehren, gibt es immer wieder ein schwaches Glied in der Kette. Finden sie diese Person, die sich unter Druck ihnen beugt. Fülle die Leere Unsicherheit und Unglücklich sein sind die beiden wichtigsten emotionalen Mangelzustände, denen sie abhelfen können. Die Unsicheren sind für jede Art von sozialer Anerkennung dankbar. Bei den chronisch sind die jenigen Menschen, die ihre Schwachpunkte am wenigsten verbergen können. Ihnen das Gefühl der inneren Leere zu nehmen, ist eine Quelle erheblicher Macht und sie versiegt praktisch nie. Bediene dich unkontrollierbarer Emotionen Nicht beherrschbare Gefühle können etwa eine paranoide Furcht sein, die der Situation völlig unangemessen ist. Oder jedes andere Grundbedürfnis wie Lust, Gier, Eitelkeit oder Hass. Mit den Schwächen anderer zu spielen, bringt eine Gefahr mit sich. Sie setzen damit vielleicht etwas in Gang, das sie nicht kontrollieren können. Beim Spiel um die Macht müssen sie immer mehrere Schritte vorausschauen und dementsprechend planen. Und sie nutzen die Tatsache, dass andere Menschen emotionaler reagieren und solcher Vorausschau nicht fähig sind. Wenn sie sie jedoch an ihren wunden Punkten packen, den sie damit Emotionen freisetzen, die ihre Pläne über den Haufen werfen. Wenn sie ängstliche Menschen zu mutigen Schritten verleiten, schießen die vielleicht über das Ziel hinaus. Befriedigen sie ihre Bedürfnisse nach Aufmerksamkeit oder Anerkennung und sie verlangen vielleicht mehr, als sie ihnen geben können. Das hilflose kindliche Element, dessen sie sich bedienen, kann sich gegen sie wenden. Je emotionaler die Schwachstelle ist, desto größer ist die mögliche Gefahr. Beachten sie die Grenzen, werden sie angesichts ihrer Kontrolle über ihre Opfer nicht übermütig. Sie wollen Macht, nicht den Nervenkitzel andere zu kontrollieren. Gesetz 34 Handle wie ein König, um wie ein König behandelt zu werden. Was heißt das? Wie man mit ihnen umgeht, hängt davon ab, wie sie sich geben. Wulgär oder gewöhnlich zu wirken, führt auf lange Sicht dazu, dass die Menschen sie nicht respektieren. Denn ein König respektiert sich selbst und weckt damit dasselbe Gefühl bei anderen. Handeln sie fürstlich und im Vertrauen auf ihre Macht, dann scheinen sie dazu bestimmt die Krone zu tragen. Als Kinder beginnen wir unser Leben im Überfluss. Wir erwarten und fordern von der Welt einfach alles. Gewöhnlich bewahren wir uns etwas davon, bis wir erste Ausflüge in die Gesellschaft unternehmen und unsere Karriere beginnen. Doch wenn wir älter werden, setzen uns Rückschläge und Zurückweisungen Grenzen, die sich mit der Zeit immer mehr verfestigen. Wir beginnen weniger von der Welt zu erwarten und akzeptieren Einschränkungen, die in Wirklichkeit Selbstbeschränkungen sind. Wir verneigen uns und katzbuckeln und entschuldigen uns sogar für unsere einfachsten Forderungen. Solche schrumpfenden Horizonte können wir nur überwinden, wenn wir uns bewusst zwingen, das Gegenteil zu tun, unsere Fehler herunterzuspielen und die Einschränkungen zu ignorieren, so viel zu fordern und zu erwarten, wie wir das als Kind getan haben. Um das zu schaffen, müssen wir eine bestimmte Strategie verfolgen, nennen wir sie die Strategie der Krone. Die Strategie der Krone beruht auf einer einfachen Verknüpfung von Ursache und Wirkung. Wenn wir daran glauben, dass wir zu großem bestimmt sind, strahlt diese Überzeugung nach außen, genau wie eine Krone um den König herum eine Aura schafft. Diese Ausstrahlung reißt die Menschen um uns mit, die zu der Überzeugung gelangen, dass wir Gründe dafür haben, so selbstbewusst zu sein. Menschen, die eine Krone tragen, scheinen sich innerlich hinsichtlich ihrer Forderungen und Ansprüche keine Grenzen zu setzen. Auch das strahlt nach außen. Die Ein- und Beschränkungen verschwinden. Bedienen sie sich der Strategie der Krone und sie werden überrascht sein, wie oft sie Früchte trägt. Nehmen sie als Beispiel die glücklichen Kinder, die alles verlangen, was sie haben wollen und es bekommen. Ihre hohen Erwartungen machen ihren Zauber aus. Den Erwachsenen bereitet es Freude, ihnen Wünsche zu erfüllen, genau wie es Isabella Spaß machte, Kolumbus seine Forderungen zu gewähren. Im Verlauf der Geschichte ist es immer wieder Menschen niederer Herkunft gelungen, beispielsweise Theodora von Byzanz, Kolumbus, Beethoven, Disraeli, sich der Strategie der Krone zu bedienen und so fest an ihre eigene Größe zu glauben, dass dies zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung wurde. Der Trick ist ganz einfach. Glauben sie an sich selbst und sie schaffen es. Selbst wenn ihnen bewusst ist, dass sie sich ein Stück weit einer Selbsttäuschung hingeben, müssen sie wie ein König handeln, dann werden sie auch wie ein König behandelt. Die Krone kann den Unterschied zwischen ihnen und anderen Menschen ausmachen, doch sie müssen selbst dafür sorgen, dass dieser Unterschied sich manifestiert. Verhalten sie sich Sie können den Unterschied beispielsweise dadurch betonen, dass sie sich stets würdevoll verhalten, wie auch immer die Umstände sein mögen. Louis Philipp vermittelte nicht das Gefühl, anders zu sein. Er war der Bürgerkönig und als seine Untertanen ihn bedrängten, gab er nach. Alle spürten das und alle prügelten auf ihn ein. Königliche Würde und entschlossenes Auftreten gingen Louis Philipp ab. Er wirkte eher wie ein Königliches Verhalten darf nicht mit Arroganz verwechselt werden. Arroganz mag als königliches Vorrecht erscheinen, in Wirklichkeit jedoch verrät sie die Unsicherheit. Sie ist das genaue Gegenteil fürstlichen Betragens. Um die inneren psychologischen Tricks zur Ausstrahlung einer königlichen Würde zu verstärken, gibt es schließlich auch nach außen gerichtete Strategien, mit deren Hilfe sie die gewünschte Wirkung erzielen. Zunächst die Kolumbus-Strategie. Gehen sie zweitens auf würdevolle Weise immer die hochrangigste Person an. Damit stellen sie sich unmittelbar auf eine Stufe mit dem Chef, den sie attackieren. Das ist die David- und Goliath-Strategie. Indem sie sich einen großen Gegner wählen, verschaffen sie sich den Eindruck von Größe. Machen sie drittens denen über ihnen Geschenke. Das ist die Strategie derer, die einen Patron haben. Wenn sie ihrem Patron etwas schenken, zeigen sie damit im Grunde, dass sie und er gleichrangig sind. Es ist der gute alte Trick, etwas zu geben, damit man nehmen kann. Als der Renaissance-Schriftsteller Pietro Aretino sich den Herzog von Mantur als nächsten Patron ausgeguckt hatte, war ihm klar, dass dieser ihn nicht für wert erachten würde, wenn er ihm unterwürfig und kriecherisch kam. Also bedachte er den Herzog mit Geschenken, in diesem Fall Gemälden seines guten Freundes Tizian. Als die Geschenke angenommen wurden, stellten sie so etwas wie Gleichheit zwischen dem Herzog und dem Schrittsteller her. Der Herzog schätzte das Gefühl, es mit einem Mann von der gleichen noblen Gesinnung wie er selbst zu tun zu haben. Großzügig förderte er Aretino. Die Geschenkstrategie ist subtil, aber brillant, weil sie nicht betteln müssen. Würdevoll bitten sie um Hilfe und die Art und Weise impliziert die Gleichrangigkeit zwischen den beiden Beteiligten, von denen der eine nur zufällig mehr Geld hat. Denken sie daran, es ist an ihnen ihren Preis festzusetzen. Wenn sie weniger verlangen, dann werden sie auch weniger bekommen. Verlangen sie jedoch mehr, signalisieren sie damit, dass sie eine königliche Summe wert sind. Selbst diejenigen, die auf ihr Angebot nicht eingehen, werden sie wegen ihres Selbstvertrauens respektieren. Und dieser Respekt wird sich letzten Endes auf eine Weise auszahlen, die sie sich noch nicht vorstellen können. Königliches Selbstvertrauen zur Schau zu stellen, verfolgt das Ziel, sich von anderen Menschen abzusetzen. Wenn sie dies jedoch zu weit treiben, richten sie sich damit zugrunde. Verfallen sie nie dem Irrglauben, sie könnten sich dadurch erhöhen, dass sie andere Menschen erniedrigen. Auch ist es nie ratsam, zu hoch über der Menge zu stehen. Sie geben dann ein leichtes Ziel ab. Und es gibt auch Situationen, in denen eine aristokratische Haltung extrem gefährlich ist. Karl I., König von England 1625 bis 1649 hatte damit zu kämpfen, dass sein Volk sich immer mehr von der Monarchie abwandte. Überall im Land kam es unter der Führung von Oliver Cromwell zu Aufständen. Hätte Karl klug auf die Zeitumstände reagiert, hätte er Reformen unterstützt und mit großem Tamtam einen Teil seiner Macht abgegeben, so hätte die Geschichte vielleicht einen anderen Lauf genommen. Stattdessen gab er sich nur noch absolutistischer und reagierte wütend auf die Angriffe auf seine Macht und die göttliche Institution der Monarchie. Das unnachgiebig Majestätische an ihm stieß die Menschen vor den Kopf und schürte ihren Unwillen. Das kostete Karl schließlich wortwörtlich seinen Kopf. Denken Sie daran, strahlen Sie Selbstvertrauen aus, nicht Arroganz oder Verachtung. Schließlich trifft es auch noch zu, dass man manchmal dadurch Macht gewinnen kann, indem man eine Art bodenständiger Vulgarität zur Schau stellt, die in ihren Extremen amüsant sein kann. Doch das Spiel kann man nur gewinnen, indem man Grenzen überschreitet und sich von den anderen Menschen dadurch unterscheidet, dass man sich noch vulgärer gibt als sie, und hierin lauert eine Gefahr. Es wird immer Menschen geben, die noch vulgärer als sie sind, und dann können sie in der nächsten Runde leicht durch jemanden ersetzt werden, der jünger und noch bösartiger ist. Gesetz 35 Meistere die Kunst des Timings Was heißt das? Geben sie sich nie den Anschein in Eile zu sein. Hast verrät, dass sie sich selbst und die Zeit nicht unter Kontrolle haben. Zeigen sie immer Geduld, als wüssten sie, letzten Endes alles zu ihren Gunsten ausgeht. Spähen sie den richtigen Moment aus. Erspüren sie den Zeitgeist, die Trends, die sie an die Macht bringen werden. Lernen sie sich zurückzuhalten, solange ihre Zeit noch nicht gekommen ist und entschlossen zuzuschlagen, wenn sie reif ist. Zeit ist ein künstliches Konzept, das wir uns selbst geschaffen haben, um die Grenzenlosigkeit der Ewigkeit und des Universums besser zu ertragen, menschlicher zu machen. Da die Zeit also ein Konstrukt ist, können wir sie ein Stück weit gestalten, Tricks mit ihr spielen. Die Zeit eines Kindes ist lang und langsam hat ungeheure Ausmaße. Die Zeit hängt also von der Wahrnehmung ab, die wir, wie wir wissen, willentlich ändern können. Das ist das Erste, was sie wissen müssen, wenn sie die Kunst des Timings meistern wollen. Wenn der von unseren Emotionen verursachte innere Tumult die Zeit schneller verfließen lässt, folgt daraus, dass sie andererseits viel langsamer verstreicht, wenn wir gelernt haben, unsere emotionalen Reaktionen auf Ereignisse zu kontrollieren. Diese veränderte Art und Weise, mit den Dingen umzugehen, verlängert unsere Wahrnehmung der zukünftigen Zeit, was uns Möglichkeiten eröffnet, die Angst und Wut uns verschließen und uns die Geduld ermöglicht, Zeit sind es, mit denen wir umgehen müssen. Jede stellt uns vor Probleme, die sich mit Können und Erfahrung lösen lassen. Erstens gibt es die lange Zeit, die ausgedehnte, jahrelange Art von Zeit, die wir mit Geduld und sanfter Lenkung meistern müssen. Mit der langen Zeit sollten wir größtenteils defensiv umgehen. Das ist die Kunst, nicht impulsiv zu reagieren, sondern auf Gelegenheiten zu warten. So dann gibt es die forcierte Zeit. Kurze Zeiträume, die wir zu einer Offensivwaffe umgestalten können, indem wir das Timing unserer Gegner durcheinander bringen. Schließlich gibt es noch die Endzeit, die Spanne, innerhalb derer ein Plan schnell und tatkräftig zu Ende gebracht werden muss. Wir haben gewartet, den richtigen Moment abgepasst und jetzt dürfen wir nicht zögern. Wenn Sie das Tempo aus Angst oder Ungeduld forcieren, schaffen Sie ein Bündel von Problemen, die Sie beseitigen müssen und letzten Endes brauchen Sie dafür viel länger, als wenn Sie sich Zeit genommen hätten. Wer sich beeilt, kommt manchmal schneller ans Ziel. Doch überall können sich Dokumentenbündel auflösen, neue Gefahren entstehen und die Eiligen sind ständig mit Krisenmanagement beschäftigt und müssen Probleme lösen, die sie sich bewusst das Tempo heraus. Im Lauf der Zeit werden sich Gelegenheiten ergeben, von denen sie nicht einmal geträumt hätten. Um warten zu können, müssen sie nicht nur ihre eigenen Gefühle unter Kontrolle haben, sondern auch die ihrer Kollegen, die sie vielleicht zu über altem Handel drängen, weil sie Aktionismus mit Macht verwechseln. Ihre Gegner können sie hingegen zu denselben Fehlern ermutigen. Wenn sie Geschehen einzugreifen und ihren Vorteil daraus zu ziehen. Forcierte Zeit Der Trick beim Forcieren der Zeit besteht darin, das Timing anderer durcheinander zu bringen, sie zur Eile anzutreiben, sie warten zu lassen, ihnen ihren eigenen Rhythmus zu nehmen, ihre Wahrnehmung der Zeit zu verzerren. Indem sie das Timing ihres Gegners durcheinander bringen, während sie selbst Geduld bewahren, verhelfen sie sich zu mehr Zeit, womit sie das Spiel schon halb gewonnen haben. Andere warten zu lassen, ist eine höchst wirkungsvolle Art und Weise, die Zeit zu forcieren, solange sie nicht merken, was sie vorhaben. Sie sind Herr der Uhren, während die anderen im Fegefeuer schmoren und zunehmend die Fassung verlieren, was ihnen Gelegenheit zum Zuschlagen gibt. Der entgegengesetzte Effekt ist genauso wirkungsvoll. Treiben sie ihre Gegner zur Eile an. Beginnen sie ihre Händel mit ihnen langsam und machen sie dann plötzlich Druck. Geben sie ihnen das Gefühl, dass alles gleichzeitig passiert. Wer keine Zeit zum Nachdenken hat, begeht Fehler. Also setzen sie ihnen knappe Fristen. Joseph Devin zum Beispiel, der berühmte Kunsthändler, wusste, dass er einem unentschlossenen Käufer wie John die Rockefeller eine Frist setzen musste. Das Gemälde musste aus dem Land geschafft werden. Ein weiterer Großkapitalist interessierte sich dafür. Dann würde er im letzten Moment in den Kauf einwilligen. Freud bemerkte, dass Patienten, die er seit Jahren analysierte, ohne dass es ihnen besser ging, sich wunderbarerweise genau in dem Moment erholten, wenn er ein definitives Datum für die Beendigung der Therapie festsetzte. Die fingen sie die Leute sich verdammt nochmal zu entscheiden oder auf den Punkt zu kommen. Gestatten sie ihnen niemals, sie nach ihrer Pfeife tanzen zu lassen. Geben sie ihnen keine Zeit. Endzeit Sie beherrschen das Spiel mit absoluter Könnerschaft. Sie warten geduldig auf den richtigen Moment, bringen ihre Konkurrenten aus Erfassung, indem sie an ihrem Timing herumfuschen. Doch all das bedeutet noch gar nichts, solange sie nicht wissen, wie sie eine Sache zum Abschluss bringen. Machen sie es nicht wie jene Menschen, die ein Ausbund an Geduld zu sein scheinen, in Wirklichkeit aber nur Angst davor haben, etwas zum Abschluss zu bringen. Geduld ist nutzlos, solange sie sie nicht mit dem festen Willen kombinieren, im richtigen Moment rücksichtslos über ihren Gegner herzufallen. Warten sie so lange wie es nötig ist, aber wenn das Ende nahe ist, müssen sie es rasch herbeiführen. Legen sie ein großes Tempo vor, um ihre Gegner zu lähmen, um Fehler zu kaschieren, die sie vielleicht machen, und andere Menschen mit der Aura, der Autorität und der Entschlossenheit zu beeindrucken. Mit der Geduld des Schlangenbeschwörers mit ruhigem und stetigem Rhythmus locken sie die Schlange hervor. Doch wenn sie einmal heraus ist, würden sie es wagen, ihren Fuß über ihren tödlichen Kopf in der Schwebe zu lassen? Es kann keinerlei Grund geben, sich das leiseste Zögern zu erlauben, wenn es darum geht, etwas zu Ende zu bringen. Wie gut sie die Kunst des Timings meistern, lässt sich die Züge schleifen zu lassen und sich den Zeitläufen anzupassen, bringt keine Macht. In gewissem Umfang müssen sie die Zeit beeinflussen oder sie werden gnadenlos zu ihrem Opfer. Dementsprechend gibt es zu diesem Gesetz keine Umkehrung. Gesetz 36 Vergiss, was du nicht haben kannst. Es zu ignorieren ist die beste Rache. Was heißt das? Wenn sie ein kleines Problem eingestehen, machen sie es erst wichtig. Je mehr Aufmerksamkeit sie einem Gegner zuwenden, desto stärker machen sie ihn. Ein kleiner Fehler wird oft nur dadurch verschlimmert, dass sie ihn auszubügeln versuchen. Manchmal lässt man besser alles so, wie es ist. Wenn sie sich etwas wünschen, das sie nicht haben können, dann schenken sie ihm keine Beachtung. Je weniger Interesse sie zeigen, desto überlegener wirken sie. Das Begehren führt oft zu einem paradoxen Effekt. Je mehr sie sich etwas wünschen, je mehr sie hinter etwas her sind, desto stärker entzieht es sich ihnen. Je mehr Interesse sie zeigen, desto stärker stoßen sie das Objekt ihrer Begierde ab. Das liegt daran, dass ihr Interesse so stark ist. Sie machen damit die anderen verlegen, ja, flößen ihnen Furcht ein. Das unbeherrschte Begehren lässt sie schwach erscheinen, unwert, mitleiderregend. Sie müssen dem, was sie wollen, den Rücken kehren, ihre Geringschätzung und Verachtung zeigen. Das ist die Reaktion des Mächtigen und sie treibt ihre Zielobjekte in den Wahnsinn. Ihrerseits reagieren sie nun mit einem Verlangen, um irgendwie auf sie einzuwirken, vielleicht um sie zu besitzen, vielleicht um sie zu verletzen. Wenn die anderen sie besitzen wollen, haben sie den ersten Schritt der Verführung erfolgreich abgeschlossen. Wenn sie sie verletzen wollen, haben sie sie aus der Fassung gebracht und dazu gezwungen, nach ihren Regeln zu spielen. Verachtung zu zeigen, ist das Vorrecht des Königs. Wohin er seine Augen wendet, was zu sehen, er beschließt, nur das hat Realität. Was er ignoriert, ist so gut wie tot. Das war die Waffe König Ludwigs XIV. Wenn er jemanden nicht mochte, verhielt er sich, als gäbe es ihn gar nicht. Und so wahrte er seine Überlegenheit, indem er die Dynamik der Interaktion kappte. Sie verfügen über dieselbe Macht, wenn sie die Karte der Verachtung ausspielen und hin und wieder den Leuten zeigen, dass sie sie nicht brauchen. Wenn Ignorieren ihrer Macht stärkt, folgt daraus, dass das Gegenteil, Hingabe und Engagement sie oft schwächt. Wenn sie einem armseligen Feind unangemessen viel Aufmerksamkeit zukommen lassen, sehen sie armselig aus. Und je länger es dauert, solch einen Feind zu vernichten, desto mächtiger wird er. Ständig sind wir Statt unbeabsichtigt die Aufmerksamkeit auf ein Problem zu lenken und es noch dadurch zu verschlimmern, dass sie öffentlich machen, wie viel Sorge und Verdross es ihnen bereitet, ist es oft weit klüger, es mit aristokratischer Verachtung zu strafen, sich nicht dazu herabzulassen, die Existenz des Problems überhaupt anzuerkennen. Diese Strategie können sie auf verschiedene Weise verfolgen. Erstens können sie es wünschen, es aber nicht bekommen können, wäre es am schlimmsten, wenn sie sich darüber beklagen und die Aufmerksamkeit auf ihre Enttäuschung lenken. Sie festigen ihre Macht viel besser, wenn sie so tun, als hätten sie sich überhaupt nie dafür interessiert. Zweitens wenn sie von einem Unterlegenen angegriffen werden, lenken sie die Aufmerksamkeit der Menschen ab, indem sie klar machen, dass sie die Attacke noch nicht einmal bemerkt haben, wenden sie ihren Blick ab oder reagieren sie freundlich, zeigen sie, wie wenig sie dieser Angriff schert. Wenn sie einen Schnitzer machen, besteht in ähnlicher Weise die beste Reaktion oft darin, den Fehler herunter zu spielen, indem sie ihn auf die leichte Schulter nehmen. Wenn wir bei einem Fehler ertappt werden oder jemandem in die Falle gehen und uns dann entschuldigen oder alles leugnen, wirbeln wir nur viel Staub auf und machen alles noch schlimmer. Oft ist es klüge in genau entgegengesetzte Richtung zu agieren. Der Renaissance-Schriftsteller Pietro Aretino brüstete sich auf mit seiner aristokratischen Herkunft, die natürlich bloß eine Fiktion war. Denn in Wirklichkeit war er der Sohn eines Schuhmachers. Als einer seiner Feinde irgendwann die schockierende Wahrheit herausfand, verbreitete sich die Kunde davon rasch und ganz Venedig, wo Aretino damals lebte, war über seine Lügen entsetzt. Hätte er sich zu verteidigen versucht, hätte er sich bloß immer tiefer in die Sache verstrickt. Stattdessen war seine Reaktion meisterlich. Er verkündete, er sei in der Tat Sohn eines Schuhmachers, doch dies beweise nur seine Großartigkeit, denn er hätte es von der untersten Gesellschaftsschicht ja bis an die Spitze gebracht. Und von diesem Moment an ging er nie wieder auf seine früheren Lügen ein, sondern trompetete laut heraus, was er jetzt über die Frage seiner Herkunft dachte. Merken Sie sich, auf pedantische kleingeistige Belästigungen und Irritationen reagieren Sie am wirkungsvollsten mit Verachtung. Lassen Sie niemals Verachtung funktioniert am besten, wenn man sie kalt und ohne jede Regung auftischt. Die Karte der Verachtung müssen Sie mit Sorgfalt und Sensibilität spielen. Die meisten kleinen Schwierigkeiten verschwinden von selbst, wenn Sie sie in Ruhe lassen. Einige aber werden größer und verfestigen sich, wenn sie nicht auf sie achten. Wenn Sie eine ihnen untergebene Person ignorieren, ist sie bei ihrer nächsten Die großen Renaissance-Herrscher Italiens ignorierten Cesare Borgia zu Beginn seiner Karriere, als er noch ein junger General war in der Armee seines Vaters, Papst Alexanders VI. Als sie ihm dann endlich Beachtung schenkten, war es zu spät. Aus dem Kätzchen war ein Löwe geworden, der Italien Stück für Stück verschlang. Wenn Sie also öffentlich ein Problem mit Missachtung strafen, müssen Sie Es darf sich nicht zu einem Krebsgeschwür auswachsen. Entwickeln Sie die Fähigkeit, Probleme aufzuspüren, solange sie noch klein sind, und sich um sie zu kümmern, ehe sie ein Eigenleben entwickeln. Lernen Sie zwischen potenziellen Katastrophen und geringfügigen Irritationen zu unterscheiden, den Plagegeistern, die von selbst wieder verschwinden. Verlieren Sie aber in keinem dieser Fälle Probleme völlig aus dem Blick. Solange noch ein Funke glimmt, kann jederzeit Feuer ausbrechen. Gesetz 37 Inszeniere packende Schauspiele Was heißt das? Eindringliche Bilder und ausdrucksstarke Gesten schaffen die Aura der Macht. Jeder spricht auf so etwas an. Bieten Sie großartige Spektakel, nutzen Sie optische Attraktionen und strahlende Symbole. Das stärkt ihre Präsenz. Geblendet vom schönen Schein wird niemand merken, was Sie in Wirklichkeit tun. Die eigene Sache mit Worten zu vertreten ist riskant. Worte sind gefährliche Instrumente und sie führen oft in die Irre. Die Worte, mit denen andere uns überzeugen wollen, laden dazu ein, sie mit eigenen Worten zu reflektieren. Wir denken über sie nach und oft glauben wir am Ende das Gegenteil dessen, was sie ausdrücken. Es kommt auch vor, dass Worte uns vor den Kopf stoßen, weil sie Assoziationen heraufbeschwören, die der Sprecher gar nicht beabsichtigt hatte. Das Visuelle hingegen eröffnet Abkürzungen durch das Labyrinth der Worte. Es trifft uns mit einer emotionalen Überzeugungskraft und Unmittelbarkeit, die keinen Raum für Reflexion und Zweifel lassen. Wie die Musik überspringt es das Rationale, Vernünftige Denken. Merken sie sich. Worte drängen sie in die Defensive. Wenn sie sich erklären müssen, steht ihre Macht bereits in Frage. Das Bild hingegen setzt sich als gegeben durch. Es lässt davor zurückschrecken, Fragen zu stellen. Es beschwört überzeugende Assoziationen herauf, widersetzt sich unbeabsichtigten Interpretationen, kommuniziert direkt und schmiedet Bande, die alle sozialen Differenzen transzendieren. Worte evozieren Argumente und Auseinandersetzungen. Bilder bringen Menschen zusammen. Sie sind die Quintessenz der Macht Instrumente. Symbolen wohnt dieselbe Kraft inne. Seien sie nun visuell oder die verbale Umschreibung von etwas Visuellem. Um den Umgang mit Symbolen und Bildern zu erlernen, müssen sie als erstes begreifen, dass das Sehen unter allen anderen Sinnen eine Ziemt vor allem auch dem Höfling, denn sie wirken meist sanfter als brutale Worte. Der Psychotherapeut Milton H. Erickson versuchte immer, Symbole und Bilder zu finden, die seinen Patienten etwas auf eine Art und Weise vermitteln konnten, wie es Worte nicht vermochten. Hatte er es mit einem Patienten zu tun, der offensichtlich in großen Schwierigkeiten steckte, befragte er diesen nicht direkt, sondern sprach über etwas Unwichtiges, etwa eine Autofahrt durch die Wüste von Arizona, wo er in den 50er Jahren dieses Jahrhunderts praktizierte. Im Verlauf dieser Beschreibung fand er schließlich ein angemessenes Symbol für das, was seiner Vermutung nach das Problem des Patienten war. Wenn er ahnte, dass dieser beispielsweise vereinsamt war, erzählte Erickson von einem einzelnen Baum, der so isoliert stand, dass er vom Wind ganz zerzaust war. Indem der Patient eine emotionale Beziehung zu diesem Baum als Symbol aufbaute, konnte er sich gegenüber dem Arzt leichter öffnen. Am besten nutzen Sie Bilder und Symbole, wenn Sie sie zu einem großen Spektakel organisieren, das die Menschen in Ehrfurcht erschaudern lässt und sie von der unangenehmen Wirklichkeit ablenkt. Das ist ganz leicht. Die Leute lieben alles, was großartig und spektakulär ist, alles Überlebensgroße. Appellieren Sie an Ihre Gefühle und Sie werden in Scharen Ihrem Spektakel beiwohnen. Auf visuellem Weg dringen Sie am leichtesten zu Ihren Herzen vor. Macht lässt sich nicht dadurch erlangen, dass man Bilder und Symbole ignoriert. Eine Umkehrung des Gesetzes ist daher nicht möglich. Gesetz 38 Denke, was du willst, aber verhalte dich wie die anderen. Was heißt das? Wenn Sie sich deutlich gegen den Strom der Zeit stellen und mit unkonventionellen Ideen und unorthodoxen Verhaltensweisen protzen, dann glauben die Menschen, dass sie um Aufmerksamkeit buhlen und dass sie auf sie herabblicken. Sie werden sie dafür bestrafen, dass sie sich ihnen unterlegen fühlen. Es ist viel sicherer, sich den Anschein der Normalität zu geben. Offenbaren sie ihre übertoleranten Freunden und Menschen, denen ihre Einzigartigkeit mit Sicherheit willkommen ist. Wir alle lügen und verbergen unsere wahren Gefühle, denn sich völlig unverstellt auszudrücken, ist eine soziale Unmöglichkeit. Von klein auf lernen wir unsere Gedanken zu verbergen, den Unsicheren und Heiklen zu erzählen, was sie hören wollen und sorgfältig darauf zu achten, dass wir sie nicht beleidigen. Für die meisten von uns ist das ganz natürlich. Es gibt Vorstellungen und Werte, die von der Mehrheit akzeptiert sind und es hat keinen Zweck dagegen zu argumentieren. Wir glauben, was wir wollen, doch nach außen hin tragen wir Der Grund, warum Argumente fruchtlos sind, liegt darin, dass die meisten Menschen an ihren Vorstellungen und Werten festhalten, ohne darüber nachzudenken. Ihren Überzeugungen haftet ein starkes emotionales Moment an. Sie haben einfach keine Lust, ihre eingefahrenen Denkbahnen umzugestalten und wenn sie sie dazu auffordern, sei es direkt mit Argumenten oder indirekt durch ihr Verhalten, dann reagieren sie feindselig. Kluge und weise Menschen lernen schon bald, dass sie ein konventionelles Verhalten zur Schau stellen und konventionelle Ideen im Munde führen können, ohne davon überzeugt zu sein. Sie ziehen Macht daraus, in der Masse aufzugehen. Denn so werden sie in Ruhe gelassen und können die Gedanken verfolgen, die ihnen genehm sind und die sie nur denen gegenüber zum Ausdruck bringen, die sie hören sollen, ohne dass sie unter Isolation oder Verfolgung leiden müssen. Wenn sie sich erst einmal eine Machtposition verschafft haben, können sie versuchen, einen größeren Kreis von der Richtigkeit ihrer Ideen zu überzeugen. Verfallen sie nicht dem Irrglauben, dass in unserer Zeit alte Orthodoxien nichts mehr gelten. Jonas Salk beispielsweise meinte, die Naturwissenschaften hätten Politik und Protokoll überwunden. Und so verstieß er bei seiner Suche nach einem Ehe er sie in Wissenschaftlerkreisen vorgestellt hatte. Er strich den Ruhm für den Impfstoff ein, ohne die Arbeit von Kollegen anzuerkennen, die ihm den Weg bereitet hatten. Er machte sich zum Star. Die Öffentlichkeit liebte ihn dafür vielleicht, aber die Wissenschaftler gingen ihm aus dem Weg. Mit seiner Missachtung der wissenschaftlichen Gepflogenheiten isolierte er sich und er verschwendete Jahre darauf, den Bruch wieder Berthold Brecht musste sich einer modernen Form der Inquisition unterziehen, dem Ausschuss für unamerikanische Umtriebe. Und er entledigte sich dieser Aufgabe ziemlich gerissen. Während des Zweiten Weltkriegs hatte Brecht immer mal wieder für die amerikanische Filmindustrie gearbeitet. Und 1947 musste er vor dem erwähnten Ausschuss erscheinen, um sich gegen den Vorwurf kommunistischer Sympathien zu verteidigen. Andere vor den Ausschuss zitierte Mitglieder angriffen und so kämpferisch wie möglich auftraten, um sich selbst Sympathien zu verschaffen. Brecht hingegen, der unerschütterlich für kommunistische Überzeugungen eingetreten war, setzte auf die entgegengesetzte Taktik. Fragen beantwortete er mit mehrdeutigen Allgemeinplätzen, die nicht so leicht zu interpretieren waren. Er trug auch einen ordentlichen Anzug, was er sonst nicht oft tat, und rauchte während des Verhörs eine Garnraucher war. Am Ende hatte er die Ausschussmitglieder eingewickelt, die ihn unbehelligt ziehen ließen. Später ging Brecht nach Ostdeutschland, wo er einer anderen Art von Inquisition begegnete. Hier waren die Kommunisten an der Macht, und sie kritisierten seine Stücke als dekadent und pessimistisch. Er diskutierte nicht mit ihnen, sondern nahm an den Regiebüchern kleine Veränderungen vor, um die Kritik zum Schweigen zu bringen. Gleichzeitig aber gelang es ihm, die Texte so zu veröffentlichen, wie er sie geschrieben hatte. Seine äußerliche Konformität gab ihm in beiden Fällen die Freiheit, unbehindert weiterarbeiten zu können, ohne sein Denken ändern zu müssen. Langfristig gelang es ihm, in gefährlichen Zeiten in unterschiedlichen Systemen unbehelligt seinen Weg zu gehen, indem er hier und da ein orthodoxes Tänzchen aufführte und damit bewies, dieser Taktik ist die unschätzbare Fähigkeit, allen Menschen immer als das zu erscheinen, was sie sehen wollen. Wenn sie sich in Gesellschaft begeben, dann lassen sie ihre eigenen Vorstellungen und Werte hinter sich. Legen sie die Maske an, die der Gruppe, in die sie sich begeben, am angemessensten ist. Bismarck verfolgte diese Taktik über Jahre hinweg mit großem Erfolg. Es gab zwar ein gutes Gefühl gibt, daran zu glauben, dass sie ihre Vorstellungen teilen. Sie werden sie nicht als Heuchler entlarven, wenn sie vorsichtig zu Werke gehen, denn wie könnten sie sie der Scheinheiligkeit anklagen, wenn sie einfach nicht klar zu erkennen geben, wofür sie einstehen. Und zugleich können sie ihnen auch nicht vorwerfen, dass es ihnen an Überzeugungen und Werten mangelt. Denn selbstverständlich einen Zeitpunkt, zu dem es sich lohnt, sich von der Masse abzusetzen. Wenn sie bereits eine herausragende Stellung haben, wenn sie eine unerschütterliche Machtposition erlangt haben und ihre Andersartigkeit als Zeichen der Distanz zwischen sich und dem Rest zur Schau stellen können. Als Präsident der Vereinigten Staaten hielt Lyndon Johnson gelegentlich Konferenzen ab, während er auf der Toilette saß. Weil kann anderer sich dieses Privileg herausnehmen konnte, zeigte Johnson damit, dass er es nicht nötig hatte, vom Protokoll oder den Artigkeiten der anderen Notiz zu nehmen. Der römische Kaiser Caligula betrieb dasselbe Spiel. Er trug Frauenkleider und andere unangemessene Gewänder, wenn er wichtige Besucher empfing, und ging sogar so weit, dass er sein Pferd zum Konsul machen wollte. Doch dieser Schuss ging nach hinten los, denn das Volk hasste Caligula und sein Verhalten führte schließlich sein Ende herbei. Selbst die auf dem Gipfel der Macht sind in Wahrheit besser dran, wenn sie sich zumindest den leisen Anstrich der Normalität geben, denn irgendwann brauchen sie vielleicht die Unterstützung der Öffentlichkeit. Schließlich bietet die Gesellschaft immer auch Raum für den Provokateur, die Person, die erfolgreich aller guten Sitten spottet und verhöhnt, was in der jeweiligen Kultur saft- und kraftlos sozialer Macht. Er stellte klar, dass er die üblichen Sitten und Gebräuche verachtete und bei öffentlichen Auftritten erwartete sein Publikum von ihm nicht nur, dass er es beleidigte, sondern es applaudierte ihm dabei auch noch. Wir müssen jedoch festhalten, dass diese Rolle des Exzentrikers ihn letzten Endes vernichtete. Doch auch wenn er ein besseres Ende erlebt hätte. Sie müssen immer daran denken, dass er ein wirklich ungewöhnliches Genie war. Ohne seine Gabe, die Menschen zu unterhalten und zu amüsieren, hätte seine verächtliche Haltung sie einfach nur vor den Kopf gestoßen. Gesetz 39 Schlage Wellen, um Fische zu fangen Was heißt das? Wut und Ärger sind strategisch kontraproduktiv. Sie müssen immer ruhig und objektiv bleiben. Doch wenn sie ihre Feinde wütend machen, während sie selbst die Ruhe bewahren, gewinnen sie einen entscheidenden Vorteil. Bringen sie ihre Feinde aus der Fassung. Suchen sie die Achillesferse, mit der sie sie aus dem Gleichgewicht bringen können. Dann halten sie die Fäden in der Hand. Wütende Menschen machen sich letzten Endes lächerlich. Denn ihre Reaktion ist dem, was sie auslöste, meist nicht angemessen. Sie nehmen die Dinge zu ernst und übertreiben die Beleidigung oder Verletzung, die ihnen angetan wurde. Sie sind gegenüber der leisesten Kränkung so sensibel, dass es komisch wirkt, wie persönlich sie das alles nehmen. Noch komischer ist allerdings ihre Überzeugung, ihre Wutausbrüche würden Macht signalisieren. Das Gegenteil ist wahr. Reizbarkeit ist kein Zeichen von Macht, sondern von Hilflosigkeit. Vorübergehend lassen sich andere von ihren Wutausbrüchen vielleicht einschüchtern. Letzten Endes aber verlieren sie ihnen gegenüber jeden Respekt. Auch geht ihnen dann auf, dass sie eine Person mit so wenig Selbstbeherrschung leicht unterminieren können. Das Problem löst man allerdings nicht dadurch, dass man seine Wut oder eine andere emotionale Reaktion unterdrückt. Denn dieses Stattdessen müssen wir unsere Perspektive wechseln. Es muss uns klar werden, dass im gesellschaftlichen Bereich und beim Spiel um die Macht nichts persönlich gemeint ist. Jeder ist in einer Kette von Ereignissen gefangen, die weit in die Vergangenheit zurückreicht. Unser Zorn rührt oft von Problemen in unserer Kindheit her, von Schwierigkeiten mit unseren Eltern, die sich wiederum auf deren Kindheit zurückführen lassen, Enttäuschungen und Seelenqualen. Oft betrachten wir ein bestimmtes Individuum als den Auslöser unserer Wutreaktion. Doch das alles ist viel komplizierter und geht weit über das hinaus, was jenes Individuum uns angetan hat. Wenn eine Person auf Sie wütend reagiert und Ihre Reaktion dem, was Sie angetan haben, nicht angemessen scheint, müssen Sie sich daran erinnern, dass Vergangenheit zurück, bezieht Dutzende von früheren emotionalen Verletzungen mit ein und ist es wirklich nicht wert, dass Sie versuchen, sie zu verstehen. Statt das Ganze als persönlich gemeinten Gräuel zu verstehen, sollten Sie den Gefühlsausbruch als getarnten Zug beim Spiel um die Macht begreifen, als einen Versuch, sie zu kontrollieren oder zu bestrafen, der in die Form von verletzten Gefühlen oder von Wut gekleidet ist. Statt überzureagieren und sich in die Emotionen anderer verstricken zu lassen, werden Sie deren Verlust der Selbstkontrolle zu ihrem Vorteil nutzen. Sie behalten einen kühlen Kopf, während die anderen den ihren verlieren. Während einer wichtigen Schlacht im Krieg der Drei Königreich im dritten Jahrhundert nach Christus entdeckten Berater des Heerführers Cao Cao Dokumente, denen zufolge einige seiner Generäle sich mit dem Feind verschworen hatten und drängten darauf, diese gefangen nehmen und hinrichten zu lassen. Stattdessen befahl der Heerführer, die Dokumente zu verbrennen und die Angelegenheit zu vergessen. In einem entscheidenden Moment des Kampfes sich aufzuregen und Gerechtigkeit zu verlangen, wäre auf Cao Cao zurückgeschlagen. Eine wütende Reaktion hätte die Aufmerksamkeit auf die Illoyalität der Generäle gelenkt, was wiederum die Moral der Truppe beschädigt hätte. Die Gerechtigkeit konnte warten. Mit den Generälen würde er sich befassen, wenn die Zeit dafür gekommen war. Cao Cao behielt einen kühnen Kopf und traf die richtige Entscheidung. Mit Wut berauben sie sich nur ihre Optionen und das Spiel um die Macht können sie nicht gewinnen, wenn sie sich keine Alternativen offen lassen. Wenn sie sich erst einmal angewöhnt haben, nichts persönlich zu nehmen und ihre Gefühle unter Kontrolle zu haben, sind sie in einer überlegenen Machtposition. Jetzt können sie mit den emotionalen Reaktionen anderer spielen. Zwingen sie die Unsicheren zum Handeln, indem sie ihren Mut bezweifeln und sie mit der Aussicht auf einen schnellen Sieg ködern. Nichts macht wütender als Lachen sie sich über die anderen nicht lustig und triumphieren sie auch nicht, sondern geben sie sich einfach gleichgültig. Dann brennen den anderen die Sicherungen durch. Während die anderen sich mit Wut Ausbrüchen lächerlich machen, tragen sie gleich mehrere Siege davon und einer davon besteht darin, dass sie im Gegensatz zu deren kindischem Verhalten ihre Würde und Fassung gewahrt haben. Wenn sie mit den Emotionen anderer spielen, müssen sie aufpassen. Studieren sie ihren Gegner vorher. Bestimmte Fische lässt man am besten am Grund des Teichs. Die Herrscher von Tyros, Hauptstadt des antiken Phönikien, waren zuversichtlich, dass sie Alexander dem großen Widerstand leisten konnten, der zwar einen Großteil des Orients erobert, aber ihre Stadt nicht angegriffen hatte, die gut geschützt auf einer Insel vor der Küste lag. Sie schickten Abgesandte zu Alexander, die verkündeten, sie würden ihn zwar als Herrscher anerkennen, ihm oder seinen Truppen aber nicht erlauben, Tyros zu betreten. Das machte Alexander natürlich wütend, und er befahl die sofortige Belagerung der Stadt. Vier Monate hielt sie im Stand, und schließlich kam er zu der Ansicht, dass das Ganze sich nicht lohne und er sich schon irgendwie mit den Tyroren einigen würde. Doch die glaubten, sie hätten Alexander bereits an der Angel, und im Vertrauen darauf, dass sie ihm widerstehen würden, weigerten sie sich zu verhandeln, sie brachten seine Unterhändler einfach um. Das brachte für Alexander das Fass zum Überlaufen. Jetzt spielte es keine Rolle mehr, wie lange die Belagerung dauern würde oder eine wie große Armee er zur Eroberung benötigte. Er verfügte über ausreichende Ressourcen und würde die Sache bis zum Ende durchstehen. Er verstärkte die Angriffe so sehr, dass er Tyros binnen Tagen einnahm, bis auf die Grundmauer niederbrannte und die Bevölkerung in die Sklaverei verkaufte. Sie können einen mächtigen ködern und ihn dazu bringen, Fehler zu machen, doch prüfen sie das Wasser, ehe sie Wellen schlagen. Finden sie die Schwachstelle des Stärkeren. Wenn es keine solche gibt, wenn er einfach wirklich stark ist, können sie mit einer Provokation nichts gewinnen, aber alles verlieren. Wägen sie sorgfältig ab, wem sie einen Köder hinwerfen und scheuchen sie niemals die Haie auf. Schließlich gibt es auch noch Situationen, in denen ein gut getimter Wut Ausbruch ihnen Vorteile bringt, aber ihr Zorn muss gespielt sein und sie müssen ihn unter Kontrolle haben, dann können sie genau bestimmen, wie und wen er trifft. Provozieren sie niemals Reaktionen, die auf lange Sicht gegen sie arbeiten werden und teilen sie ihre Donnerschläge sparsam aus, damit sie wichtig genommen werden und Furchteinflößen. Ob nun inszeniert oder nicht, wenn sich ihre Wut Ausbrüche zu oft einstellen, verlieren sie alle Wirkung Gesetz 40 Verschmähe das Gratisangebot Was heißt das? Was es umsonst gibt, ist gefährlich. Meist steckt ein Trick oder eine Verpflichtung dahinter, die man nicht gleich erkennt. Was von Wert ist, hat auch seinen Preis. Wenn sie selbst bezahlen, sind Dankbarkeit, Schuld oder Betrug kein Thema. Meist ist es klug, den vollen Preis zu bezahlen. Wer Exzellentes zu bieten hat, muss keinen Rabatt gewähren. Gehen sie verschwenderisch mit Geld um, denn Großzügigkeit ist ein Zeichen und ein Magnet der Macht. Geld und Macht Im Reich der Macht hat alles seinen Preis, muss alles nach den Kosten bewertet werden, die es verursacht. Was umsonst oder zu Schnäppchenpreisen angeboten wird, an dem hängt oft ein Gegenleistung des Kompromisses bei der Qualität, die daraus resultierende Unsicherheit und so weiter und so fort. Die Mächtigen haben früh gelernt, ihre wertvollsten Ressourcen zu schützen, Unabhängigkeit und Freiräume zu manövrieren. Indem sie den vollen Preis bezahlen, halten sie sich von gefährlichen Verwicklungen und Verpflichtungen fern. Beim freimütigen und flexiblen Umgang mit Geld lernt man auch den Wert der strategischen Großzügigkeit kennen. Eine Variante des alten Tricks gibt, wenn du vorhast, dir etwas zu nehmen. Indem sie ein angemessenes Geschenk machen, nehmen sie den Beschenkten in die Pflicht. Großzügigkeit stimmt zudem andere Menschen milder, sie lassen sich dann leichter täuschen. Indem sie sich den Ruf der Freigebigkeit zulegen, erlangen sie die Bewunderung der Leute, während sie sie gleichzeitig von ihren Machtspielen ablenken. Indem sie ihre Reichtümer strategisch verteilen, umgarnen sie die anderen Höflinge, bereiten ihnen Vergnügen und machen sie zu wertvollen Alliierten. Schauen sie sich die Meister der Macht an, Cäsar, Königin Elisabeth, Michelangelo die Medici. Nicht ein Geizkragen unter ihnen. Selbst die großen Trickbetrüger gaben sich spendabel, um ihre Schwindel einfädeln zu können. Die Geldbörse fest verschlossen zu halten, ist unattraktiv. Wenn Casanova ans Verführen ging, lieferte er nicht nur sich selbst aus, sondern auch seine Brieftasche. Die Mächtigen wissen, dass dem Geld auch eine psychische Komponente zu eigen ist, dass es Höflichkeit und Geselligkeit ausdrücken kann. Sie machen die menschliche Seite des Geldes zu einer Waffe ihres Arsenals. Für jeden, der das Spiel mit dem Geld beherrscht, gibt es tausend andere, die in der selbstzerstörerischen Weigerung gefangen sind, Geld kreativ und strategisch einzusetzen. Diese Typen bilden den Gegenpol der Mächtigen und sie müssen lernen, sie zu erkennen, um entweder ihre die Atmosphäre vergiftende Nähe zu meiden oder um ihre Unflexibilität zu ihrem Vorteil auszunutzen. Der gierige Fisch nimmt dem Geld die menschliche Seite. Kalt und rücksichtslos sieht er nur die leblose Bilanz. Andere betrachtet er nur als Unterpfand oder Hindernis bei seiner Jagd nach dem Reichtum. Er trampelt auf den Gefühlen der Menschen herum und befremdet wertvolle Alliierte. Niemand will mit einem gierigen Fisch zusammen arbeiten und im Lauf der Jahre isoliert er sich schließlich vollständig, was oft seinen Untergang bedeutet. Gierige Fische sind das tägliche Brot der Trickbetrüger. Sie lassen sich vom Köder des schnellen Geldes verführen und verschlingen nicht nur den Haken, sondern auch die Leine und das Senkblei gleich mit dazu. Sie lassen sich leicht täuschen, denn sie verbringen ihnen so viel Zeit mit Zahlen, nicht mit Menschen, dass sie blind für psychische Vorgänge einschließlich der eigenen werden. Gehen sie ihnen aus dem Weg, ehe sie ihnen Schaden zufügen, oder nutzen sie ihre Gier zu ihrem eigenen Vorteil. Der Schnäppchenjäger Mächtige Menschen bewerten alles nach den Kosten. Und zwar nicht nur in Geld, sondern auch in Zeit, Seelenfrieden und Würde gemessen. Und genau das kann ein Schnäppchenjäger nicht tun. Er verschwendet wertvolle Zeit darauf, nach Sonderangeboten zu suchen. Er zerbricht sich endlos den Kopf, ob er irgendwo irgendetwas für ein bisschen weniger bekommen hätte. Darüber hinaus ist das Sonderangebot, das er erwirbt, oft Schrott. Manchmal bedarf es einer kostspieligen Reparatur, oder es muss doppelt so schnell ersetzt werden, wie ein qualitativ hochwertiges Produkt. Die Kosten dieser Art von Schnäppchenjagd nicht immer in Geld, denn der Preis eines Sonderangebots ist oft irreführend, sondern in Zeit- und Seelenfrieden gemessen, halten normale Menschen davon ab, ein solches Verhalten an den Tag zu legen. Doch für den Schnäppchenjäger ist das Sonderangebot an für sich das, worauf es ankommt. Dieser Typus scheint nur sich selbst zu schaden, doch seine Einstellung ist ansteckend. Wenn Sie ihm keinen Widerstand entgegensetzen, wird er Sie mit dem Gefühl der Unsicherheit infizieren, das Sie vielleicht hätten gründlicher suchen müssen, um etwas zu einem günstigeren Preis zu bekommen. Diskutieren Sie nicht mit einem Schnäppchenjäger und versuchen Sie nicht, ihn zu verändern. Addieren Sie im Geist einfach die Kosten der irrationalen Schnäppchenjagd, Zeit, innere Ruhe und nicht zuletzt vielleicht auch versteckte Ausgaben. Der Sadist Finanzielle Sadisten treiben mit Geld bösartige Machtspielchen, weil das ihre Art und Weise ist, sich ihrer Macht zu versichern. Beispielsweise lassen Sie sie auf Geld warten, das ihnen zusteht, indem sie versprechen, dass der Scheck schon in der Post sei. Oder sie engagieren sie für einen bestimmten Job und dann pfuschen sie ihnen ständig in die Arbeit hinein, feilschen um den Lohn und verursachen ihnen Magengeschwüre. Sadisten scheinen zu glauben, für eine Sache zu bezahlen, gäbe ihnen das Recht, den Verkäufer zu foltern und zu missbrauchen. Sie haben kein Gespür für das höfische Element des Geldes. Spielchen verwickeln zu lassen. Der ziellos Spendable In Hinblick auf die Macht hat Großzügigkeit eine ganz bestimmte Funktion. Sie zieht Leute an, erweicht ihr Herz, macht sie zu Verbündeten. Doch man muss sie strategisch einsetzen, mit einem definitiven Ziel vor Augen. Wer wahllos sein Geld an andere verteilt, ist hingegen großzügig, weil er von allen geliebt und bewundert werden will. Und diese keine Unterschiede machende Großzügigkeit ist so hilflos, dass sie ihren Zweck vielleicht verfehlt. Wenn man allen und jedem gibt, warum sollte sich der Empfänger dann als etwas Besonderes empfinden? Vielleicht finden sie den ziellos Spendablen als Fallen erweisen, ohne um Bezahlung zu bitten, verlangen später etwas, das sie viel mehr kostet als das Geld, mit dem sie sie hätten bezahlen können. Das Sonderangebot bringt versteckte Probleme mit sich, die sowohl materieller wie psychischer Natur sind. Lernen sie also zu bezahlen und bezahlen sie einen guten Preis. Allerdings eröffnet dieses Gesetz auch großartige Möglichkeiten für Schwindel- und Kollegen gehört zum Standard Repertoire der Trickbetrüger. Die Lektion ist simpel. Ködern sie ihre Opfer mit der Aussicht auf leicht verdientes Geld. Menschen sind von Natur aus faul und hätten es lieber, dass ihnen der Reichtum in den Schoß fällt, anstatt dafür zu arbeiten. Verkaufen sie ihnen für einen kleinen Betrag Ratschläge, wie sie schnell Millionen machen können. Und dieser kleine Betrag wird zu einem Menschen mit der Aussicht auf schnelles Geld erst einmal angelockt haben, gewinnen sie Spielraum für weitere Täuschungsmanöver, denn die Gier ist stark genug, um ihre Opfer blind gegenüber allem zu machen. Gier zahlt sich nicht aus. Gesetz 41 Trete nicht in die Fußstapfen eines großen Mannes. Was heißt das? Was sich zum ersten Mal ereignet, wirkt immer origineller und besser als alles, was danach kommt. Wenn sie großen Persönlichkeiten nacheifern oder berühmte Eltern haben, müssen sie doppelt so viel leisten, um deren Glanz zu überstrahlen. Meiden sie den Schatten solcher Größen und kleben sie nicht an einer Vergangenheit, für die sie nichts können. Etablieren sie ihren eigenen Namen. Verschaffen sie sich ihre eigene Identität. Ändern sie den Kurs. Erschlagen sie den Übervater, verachten sie sein Erbe und gewinnen sie Macht, indem sie ihren eigenen Glanz erstrahlen lassen. In vielen alten Königreichen, beispielsweise in Bengalen und Sumatra, pflegten die Untertanen ihren König nach einer gewissen Zahl von Regierungsjahren zu töten. Zum Teil gehörte das zu einem Erneuerungsritual, zum anderen geschah das aber auch, um zu verhindern, dass er zu mächtig wurde. Denn ein König versucht grundsätzlich auf Kosten der anderen Familien und seiner eigenen Söhne eine dauerhafte Ordnung zu etablieren. Statt den Stamm zu schützen und ihn in Kriegszeiten zu führen, würde er versuchen, ihn zu dominieren. Also wurde er erschlagen oder bei einem ausgeklügelten Ritual hingerichtet. Nachdem er nicht mehr da war und die Lorbeeren für sich beanspruchte, konnte man ihn als Gott verehren. Und gleichzeitig war Vaterfigur kommt auch in den Legenden über die Helden zum Ausdruck, die ihren Vater nicht kannten. Moses, der Archetyp des Machtmenschen, wurde im Schilf ausgesetzt und erfuhr nie, wer seine Eltern waren. Ohne einen Vater, mit dem er in Wettstreit treten musste oder der ihn in die Schranken wies, konnte er die Höhen der Macht erklimmen. Herakles hatte keinen irdischen Vater. Er war der Sohn des Gottes Zeus. In späteren Jahren behauptete Alexander der Große, nicht Philipp von Makedonien habe ihn gezeugt, sondern gleichfalls Zeus. Legenden und Rituale wie diese eliminieren den menschlichen Vater, der die destruktiven Mächte der Vergangenheit symbolisiert. Die Vergangenheit hindert den jungen Helden, sich eine eigene Welt zu formen. Er muss so handeln, wie es der Vater getan hat, selbst wenn er bereits tot oder entmachtet ist. Der Held muss vor seinem Vorgänger buckeln und kriechen, sich Tradition und vorgelebten beugen. Was in der Vergangenheit von Erfolg gekrönt war, muss in der Gegenwart fortgesetzt werden, selbst wenn sich die Umstände total geändert haben. Die Vergangenheit beschwert den Helden auch mit einem Erbe, von dem er fürchtet, es zu verlieren. Das macht ihn mutlos und lässt ihn zögern. Macht hängt von der Fähigkeit ab, ein Vakuum zu füllen, ein Feld zu besetzen, das nicht den Toten Ballast der Vergangenheit trägt. Erst wenn die Vaterfigur gründlich beseitigt ist, haben sie den nötigen Spielraum eine neue Ordnung zu entwickeln und zu etablieren. Es gibt mehrere Strategien, um das zu erreichen. Variationen zum Thema Vatermord, die die Blutrünstigkeit in sozial akzeptable Formen kanalisieren. Wahrscheinlich der einfachste Weg, dem Schatten der Vergangenheit zu entkommen, ist der, sie herabzusetzen, auf den ewigen Antagonismus der Generationen zu bauen, die Jungen gegen die Alten aufzustacheln. Dafür brauchen sie eine ältere Figur, die sie problemlos an den Pranger stellen können. Mao Zetong, der es mit einer Kultur zu tun hatte, die sich heftig gegen jeden Wandel sträubte, setzte auf die unterschwelligen Vorbehalte gegen die übermächtige Präsenz des ehrwürdigen Konfuzius im chinesischen Denken. John F. Kennedy wusste um die Gefahr, sich in der Vergangenheit zu verlieren. Er distanzierte seine Präsidentschaft radikal von der seines Vorgängers Dwight D. Eisenhower und auch von den 50er Jahren für die Eisenhower stand. Privilegien und Eisenhowers Passion. Stattdessen spielte er auf dem Rasen des Weißen Hauses Football. Seine Administration strahlte, im Gegensatz zur Schwerfälligkeit der Eisenhowerischen, in jeder Beziehung Jugend und Vitalität aus. Kennedy hatte eine alte Weisheit erkannt. Die Jungen wenden sich nur zu gern gegen die Alten, denn sie sehnen sich danach, sich ihren eigenen Platz in der Welt zu erobern und verachten die Schatten dass er die Wege vor ihnen mit Symbolen der Vergangenheit blockiert. Sie haben keinen Platz, um sich einen eigenen Namen zu schaffen. Um das zu überwinden, müssen sie sich ein Vakuum suchen, Freiräumen ihrer Kultur, in denen sie als erster Maßstäbe setzen und glänzen. Sie können auch der Ansicht sein, sie hätten sich von ihrem Vorgänger oder Vater abgesetzt. Doch wenn sie älter werden, müssen sie stets wachsam bleiben, damit sie nicht selbst zu dem Vater werden, gegen den sie aufbegehrt haben. Als junger Mann mochte Mao Zittung seinen Vater nicht und erfand durch seine Auflehnung gegen ihn zu seiner eigenen Identität und neuen Werten. Doch mit zunehmendem Alter schlichen sich die Ansichten seines Vaters wieder bei ihm ein. Maos Vater hatte die praktische Arbeit über solche veralteten Ideen fanden ihren Widerhall darin, dass eine ganze Generation chinesischer Intellektueller zur Arbeit in der Landwirtschaft gezwungen wurde. Ein schrecklicher Fehler, den Maos Regime teuer bezahlen musste. Denken Sie daran, Sie sind Ihr eigener Vater. Verbringen Sie nicht Jahre damit, sich Ihre Identität aufzubauen, bloß um dann die Schutzschilde fallen und die Gespenster der Vergangenheit Vater, Gewohnheit, Geschichte, zurückkommen zu lassen. Überfluss und Wohlstand machen uns gerne faul und träge. Wenn unsere Macht gesichert ist, besteht keine Notwendigkeit zu handeln. Das ist eine ernsthafte Gefahr, besonders für jene, die Macht und Erfolg schon in jungen Jahren gewinnen. Der Schriftsteller Tennessee Williams beispielsweise wurde durch die Glasmenagerie Übernacht weltberühmt. Das Leben, das sich vor diesem großen Erfolg führte, schrieb er später, verlangte Ausdauer. Es war ein Leben voll Kratzen und Beißen. Doch es war ein gutes Leben, denn es war jenes Leben, für das die menschliche Natur gemacht ist. Ich wusste nicht, wie viel vitale Energie dieser Kampf erforderte, ehe der Kampf von mir genommen war. Jetzt hatte ich endlich Sicherheit. Ich setzte mich hin, sah an mir herunter und war plötzlich sehr deprimiert. Williams hatte einen Nervenzusammenbruch, der wahrscheinlich seine Rettung war. Psychisch am Ende konnte er wieder mit seiner alten Vitalität schreiben. Das Ergebnis war Endstation Sehnsucht. Ähnlich erging es Fjodor Dostoyevsky. Immer wenn er einen erfolgreichen Roman geschrieben hatte, entband ihn die neu gewonnene finanzielle Sicherheit von der Notwendigkeit, kreativ zu sein. Also nahm er alle seine Ersparnisse, begab sich ins Casino und spielte, bis er den letzten Heller verloren hatte. Sobald er wieder arm war, konnte er wieder schreiben. Zu solchen Extremen müssen sie es nicht treiben, aber sie sollten bereit sein, mental zum Punkt Null zurückzukehren, statt durch den Wohlstand fett und faul zu werden. Pablo Picasso konnte mit dem Erfolg umgehen, weil er ständig seinen Stil änderte und oft sogar komplett mit dem brach, womit er zuvor erfolgreich gewesen war. Wie oft machen uns frühe Erfolge zu Karikaturen unserer selbst. Die Mächtigen erkennen diese Fallen. Wie Alexander der Große kämpfen sie ständig, um sich neu zu schaffen. Der Vater darf nicht zurückkehren, er muss bei jedem Schritt unseres Weges niedergekämpft werden. Der Schatten eines großen Vorgängers kann zum Vorteil gereichen, wenn sie ihn als Trick ansetzen, als Taktik, die sie aufgeben, Großonkels Napoleon Bonaparte, um erst französischer Präsident und dann Kaiser zu werden. Doch sobald er auf dem Thron saß, löste er sich von der Vergangenheit. Er machte schnell deutlich, wie anders seine Herrschaft sein würde, und er sorgte dafür, dass die Öffentlichkeit nicht jene Höhen von ihm erwartete, die Bonaparte erklommen hatte. Die Vergangenheit hat oft auch Elemente, die es wert sind, übernommen zu werden, Qualitäten, bei denen es dumm wäre, sie nur um der Unterscheidung willen abzulegen. Selbst Alexander der Große erkannte die Fähigkeiten seines Vaters bei der Führung seiner Truppen an und ließ sich davon beeinflussen. Eine Schau daraus zu machen, die Dinge anders zu hand haben als ihr Vorgänger, kann sie kindisch und inkompetent aussehen lassen, solange ihre Aktionen nicht einer eigenen Logik folgen. Zudem sind sie meist klug beraten, wenn sie die Jungen im Auge behalten, ihre künftigen Rivalen um die Macht. Genau wie sie einst versucht haben, sich ihres Vaters zu entledigen, werden sie sich bald gegen sie wenden und versuchen, alles zu verunglimpfen, was sie erreicht haben. Achten sie auf jene, die von unten kommen und hindern sie sie daran, das mit ihnen zu tun, was sie selbst für ihren Aufstieg getan haben, gegen die Vergangenheit zu rebellieren. Der große Barockkünstler und Architekt Pietro Bernini war ein Meister darin, jüngere Rivalen aufzuspüren und sie in seinem Schatten zu halten. Eines Tages zeigte ihm ein junger Steinmetz namens Francesco Borromini seine Bauzeichnungen. Bernini erkannte Borrominis Talent sofort und machte ihn zu seinem Assistenten. Der junge Mann war begeistert, doch in Wahrheit handelte es sich bloß um eine Taktik, ihn unter Kontrolle zu haben, sodass Bernini psychologische Spielchen mit ihm spielen und ihm eine Art Minderwertigkeitskomplex einpflanzen konnte. In der Tat ist Berninis Ruhm trotz Borrominis Brillanz bis heute weit größer. Die an Borromini erprobte Strategie behielt Bernini sein Leben lang bei. Als er fürchtete, der begabte Bildhauer Alessandro Algardi könnte seinen Ruhm überstrahlen, sorgte er dafür, dass Algardi nur als sein Assistent Arbeit fand. Und jeder Assistent, der sich gegen Bernini auflehnte und seinen eigenen Weg einschlagen wollte, sah sich alsbald mit dem Ende seiner Karriere konfrontiert. Gesetz 42 Er schlage den Hirten und die Schafe zerstreuen sich. Was heißt das? Probleme lassen sich oft auf ein einziges Individuum zurückführen. Den Unruhestifter, den unbotmäßigen Untergebenen, den Vergifter des guten Willens. Wenn sie so einer Person Spielraum gewähren, werden andere ihrem Einfluss erliegen. Warten sie nicht ab, bis sich die von ihr verursachten Schwierigkeiten multiplizieren und versuchen sie nicht mit ihr zu verhandeln. Sie ist unverbesserlich. Neutralisieren sie ihren Einfluss, isolieren oder verjagen sie sie. Beseitigen sie die Ursache der Probleme und die Schafe werden auseinander laufen. Früher wurden ganze Nationen von einem König und wenigen Ministern beherrscht. Nur eine Elite hatte die Macht mitzuspielen. Im Lauf der Jahrhunderte wurde die Macht immer mehr demokratisiert und schwerer fassbar. Das hat zu dem verbreiteten Missverständnis geführt, dass Gruppen kein Machtzentrum mehr haben, dass die Macht zersplittert und auf viele Köpfe verteilt ist. In Wahrheit hat die Macht aber nur die Zahl ihrer Träger geändert, nicht ihr Wesen. Es mag weniger allmächtige Tyrannen geben, die über Leben und Tod von Millionen bestimmen, aber es gibt nach wie vor tausende von kleinen Tyrannen, die kleinere Reiche beherrschen und ihren Willen mit Hilfe von indirekten Machtspielchen, Charisma und ähnlichem durchsetzen. In jeder Gruppe konzentriert sich die Macht in den Händen von ein oder zwei Personen, denn in dieser Hinsicht ändert sich die menschliche Natur nie. Leute scharen sich um die einzelne starke Persönlichkeit, wie Planeten eine Sonne umkreisen. Wer in dem Irrglauben handelt, es gäbe solche Machtzentren Zeit. Nach außen mögen sie das Spiel mitmachen, vorgeben, die Macht sei auf viele verteilt, doch insgeheim behalten sie die paar wenigen im Auge, die die Karten in der Hand halten. Das sind diejenigen, bei denen sie ansetzen. Wenn Probleme auftauchen, suchen sie nach dem Ausgangspunkt, dem starken Individuum, das das Wasser aufpeitscht und dessen Isolierung oder Verbannung die Wogen wieder glätten wird. Der Familientherapeut Milton H. Erickson fand heraus, dass meist eine einzige Person der Störenfried und Unruhestifter ist, wenn die Familiendynamik aus dem Lot geraten ist und nicht mehr funktioniert. Bei den Sitzungen isolierte er diesen faulen Apfel symbolisch, indem er die betreffende Person ein Stück von den anderen entfernt sitzen ließ. Langsam aber sicher erkannten die anderen Familienmitglieder dann in der räumlich separierten Person die Quelle ihrer Probleme. Sobald Sie wissen, wer der Unruhestifter ist, können Sie viel erreichen, indem Sie ihn vor den anderen bloßstellen. Zu erkennen, wer die Gruppendynamik bestimmt, ist ein entscheidender Schritt. Vergessen Sie nicht, Störenfriede gedeihen, weil Sie sich in der Gruppe verstecken und Ihre Aktivitäten hinter den Reaktionen der anderen verbergen. Machen Sie Ihre Aktivitäten sichtbar, dann verlieren Sie ihre Macht aufzuwiegeln. In Strategiespielen ist es ein Schlüsselelement, die Kräfte des Gegners zu isolieren. Beim Schach versucht man, den König in die Ecke zu drängen. Beim chinesischen Go geht es darum, die Steine des Gegners in kleinen Gruppen zu isolieren, sie unbeweglich und wirkungslos zu machen. Oft ist es besser, wenn Sie Ihre Feinde nicht zerstören, sondern isolieren, denn dann erscheinen sie Todesurteil. Die effektivste Form der Isolierung besteht darin, ihr Opfer auf irgendeine Weise von der Machtbasis abzuschneiden. Mao Zedong ging die betreffende Person nie direkt an, wenn ein Mitglied der herrschenden Elite eliminieren wollte. Er arbeitete still und heimlich an deren Isolierung, spaltete ihre Verbündeten und sorgte dafür, dass sie sich von ihr abwanden, nahm ihr die Unterstützung. Dann verschwand die betreffende Person als bald von selbst. Isolierung kann also ein effektiver Weg sein, wenn sie Menschen in ihrem Bann schlagen wollen, um sie zu verführen oder zu betrügen. Sie werden oft Mächtige finden, die sich selbst der Gruppe entfremdet haben. Vielleicht ist ihnen die Macht zu Kopf gestiegen und sie halten sich für etwas Besseres. Vielleicht haben sie auch den Draht zum gemeinen Volk verloren. Denken sie daran. Das macht sie verwundbar. Egal wie mächtig sie auch sein mögen, solche Menschen lassen sich benutzen. Der Grund, warum sie den Hirten erschlagen müssen, ist die Tatsache, dass dadurch die Schafe über alle Maßen verängstigt werden. Als Hernando Cortes und Francisco Pizarro mit ihren winzigen Armeen gegen die Reiche der Azteken und Inka zogen, machten sie nicht den Fehler, an mehreren Fronten zu kämpfen und ließen sich auch nicht von der Überzahl einschüchtern, die gegen sie aufgeboten wurde. Sie bemächtigten sich der Könige, Moktazuma und Atahualba und die riesigen Reiche fielen in ihre Hände. Wenn der Führer verschwunden ist, fehlt das Zentrum der Schwerkraft. Es gibt nichts mehr, um das man kreisen kann und alles zerfällt. Zielen sie auf die Führer, bringen sie zur Strecke und nutzen sie dann die zahllosen Gelegenheiten, die ihnen die nachfolgende Verwirrung bieten wird. Wenn man also jemand schlecht behandelt, dann muss dies in einer Weise geschehen, dass man nicht seine Rache zu fürchten braucht, schrieb Machiavelli. Haben sie vor, ihren Feind zu isolieren, müssen sie sicherstellen, dass er keine Möglichkeit hat, ihnen müssen sie das aus einer überlegenen Position heraus tun, damit sie die Rache nicht fürchten müssen. Andrew Johnson, Abraham Lincolns Nachfolger als US-Präsident, betrachtete Ulysses S. Grant als Störenfried in seiner Regierung. Also isolierte er Grant, um ihn später hinaus zu drängen. Doch das brachte den großen General nur auf. Die Folge war, dass er sich eine Basis in der republikanischen Partei schuf wäre es wesentlich klüger gewesen, einen Mann wie ihn im Schoß der Familie zu behalten, wo er weniger Schaden anrichten konnte. Auch sie können häufig zu dem Schluss kommen, dass es besser ist, jemanden an ihrer Seite zu belassen, wo sie ihn im Blick haben, statt das Risiko einzugehen, sich einen wütenden Feind zu schaffen. Bleibt er in Reichweite, können sie insgeheim seine Basis ansägen und er wird dann, wenn die Zeit für den Schnitt gekommen ist, schnell und hart fallen und nicht einmal wissen, was ihn getroffen hat. Gesetz 43 Arbeite mit Herz und Geist der Anderen Was heißt das? Zwang erzeugt eine Reaktion, die gegen sie arbeitet. Sie müssen die Menschen dazu verführen, ihren Weg einschlagen zu wollen. Dann werden sie zu loyalen Schach Figuren. Und am besten verführt man andere, indem man sich ihre Psyche zunutze macht, ihre Wünsche und Schwächen. Brechen sie Widerstand, indem sie mit den Gefühlen anderer arbeiten, mit dem spielen, was jenen lieb und teuer ist und was sie fürchten. Wenn sie Geist und Seele anderer ignorieren, werden sie sie hassen. Beim Spiel um die Macht sind sie von Menschen umgeben, die absolut keinen Grund haben, ihnen zu helfen, solange das nicht in ihrem eigenen Interesse liegt. Und wenn sie für deren Eigennutz nichts anzubieten haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie feindselig reagieren, weil sie in ihnen nur einen weiteren Konkurrenten sehen, der ihnen die Zeit stiehlt. Wer die vorherrschende Kälte überwindet, findet den Schlüssel zu Herz und Geist des Anderen, kann ihn in seine Ecke locken und, falls nötig, den Boden für einen Schlag ebnen. Doch die meisten Menschen lernen diesen Aspekt des Spiels nie. Wenn sie jemanden zum ersten Mal treffen, reden sie über sich selbst und beeilen sich, ihre eigenen Vorstellungen und Vorurteile in Szene zu setzen, statt sich zurückzuhalten und herauszufinden, was jene Person einzigartig macht. Sie argumentieren, geben an, machen eine Schau aus ihrer Macht. Vielleicht wissen sie nicht, dass sie sich damit insgeheim einen Feind schaffen, Widerstand auslösen, denn nichts macht wütender als das Gefühl, dass jemand unsere Individualität und psychische Befindlichkeit ignoriert. Dann fühlt man sich wie tot und Ärger steigt auf. Denken Sie daran, liegt darin, ihn sanft weich zu klopfen und allmählich aufzubrechen. Verführen Sie ihn auf zwei Ebenen. Arbeiten Sie mit seinen Emotionen und nutzen Sie seine intellektuellen Schwächen. Achten Sie sowohl darauf, was ihn einzigartig macht, die individuelle Psyche, als auch auf das, was er mit allen gemein hat, die grundlegenden emotionalen Reaktionen. Zielen Sie auf Primärgefühle, Liebe, Hass, Eifersucht. Sobald Sie seine Emotionen geweckt haben, haben Sie zugleich seine Selbstkontrolle verringert, ihn anfälliger für einen Sinneswandel gemacht. Oft reichen symbolische Gesten aus, um Sympathie und Wohlwollen zu gewinnen. Eine Geste der Selbstaufopferung beispielsweise, das Zeugnis, dass sie genauso wie die anderen in ihrer Umgebung leiden, führt dazu, dass sich die Menschen mit ihnen identifizieren, selbst wenn sie nur symbolisch oder unwesentlich leiden, während das Leid der anderen echt ist. Setzen Sie ein solches Zeichen, wenn Sie sich in eine Gruppe begeben, es wird die Gruppe öffnen für die härteren Maßnahmen, die später folgen. Im Ersten Weltkrieg während der Kämpfe gegen die Türken in der Wüste hatte T.E. Lawrence eine Erleuchtung. Es dämmerte ihm, dass Lawrence wollte das ändern. Für ihn war die Seele jedes einzelnen Soldaten das Königreich, das es zu erobern galt. Ein psychisch motivierter Soldat, der sich der Sache verschrieben hatte, würde härter und einfallsreicher kämpfen als gefährlicher. Statt leblose Schachfiguren zu manipulieren, sollten sie ihre Bundesgenossen überzeugen und für die Sache begeistern, der sie zugeteilt haben. Das erleichtert nicht nur ihre Arbeit, sondern gibt ihnen später auch mehr Spielraum, sie zu betrügen. Um das zu erreichen, müssen sie die jeweiligen psychischen Befindlichkeiten in Rechnung stellen. Hängen sie dabei nie dem plumpen Glauben an, dass die zu finden, müssen sie darzubringen, sich zu öffnen. Je mehr sie reden, desto mehr enthüllen sie über ihre Vorlieben und Abneigungen, die Hebel und Schalter, mit denen sie in Gang setzen. Am schnellsten sichern sie sich den Geist der Menschen, indem sie so einfach wie möglich aufzeigen, wie sie von einer bestimmten Aktion profitieren. Eigennutz ist das stärkste Motiv. Eine große Sache mag in Bann schlagen, doch sobald die erste Begeisterung verflogen ist, ebbt das Interesse ab. Es sei denn, es gibt etwas zu gewinnen. Eigennutz ist die festere Basis. Am besten funktioniert das in den Fällen, wo ein nobles Furnier den Appell an dem blanken Eigennutz verkleidet. Die gute Sache verführt, aber das Geschäft sichert der Eigennutz. Die Menschen, die am besten Herz und Geist anderer erobern können, sind häufig Künstler, Intellektuelle oder jene von eher poetischer Natur, denn Vorstellungen werden am leichtesten durch Metaphern und Bilder vermittelt. Daher ist es gut, immer mindestens einen Künstler oder Intellektuellen zur Hand zu haben, der punktgenau Herzen und Geist erreichen kann. Könige hatten immer eine ganze Schaf an Schriftstellen um sich herum. Friedrich der Große hatte seinen Voltaire, ehe sie sich zerstritten bei Napoleon III. trug dagegen seine Distanz zu Autoren wie Victor Hugo, den er aus Frankreich vertrieb, zu einer wachsenden Unbeliebtheit und seinem schließlichen Sturz bei. Es ist gefährlich, sich jene zu entfremden, die über die Macht des Ausdrucks gebieten, aber sehr nützlich, sie zu gewinnen und auszunutzen. Lernen Sie auf die Zahl zu setzen. Je breiter Ihre Basis ist, umso größer wird Ihre Macht. Sie müssen ständig weitere Bundesgenossen auf allen Ebenen gewinnen. Der Zeitpunkt, an dem Sie sie brauchen, wird unausweichlich kommen. Eine Umkehrung dieses Gesetzes ist nicht möglich. Gesetz 44 Halte anderen den Spiegel vor. Was heißt das? Ein Spiegel reflektiert die Realität, doch er ist auch ein perfektes Täuschungsmittel. Wenn Sie Ihre Feinde spiegeln und sich genauso verhalten wie Sie, können diese Ihre Strategie nicht durchschauen. Der Spiegeleffekt narrt und erniedrigt Sie, sodass Sie überreagieren. Indem Sie Ihren Seelen den Spiegel vorhalten, machen Sie sie glauben, dass Sie ihre Werte teilen. Indem Sie Ihren Handlungen den Spiegel vorhalten, bringen Sie ihnen eine Lektion bei. Nur wenige können der Macht des Spiegeleffekts widerstehen. Spiegel haben die Macht, uns zu beunruhigen. Das Bild von uns selbst, das uns am angenehmsten ist. Wir neigen dazu, nicht zu genau hinzuschauen, die Falten und Runzeln zu übersehen. Doch wenn wir das reflektierte Bild eingehend betrachten, haben wir manchmal das Gefühl, uns so zu sehen, wie andere das tun, als Person unter vielen, eher als Objekt, denn als Subjekt. Das Gefühl macht uns schaudern. Wir sehen uns, aber von außen, ohne die Gedanken, den Geist und die Seele, die unser Bewusstsein ausmachen, wie eine Sache. Indem wir den Spiegeleffekt benutzen, schaffen wir symbolisch diese machtvolle Beunruhigung. Wir spiegeln die Aktionen anderer Menschen, ahmen ihre Bewegungen nach, um sie zu verunsichern und wütend zu machen. Sie werden böse, weil sie das Gefühl haben, dass man sich über sie lustig macht. Sie klont, zum Objekt degradiert, zum seelenlosen Bild. Oder sie können sie entwaffnen, wenn sie dasselbe auf eine andere Weise tun, sodass sie das Gefühl haben, sie verstehen ihre Wünsche und Sehnsüchte genau. Das ist die narzisstische Macht von Spiegeln. In jedem Fall verwirrt der Spiegeleffekt ihre Opfer, egal ob sie verärgern oder überwältigen. Von dem Moment an haben sie die Macht, sie zu manipulieren oder zu verführen. Dem Effekt wohnt große Macht inne, weil er auf die primitivsten Gefühle zielt. Im Reich der Macht gibt es vier wesentliche Spiegeleffekte. Der neutralisierende Effekt In der griechischen Mythologie heißt es Medusa, eine der Gorgonen, habe Schlangenhaar, eine heraushängende Zunge, gewaltige Zähne und ein so grässliches Gesicht gehabt, dass jeder, der sie ansah, aus Furcht zu Stein erstarrte. Doch der Held Perseus konnte Medusa töten. Er polierte sein Bronzeschild zu einem Spiegel, schlich sich mit Hilfe des reflektierenden Bildes an die Kreatur heran und schlug ihr den Kopf ab, ohne ihr direkt ins Gesicht zu sehen. In diesem Fall war das Schild ein Spiegel. Aber der Held heran und vernichtete sie. Das ist das Wesen des neutralisierenden Effekts. Sie tun, was ihre Feinde tun, ahmen deren Aktionen so gut wie möglich nach und die anderen können nicht erkennen, was sie vorhaben, weil ihr Spiegel sie blind macht. Deren Strategie ihnen gegenüber geht davon aus, dass sie in der für sie charakteristischen Weise agieren, neutralisieren sie das, indem sie eine Mut hervor. Die meisten von uns kennen das aus ihrer Kindheit. Wenn jemand uns gefoppt hat, indem er jedes Wort von uns genau wiederholte, dauerte es in der Regel nicht lange, bis wir ihm am liebst ins Gesicht geschlagen hätten. Auch wenn sie als Erwachsener subtiler vorgehen, können sie doch ihre Gegner damit verunsichern. Sie verbergen ihre eigene Strategie hinter dem Spiegel, legen unsichtbare Fallen oder stoßen ihre Gegner in die Fallen, die jene für sie aufgebaut haben. Diese machtvolle Technik wurde von den Militärs seit jeher angewandt. Heutzutage finden wir sie häufig bei Wahlkampagnen. Sie ist auch in Situationen nützlich, in denen sie keine bestimmte eigene Strategie haben. Dies ist der Spiegel des Kriegers. Eine Umkehrversion des neutralisierenden Effektes ist der Schatten. Wie ein Schatten folgen sie jeder Bewegung ihrer Gegner, ohne dass diese sie sehen können. Benutzen sie den Schatten, um Informationen zu sammeln, mit deren Hilfe sie später die feindliche Strategie neutralisieren können, weil sie jeden gegnerischen Zug durchkreuzen können. Der Schatten ist so wirkungsvoll, weil sie wertvolle Erkenntnisse über die Gewohnheiten und Verhaltensweisen jener gewinnen, deren Bewegungen sie verfolgen. Der Schatten ist die wichtigste Vorgehensweise von Detektiven und Spionen. Der narzisstische Effekt Der griechische Jüngling Narziss verliebte sich in ein Bild, das in einem Teich erblickte. Als er erkannte, dass diese Liebe nicht verwirklicht werden konnte, weil es sich nur um sein eigenes Spiegelbild handelte, verzweifelte er und ertränkte sich. Wir alle haben ein ähnliches Problem. Wir beteiligt ist, bleibt sie immer unbefriedigend und unerfüllt. Der narzisstische Effekt nutzt diesen ubiquitären Narzissmus. Sie schauen tief in die Seele anderer Menschen, loten deren innerste Wünsche aus, ihre Vorlieben und ihren Geist. Dann spiegeln sie ihnen diese wieder, indem sie sich zu einer Art Spiegelbild machen. Ihre Fähigkeit, die Psyche der anderen wiederzugeben, bringt ihnen große Macht über jene. Manche werden sogar einen Anflug von Liebe verspüren. Das resultiert allein aus der Fähigkeit, eine andere Person nicht physisch, sondern psychisch nachzuahmen und ist so machtvoll, weil es die unbefriedigte Selbstliebe des Kindes ausnutzt. Normalerweise bombardieren uns die Leute mit ihren Erfahrungen und ihren Vorlieben. Kaum jemand macht sich die Mühe, die Dinge mit ihren Augen zu sehen. Das ist ärgerlich, beinhaltet aber auch eine große Chance. Wenn sie anderen Menschen zeigen, dass sie sie verstehen, indem sie deren innerste Gefühle widerspiegeln, sind sie überwältigt und entwaffnet. Umso mehr, da dies so selten geschieht. Niemand kann dem Gefühl widerstehen, in der Außenwelt gäbe es ein perfekt harmonisierendes Ebenbild, selbst wenn sie dieses vielleicht nur zum Wohle der anderen und ihre eigenen Enttäuschungsabsichten konstruieren. Der narzisstische Effekt bewirkt im gesellschaftlichen wie im beruflichen Leben Wunder. Er liefert uns sowohl den Spiegel des Verführers als auch den des Höflings. Der moralische Effekt Die Macht verbaler Argumente ist extrem eingeschränkt und oft erreicht man damit das Gegenteil dessen, was beabsichtigt war. Wie Gracian vermerkte, die Wahrheit wird meistens gesehen, nur ausnahmsweise gehört. Der moralische Effekt ist die ideale Möglichkeit, ihre Vorstellungen durch Handlungen zu demonstrieren. Sie erteilen einfach anderen eine Lektion, indem sie ihre eigene Medizin schlucken lassen. Beim moralischen Effekt spiegeln sie wieder, was andere Menschen ihnen angetan haben, indem sie so, dass jene das erkennen, ihnen exakt das antun, was sie ihnen angetan haben. Statt sich über ihr Benehmen zu beschweren und zu jammern, was nur die Verteidigung auf den Plan ruft, lassen sie sie spüren, dass ihr Verhalten schlecht war. Wenn ihre Handlungen auf sie zurückgespiegelt werden, spüren sie auf handfeste Weise, wie sehr ihr unsoziales Verhalten andere quält und verletzt. Dafür objektivieren sie die Züge, ob derer sie sie beschämen wollen, und schaffen einen Spiegel, sodass sie ihre Torheiten erblicken und eine Lektion über sie selbst lernen können. Diese Technik wird oft an Pädagogen, Psychologen und anderen angewandt, die sich mit unangemessenem und unsozialem Verhalten auseinandersetzen müssen. Dies ist also der Spiegel des Lehrers. Egal ob tatsächlich etwas am Benehmen anderer Leute ihnen gegenüber falsch war oder nicht, kann es trotzdem zu ihrem Vorteil sein, es so zurück zu spiegeln, dass sie sich deshalb schuldig fühlen. Der Halluzinatorische Effekt Spiegel sind immens verführerisch, denn sie geben einem das Gefühl, die reale Welt zu sehen. Doch in Wahrheit starrt man nur auf ein Stück Glas, das, wie jeder weiß, die Welt gar nicht genau wiedergeben kann. Im Spiegel ist alles seitenverkehrt. Wenn Alice in Lewis Carrolls Buch durch den Spiegel geht, betritt sie eine Welt, in der alles verdreht ist, und das nicht nur visuell. Der halluzinatorische Effekt entsteht durch die Schaffung einer perfekten Kopie von einem Objekt, einem Ort oder einer Person. Diese Kopie fungiert als eine Art Dummy. Die Leute halten ihn für das Original, weil er die physische Erscheinung des Originals hat. Dies ist die wichtigste Technik der Trickbetrüger, deren Strategie es ist, die reale Welt nachzuahmen, um täuschen zu können. Dies ist also der Spiegel des Betrügers. Spiegel bergen große Macht, aber auch gefährliche Klippen. Dazu gehört die zeitversetzte Spiegelung, eine Situation, die eine frühere widerspiegelt oder stark an sie erinnert. Dies betrifft im Wesentlichen Manier und äußeren Anschein und sie können hineingeraten, ihre Haltung mit den früheren Ereignissen vergleicht. In den meisten Fällen fällt dieser Vergleich negativ für sie aus, weil sie entweder schwächer erscheinen als ihr Vorläufer oder mit etwaigen unguten Erinnerungen an jenen besudelt werden. Meiden sie solche Assoziationseffekte wie die Pest. Bei zeitversetzten Spiegelungen können sie die Reflexion und die Erinnerungen, die mit ihnen in Verbindung gebracht werden, so gut wie nicht beeinflussen. Jede Spiegelung, die sie nicht unter Kontrolle haben, ist gefährlich. Selbst wenn die Person oder das Ereignis mit positiven Assoziationen verknüpft ist, werden sie darunter leiden, denn es gelingt ihnen nicht daran heranzureichen, weil die Vergangenheit im Allgemeinen großartiger als die Gegenwart erscheint. Stellen sie je fest, dass andere sie mit einer Person oder einem Ereignis aus der Vergangenheit verbinden, müssen sie alles Menschen mögliche unternehmen, um sich von dieser Erinnerung abzusetzen und die Spiegelung zu zerstören. Gesetz 45 Predige notwendigen Wandel, aber ändere nie zu viel auf einmal. Was heißt das? Auf abstrakter Ebene versteht jeder, dass Veränderungen nötig sind. Doch in der Praxis sind Menschen Gewohnheitstiere. Zu viel Neues ist traumatisch und weckt Widerstand. Wenn sie in eine neue Machtposition gelangt sind oder sich als Außenseiter eine Machtbasis verschaffen wollen, machen sie viel Getue darum, dass sie die bewährten Mittel und die eingefahrenen Wege respektieren. Sind Veränderungen notwendig, dann verkaufen sie sie als kleine Verbesserung des Bewährten. Die Psyche des Menschen kennt viele Widersprüche. Selbst wenn Menschen die Notwendigkeit des Wandels einsehen, wenn sie wissen, wie wichtig es für Institutionen wie Individuen ist, dass es ab und an zu Neuerungen kommt, sind sie doch über Veränderungen, die sie persönlich betreffen, irritiert und verärgert. Sie wissen, dass der Wandel Not tut und Neues sie vor Langeweile bewahrt, doch tief in ihrem Innern klammern sie sich an die Vergangenheit. Sie streben nach abstrakten oder oberflächlichen Veränderungen, aber ein Wechsel, der ihre Sitten und Gebräuche im Kern trifft, verwirrt sie zutiefst. Bislang hat noch jede Revolution später machtvolle Gegenreaktionen heraufbeschworen, denn auf lange Sicht ist die von ihnen erzeugte Lehre für das Tier im Menschen zu beängstigend, das unbewusst solche Lehre mit Tod und Chaos assoziiert. Die Aussicht auf Wandel und Erneuerung verführt die Menschen, sich der Revolution anzuschließen. Doch wenn ihr Enthusiasmus erst einmal verblasst, was mit Sicherheit geschieht, bleibt ihnen das Gefühl der Leere. Sie sehnen sich nach Vergangenem und sie finden einen Weg, sich wieder darin zu verkriechen. Merken sie sich. Dass die Vergangenheit tot und begraben ist, gibt ihnen die Freiheit, sie neu zu interpretieren. Biegen sie die Fakten zurecht, um ihrer Sache Gewicht zu verleihen. Die Vergangenheit ist ein Text, in den sie unbehelligt ihre eigenen Zeilen einfügen können. Mit einfachen Maßnahmen, wie der Verwendung eines alten Titels oder der Beibehaltung bestimmter Gepflogenheiten verknüpfen sie sich mit der Vergangenheit und verschaffen sich die Autorität der Geschichte. Um notwendige Veränderungen zu bemänteln, können sie auch großes öffentliches Aufheben davon machen, dass sie die Werte der Vergangenheit hochhalten. Geben sie sich als begeisterter Traditionalist, dann werden nur wenige merken, wie unkonventionell sie in Wirklichkeit sind. Das Florenz der Renaissance war seit Jahrhunderten Republik und wer über seine Traditionen spottete, machte sich sofort verdächtig. Folglich stellte sich Cosimo von Medici als glühender Verehrer der Republik dar, während er Form nach wahrten die Medici den Anschein einer Republik, dem Gehalt nach war letztere jedoch machtlos. Im Stillen vollzogen sie einen radikalen Wandel, während sie selbst als Wahrer der Tradition auftraten. Die Wissenschaft behauptet, ihre Suche nach der Wahrheit würde sie für Konservatismus und irrationalen Gebräuchen bewahren. Sie sei eine Kultur der Innovation. Doch als Charles Darwin seine Überlegungen zur Evolution veröffentlichte, Widerstand als die religiösen Autoritäten. Seine Theorien stellten zu viele liebgewordene Gedankengebäude infrage. Gegen vergleichbare Mauern rannten Jonas Salk mit seiner radikalen Erneuerung der Immunologie und Max Planck mit seiner Revolutionierung der Physik. Über den wissenschaftlichen Widerstand, der ihm entgegenschlug, schrieb Planck später, eine neue wissenschaftliche Wahrheit pflegt sich nicht in der Weise durchzusetzen, dass ihre Gegner überzeugt werden und sich als belehrt erklären, sondern vielmehr dadurch, dass die Gegner allmählich aussterben und dass die heranwachsende Generation von vornherein mit der Wahrheit vertraut gemacht ist. Menschen an der Macht berücksichtigen stets den Zeitgeist. Sind ihre Reformen der Zeit zu weit voraus, werden nur wenige sie verstehen, viele sie aber hoffnungslos falsch interpretieren und sich ängstigen. Die Veränderungen, die sie vornehmen, müssen immer weniger innovativ wirken, als sie sind. England wurde letztlich zu der protestantischen Nation, von der Cromwell geträumt hatte, doch das bedurfte eines Jahrhunderts der allmählichen Entwicklung. Achten sie auf den Zeitgeist. Sind die Umstände turbulent, können sie Macht daraus gewinnen, die Rückkehr zur Vergangenheit, zum Vertrauten, zu Traditionen und Ritualen zu predigen. Während einer Stagnation dagegen, spielen sie die Karten der Reform und Revolution aus, doch beobachten sie genau, was sie damit herauf beschwören. Revolutionen werden nur selten von denen zum Abschluss gebracht, die sie angezettelt haben. Bei diesem gefährlichen Spiel können sie nur dann gewinnen, wenn sie bereit sind, den unvermeidlichen Gegenreaktionen den Wind aus den Segeln zu nehmen, indem sie nach außen hin die Vergangenheit hochhalten. Die Vergangenheit ist ein Leichnam, dessen sie sich nach Gutdünken bedienen können. Doch wenn die jüngere Geschichte herbe oder schmerzhafte Erfahrungen mit sich brachte, wäre es selbst zerstörerisch, sich sie zum Verbündeten zu wählen. Als Napoleon an die Macht kam, war die französische Revolution noch allen gut im Gedächtnis. Wenn sein Hof in irgendeiner Hinsicht der verschwenderischen Hofhaltung von Ludwig dem Sechzehnten und Marie Antoinette geähnelt hätte, hätten seine Höflinge die ganze Zeit nur ihren Kopf und Kragen zu retten versucht. Stattdessen richtete Napoleon es so ein, dass seine Hofhaltung eine bemerkenswerte Nüchternheit und Zurückhaltung ausstrahlte. Das war der Stil eines Mannes, der die Arbeit und die militärischen Tugenden schätzte. Diese neue Form schien angemessen und weckte Vertrauen. Anders ausgedrückt, berücksichtigen sie den Strom der Zeit, aber merken sie sich. Wenn sie sich mutig von der Vergangenheit lösen, müssen sie unter allen Umständen den Eindruck einer Leere oder eines Vakuums vermeiden, sonst rufen sie Angst und Schrecken hervor. Selbst eine garstige jüngere Vergangenheit wird der Lehre noch vorgezogen. Füllen sie die Lücke sofort mit neuen Ritualen und Formalitäten. Diese lullen ein und werden mit der Zeit immer vertrauter. So sichern sie sich ihre Position gegenüber den Massen. Kunst, Mode und Technik scheinen Bereiche zu sein, in denen ein radikaler Bruch mit der Vergangenheit Macht verheißt, indem man sich zur Speerspitze des Fortschritts macht. In der Tat kann diese Strategie zur Macht verhelfen, doch sie bringt auch viele Gefahren mit sich. Unvermeidlicherweise werden ihre Innovationen irgendwann von einem anderen übertroffen. Darüber haben sie keine Kontrolle. Eine jüngere und unverbrauchtere Gestalt schlägt plötzlich einen neuen Weg ein und lässt ihre mutigen Innovationen von gestern heute zahm und langweilig aussehen. Diese Strategie führt zu einem ständigen Wettlauf, sie verleiht nur kurzfristig und damit wenig Macht. Sie sollten ihre Macht daher auf etwas Solides gründen. Bedienen sie sich der Vergangenheit, basteln sie sich die Traditionen zurecht, spielen sie mit den Konventionen, dann verhelfen sie dem, was sie erschaffen, zu mehr als nur momentaner Attraktivität. Schübe von schwindelerregendem Wandel vernebeln die Tatsache, dass sich die Sehnsucht nach der Vergangenheit unweigerlich irgendwann wieder einschleicht. Letzten Endes bringt es ihnen mehr Macht, wenn sie die Vergangenheit für ihre eigenen Zwecke einspannen, als alle Verbindungen zu ihr zu kappen. Ein vergeblicher und selbstzerstörerischer Versuch. Gesetz 46 Sei nie zu perfekt Was heißt das? Besser als andere zu sein ist immer gefährlich. Doch am gefährlichsten ist es überhaupt keine Fehler oder Schwächen zu haben. Neid schafft Feinde. Es ist daher klug, gelegentlich Defizite zu zeigen oder ein harmloses Laster zu geben, um dem Neid den Wind aus den Segeln zu nehmen, um menschlicher und umgänglicher zu wirken. Nur Göttern und Toten wird makellose Perfektion zugestanden. Mit Minderwertigkeitsgefühlen tun sich die Menschen schwer. Eine auf Fähigkeiten, Talent oder Macht beruhende Überlegenheit verwirrt uns oft. Sie macht uns krank, weil es den meisten von uns an Selbstbewusstsein mangelt und wenn wir Menschen begegnen, die uns übertreffen, werden wir uns unserer Mittelmäßigkeit bewusst oder wir erkennen zumindest, dass wir nicht so brillant sind, wie wir dachten. Diese Beeinträchtigung unseres Selbstwertgefühls können wir nicht lange hinnehmen, ohne dass negative Emotionen hochkochen. Zunächst verspüren wir Neid. Hätten wir nur die Qualitäten oder Fähigkeiten der überlegenen Person, dann wären wir glücklich. Doch der Neid spendet keinen Trost und schon gar nicht führt er zu der ersehnten Gleichstellung. Wir dürfen uns noch nicht einmal dazu bekennen, denn von der Gesellschaft wird er verpönt. Neid zu zeigen bedeutet sich zu Minderwertigkeitsgefühlen zu bekennen. Engen Freunden gegenüber geben wir vielleicht unsere heimlichen unerfüllten Sehnsüchte zu, doch niemals würden wir Neid zugeben. Also schwelt er im Untergrund. Wir verbergen ihn auf vielerlei Weise, indem wir beispielsweise Gründe finden, die beneidete Person zu kritisieren. Sie mag vielleicht klüger sein als ich, sagen wir etwa, ist aber unmoralisch oder gewissenlos. Oder sie hat vielleicht mehr Macht, aber nur, weil sie betrügt. Und wenn wir besagte Personen nicht verleumden, dann loben wir sie vielleicht über den grünen Klee, eine weitere Maske des Neids. Es gibt mehrere Strategien, um mit dem heimtückischen, zerstörerischen Gefühl des Neids fertig zu werden. Akzeptieren sie zunächst die Tatsache, dass es Menschen gibt, die sie in mit diesen gleich zu ziehen oder sie sogar zu übertreffen. Wenn sie den Neid nach innen wenden, vergiftet er ihre Seele. Wenden sie ihn nach außen, dann trägt er sie zu höheren Zielen. Seien sie sich so dann bewusst, dass es auf ihrem Weg an die Macht unter ihnen Menschen geben wird, die sie beneiden. Das zeigt sich vielleicht nicht offensichtlich, ist aber unvermeidlich. Akzeptieren sie nicht naiv die Fassade, die sie ihnen zeigen, lesen sie zwischen den Zeilen ihrer Kritik, achten sie auf ihre kleinen sarkastischen Bemerkungen, auf Anzeichen von Hinterhältigkeit, auf Groll in ihren Augen, auf überzogene Lobreden, ihren Sturz einleiten sollen. Das Hauptproblem mit dem Neid besteht darin, dass sie ihn erst erkennen, wenn es zu spät ist. Nehmen sie es schließlich als gegeben hin, dass die Menschen, die sie beneiden, still und heimlich gegen sie arbeiten werden. Sie werden ihnen Hindernisse in den Weg stellen, die sie nicht vorhersehen oder deren Ursprung sie nicht zurück verfolgen können. Gegen solche Attacken kann man sich nur schwer verteidigen. Und wenn sie merken, dass die Haltung eines Menschen ihnen gegenüber von Neid geprägt ist, kann einfacher ist, von Anfang an Neid zu vermeiden, als ihn wieder aus der Welt zu schaffen, wenn er erst einmal da ist, müssen sie ihre Strategie darauf ausrichten, ihm zuvor zu kommen, ehe er sich einlisten kann. Oft ist es ihr eigenes Verhalten, ihre eigene Sorglosigkeit, die Neid heraufbeschwören. Indem sie sich das bewusst machen, verhindern sie, dass der Neid überhaupt erst aufkommt, der ihnen andernfalls eines Tages das Messer in den Rücken treibt. Kierkegaard glaubte, dass es Menschentypen gibt, die von sich aus Neid erregen und daran genauso viel Schuld tragen wie die jenigen, die ihn empfinden. Wir alle kennen solche Typen. Wenn ihnen etwas gelingt oder ihnen aus Zufall etwas Gutes widerfährt, dann protzen und prahlen sie damit. Es bereitet ihnen einfach großes Vergnügen, andere Menschen deren Unterlegenheit vorzuführen. Solche Menschen sind ein hoffnungsloser Fall. Es gibt jedoch andere Typen, die Neid auf subtilere und eher unbewusste Weise erregen und daher nur zum Teil für die Schwierigkeiten verantwortlich sind, die das mit sich bringt. Beispielsweise ist der Neid oft ein Problem für Menschen mit großen natürlichen Gaben. Als Erzbischof Deretz 1652 Kardinal wurde, war ihm Da er wusste, wie gefährlich es war, die unter ihm vor den Kopf zu stoßen, tat der Kardinal, was er konnte, um seine Verdienste herunter zu spielen und seinen Erfolg der glücklichen Fügung zuzuschreiben. Um die Menschen einzulullen, verhielt er sich so ehrerbetig und unterwürfig, als hätte sich nichts geändert. In Wirklichkeit hatte er natürlich jetzt viel mehr Macht als zuvor. Er schrieb, diese kluge Politik zeigte gute Wirkung, indem sie dem Neid die Kraft nahm, der mir entgegen gebracht wurde, was das größte aller Geheimnisse ist. Folgen sie seinem Beispiel. Unterstreichen sie subtil, wie viel Glück sie einfach gehabt haben und stellen sie ihren Erfolg so auch anderen Menschen in Aussicht. Damit nehmen sie ihren Neid die Schärfe. Doch achten sie darauf, nicht die Art von falscher Bescheidenheit zur Schau zu tragen, die andere Menschen leicht durchschauen. Das macht sie nur noch neidischer. Sie müssen ein guter Schauspieler sein. Ihre Ergebenheit und ihre Offenheit jenen gegenüber, die sie unter sich gelassen haben, müssen echt wirken. Der leiseste Anflug von Unaufrichtigkeit verleiht ihrem neuen Status nur noch mehr Wucht. Denken sie daran, obwohl sich ihre Position verbessert hat, bringt es ihnen nichts ein, wenn sie die einstmals Gleichgestellten von sich entfremden. Die Macht braucht eine breite und solide Basis, der Neid aber kann diese still und heimlich zerstören. Hüten sie sich vor den vielen Maskeraden des Neids. Übergroßes Lob ist ein fast sicheres Anzeichen, dass sie Lobredner sie beneiden. Entweder bereiten sie ihren Sturz vor, es wird unmöglich ihren Lobpreisungen Genüge zu leisten, oder sie wetzen hinter ihrem Rücken schon die Messer. Genauso beneiden sie wahrscheinlich jene, die sie zu sehr kritisieren oder sie öffentlich verleumden. Erkennen sie in deren Verhalten verkappten Neid, dann gehen sie nicht in die Falle, sich gegenseitig eine Schlammschlacht zu liefern oder sich ihre Kritik zu Herzen zu nehmen. Rächen sie sich, indem sie die Gegenwart dieser Kleinkarierten einfach ignorieren. Versuchen sie schließlich auch bewusst, dass bestimmte Umgebungen leichter Neid aufkommen lassen als andere. Unter Gleichgestellten und Kollegen, die sich von gleichem Rang dünken, zeigt der Neid besonders verheerende Wirkung, ebenso in demokratischen Systemen, wo die offene zur Schaustellung von Macht verachtet wird. Verhalten sie sich in solchen Umgebungen besonders sensibel. Der Filmemacher Ingmar Bergmann wurde gleich von sechs schwedischen Finanzämtern verfolgt, weil er eine herausragende Rolle in einem Land spielte, wo man die Nase über einen rümpft, der etwas Besonderes ist. Unter solchen Umständen Neid zu vermeiden, ist so gut wie unmöglich. Und dann kann man nichts anderes tun, als ihn dankbar zu akzeptieren und nichts davon persönlich zu nehmen. Thoreau sagte einmal, Neid ist der Preis, den alle Ehre bezahlen muss. Das Gefährliche können. Doch wenn man sie sorgsam meidet, verschlimmert das ihren Neid oft nur noch. Sie spüren, dass man vorsichtig ist und nehmen dies als weiteres Zeichen der Überlegenheit. Deswegen müssen sie handeln, ehe der Neid sich festsetzen kann. Beneidet man sie aber erst einmal, egal ob sie daran schuld sind oder nicht, ist es manchmal besser, die entgegengesetzte Strategie anzuwenden. Strafen sie ihre Neider mit äußerster Verachtung. Tragen sie ihre Perfektion zur Schau, statt sie zu verstecken. Benutzen sie jeden neuen Triumph dazu, die Neider innerlich aufheulen zu lassen. Ihr Glück, ihre Macht werden dann für sie zur Hölle. Wenn sie eine Position unangreifbarer Macht erlangen, kann ihnen ihr Neid nichts anhaben und für sie ist Rache süß. Die anderen Macht erfreuen. Auf diese Weise triumphierte Michelangelo über den gehässigen Architekten Bramante, der Papst Julius gegen Michelangelos Entwurf für dessen Grabmal aufbrachte. Bramante beneidete Michelangelo um dessen göttliche Fähigkeiten und diesem einen Triumph, dem aufgegebenen Grabmalsprojekt, wollte er einen weiteren hinzufügen, indem er den Papst bedrängte, Michelangelo mit der Ausmalung der Sixtinischen Kapelle zu beauftragen. Das Projekt würde Jahre in Anspruch nehmen, während der Michelangelo keine weiteren seiner brillanten Skulpturen mehr anfertigen könnte. Darüber hinaus glaubte Bramante, Michelangelo sei als Maler bei weitem nicht so begabt wie als Bildhauer. Die Kapelle würde seinen Ruf als perfekten Künstler ruinieren. Michelangelo erkannte die Falle und wollte den Auftrag ablehnen, doch er konnte sich den Papst nicht verweigern, also nahm er ihn ohne zu klagen an. Dann jedoch ließ er sich von Bramantes Neid zu immer größeren Höhenflügen anspornen, sodass die Sixtinische Kapelle zum perfektesten aller seiner Werke wurde. Jedes Mal, wenn Bramante die Gemälde sah oder von ihnen hörte, lastete sein Neid nur noch schwerer auf ihm, und das ist die süßeste und dauerhafteste Rache, die man an einem Neider nehmen kann. Gesetz 47 Schieße nie über ist der Zeitpunkt zum Aufhören. Was heißt das? Der Moment des Sieges ist oft der Moment größter Gefahr. Im Siegestaumel kann übergroßes Selbstvertrauen sie über das Ziel hinausschießen lassen. Und damit machen sie sich vielleicht mehr Feinde, als sie besiegt haben. Lassen sie sich den Erfolg nicht zu Kopf steigen. Sorgfältige Planung und die richtige Strategie sind durch nichts zu ersetzen. Setzen sie Und wenn sie es erreicht haben, hören sie auf. Die Macht folgt ihren eigenen Rhythmen und Mustern. Wer beim Spiel um sie den Sieg davonträgt, kontrolliert die Muster und variiert sie nach Belieben, bringt die Leute aus dem Gleichgewicht und gibt das Tempo vor. Das Wesen jeder Strategie besteht darin, zu bestimmen, was als nächstes geschieht. Und die Hochstimmung des Siegers kann dazu führen, dass Sie die Fähigkeit verlieren, strategisch zu denken. Das kann auf zweierlei Weise geschehen. Erstens verdanken Sie Ihren Erfolg einem Muster und Sie werden dazu neigen, dieses zu wiederholen. Sie werden weiter in die eingeschlagene Richtung marschieren, ohne sich umzublicken und zu prüfen, ob dieser Weg noch immer der beste für Sie ist. Zweitens tendiert der Erfolg dazu, einem zu Kopf zu steigen, sodass man zu emotional reagiert. Man fühlt sich unverwundbar und neigt zu einem aggressiven Vorgehen, das letztlich den errungenen Sieg zunichte macht. Lernen Sie eine einfache Lektion. Die Mächtigen variieren ihre Rhythmen und Muster, wechseln den Kurs, passen sich den Umständen an, lernen zu improvisieren. Statt sich vom Tanz ihrer Füße vorwärts treiben zu lassen, halten sie inne und schauen, in welche Richtung sie gehen. Es ist, als kursieren ihrem Blut ein Gegengift gegen den Rausch des Sieges, das sie ihre Emotionen kontrollieren lässt und zu einer Art geistigem Inhalten führt, wenn sie den Erfolg errungen haben. Sie beruhigen sich und erlauben sich den Spielraum über das Geschehene nachzudenken, zu prüfen, in welchem Maße sie ihren Sieg den Umständen und dem Glück verdanken. Wie man im Reitunterricht lernt, muss man sich erst selbst unter Kontrolle haben, ehe man das Pferd kontrollieren kann. Glück und Umstände spielen bei der Macht immer eine Rolle. Das ist unvermeidlich und eigentlich macht dies das Spiel nur noch interessanter. Auch wenn sie es nicht glauben, Glück ist gefährlicher als Pech. Der Misserfolg lehrt uns, wie wichtig Geduld, Timing und die Vorbereitung auf das Schlimmste sind. Der Glücksfall verführt uns zur gegenteiligen Ansicht und lässt uns glauben, dank unserer Brillanz würden wir das alles schon irgendwie schaffen. Doch ihr Glück wird sich unvermeidlich wenden und wenn das geschieht, werden sie darauf völlig unvorbereitet sein. Nach Machiavellis Einschätzung führte das zum Sturz von Cesare Borgia. Er trug manchen Sieg davon und war wirklich ein kluger Stratege. Doch er hatte das Pech, zu viel Glück zu haben. Sein Vater war der Papst und als er dann wirklich Pech hatte, sein Vater starb, war er darauf nicht vorbereitet und die vielen Feinde, die er sich gemacht hatte, vernichteten ihn. Die glücklichen Umstände, die sie zum Erfolg tragen, führen auch den Moment herbei, da sie die Augen öffnen müssen. Das Rad des Schicksals bringt sie genauso leicht nach unten wie nach oben. Wenn sie auf den Sturz vorbereitet sind, werden sie dabei weniger Schaden nehmen. Menschen mit einer Erfolgssträhne können in eine Art Fieber geraten. Und selbst wenn sie versuchen ruhig zu bleiben, drängen die Menschen unter ihnen sie oft, ihre Grenzen zu überschreiten und sich in gefährliches Fahrwasser zu begeben. Sie müssen eine Strategie entwickeln, wie sie mit solchen Menschen umgehen. Einfach Mäßigung zu predigen, lässt sie schwach und kleingeistig aussehen. Wenn sie sich den Anschein geben, nach einem Sieg nicht den Nächsten angehen zu wollen, kann das ihre Macht mindern. Der Rhythmus der Macht erfordert oft, zwischen Gewalt und List abzuwechseln. Zu viel Gewalt führt zu einer Gegenreaktion. Zu viel List, wie listig sie auch immer sein mag, wird vorhersehbar. Der in Diensten des Shogun oder Nobunaga stehende berühmte japanische Heerführer und künftige Herrscher Hideyoshi errang im 16. Jahrhundert einen überraschenden Sieg über die Armee des glänzenden Heerführers Yoshimoto. Der Shogun wollte weitermachen und den nächsten mächtigen Feind zerschmettern. Doch Hideyoshi erinnerte ihn an das alte japanische Sprichwort. Wenn du einen Sieg errungen hast, ziehe den Riemen des Helms fester. Für Hideyoshi war der Moment gekommen, da der Shogun von der Gewalt zu List und Tücke übergehen und seine Feinde mit einer Reihe von vorgetäuschten Bündnissen gegeneinander ausspielen musste. Denn mit einem übermäßig aggressiven Verhalten hätte er nur unnötigen Widerstand herauf beschworen. Wenn diesen Wechsel des Rhythmus wohnt unendlich viel Macht inne. Es gibt noch eine Situation, in der ein kleiner Erfolg die Aussichten auf einen Größeren zunichte machen kann, wenn ein Herr oder Vorgesetzter einem eine Gunst erweist. Es ist ein gefährlicher Irrtum zu glauben, man könne dann nach mehr verlangen. Sie erscheinen vielmehr als unsicherer Kandidat. Vielleicht glauben Sie, dass Sie die Gunst Die angemessene Reaktion besteht darin, den Gunstbeweis freundlich anzunehmen und sich zurückzuziehen. Alle folgenden Zuwendungen müssen Sie sich verdienen, ohne darum bitten zu müssen. Zu guter Letzt, dem Moment des Aufhörens wohnt eine große Dramatik inne. Was zuletzt geschah, bleibt wie mit einem Ausrufezeichen versehen im Gedächtnis. Zum Augen glauben Sie, dass Sie die Gunst nicht verdienen und so viel wie möglich raffen müssen, solange Sie die Gelegenheit dazu haben, die vielleicht nicht wiederkommt, dass sich schließlich vielleicht sogar eine Niederlich Mode, Stil, all die menschlichen Phänomene, die die Stimmung des Augenblicks repräsentieren. Ständig ändern wir die Gepflogenheiten, die wir von der vorhergehenden Generation übernommen haben, und dieser Wandel ist ein Zeichen des Lebendigseins, der Vitalität. Dinge, die sich nicht ändern, starte Formalitäten wirken auf uns wie tot, und wir vernichten sie. Am besten erkennt man das bei jungen Leuten. Das förmliche Verhalten, das ihnen die Gesellschaft aufzwingt, behagt ihnen nicht. Andererseits haben sie ihre eigene Identität noch nicht gefestigt. Also spielen sie mit ihrer Rolle, üben sich in verschiedenen Masken und Hosen, um sich zum Ausdruck zu bringen. Es ist diese die in ihrer Jugend mit unglaublicher Kreativität etwas Neues mit neuen Formen ausgedrückt haben. Die Gesellschaft gewährt ihnen Macht, weil sie nach Neuem hungert und dafür einen Preis zu zahlen bereit ist. Schwierigkeiten bereiten sie erst später, wenn sie konservativ werden und ihren Besitzstand wahren wollen. Sie träumen dann nicht mehr davon, etwas Neues zu erschaffen, ihre Identität ist geklärt, ihre Angewohnheiten haben sich verfestigt und ihres Glückes schmied und wenn sich ein Erfolg nach dem anderen einstellt, dann ist das ihr eigener Verdienst. Der Glaube an den Schwung verführt sie nur dazu emotional zu reagieren, das strategische Denken zu vernachlässigen und immer wieder dieselben Methoden anzuwenden. Überlassen sie den Schwung denen, die sich auf nichts anderes stützen können. Gesetz 48 Strebe nach Formlosigkeit Was heißt das? Wenn sie sich deutlich konturieren und einen durchschaubaren Plan haben, machen sie sich leichter angreifbar. Statt Ecken und Kanten zu haben, wo ihr Feind sie packen kann, bleiben sie anpassungsfähig und ständig in Bewegung. Akzeptieren sie, dass es letzte Gewissheiten nicht gibt und kein Gesetz auf ewig gilt. Am besten schützen sie sich, indem sie so geschmeidig und formlos wie Wasser sind. Setzen sie niemals auf Stabilität oder ewige Ordnung. Alles verändert sich. Das Tier Mensch unterscheidet sich von den anderen dadurch, dass es ständig neue Formen annimmt. Der Mensch drückt kaum seine Gefühle direkt aus. Er verleiht ihnen Mittelsprache oder gesellschaftlich akzeptierter Rituale Gestalt. Ohne Form können wir unsere Emotionen nicht vermitteln. Die von uns erschaffenen Formen ändern sich jedoch ständig. Mode, Stil, all die menschlichen Phänomene, die die Stimmung des Augenblicks repräsentieren. Ständig ändern wir die Gepflogenheiten, die wir von der vorhergehenden Generation übernommen haben, und dieser Wandel ist ein Zeichen des Lebendigseins, der Vitalität. Dinge, die sich nicht ändern, starrte Formalitäten, wirken auf uns wie tot, und wir vernichten sie. Am besten erkennt man das bei jungen Leuten. Das förmliche Verhalten, das ihnen die Gesellschaft aufzwingt, behagt ihnen nicht. Andererseits haben sie ihre eigene Identität noch nicht gefestigt, also spielen sie mit ihrer Rolle, üben sich in verschiedenen Masken und Hosen, um sich zum Ausdruck zu bringen. Es ist diese Vitalität der Jungen, die den ständigen gesellschaftlichen Stilwandel antreibt. Mächtige sind oft Menschen, die in ihrer Jugend mit unglaublicher Kreativität etwas Neues mit neuen Formen ausgedrückt haben. Die Gesellschaft gewährt ihnen Macht, weil sie nach Neuem hungert und dafür einen Preis zu zahlen bereit ist. Schwierigkeiten bereiten sie erst später, wenn sie konservativ werden und ihren Besitzstand wahren wollen. Sie träumen dann nicht mehr davon, etwas Neues zu erschaffen, ihre Identität ist geklärt, ihre Angewohnheiten haben sich verfestigt und ihre Rigidität macht sie zu einer leichten Beute. Jeder weiß, was sie als nächstes tun werden. Statt Respekt zu Wenn sie in der Vergangenheit gefangen sind, wirken die Mächtigen einfach komisch, wie überreife Früchte, die nur darauf warten, vom Baum fallen zu dürfen. Die Macht kann nur in flexibler Formbestand haben. Formlosigkeit bedeutet nicht, amorph zu sein. Alles hat eine Form, das ist unvermeidlich. Die Formlosigkeit der Macht ist eher die von Wasser oder Quecksilber. Flüssigkeiten passen sich der Form all ständigen Wandels ist niemals vorhersehbar. Die Mächtigen nehmen ständig neue Gestalt an und ihre Macht gründet sich auf die Schnelligkeit, mit der sie sich ändern. Ihre Formlosigkeit manifestiert sich im Auge des Feindes, der nicht erkennen kann, worauf sie aussieht und folglich nichts Solides hat, das er attackieren kann. Die wichtigste Pose der Macht ist die Unfasslichkeit. Die Geschmeidigkeit und Schnelligkeit und nutzte diese Fähigkeit, um den Olymp zu verheeren. Menschliche Schöpfungen entwickeln sich stetig zum Abstrakten hin, vom Materiellen weg zum Geistigen. Besonders deutlich zeigt sich diese Evolution auf dem Gebiet der Kunst, wo im 20. Jahrhundert mit der Abstrakten und der Konzeptkunst wichtige Fortschritte gemacht wurden. Auch in der Politik zeichnet sie sich ab, die im Lauf der Zeit nicht mehr so offen gewalttätig, sondern kompliziert indirekt und verkopft geworden ist. Und auch Kriegführung und Strategie haben diesen Weg eingeschlagen. Eine Strategie zu entwickeln bedeutete anfangs nur, Truppenbewegungen auf dem Schlachtfeld zu planen. Zu Land ist die Strategie ziemlich zweidimensional und von der Topografie abhängig. Irgendwann aber haben sich alle großen Mächte schließlich dem Meer zu gewandt, um Handel zu treiben und Kolonien zu gründen. Um ihre Handelswege zu schützen, mussten sie lernen, wie man zur See kämpft. Ein Seekrieg erfordert ungemein kreatives und abstraktes Denken, da sich alles ständig verschiebt. Marine Kapitäne zeichnen sich durch die Fähigkeit aus, sich dem buchstäblich fließenden Terrain anzupassen und den Feind mit einer abstrakten, schwer vorherzusehenden Form zu überraschen. Sie operieren auch in einer dritten Dimension, dem Geist. Auf dem Land zeigt die Guerillakriegsführung ebenfalls diese Entwicklung zum Abstrakten. T.E. Lawrence war vielleicht der erste moderne Stratege, der diese Art Kriegführung theoretisch ausarbeitete und in die Praxis umsetzte. Seine Ideen beeinflussten Mao, der in Lawrence Werk ein Äquivalent des Vai-Chi sah. Lawrence arbeitete mit Arabern zusammen, die gegen die Türken kämpften, welche ihr Land beherrschten. Er hatte die Idee, dass die Araber mit der riesigen Wüste gewissermaßen verschmolzen, niemals ein Ziel abgaben, sich niemals an einer Stelle sammelten. Als die Türken diese Geisterarmee zu bekämpfen versuchten, verzettelten sie ihre Kräfte und verschwendeten Energie, indem sie mal hierhin, mal dorthin zogen. Sie besaßen die überlegene Feuerkraft, doch die Araber behielten die Initiative, indem sie Katz und Maus mit ihnen spielten, nicht zu fassen waren, die Kampfmoral der Türken zermürrten. Die meisten Kriege waren Begegnungskriege. Unser Krieg musste ein solcher des Ausweichens sein, schrieb Lawrence. Wir mussten den Feind in Schach halten, durch die schweigende Drohung einer weiten unbekannten Wüste und durften uns nur im Augenblick des Angriffs zeigen. Das ist höchste strategische Kunst. Große Schlachten sind viel zu gefährlich und kostspielig. Indirektheit und Ungreifbarkeit führen bei weit geringeren Kosten zu weit besseren Erfolgen. Der Hauptkostenfaktor ist die geistige Arbeit, das Nachdenken darüber, wie man die eigenen Truppen so aufstellt, dass sich ein strategisch verteiltes Muster ergibt, um wie man den Gegner psychisch wie Formlosigkeit. In einer Welt, in der man danach trachtet, sich vom Gegner zu lösen, kommt der Formlosigkeit die entscheidende Bedeutung zu. Für das Streben nach Formlosigkeit ist die wichtigste psychische Voraussetzung, dass Sie nichts persönlich nehmen. Begeben Sie sich nicht in die Defensive. Wenn Sie aus der Defensive kämpfen, zeigen Sie Emotionen und enthüllen eine klare Form. Ihre Gegner werden merken, dass sie einen Nerv getroffen, eine Achillesferse gefunden haben und Sie werden immer wieder auf diesen wunden Punkt einschlagen. Üben Sie sich also darin, nichts persönlich zu nehmen. Lassen Sie sich von niemandem durchschauen. Seien Sie wie ein glitschiger Ball, den man nicht festhalten kann. Lassen Sie niemanden wissen, wo Sie zu packen sind oder wo Ihre Schwächen liegen. Verwandeln Sie Ihr Gesicht in eine formlose Maske. Damit machen Sie wie Marie Antoinette veranschaulicht, so in rigiden Förmlichkeiten erstarrt, dass der Durchschnittsfranzose ihn für ein dämliches Relikt hielt. Diese Altersschwäche einer jahrhundertealten Institution war das erste Symptom einer tödlichen Krankheit, ein Symbol dafür, dass das Volk seine Bindungen an die Monarchie zu lösen begann. Als sich die Lage verschlimmerte, klammerten sich Marie Antoinette und König Ludwig XVI. nur noch fester an die Vergangenheit und ebneten sich damit den Weg zur Guillotine. Ähnlich reagierte König Karl I. von England auf die Woge des demokratischen Wandels, die das Land in den 30er Jahren des 17. Jahrhunderts überflutete. Er löste das Parlament auf und seine höfischen Rituale waren von immer mehr Förmlichkeit und Distanziertheit geprägt. Er wollte zu einem älteren Regierungsstil zurückkehren und klammerte sich an alle möglichen Kleinigkeiten des Protokolls. Seine Starkköpfigkeit verstärkte bei seinen Untertanen nur die Lust auf Veränderungen und natürlich wurde er bald von einem verheerenden Bürgerkrieg davongefegt und verlor schließlich seinen Kopf durch die Axt des Henkers. Je älter sie werden, desto weniger dürfen sie auf Vergangenes bauen. Achten angenommen hat, sie nicht als Relikt erscheinen lässt. Das heißt nicht, dass sie die Moden der Jugend nachmachen sollten, damit gibt man sich gleichermaßen der Lächerlichkeit preis. Vielmehr muss ihr Geist sich ständig an neue Umstände anpassen, selbst an die unvermeidliche Tatsache, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, da sie Platz machen und die jüngere Generation sich auf ihre Karriere vorbereiten lassen müssen. Je regider sie sind, desto eher wirken sie wie ein gespenstischer Leichnam. Vergessen sie aber nie, dass Formlosigkeit nur ein strategisches Mittel und eine Pose ist. Sie bringt ihnen den Spielraum, taktische Überraschungen vorzubereiten. Während ihre Feinde daran arbeiten, sich auf ihren nächsten Zug vorzubereiten, geben sie ihre eigene Strategie preis und bringen sich damit in einen entscheidenden Nachteil. Sie behalten Initiative und versetzen ihre Feinde in die Lage, nie agieren zu können, sondern immer reagieren zu müssen. Ihrem Spionieren und Auskundschaften machen sie einen Strich durch die Rechnung. Merken sie sich, Formlosigkeit ist ein Werkzeug. Verwechseln sie sie nie mit Mitläufertum oder mit religiöser Ergebenheit in das Schicksal. Sie bedienen sich der Formlosigkeit nicht, weil sie innere Harmonie und Frieden bringt, sondern weil sie ihre Macht mehrt. Sich an neue Umstände anzupassen bedeutet schließlich, die Ereignisse mit eigenen Augen zu betrachten und oft die Ratschläge zu ignorieren, mit denen die Menschen ständig bei ihnen hausieren gehen. Letzten Endes bedeutet es, dass sie die Regeln über Bord werfen müssen, die andere predigen. Genauso ihre Bücher, die ihnen vorschreiben, was sie zu tun haben, und auch schrieb Napoleon, woraus folgt, dass sie jede neue Situation selbst ausloten müssen. Verlassen sie sich zu sehr auf die Vorstellungen anderer Menschen, dann nehmen sie am Ende eine Form an, die gar nicht die ihre ist. Wenn sie die Weisheit anderer Menschen zu sehr respektieren, würdigen sie ihre eigene herab. Gehen sie brutal mit der Vergangenheit um, vor allem mit ihrer geeignen und haben sie keinen Respekt vor den Philosophien, die ihnen von außen aufgezwungen werden. Sich über den Raum zu verteilen und ein abstraktes Muster zu bilden, soll nicht heißen, dass sie in Situationen, da es ihnen nützt, die Konzentration ihrer Macht aufgeben sollen. Formlosigkeit bringt ihre Feinde dazu, ihnen überall nachzujagen und dabei körperlich wie geistig ihre Kräfte zu verschleißen. Wenn sie sich ihnen jedoch schließlich stellen, müssen sie sie mit einem einzigen konzentrierten machtvollen Schlag vernichten. So besiegte Mao die Nationalisten. Er ließ ihre Streitkräfte in kleine isolierte Einheiten aufbrechen, die dann leicht mit einem beherzten Angriff überwältigt werden konnten. Das Gesetz der Konzentration gilt nach wie vor. Auch wenn sie mit Formlosigkeit spielen, müssen sie Herr der Lage bleiben und ihre langfristige Strategie im Auge behalten. Nehmen sie dann Gestalt an, um zum Angriff überzugehen, müssen sie das mit Konzentration, Schnelligkeit und Macht tun. Eben wie Mao sagte, wenn wir kämpfen wollen, stellen wir sicher, dass keiner entkommt.